Wollen wir mal hoffen, dass es funktioniert. Also ich sag schon mal einen schönen guten Abend, meine Herren und meine Damen. Mal schauen, ob das klappt. Guten Abend. Guten Abend. Bevor ich die anfange, alle vorzustellen, will ich sicher sein, dass wir auch tatsächlich online sind. Gestern Abend sagte der Miral noch zu mir, ja, wir werden ja wahrscheinlich nicht so viele sein heute Abend beim Abreagieren. Dann hast du die ganze Frauenhasser-Gruppe mitgebracht. Jawohl. Dann will ich mal alle nach der Reihe vorstellen, die ganzen Frauenhasser. Der Admiral Paul, wo bleibt mein Groupie Saverho? Einen schönen guten Abend. Ahoi. Wunderbar, endlich. Ah, noch einer. Sehr schön. Die Gruppe wird noch kleiner. Wunderbar. Sind ja nur zwölf Leute oder so. Es fehlen ja noch zwanzig. Es fehlen ja noch zwanzig Stück. Was habt ihr denn eigentlich dann vor? Das ist ja... Wow. Wir sind gerade bei der Vorstellung, die Leute. Moment. Lass mich eben die Reihe nach durchgehen. Das dauert schon ein paar Minuten, die Vorstellung. Ja. Wir übernehmen heute YouTube. Der Wachhund der Migtaus-Szene, der Dog. Einen schönen guten Abend. Wuff. Dann Isbert. Ja, servus. Das ist mir kein Sprung. Greetings. Ja, egal. Und auch mal wieder dabei die Schnieser. Guten Abend. Das heißt, es gibt schon mal Drama im Kommentarbereich. Sehr gut. Dann der Seilus. Schönen guten Abend. Dann früher Atman, jetzt Sven live. Schönen guten Abend. Der Sein Kanal auch umbenannt. Schönen guten Abend. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Könnt ihr mich hören? Perfekt. Geht ein bisschen leiser, aber geht schon. Wunderbar. Leider. Leider hören wir nicht zum Glück. Also, einen wunderschönen guten Abend an euch allen. Und vielleicht die ein oder andere Quoten-Feministin, die zuhört. Ich bin gespannt. Ja, man weiß ja nie. Dann Sexy Z. Schönen guten Abend. Auch mal wieder dabei. Ewig nicht mehr dabei. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Guten Abend an alle. Das hat Theodokus wohl nicht gefallen. Nee. Dann der Quoten-Furry, der Mixed-House-Szene, der Zuki. Ja, hallo, hallo, hallo. Heute geht's wieder rund. Und worum? Das finden wir raus. Erstmalig dabei der Nicolorianischen Irrenanstalt der Walnia. Schönen guten Abend. Ja, grüßt euch. Ich bin mal gespannt, was hier in der Irrenanstalt für Pflegefälle zu erwarten sind. Aber ich bin natürlich mit fachkundiger Eigenschaft dann dabei. Und dann ehemals Rage-Krischern. Jetzt nur noch Zend-Krischern. Einen schönen guten Abend. Jo, Mahlzeit an alle. Herzlich willkommen. Dann hoffen wir, dass wir Theodokus nicht verscheucht haben. Hat nur zu sehr technische Probleme, hat er gerade geschrieben. MS fragt direkt im Chat. Gibt es hier eine Raise Hands-Funktion? Die werdet ihr brauchen? Oh nein. Wir haben hier zu viele ADHS-Geschädigte. Und Krischern. Das wird nichts. Ja, genau. Eine was für Funktion? Eine Raise Hands. So was gibt es bei Microsoft Teams zum Beispiel. An sowas würde ich mich im Beruf halten. Aber selbst da hat mein ADHS nicht oft. Also, nein. Heute als Thema ist die Fortsetzung dessen, was letzte Woche im Admiral-Stream passiert ist. Ich habe das auch nur so ein bisschen mitgekriegt. Ich war auch nur im Chat mit dabei. Also, Admiral, was ist in der letzten Staffel, a.k.a. in der letzten Woche passiert? Ja, wir wurden feministisch infiltriert von Nina Twitch, ich weiß nicht genau, wie ihr Account heißt. Die ist zufällig auf uns gestoßen, weil der Titel war unauffällig. Dating in der jungen Generation oder sowas, glaube ich. Da war der Neffe von Attack Healy dabei und hat ein bisschen erzählt, was eben so los ist, wenn man heute 20 ist. Und sie war dann so bei Stunde irgendwas, ist sie eingestiegen, hat natürlich das gemacht, was man erwartet, beschämt. Die ist richtig kreativ geworden, habe ich nicht. Ja, die war richtig. Die hat sich als ganz neues Wort, was hat sie sich bezeichnet als Insel, habe ich ja noch nie gehört vorher. Ja, ja. Ja, ich habe hier noch im... Was ist denn das? Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal. Ich habe hier im Vorschläge, habe ich den Tweet, der daraus folgte. Der König der Insel. Ja. Falls du den einblenden willst, ich habe den Tweet hier im Vorschläge reingepackt. Ich kann auch vorlesen. Ich habe heute echt Probleme mit OBS. Alles gut, ich lese vor für die Zuschauer. Ich bin aus Versehen auf einen YouTube-Livestream von vier Red Pill Incels gestoßen und habe im Chat ihre sexistischen Aussagen auseinandergenommen. Alter, Alter. Und jetzt haben sie mir gesagt, dass ich zu hässlich für nur Lüfter bin. Was heißt das? Ja, nur Lüfter. Sie dachte, sie ist kreativ. Das habe ich zum ersten Mal gehört. Ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht. Ein paar Mal habe ich das gelesen, was du da gepostet hattest, mit dem nur Lüfter. Ich habe echt lange darüber nachgedacht. Scheiße, ey. Ja, ja. Ich werde alt. Ich glaube, ich habe später im Stream, eine Stunde später, da war sie schon lange weg, mal ihr Instagram angeguckt, wer sie überhaupt ist und habe dann die Bemerkung fallen lassen, also für Onlyfans reicht es wohl nicht und das hat sie richtig auf die Palme gebracht, natürlich. Oh. Und vor allen Dingen, achso, um den Tweet jetzt noch zu Ende zu bringen, hat sie unter ihrem eigenen Tweet dann kommentiert, ach, mich trifft das nicht. Natürlich nicht. Zumal ich mal auf nur Lüfter war und das lief echt gut. Ist aber auch eine Weile her. Ich bin ja nicht so einer, aber ich bin doch so einer. Ich bin ja nicht so einer, ich war aber mal so einer, aber ich war nie so einer. Widerspruch, ein Widerspruch und ein Widerspruch und ein Widerspruch und ein Widerspruch. Und ein Widerspruch und ein Widerspruch. Wow. So, um das Ding noch zu Ende zu bringen und dann hat sie am nächsten Tag, am Samstag, war es in acht Stunden Twitch-Stream gemacht, die hat die Gamer-Simps sozusagen, die sie auslutscht und hat dann eine Stunde, die erste Stunde nur unsere Ausschnitte eingeblendet von AttackKili, von mir, von Vincent glaube ich auch ein bisschen und von Leon neben der Elfen von AttackKili. Und das ist das, was wir uns wahrscheinlich später angucken werden. Ja, ich war schon auf dem halben Weg verliebt zu sein, also rote Haare und die spielt Elden Ring. Ich muss schon sagen. Viel mehr Ansprüche habe ich nicht an der Frau. Ich muss schon sagen, es betrifft sie nicht, aber sie macht ein Lasschen drüber. Ich möchte auch nochmal anmerken, dass ich erst dachte, die Rotare ist die Idee von TikTok, die Captain Admiral Hill da entdeckt hat. Die war es leider nicht, weil die fand ich ganz hübsch eigentlich. Diese Master of Gaslightning. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Nikolaus Schwarm, ja. Die war eigentlich, die sieht noch ganz gut aus. Die hat auch was Süßes. Humor. Reden wir gerade über die Laori? Die hatte was Unheimliches und Süßes. Okay. Wir reden über Jessica Firely, sie glaube ich. Und einer fragt ihr gerade, ob die Schneezer zum ersten Mal dabei ist heute. Ne, die war schon, ich glaube ein oder zwei, also einmal auf jeden Fall, ich glaube vielleicht sogar zweimal dabei beim Upredieren. Zweimal, ja. Zweimal. Wie hieß dieser eine Typ, der im Auto da, dieser Glatzkopf im Auto, wir haben uns durchgenommen einen den Quatsch. Der Schlüpferstürmer. Dieser Markwart-Dings oder so? Der Schlüpferstürmer. Oh Gott. Also von mir wird nicht gesprochen, damit das klar ist. Oh Gott, der Schlüpferstürmer, der war auch herrlich. Okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Video. Wenn Admiral mit dem Vorspiel fertig ist. So, dann bin ich wieder. Sorry, ich hatte gerade einen Abbruch. Du warst weg? Ja, ich war weg. So viel Sinn, dass man das gar nicht bemerkt ist, ob du da bist oder weg bist. Da verschwindest du für zehn Sekunden und keine Heul drum wegen mir, Alter. Ich finde ich nütze, ey. Ich sehe das aber im Chat, ich glaube Verwechslungsgefahr. Der Admiral hatte vor zwei Wochen mal eine Dame direkt im Sprachschritt dabei. Das ist nicht die Dame, über die wir heute sprechen, die damals, diese Frau, die sagt, es wird Zeit für richtige Werte und dann drei Kinder von drei Vätern hat. Das war heftig. Und eins davon ist mit elf ihr entzogen worden zum Vater, dann in die Nervenheilanstalt, wie man altmodisch sagt. Und dann drei Jahre im Kinderheim mit 14 immer noch, weil es nicht zu den Eltern zurück will. Zu keinem von einem. Ja. Alter, was hat die mit dem Kind gemacht, ey? Das war dieser elf, äh nicht elf, sieben Stunden Stream, wo ich die ersten zwei, drei Stunden dabei war und wirklich, wirklich glücklich war, dass ich nicht dabei war, als die Dame kam. Fünf Stunden, dreißig oder so kommt es dann ein, für die, die es interessiert, vorletzter Livestream. Ja, war ein Knaller. Also da konnte ich mich nochmal austoben, anderthalb Stunden, sie ein bisschen tellen die Zwiebel und am Ende, ach, war es echt shocking. Also ich habe in den Streamen angehört, Admiral hat überhaupt dafür eine Aufwandsentschädigung bekommen, für sowas. Der ist voll monetarisiert, der alte Wichser. Ehrlich. Allgemein, ich will echt Bezahlung jetzt, also damit es klar ist, gleich im Vorfeld geregelt hier, ne? Ja, Paul, Paul sagt doch mal, wenn es die Leute dann interessiert, warum macht man das, wenn dann die Dame reinkommt, warum macht man das mit? Weil sie da ist. Ja, weil um halb zwei, das war um halb zwei Uhr nachts, also ich bin auf einmal richtig wach geworden, weil ich dachte, da ist was zu holen, da ist Gold und es war Gold. Aber man muss sie natürlich ein bisschen, man muss sie natürlich ein bisschen in Sicherheit wiegen, sie ein bisschen aufbauen, ein bisschen Therapeut spielen und nach und nach schält sich halt die Zwiebel und es war erschreckend, also muss ich schon sagen. Es war ein Paradebeispiel für all das Negative, was man so sagt, nicht alle und so weiter, aber das war echt hart. Wenn man das bildlich illustrieren wollte, müsste man sagen, der Paul, der ist dann mit einer Machete in den Amazonas gegangen und hat sich da durchgeschleudert und durchgeschlagen, wie es nur geht. Also wenn man das an sich anhört, wirklich höchst spannend, wie sie immer wieder dann zurückrudert und dann ist der Zauberwald auf einmal wieder da. Die Büsche sprießen wieder und die werden wieder weggeschlagen, faszinierend war das alles. Ich glaube, es war echt mal andere. Da wollte sie mal eine Telefonnummer, das war das Schärfste eigentlich. Ernsthaft? Ja. Aber ich fand gut, wie du die... Na, Paul, immer ran, dann, ne? Nee, 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 nee. Wie du nicht abgegangen bist, also wenn wir so eine Kim, du bist ja aber auch nicht so, das, wie sagte sie das, die kam rein und direkt abwertend, dass du auch nicht geweißert mit Löffeln gefressen hättest oder so, der die sofort einen Kick in den Arsch gekriegt und dann bin ich rausgeflogen. Wenn du so reinkommst in meinen Stream und direkt so anfängst. Ja, ist gut, aber am Ende war sie in Sicherheit gewogen nach einer Stunde, da hat sie das Publikum vergessen und dann hat sie halt ausgepackt oder gut, also ich hatte es nicht gelohnt, fand ich der Aufwand. Also war ja mal eine Sternstunde meine Gelegenheit, weil sonst trauen sich ja Frauen nicht in den Stream. Ich habe übrigens auch nie nach Twitch angeboten, der kommt noch rein. Aber hat sie nicht gemacht zum Thema keine Eierstöcke. Kommt, glaube ich, in dem Video auch nochmal vor. Also wir sind ja inklusiv hier auf unserer Seite, nicht wahr? Ich muss aber auch schon sagen, die hat alles richtig gemacht, ne? Wenn sich die ganze Zivilisation niederbrennen will, ne? Ja. Ja, dysfunktionale Frauen und so weiter, die vermehren sich ja auch noch mehr und Männer natürlich auch. Ich glaube, 50 Prozent mehr war die Studie, ne? Borderline-Nazismus und sowas. Das ist der B, ja, da war ein schönes Beispiel. Warum in Amerika 42 Prozent oder 25 Prozent eine Diagnose haben. Also ich meine, hier wird es auch mehr werden. Ja, Paul, das war ja ganz interessant. Ich glaube, der Jen, der hat auch jetzt nochmal ein Video dazu gemacht. Die hat er gemeint, vom Begriff her, den gibt es eigentlich gar nicht, aber unsere Gesellschaft für Borderline, so hat er es bezeichnet. Habe ich gesehen, war nicht schlecht, halt war okay, das Video, ja. Hat er schon recht. Wird alles sehr ins Schwarz-Weiß gedrückt, die Leute drehen alle durch, haben keinen Halt, haben Ängste. Ja, sind immer zwei disreguliert an sich. Klar, wird ja eine ganze Reihe, glaube ich, ne? Das sind ja mehrere Teile. Aber gut. Wollen wir nicht wieder mit Psychologie langweilen? Was ist dysfunktional eigentlich? Was ist gemeint mit dysfunktional, Männer und Frauen? Naja, inwiefern dysfunktional, jetzt auf was bezogen? Ja, das hast du doch gerade gesagt. Gegenstück von funktional. Ja, die Funktionalen sitzen hier, die vermehren sich nicht. Richtig, richtig, genau. Ja gut, wie kann man das bezeichnen? Man könnte sagen, wenn etwas eine Funktion nicht aufweist, dann ist es nicht einfach nur kaputt, sondern dysfunktional ist eigentlich das komplette Gegenteil davon. Es tut schon etwas, aber halt destruktiv. So könnte man das bezeichnen. Bei der Frau, der angesprochenen war es halt die Dysfunktion, dass sie ultimative Unterverantwortlichkeit hatte. Ich hatte sie, glaube ich, zweimal gefragt, ob sie irgendwelche Fehler gemacht hätte, zurückgegeben auf die Vergangenheit. Und ob sie, was die jungen Frauen heute empfehlen würde oder anderen Frauen empfehlen würde. Sie hat natürlich alles richtig gemacht. Also, das war schon... Das war heftig, ja. So, jetzt sind wir schon 15 Minuten drin im Stream. Es scheint immer mehr Leute zu verlieren. Was? Ja, den Sinn kriege ich schon. So, dann würde ich sagen... Das wäre auch ein Problem, irgendwie. Fangen wir an mit dem Video. Würde ich sagen, oder? Ja, hau rein. Jawohl. Das geht doch keine 8 Stunden, oder? Nee, nee. Wir gehen ganz bestimmt keine 8 Stunden. In 8 Stunden. In 8 Stunden. In das Video 8 Stunden werden wir das wirklich durchnehmen. Dann würde das bis Montag, Dienstag, in 2 Wochen dauern. Das wird nicht reichen. Wir werden eine ganze Woche beschäftigt damit. Dann kannst du dir... Die erste Stunde kann ich ja sagen, redet sie über uns und zeigt Ausschnitte oder gehörte Ausschnitte von uns. Und dann macht sie eine halbe Stunde irgendwas anderes und dann kommen nochmal 10 Minuten. Und der Rest ist ihre Elden Ring Skills, in Anführungszeichen. Ja, rote Haaren, was will man mehr? Lässt sich kurzzeitig nochmal ein bisschen bekochen und spachtelt dann ihren Krempel vor der Kamera. Das kommt auch nochmal dazu. Ja, und wer hier im YouTube-Kanal findet dieses Video, wo ihr Freund sich schminkt, ihr Freund, in Anführungszeichen. Kann ich nur empfehlen. Wer den Ultra-Kack noch nicht gesehen hat in freier Wildbahn, da ist er. Und bitte pausieren. Ich möchte nicht, dass der Sendkrische an mir an Fremdschämen stirbt. Alter, ey, das ist ein Typ, der seine alte schminkt. Also jetzt, äh, wirklich. Ich würde ja schon auf Touren. Ich kenne es ja, ich kenne es ja, ich kenne es ja, ich kenne es ja, wenn es ein schwuler Friseur wäre, wisst du, aber, oh, nee. Ich meine, dass er sich schminkt, ist ja noch okay, aber wie? Also die Verhaltensstudie von dem Typen, das ist also okay. Richtig unterwirke. Also meine Herren, Sommer? Ja, bitte. Rücken wir einen auf Play, aber ich habe gerade technische Probleme noch. Achso, wo ist denn der Link für Watch2GetEye? Ich habe den jetzt noch nicht. Was ist denn, bei mir geht es nicht. Einfach draufdrücken. Bei Vorschläge. Vorschläge. Ach da. Vorschläge sind das als Nachschläge, denk da. Vorschlag, Nachschlag, ab und zu mal Zuschlag. Genau. Oh Gott, das wird heute, das wird heute was, ey. Okay, jetzt kannst du sich viel raus, ey. Sehen wir alle betrunken? Resist, Simping. Fischern sollte ja eine Simp-Alarm-Animation machen, hat er nicht gemacht. Nee, scheiße, bin doch nicht zugekommen, tut mir leid. Und die Fakten-Alarm-Animation habe ich hier nicht so laufmöglich. Ich habe hier echt nur Probleme heute, technisch. Ja, das ist echt Problem, Junge. Die gleiche. Wir haben gleich alle Probleme, wenn wir verrichten. Ich dachte, das ist eine Männer-Runde, warum redet der von Junge? Ich bin immer spannend, ich bin immer spannend, jetzt kommt hier. Jedes Mal. Anscheinend schon, ja. Du siehst richtig, hart getroffen. Darf ich keine Shoutouts geben? Ach nee, das ist ein Slash, es muss ein Slash sein. Ach je, ich wollte dich tun. Was ist denn jetzt, weil du jetzt gedrückt? Ich bin eigentlich nie gekommen. Ich brauche Alkohol. Also, Onlyfans, nur Lüster. Den soff ich morgen. Also erstmal wollte ich das nicht in meinen Twitter-Algorithmus reinhauen, weil ich weiß nicht, ob du da vielleicht Shadow-Band wirst, wie bei Instagram oder was da passiert. Und ich wollte auch nicht, wenn du das schreibst, dann hast du auf einmal ganz viele Onlyfans-Menschen, die sich promoten unter deinem Tweet. Oh, die Fans-Menschen. Das ist klassisches Kategorisieren. Aber Fans bedeutet, dass die auch deutschen Lüfter. Also Fans kann ja auch im Englischen für Ventilator stehen. Wow. Wow. Nicht schlecht, ey. Unnutzet Wissen, Hashtag 3456. Das Schwulsein ist gar nicht männlich. Das hast du sehr gut erkannt. Was? Was schwul sein ist nicht männlich? Wenn du nämlich männlich herst, dann müsstest du ja nicht schwul sein. Was? Das ergibt keinen Sinn. Ja. Also, Tuki hast du gehört, du bist kein Mann, die vor Ort gerade erzählt. Die vor Ort gerade erzählt. Ja, okay. Verstehe. Oh, bin ich jetzt eine hübsche Prinzessin oder was? Ja. Jetzt, wenn ich auch vor Ort in Schulkreisen Arschbuschi heiße, alles klar. Äh, schlimm. Die Kinder schwert die Augen auf. Oh, mein Gott. Oh, die Musik ist der Mittagund. Existieren würdest, wärst du diese Frau. Oh, nee, bitte nicht, ey. Oh, nee, bitte nicht, ey. Das ist in allen Bereichen dein Gegenstück. Vom Geschlecht angefangen. Was überhaupt die Energielevel angeht oder so. Soll ich mich jetzt beleidigt fühlen, oder? Das ist ja, dass ich sie, dass ich ihr ein Kompliment gebe. Ja, nein. Jutz. Oh, Mann, ey, bitte nicht, ey. Sto-Prixen ist vom Stocks Master 2 Euro. Oh, das war fast die Synchronen mit dem, wo ich den ersten Schluck genommen hab. Ey, jetzt ist es jetzt schon. Jetzt ist es jetzt schon in einem parallelen Universum Bittings-Haya-Gin, aber nicht so eine Tussi hier, ja, also. Ich glaube, ich würde jetzt so ein Schwulezis, Ventilatoren, oder was? Ich muss Stocks Master nur enttäuschen. Das 2 Euro für ein Bier ist vor der Inflation gewesen. Das liegt etwas zurück hier. Heute hast du 2 Euro örtiger. 2 Euro örtiger ist schon billig wie heute, also. Ich würde gerne auf einen Umstand in diesem Video hinweisen. Achtet dann mal darauf, wie oft die Frau anfängt zu lachen. Und das wird nochmal ein wichtiger Punkt werden. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Frau muss sich gerade an Fight Club denken oder sagt, sie haben so eine kranke Verzweiflung in ihrer Lache. Der ist gut. Ja, das hat sie wohl auch. Das merkst du total. Die hat keinen Selbstbewusstsein, die Dame. Ich drück mal wieder auf Play. Ich kann weiter zuhören. Bin dir ernst. Ich meine das nicht ernst. Ja, ich kann ja nicht auf dich sprechen. Jetzt lass es. Komm mal, Mensch. Du hast gerade so wie, bitte gucken, Snatch, ey. Wirklich. Das kann man doch so nicht sagen. Was ist los mit dir, Alter? Ich muss wieder Snatch gucken. Wörter müssen nicht getrennt ausgeschaffen werden. Ich kann das einfach so machen. Da kriegt das an einen großen Szenen, dass ihr den Maul nicht aufkriegt. Ist das nicht eher so Sylvester Stallone-mäßig? Der hat doch auch immer so eine hängende Lippe gehabt. Ja, der wurde doch so in South Park verarscht. Der hat so in South Park im Bötchenkopf verstanden, so wie der ihn nuschelt hat. Das war so geil. Ja. Na gut. Oh je. Ja, oh je. Wow, schon 10 Minuten. Wir haben noch kaum was erzählt. Ist ja voll ein neuer Rekord, wa? Ja, weil sie hat ja noch nichts gesagt. Wer erzählt denn nichts? Da die lautigen Blödsinn dahinter. Ja, das ist normal. Am Anfang von Twitch-Streams wird ja immer Just Chatting gemacht oder so ein Zeug, oder? So wie ich das mitbekomme. Ja, man will ja erst Zuschauer sammeln, wa? Genau, genau, genau. Da ist da irgendwie ein bisschen... Sollte ich mal ganz kurz einhören? Das sind Aufnahmen, als diesen Redpil, wo das überhaupt aufgemacht wird. Mach mal Just Once hier. Die sind ja wie Pilze aus dem Boden gesprossen die letzten 10 Monate. Die sind ja gar nicht länger da. Die haben insgesamt zusammen, was hat er gesagt? Zwei Millionen Subscriber? Die vier zusammen. und haben eine halbe Milliarde Views. Das ist so geil. Das sieht so aus, als würde sie dir zuhören gerade. Ja, was? So viele, ey. Hast du noch? Ja, ganz viele. Perfekt, ey. Du steckst da echt Arbeit rein. Du lässt deine Titten nicht irgendwie ohne BH durch den Ding filmen, egal wie hässlich die Titten sind. Guck mal, ich habe drei hübsche Frauen hier. Ich arbeite schon mit den Mitteln hier als Hintergrundbild. Ja, ist schon klar. Aber du weißt, was ich meine. Weißt du, das ist so, du kannst, selbst, selbst diese, diese Chameleon Red Pill Channels sind überflutet von Sims und über Sims und White Knights und alle so, ja, das machst du gut, Kleine, ja. Und sag den Mädels mal, was Sache ist, genau, damit sie es checken und bitte erschießt euch alle. Oh, Alter, ich kotze, ich kotze hier gleich, Alter. Das ist mein Fenix, woher kommt, dass sie eine Königin ist? Unter anderem Königinnen. Kommt es stückweise von dem väterlichen Einfluss oder ist es die Gesellschaft Social Media PP? Joa. Oh, guck mal, wie schön sich die Nase putzt. Schön hat sie das gemacht. Ey, ich trete mir überhaupt nichts mehr. Ich weiß. Das Video war auch einfach nachfolgreichend. Ihr seid alle Königinnen. Oh mein Gott. Da lacht sie, ne? Da freut sie sich. Ja, Beer Queen. Perfekte Timing, ey. Boss B. Ja, genau. Aber seid ihr sicher, dass das eine Livestream-Aufzeichnung ist, weil es nicht gerade wirklich zuhört? Ja, dabei bist du nur Bonwasser. Leute, ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch, wer was erzählt gerade. Das ist sehr komisch. Sie spielt die Aufzeichnung von unserem Livestream. Da reden jetzt Attack-Heli und ich die meiste Zeit und sie hört zu und guckt blöde und sagt dann immer mal was. Ich hätte schon gedacht, wer redet jetzt hier im Stream, aber der ist ja gar nicht da. Sorry, ich stand jetzt wirklich auf dem Schlauch hier. Sie spielt das gerade vor, den Livestream-Passagen. Okay. Eberhand ist in Amerika. Aber egal. Was hat er noch gesagt? Ach so. Ich checke auch nicht, dass Prostitution in den USA verboten ist. Das ergibt einfach null Sinn. Das kommt auf den Staat drauf an. Nicht in allen Staaten ist Prostitution illegal. Amerika ist eine konstitutionelle Republik, keine Demokratie. Deren Staaten haben viel mehr Macht wie unsere Bundesländer. Da hat der Bundesstaat sehr wenig zu sagen, außer dass er Steuern erheben kann und Allgemeingesetze erlassen kann. Aber die Staaten selber in Amerika, die sind sehr, sehr selbstständig. Ja, das stimmt. Ja gut, auch so die Frage, da sollten wir uns ja noch stellen. Also, ich habe es nicht neu entdeckt. No, ich habe es nur gestern live miterleben dürfen. Das war viel schlimmer. Das ist so viel Scheiß. Ich habe das Verlangen, mich erbrechen zu gehen. Also, ich konnte es auch nicht von meiner Festplatte löschen. Also, ich meine jetzt meine Festplatte hier oben. Weil du keine hast. Ja. Und ich habe mir das gestern eine Stunde angehört und wir haben da auch im Teamsweg im Discord drüber gesprochen. Wenn ihr den Discord-Verlauf seht, ich habe da auch die Chats gescreenshottet, wenn ihr das nachlesen wollt, so teilweise, was die Leute in den Chat geschrieben haben. Ich habe dann was da reingeschrieben und dann haben die meinen YouTube-Kanal angeguckt und keine Ahnung was. Und ich habe dann irgendwann gesagt, mein Freund kriegt davon Kopfschmerzen. Er ist jetzt gegangen, weil er sich das nicht mehr geben kann. Und dann hat er gesagt, ja, mein Freund ist auf dem Simp und der bezahlt mir die Miete und darf ab und zu mal dann dafür ein Rohr verlegen. Ja, Rohr verlegen und Wendestreichen, wa? Ich bitte euch, zählt mal die Argumente, die sie bringt. Das sind nur emotionale Geschichten, die sie bringt. Ich würde gerne, was so schlecht dran war, was sie jetzt so zu diesem Kotzreiz geführt hat, den sie da jetzt aufgeführt hat. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was jetzt so schlimm war. Das wird sie später auf jeden Fall noch erklären. Okay. Das erklärt sie noch. Und so. Und dann, ach, die hat bestimmt auch Onlyfans und mit ihren ganzen... Und dann hat er da gesagt, ja, ich sag's mal, ich sag's mal, Linde, Onlyfans ist da nicht drin. Und dann, ach ja, ne, so hässlich oder so. Und ich denke mir so, oh nein, so hässlich für Onlyfans. Da brauchst du ganz viel Bestätigung jetzt. Sagt mir, dass ich nicht hässlich bin. Ja, ja. Na ja. Das war der eigentliche Aufhänger, warum sie das Video überhaupt gemacht hat. Gebt mir positive Energie, ich brauch das jetzt. Ja, ja. Ich brauch das jetzt. Er hat gesagt, ich bin nicht hübsch genug für Onlyfans. Und weiter. Bitte. Meine Simp-Gemeinschaft. Sagt mir, wie hübsch ich bin. Meine Knechte. So ein Unmensch. Kann ich nicht leiden. Er soll sterben. Aber er hat gesagt, er mag mich nicht. Genau. Und da sowieso unter den Männern immer so ein Konkurrenzkampf tobt, wenn es um Frauen gibt, sind die jetzt alle so, oh, die sind alle scheiße, wir sind besser als die, nimm uns. Ja, ja, komm. Und abends hübschst du dann ja auch so. Ja, wahrscheinlich. Ich hab auch schon spekuliert, wann kommt der Anruf. Naja, aber ich hab eigentlich nur gesagt, für Onlyfans reicht's nicht. Ich hab nicht gesagt, dass die wär zu hässlich für Onlyfans. Ja, das hat sich aber daraus interpretiert, weil ihr Gefühl hat gesagt, kann nur mit hässlich assoziiert werden. Und deswegen hat's da hässlich draus gemacht. Ich meine, es wird später auch noch aufgeklärt, Paul. Irgendwie kam da noch ein Kommentar dazu, dass er gesagt hat, dass auf Onlyfans ja, naja, sich sowieso einiges sammelt und dass man gar nicht so gut dafür aussehen müsste. Ich meine, da käme noch was. Ja, kann sein, ja. Das machen wir mal. Hallo, Marc-Twitch, danke sehr. Hasse Männer. Rohre verlegen, richtig gut Rohre verlegen. Ja, Kappler ist zu Feuer, wa? Du willst nichts, hallo, gimme das. Vor allem, da kommt ein Kommentar rein bei ihr, sie hat gerade kritisiert, sie hat Screenshots gemacht von meinen Live-Kommentaren und da kommentiert gleich eine bei ihr, ich hasse Männer. Völlig, ja, ist okay, kein Problem, ne? Das hat keiner, keiner hat bei mir geschrieben, er hasst Frauen. Also, da könnte ich meine Anführungsvoller legen, kannst du ja nochmal angucken. Das ist völlig okay. Sehr Doppelstandard. Christian, nicht so seufzen, ich habe zwei Euro reingekommen für dich und die zwei Euro gehen in meine Tasche. Also, sei ein bisschen glücklicher. Alles, ich versuche jetzt, ich versuche es. Gib mir das. Guten Morgen. Schon klar genau sagen, aber weiß ich Bescheid. Gib mir das ist doch quasi englisch für Gipsme, oder? Also okay, wer von euch opfert sich? Also, aber weiß ich Bescheid, ja, genau. Liegt natürlich auch teilweise durch die Erziehung sozialisierter Frauenhass. Ja, ja, da reden sie aber auch drüber, sie reden ja darüber, warum Frauen denn so selbstständig sein müssen und bla und blub und dass die alle falsch erzogen sind quasi. Was? Dass Frauen alle Töchter und Kinder falsch erziehen. Ja, nicht nur falsch erziehen, die Ergebnisse der Vaterlosigkeit sind hinlänglich bekannt. Ich habe sie sogar auf das Video hingewiesen, das kommt ja später noch. Aber es hat die jetzt gerade kritisiert, dass ihr gesagt habt, Frauen sind zu selbstständig. Also, Red Pill ist, ich glaube, Attack Helicopter hat irgendwie was gesagt vom Gesellschaftsvertrag, das kommt auch noch. ist, boah, ich kann das, glaube ich, gar nicht, ich weiß, was es ist, aber ich glaube, klären. Red Pill, es gab ja mal so eine Red Pill Bewegung, so, oder einen Film darüber. Red Pill erklärt, komm, den wir da bestimmt. Man merkt sehr, ist richtig tief in dem Thema drin. Ja. Sie hat sehr viel Ahnung. Red Pilling, die rote Pille nehmen ist ein Ausdruck der in besonderen Aktivistin, der mit dem Ich bin schon mal aus 20igkeiten aus, tief drin, ja, Nutzen, aber ursprünglich aus Reddit von militanter Männerrechtler stammt. Auch im deutschsprachigen Raum fällt er zunehmend auch. Militant, genau. Militant und All-Right, ne? Alles klar. Jetzt kriegst du schon noch auf Fleisch, nur um gewisse militanter Leute zu ärgern. Das steht in der Wiki, ich meine. Ja, Wiki ist eh hier links fest zeugt, also. Was da steht, kannst du auch nicht mehr ernst nehmen. Alles biased. Jemandem die rote Pille zu geben, bedeutet ihm, ihr mit einer gesellschaftlichen Wirklichkeit bekannt zu machen. Also hier wäre das jetzt quasi, dass, äh, Frauen Männer immer falsch behandeln, dass Männer quasi die Opfer sind, äh, Wer hat das immer gesagt? Dass das Patriarchat ja in dem Sinne gar nicht existiert, dass das ja schon längst, äh, weg ist und, 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 und. Jure Mädel, sehr froh, dass du gerade die Schwanzschuldigen Bännerwurm hast, ey. Ich weiß nicht, ob du... Dann würdest du anders reden. Einfach darauf achten, du sprichst ganz viel, sagst ganz viel. Aber es sagt nichts. Aber inhaltlich ist nichts drin. Weil das ist etwas, da lasse ich mich auch immer baiten für solchen emotionalen Diskussionen. Aber wenn du nur darauf achtest, wenn die etwas sagt, musst du erst mal fragen, wo ist der Inhalt? Und wenn die die etwas behauptet, was du gesagt hast, musst du wirklich überlegen, habe ich das überhaupt so gesagt? Ja, aber man muss sozusagen ganz genau darauf achten, wo ist eigentlich die Beziehungsebene und wo ist die Sachebene? Und Frauen sind ja wunderbar darin, in der Manipulation alles auf die Beziehungsebene zu schieben und die Sachebene, wenn man Filter draufwerfen würde, die ist ganz, ganz gering. Und hier ist keinerlei Inhalt, keinerlei Sachebene. Ich wette mit dir, ich wette mit euch, dass während die das jetzt alles erzählt, Gesundheit, ganz, ganz viele Kommentare bei ihrem Twitch-Kanal hochkommen, wo sie bestätigt wird, wo, natürlich, aber da geht keiner auf das Thema wahrscheinlich ein. Nein, es geht nur darum, sie fühlt sich emotional offended, offensichtlich schreit nach Aufmerksamkeit, das sieht ja jeder Mann. Das ist ja keiner, das ist jetzt da für jemanden, der sein Fahne auf Halbmast steht, der denkt sich jetzt so, oh, da ist was zu umgeben. Eine arme Frau, die muss ich beschützen und ficken. Und so funktioniert Geschlechterdynamik, das, so funktioniert Geschlechterdynamik, nichts anderes. Ja, vor allen Dingen, wenn sie von Patriarchat spricht, sie spielt gerade die arme, schwächliche, angegriffene Frau. Ja, aber ganz ehrlich, das macht sie gut. Ja, das macht sie gut, aber wenn sie wirklich, sagen wir mal, zeigt, Männer und Frauen sind selbstständig und gleich, dann würde sie nicht sich so, ich meine, die hat ihr die Beine angelehnt, so richtig so, ja, der böse Admiral und der böse Attack, ich glaube da, mit ihren Worten, das hat mich verfolgt, die ganze Woche. So als hättest du das Messer noch irgendwo drinstecken. und, 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 äh, glaubt ihr, wenn ich ihn anrufe? Ich seh schon die nächste Gruppie-Nummer, während ihr Mann da in der Küche, weil der Treue platzt ist, oder bei Nikos Nachbarin oben, Da kann er bei Nikos Nachbarin den Tropp verlegen und der Appirale hat hier wohl alles in der Küche. Aber bei mir ist es heute wörtlich gemeint und nicht metaphorisch. Ich meine ja auch das Rohr in der Küche. Ich meine, kein Sex, der ist für mich in der Position, wo Leute in die Friendzone rinkommen und dann wirklich die Küche streichen dürfen und ein Rohr, äh, ja halt, also wörtlich ein Rohr verlegen dürfen, weil irgendwo halt geplatzt ist, ja, die wahrscheinlich die Kiste im Schlafzimmer aufschlagen dürfen, anstatt sich da rumzusühlen, ne, also das war wirklich... Also ich erinnere daran, der Typ ist rausgelaufen, weinend fast schon, weil wir so hart waren. Und sie ist tapfer dageblieben, strong, independent, woman hat es sich gegeben, hat sogar aufgezeichnet Beweise gesammelt, während ihr Simp-Enabler Ultra-Kack, den man ja in dem Video auch gut identifizieren konnte, wo er sich... Oh, weinend. Das ist alles nur Schauspiel. Der ist rausgelaufen und musste erst mal seine Regenbogenbinde holen. Ja, das ist eine andere Frage, ne. Paul, Paul, du musst das, du musst das so verstehen, er war so emotional erregt davon, also wirklich traurig erregt davon, vielleicht Selbsthass war es gewesen, dass er sich denkt, wie zum Teufel, die Frau, die ärgert sich jetzt so sehr über diese bösen Männer da drin, sie ist so erregt, wie sie es bei mir noch nie war. Das ist traurig, das macht mir Kummer. Nein, aber ich stelle dir vor, wie die später auf der Couch sitzen und sie kommt dann zu ihrem Freund und nimmt sie die Hand, ist er nicht so traurig, hör auf zu weinen, der Admiral, sein Kanal ist jetzt, der Livestream ist vorbei, der Horror hat ein Ende, der Horror hat ein Ende. Also ich habe mir das Video extra nochmal angeguckt mit diesem Schminkvideo, es geht eine Viertelstunde oder so auf ihrem Kanal, wo er sie schminkt und so die letzten fünf Minuten wird der Hund eingeblendet, sie hat noch so einen Hund, da ist eine extra Hundecam, ich weiß nicht, was das für ein Hund ist, ich kenne mich mit Hunderassen nicht aus, so ein schwarzes Tier und das wird überblendet über ihn, während er da links sitzt und sie schwingt, wo der Hund über ihn überblendet, das fand ich einfach so genial. Darauf muss man erst mal kommen, so bei vielen muss man erst mal sein. Alter, da wissen wir dann gleich, welche Stellenwert er bei ihr hat. Ich muss aber zusagen, Hunde werden tatsächlich geliebt. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob ihr alle machten. Da stellt sich die Frage, was willst du da mit einem Typen? Also, Ratpille ist quasi aufwachen aus der Matrix und Blüte ist genauso weitermachen. Das ist auch schon 10, 20 Jahre her, dass ich den Film geguckt habe. Es sich ja auch den ganzen Tag bedient, tut so, als wäre ihre Hand kaputt und lässt sich einkipsen. So ist es. So ist es halt. Was willst du machen? Hier. Moment, haben wir noch was, was hier gut in der Erklärung ist? Entnommen wurde die Metapher aus dem Film Matrix in dem Vordergrund, dass Nero vor die Wahl gestellt wurde. Nero? Ja, das hat sie wirklich gesagt. Aber nicht direkt. Nero, das war doch das erste CD-Brennprogramm, oder? Nero Burning Rome. Ja. Heißer Nero, ja. Ja. CD-Brennprogramm, Nero Burning Rome. Oh ja, die guten Anzeiten. Oh ja. Bevor die Frauen gekriegt wurden. Dann machen wir mal weiter mit Nero. Aus einer ewigen Illusion zu erwachen, geschluckt, oder bisher bestimmt weiterzuleben, blaue Pille. Wenn UserInnen in Internetforen und auf Social Media Plattformen behaupten, Redpillar zu sein, dann wollen sie damit behaupten, dass sie schonungslose RealistInnen seien, die sozusagen RealistInnen? Die mit ihren Scheiß-Gendern. dass der Öffentlichkeit verborgen ist. Sie glauben, den Code der Gesellschaft geknackt zu haben. Ich meine, die tun immer so, als wenn sie non-binär wären und all sowas, aber dann machen sie mit dem Gendern immer die Zweigeschlechter ansprechen. Ich finde diese Dopo-Moral einfach so. Nö. Das ist ja, die verstehen es ja gar nicht, was sie Scheiß machen. Geschlecht ist ein soziales Konstrukt, deswegen sind Menschen, die sich umoperieren lassen, um ihr Geschlecht anzugleichen, richtig. Äh... Christian hat's Schuld. Natürlich. Wenn man das mal so ausdrückt. Gibt's aber auch noch... Ihr werdet es nicht glauben, es geht wohl noch schlimmer und das sind Blackpiller. Jetzt redet sie von Negern oder sowas, wa? Blackpill Matters. Hab ich aber am Anfang auch gedacht, dass Blackpill irgendwie auf die... auf die schwarzen... Dass die schwarzen... Dass das deren Spin ist im Grunde von der Redpill. Ja, da musste ich ihr jetzt auch mal kurz recht geben. Hab ich gerade ein böse Antwort gesagt. 1999 ist Matrix her. Ja, dafür bin ich schon alt. Ach so, genau. The Redpill and men going their own way. M-G-T-O-W. Oh Gott. Allein, dass Männer denken, dass sie... M-G-T-O-W. Da war doch noch was. M-G-T-O. Leise... Was hat sie gerade gesagt? Allein, dass Männer glauben, sie bräuchten Männerrechte. Nennt mehr ein Recht, das eine Frau hat. Das ist so unglaublich. Nein, ein Recht, das ein Mann hat, das eine Frau nicht hat. Frauen haben mehr Rechte. Aber das... Ich meine, faktisch, sie bleibt ja immer nur auf der emotionalen Ebene. Sie kommt ja nie auf die Sachebene. Also so, aber aus ihrer Wahrnehmung als verwöhntes Gehör, was da sitzt und die Sims ausnimmt und Onlyfans auf dem Stuhl, den Männer gebaut haben, auf der Internetleitung, die Männer gebaut haben, in dem Haus, das Männer gebaut haben, in dem Staat, die Männer gebaut haben, sitzt sie da... Das Internet, das die Männer gebaut haben. Ja? Und sagt, wie was? Männerrechte... Patriarchat, dass sie unterdrückt, guck mal, den ganzen Reichtum an den Männer erschaffen haben. Ja, ja, Nicolo, siehst du, siehst du mal so, sie wurde ja auch zur Hilfe aus Männern gebaut, sie hat ja einen Vater. Ja, stimmt. Den sie wahrscheinlich hasst. Vielleicht. Stimmt. Vielleicht. Nein, aber dieses, wirklich die... Man muss das einfach nur, du musst einfach, geh auf irgendeine Mainstream-Plattform und tausch die Geschlechter in den Artikeln um und dann weißt du, um was für eine hassende Welt wir leben. Oh ja. Kam ja direkt, ich hasse Männer, war der erste Kommentar. Ja, das geht gar nicht, das geht doch so ohne. Das wäre okay. Das Kommentar los tue ich mit, ja, hurra, go girl. Aber schreibt mir dann, ich hasse Frauen, oh, dann ist aber richtig weit los, ey. Das ist echt, ja, beeindruckend. Männerrechte, wie können die sowas verlangen? Also später kommt glaube ich noch eine Stelle, wo sie sagt, das sind Leute mit so vielen Zuschauern, die sich um solche Belange scheren. Also sie ist einerseits unterdrückt von Patriarchat und wundert sich dann aber, das ist da, das Patriarchat, also in Form von uns, in dem Fall, dass es das gibt. Also sie sagt, das kommt auch noch raus später. Das müsste ich sogar noch ergänzen. Sie hat ja wirklich davon gesprochen, das sind echte Männer, also jetzt nicht maskuline Männer, was immer das bei ihr heißen mag, darum ist sie ja nicht eingegangen, sondern da sind echte Männer, das sind nicht irgendwelche Bots, die verbreiten Hass und denen wird auch noch zugehört. Das ist schlimm. Das geht ja mal gar nicht, ey. Die könnten ja vielleicht sogar recht haben, also das geht ja mal ja nicht. Das geht ja auch so her wie in der Hassverbrecher, oder? Hassverbrecher! Hassverbrecher! Allein was für ein verschissenes, kleines Kack-Ego du haben musst. Ich kann es gar nicht anders sagen. Projektionen! Projektionen! Jetzt geht's los. Er erzählt von sich selbst oder was? Das ist Projektion jetzt, ja. Na, absolut. Wenn ich da gerade Schatten gehört. Wenn Frauenrechtler existieren, die verfünften, dass du dann eine Gegenbewegung machen musst, damit du deinen Status Quo nicht verlierst. Ja, da ist ja schon der Fehler eingebaut. Nein, du darfst nicht, was du machst, du implizierst eine Sachebene, die nicht vorhanden ist. Richtig. Nicht verlierst. Weil du so Angst hast, wenn andere haben wie du, dass du dann irgendwie benachteiligt wirst. Das ist eine knallharte Projektion, was sie gerade macht. Wenn sie für Frauenrecht ist, welches Recht haben denn Männer, was Frauen nicht haben? Nenn es mir. Ja. Ja. Gibt es? Ich hab mal so, eigentlich fand ich ja, ich schläge es mal an so ein Buch ansetzen, die Tante hat irgendwie eine Frau mal geschrieben, so aus satirischen Gründen, wie man sich die Männer richtig erzieht oder so ähnlich. Und dachte ich mir so, ja, dreht man um, wie man sich die Frauen richtig erzieht. Ich wollte mal daraus vorlesen und dann die schlechter umtauschen. Ich muss mich hier aber nicht, ob ich das Buch immer raussuchen, ob ich das irgendwo mal hingepackt habe. Ich hab leider nicht mehr wissen, wo ich das hingepackt habe, ey. Schade. Das wird bestimmt erst lustig. Aber das ist, was sie hat, ist einfach knallharte Projektionen. Du merkst ja richtig, was für ein eingeschüchtertes kleines Kind sie wirklich ist. Ja. Und sie projiziert alles jetzt nach außen. Sie fühlt sich von der bösen Welt gefangen genommen. Und unterdrückt. Ja. Sie geht ja immer noch davon aus, dass es keine Parität gibt. Sie geht sogar davon aus, und das ist ja im sozialistischen Bewusstsein klar, dass die Männer sind alle groß und stark und sie nehmen ja sowieso in einem Apex-Vierschluss die Spitze der Kompetenz zum Nancy-Recht-Gi-Wa. Und die stehen alle über mir und so weiter. Und für sie ist das völlig logisch. Das ist für sie wie in einem anderen Planeten, als würde ich hier chinesisch reden oder so. Also kurz gesagt, die Männer sind doch groß und stark. Die brauchen doch gar keine Rechte. Wozu denn? Ja, wozu denn? Die sollen doch nützlich sein. Ja, die können sich um sich selbst kümmern, ja. Äh, genau. Nicht wie ich. Machen wir doch. Machen wir doch. Ist das auch wieder falsch, ne? Wenn du dich um dich selbst kümmerst, also quasi mit traurig, ist das auch wieder falsch, ne? Kein brauchbares Material da, was sich unterordnet. Dann distanzierst du dich ja. Nur du sollst sie ja auch beschützen. Sollst sie nicht ausgeben. Aufmerksamkeit gerne. Ne? Nur nicht vergessen, Aufmerksamkeit gerne. Warum soll ich sie beschützen? Für all die jetzigen Friends, um die Kinder mehr haben? Können sie sich nie ficken, Alter. Ist nee. So krass wie das, Alter. Ist so. Aber ich finde dieses weibliche Programm einfach so herrlich. Das ist so. Ja, so brutal. Das ist, weil sie ist so ein offenes Buch. Sie hat im Grunde gar keine eigene Identität. Ja. Wenn du sie wirklich drauf festnagelst, das ist metaphorisch gemeint. Es ist zwar heftig, aber du hast recht, Nicolo. Das stimmt, ja. Sie hat keine Identität. Die plappert einfach nur nach, was andere gesagt haben. Und wenn du das so siehst, dann ist bei der Frau, sagen wir mal, die Persönlichkeit, je nachdem wie viel Persönlichkeitsentwicklung eben möglich ist, sind vielleicht nur 5% dieses gesamten Kosmos. 5% davon sind vielleicht Persönlichkeit. Alles andere sind eben Instinkte. Du kannst sozusagen das Innerste von sehr vielen Frauen so darstellen als Bild, das ist einfach eine Tischtennisplatte und da wird Pimpong gespielt. Das ist die Ansicht und Meinung davon. Oh Gott, ey. Ah, herrlich. Die Stelle kommt noch. Du hast vorgegriffen. Miktau-Deutsch. Metaphern für die Ewigkeit. Ja, da sagt sie irgendwann noch was. Aber egal. Wir machen weiter, oder? Hm. Gleichberechtigung, die so viel Angst macht. Das ist echt arm, oder? Das ist wieder Projektion. Wieder Angst. Das ist ihre Angst vom Patriarchat vom Ominieren. Das Lustige ist ja, wenn du dir Männerrecht anguckst, ich meine so sehr ich Männerrecht auch kritisiere wegen der Sinnlosigkeit. Was wollen denn Männerrechtler? Gleichberechtigung. Ja. Das ist ja das Lustige. Männerrecht, die sind ja wirklich so, ja, jetzt haben die Frauen für ihre Rechte gekämpft, in Anführungszeichen. Ja, jetzt sind wir Männer dran. Ah, ah. Ist nicht. Nee. Ja, das entlarvt doch den Zeugsismus, oder, bei der Frau? Nur das eigene Echt zählt. Gib, 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 Ja, genau, ja, genau, genau. Das Ding ist so dargestellt, dass wir Männer, wenn wir unsere Rechte wahrnehmen wollen, als böse dastehen, während die Frauen ihre Rechte so schon haben und sich wundern, warum wir für unsere Rechte einstehen müssen. Das ist das Ding. Sie geht ja davon aus, dass Frauen keine Rechte haben. Das ist ja ihre Prämisse, die ihr wie auch verordnet. Dann ist das eine Illusion, weil sie sich als Opfer und schwach fühlt. Was sie auch ist, sie ist keine Persönlichkeit. Das siehst du, das ist niemand, der, wenn ihm irgendwas genommen wird oder so, dann auf Konfrontationskurs geht und auf seinem Recht beharrt. Die möchte, dass andere, ich spreche ja öfters von der Agency, sie hat keine Agency. Ja. Die möchte deswegen Hypo-Agency haben. Also, dass Männer oder andere Frauen oder die Gesellschaft als gesichtslose Masse für sie die Agency ergreifen. Die Hypo-Agency. Ja, aber das Traurige ist ja, dass das kein Einzelfall ist und umso trauriger ist es, dass umso mehr Leute diese Frau unterstützen, dann auch noch ihr Zustimmung geben für diese Illusion, sage ich mal. Das ist ja unmöglich eigentlich. Weil sie sie ficken möchten, instinktiv. Das ist ja eine rechte Zustimmung. Die Frau kann das ja nicht sehen. Diese Nina, die denkt ja, dass die Leute ja bei ihr sind, weil es wegen ihren Werten. Aber sie sieht ja selber nicht, sie denkt ja selber, dass sie Werte hat und es ist ja, es ist ja nichts vorhanden. Also zumindest hat sie bis jetzt nichts davon nach außen getragen in dem Stream. Ja, außer Emotionen. Ja, halt alles was, einfach nur was, alles was Geschlechterdynamik, alles was nur das andere Geschlecht triggert und sie halt dementsprechend hinstellt. Aber da ist nichts da, was was irgendwie Value erzeugt oder so. Da ist Ich glaube sie hat drei Argumente in dem ganzen Video oder vier, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht mitgezählt irgendwie sowas, also sachliche. Aber die glaubt, aber das Interessante ist, die glaubt das wirklich. Die glaubt, die Leute sind wegen ihr da. Doch, das glaube ich schon. So, dass sie wegen ihr da sind, ja. Ja. Ja, die glaubt das wirklich. Die wollen, die wollen nur rauf, die wollen nur rauf da. Ja, aber sie ist, für sie ist es nicht so. Ja, 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 natürlich, für sie nicht, ne. Die denkt, die, ja, richtig, die denkt, ich bin was Besonderes, deswegen sind die hier, aber die wollen alle nur Aufmerksamkeit in der Hoffnung, ihn wegstecken zu können. Für sie ist der Zauberwald die echte Welt. Ich kann aber vorgreifen, in 20 Minuten fängt sie an, Zauberwald zu googeln, weil sie nicht versteht, was das ist, während sie drin sitzt. Das ist einfach. Ja, aber das Lustige ist, sie ist ja ganz offen, die sagt ja alles im Grunde über sich selbst, was sie auf Männer projiziert. Das ist ja alles von, kommt ja von ihr. Ja, genau so wie gerade einer, das braucht perfekt, der Gustado hat das gesagt. Auch selbst die Angst vor der Gleichberechtigung ist auch eine Projektion. Wenn Männer und Frauen tatsächlich gleichberechtigt wären, also sich auf, und auf, also die gleichen Regeln gelten würden, welches Geschlecht wäre benachteiligt? Warum sind die ganzen Feministen auf die Transaktivisten so sauer im Moment? Weil die die Sonderrechte für Frauen wegnehmen. Welches Geschlecht hätte Probleme, wenn wir wirklich den, das Geschlecht aus allen Regeln, Regelungen verbieten würden? Also was Wehrdienst und so weiter angeht oder Zwangsdienst in Notsituationen, wenn wir das alles rausstreichen würden oder auch, sagen wir mal, wenn jetzt der Staat Subventionen gibt, sagen wir mal, zu Brustkrebsuntersuchungen und Erforschung, muss ja genauso viel auch für männliche, zum Beispiel, Prostata-Erforschung geben. Oder gleiche Strafen für gleiche Verbrechen oder Selbstmord oder Scheidungsrecht. Männer heute von der Frauenhasser-Runde zur Feministen-Runde hier. Das ist ja das Gleichberechtigungskämpfer heute. Wir sind die letzten Feministen, die ganzen Förderungen, Frauenförderung, Universitäten, Schulförderung, etc., etc. Im Sinne der Gleichberechtigung. Ganz ehrlich, wenn es in dieser Gesellschaft, also in einer Gesellschaft, wo es Polizei, wo es alles gibt, wo du Polizeisupermärkte, wo jeder arbeiten gehen kann, das Beste wäre doch wirklich einfach, das Geschlecht rauszustreichen. Dass du nur nach dem, was du leistest, bewertet wirst. Ja, aber es geht ja um Equality of Outcome. Ja, aber wenigstens geschlecht wäre immer ein Arsch. Die Frauen werden ein Arsch. Die Frauen werden ein Arsch. der Sozialstaat hier, kein Leistungsstaat. Naja, das Patriarchat, Entschuldigung, jetzt immer kein Macht, der macht weiter hier jetzt. Oh, 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 oh. Wie immer, wie immer, wir können es rauszitieren. Der schöne Sozialstaat, in dem sie Frauen in die Matte legen können. Ja. Der Stocksmaßler hat auf jeden Fall gut in Bitcoin investiert die letzten Jahre. Ich glaube, Bitcoin ist gefallen. In Australien hat mal eine Studie eröffnet mit Netto- und Steuerzahler, Steuerzahler. Und die einzigen Netto-Steuerzahler waren Männer. Ich glaube, von 30 bis 50 Lebensjahr haben Männer Netto mehr gezahlt, anscheinend als die durchschnittliche Frau ist ein Verlustgeschäft. Als sie bekommen haben an Subsidationen, Förderungen. Ja, die durchschnittliche Frau ist ein Verlustgeschäft. Nie positiv, was die Steuern angeht in der Masse. Das ist interessant. Ja. Naja, wir können ja Klaus Klassiker bringen. Die Verantwortlichkeit der Kinder mit der Autorität der Männer und der Vorteile der Frauen. Überall werden Frauen gefördert, Frauen leben länger. Für die Krankenkasse wird mehr Geld für Frauen ausgegeben, obwohl Männer mehr einzahlen. Transferleistungen oder auch das sich kümmern um Angehörige wird immer so dargestellt. Die armen Frauen, die kümmern sich um die Angehörigen und die Männer gehen arbeiten. Ja, die Männer, die haben richtig Spaß auf der Arbeit. Ach, das soll nicht auf Arbeitsspaß haben, weil wir sind wirklich scheiße, Alter. Nein, das ist dieses, einfach so eine Schutzbehauptung, um im Grunde sich schlecht, um den Mann schlecht zu machen. Obwohl er im Grunde derjenige ist, der was hat, derjenige, der mit fremden Leuten zu arbeitet, um das, um die Familie zu finanzieren. Das ist ja auch nur scheiße Arbeit, keine Nachreinigung oder sonst irgendein scheiß Beruf. Ja, die Quoten bei Kanalreinigern für Frauen will ich erstmal sehen. Oder können wir auch nochmal Geschichte gehen, Bergmänner, die sind in massen Weise verreckt. Ich glaube von 18, 19 bis 19 10 bis 20.000 Bergleute verreckt. Ja, aber das hat man wissenschaftlich untersucht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich habe ja direkt eine Zeche hier nebenan, weil es hier, die sind an Patriarch-Harz-Staub erstickt. Ja, 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 ja. Soll ich nicht. Du hast heute den Bacardi drin, oder? Ja, der ist drin. Also es wirkt auf jeden Fall, ey. Schwarz der Humor der Nicola. Geil, ey. Definitiv, ey. Definitiv, ey. Nicola haut es heute raus hier, ey. Wirklich. Ich habe so viel Scheiß heute erlebt am Tag. Du denkst, es ist Wochenende und dann platzt die in Ruhe in der Küche. Das ist... Das war natürlich... Das war keine Metapher. Das war keine Metapher. Nein, das war leider keine Metapher. Sei froh, dass das roh in der Küche platzt und nicht das in der Hose oder so. Wieso? Das ist in der Hose halt auch okay. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber echt, sag mal, danke an Stocksmaster, ne? Der hat hier schon wieder 5 Euro rüber. Ja. Stocksmaster, der war bei mir auch immer ganz aktiv. Der hat seinen Bitcoin-Fonds aufgelöst. Er fragt, wer zahlt die Sticke? Er. Der hat Sticke jetzt, ey. da läuft... Ach, er war der letzte Lotto-Millionär-Jewinner hier. Alles klar. Das Lustige ist ja, mein Opa war ja auch Berg mal eine Zeit lang und der hat dann extra Rente gekriegt wegen dieser ganzen Staub-Geschichte. Er ist dann natürlich auch 8 Jahre früher gestorben als meine Oma und die hat dann seine Rente noch kassiert, wo diese Staublungenprämie noch drin war. Hm? Patriarchat for the win. Ja, genau. Und vor allen Dingen, was wir noch vergessen haben, wenn wir schon die Aufzählung machen, ist die Sim-Wirtschaft, dass sie aus ihrer Schönheit und ihren weiblichen Attributen ja immer Geld machen können. Das ist ja das beste Beispiel dafür. Es muss ja nicht mal Prostitution sein heutzutage. Es reicht ja schon hier nur Lüfter oder was weiß ich, Fußbilder verkaufen, Schweißhaare, keine Ahnung, hier Sims ab. Man muss ja nicht mal direkt in die Realwirtschaft gehen, sage ich, weil es reicht ja, Frauen profitieren immer vom Aussehen indirekt. Frauen gibt es nicht in der Realwirtschaft. Die geht in den Club und die Männer bezahlen Getränke wegen der Titten oder sonst was. Ich habe Tussen erlebt, die wirklich wegen ihrem Aussehen eingestellt wurden. Das will in Getränken kommen. Wieso will in ihr scheiß Aussehen? Ich würde auch eine Frau einstellen, wenn ich irgendwie irgendwas habe, was direkt in Kundenkontakt ist. Dann ist das eine Frau das Beste, was du machen kannst. Ja, aber weiß ich was ich meine. Man muss es ja nicht mal direkt hier jetzt in die Erotik-Szene gehen. Das reicht ja wirklich alltagmäßig, dass ja überall das Frauen mit ihrem Aussehen bevorzugt werden. Aber das rauchst du mit lieber in ein Restaurant rein, wenn dich eine geile Kellnerin bedient. Exakt. Ja, also es sei doch mal ehrlich. Sie erkennt halt ihr Female Privilege nicht. Das versteht sie auch. Das ist für sie ja normal. Das ist für sie ja normal. Putters oder so. Warum hat das so gut funktioniert? Gibt es das noch? Bei uns gibt es das noch. Aus Amerika, ja, ja. Warum gibt es so was bei uns nicht? Gut, das ist gut. Lass uns doch mal so was aufmachen. Warum? Das ist eine Geschäftsidee. Lass uns das mal machen. Das gibt es aber bei uns. Ja, also los, auf geht's. Ja, überall. Überall. Ja, in Österreich. So, machen wir weiter, oder was? Ja, ich drück mal auf. Österreichs blinden Damm Deutschlands, oder? Das sind Menschen, die würden in der Gesellschaft wahrscheinlich erreichen, so wie sie jetzt ist. Und das ist traurig, weil sie, ähm, also sie haben bisher was erreicht, weil sie Männer sind und deswegen bevorteilt behandelt werden. Aber dafür habe ich leider überhaupt keine Beweise. Das ist doch gerade genau das, was ich meine. Ich habe was erreicht, weil ich was erreicht habe. Aufmerksamkeit. Es reicht nur etwas, was eine Frau ist. Nein, das ist, ja, das ist die Projektion. Sie weiß, dass sie weg, sie weiß zumindest auf unterbewusster Ebene, ich habe Privilegien und kriege Aufmerksamkeit, weil ich Titten habe und, äh, halbwegs hübsch anzusehen ist. Ich meine, da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Wafferzehnung, die Wafferzehnung. Und sie ist auch so noch im Vergleich zur Durchschnittsdeutschen immer noch ein Tick attraktiver als die Durchschnittsdeutschen, aber nicht viel mehr. Aber sie weiß, zumindest auf unterbewusster Ebene muss sie das wissen. Sie weiß, ja. Ja, wenn sie einfach so Andi heißen würde oder so, würde sie nicht diese Aufmerksamkeit kriegen, die sie ja jetzt hat. Aber, nee. Weil die weiß halt auch, die weiß halt auch, die weiß auch, dass sie nichts, also die kann gar nicht wirklich konkurrieren jetzt leistungsbezogen, Leistungsebene. Die hat nichts anderes als ihr Aussehen. Darauf kommt sie auch gar nicht an. Ja, die hat einen größeren Twitch-Kanal als wir alle. Ja. Aber wisst ihr, was gerade passiert ist? Sie hat ausgeholt zur Beschämungstaktik. Das sind ja alles Loser, wollte sie eigentlich sagen, die sowas machen. Das sind ja im Leben Loser. Und dann ist hier noch eingefallen, warte, das sind Männer, die profitieren ja vom Patriarchat, also sind nur halbe Loser. Ja, das habe ich aber gerade eben auch verstanden. Das wollte ich gerade ansprechen. Die hat ja gerade gesagt im Prinzip, ja, ihr habt was erreicht, weil ihr Männer seid. Ist ja eh nicht zu schwer, weil als Mann ist es leicht. Jetzt will ich immer, Schnieser, jetzt, wir haben ja eine Frau in der Runde, sag mal, wie einfach oder schwer denkst du, hat man es als Frau heute? Es kommt ganz drauf an, wie du dich gibst. Du könntest, dir liegt die ganze Welt zu Füßen, wenn du eine Frau bist und dich das ganz blöd anstellst. Sieht man ja auch, kein männlicher Twitch-Streamer hätte so viele Zuschauer, so viele Leute, die da so aktiv vor allem im Chat mit dabei sind, sag ich mal wahrscheinlich. Nicht bei den Tümern. Im Prinzip, darauf wollte ich eigentlich raus. Sie sagt, du bist ein Mann, versuch das, was sie macht, mal als Mann, das Konzept mal als Mann aufzuziehen. Funktioniert doch nicht. Oder anders ausgedrückt, kein Mann kriegt so viele Muschi-Bilder wie er Schwanzbilder versteckt an Frauen. Amen. Ist doch so, oder? So kann man es auch da. Die Leistung, bezogen auf Twitch und das Gaming natürlich bezogen auf die Leistung, die sie bringt, sie ist ja jetzt hier nicht eine gute Spielerin, da wollen wir uns doch nichts vormachen. Also jetzt hier ein Twitch-Streamer, der ihre Zuschauer zahlen kriegt, der muss aber wirklich pro League sein, der muss noch 1% Gamer sein, dann gucken da auch Männer zu, dann hauptsächlich, weil der eben so gut ist. Weil Frauen gucken die Leute noch nicht zu, weil die ihr gut hier Elben bringen oder was auch immer die Spiel spielen. Ich bitte dich. Also ich hab's mir nicht angeguckt, aber das davon kam ja auch mal aus. Also ich hab noch kein Mann rum Opfer und hören, oh scheiße, schon wieder so ein Vagina-Bild, ich muss das hier eh noch Opferstatus machen, also das hab ich noch nicht mitbekommen. Ja, dass man dann anfängt rumzuhören als Kerl, oh scheiße, schon wieder Vagina-Bild, was fällt dir halt denn eigentlich ein? Da hat grad der Fritz... Es müssen auch die richtigen Vagina-Bilder sein, weißt doch. Naja, wenn's auch zu abgenudelt aussehen, ist das natürlich ein sehr unschöner Anblick, ne? Eieieieiei. Ich hab heute noch vorzuhelfen, ja. Aber jetzt hier nicht Body-Shaming. Nee, das ist dann Vagina-Shaming. Das Wort hat ich auch schon gelesen. Vagina-Shaming. Ja, aber das Lustige ist ja, sie hat ja dem Admiral direkt vorgeworfen, dass er Insel ist, was im Grunde ist, du bist doch nur so verbittert, weil du keinen vaginalen Zugriff hast. Das ist jetzt nicht sexistisch, bist du, geht nicht mehr. Der Bumms Groupies, da muss sie sich nochmal schlau machen, ja? Ja, aber der Gruppi ist noch nicht nutriell beglaubigt worden. Wir verlassen es immer noch auf sein Wort. Ja, gut, okay. Nächster, bitte Videos nach Pornhub nach Pornhub. Nutriell beglaubigte Pornhub. Grüße an der Tech-Helikopter ist im Chat, hallo. Ja, der soll einfach sagen, ob das er dabei ist. Ja, er meint, der regt sich zu sehr auf, er kann die nicht, er würde den Kanal sprengen, hat er gesagt. Ja, dafür haben wir den Christian, der regt sich dann stellvertretend auf. Naja, ich mach den, ich guck mal wieder auf, ich guck mal wieder auf Play. Bevorzugt, ich kann nämlich Deutsch. Du kannst nur nicht Logik, das ist dein Problem. Übrigens, danke Nina auch. Das ist hier, das ist gerade super, weil du deine Reichweite gerade eben auch nutzt, um zu zeigen, dass sie so Männernachhafte, heteronormative, dieses Kasper sind. Das ist halt leider echt. Bitte was? Heteronormative? Das war ein Kommentar von einer Frau, auf den Kommentar hat eine Frau geschrieben. So schreibt kein Kerl. Das hat eine Frau geschrieben. Das Lustige ist, sie hat ja noch keinen Inhalt. Stell dir vor, du machst die Kamera an und sagst, ja, stell dir mal vor, so als Migdor, wenn die Welt umgedreht wäre. ja, 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 hier ist ja Nikolo, die, 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 die Frauen da, die hassen die Männer da, da, ja, da, 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 und da, ich hab gestern, gestern so zufällig, ich, so völlig unerwartet, so eine Admiralin gesehen und eine Attack-Helikopterin, die haben dann so böse Sachen über die Männer gesagt. Dann kriegst du so einen Kommentar von Krischern, der dann sagt, ja, toll, Nikolo, dass du diese Frauen vorführst. Du musst das einfach um, du musst die Situation einfach umdrehen, dann merkst du, wie lachhaft das wirklich ist. Ja, definitiv. Ah, herrlich. Deswegen sag ich ja, ich hab noch Keemann-Rum-Opferd und das so Vagina-Bilder gekriegt hat. Keine Ahnung, der Schluck Bacardi hat auf jeden Fall war nicht schlecht für meine Vorstellungskraft und ich vielleicht bei jedem abreagieren machen, aber jetzt ist es alles. Ich hab noch ein paar Euro. Der Silvester Bacardi. Ich hab noch, ich hab noch ein paar Jahre. Der Stocks Master hat nochmal 5 Euro gespendet. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, Stocks Master, kann ich meinen Job kündigen und jeden Tag streamen. Von Schreiter, Frauen sind, Frauen sind wie Spielautomaten. Kurzfristig kommt da mal was raus, langfristig verliebt man da alles. Ja, die sagt das immer, die Bank gewinnt immer, oder wie heißt das? Die Bank gewinnt immer, ja. Die Bank gewinnt immer, ja. Und vor allem, er hat das Pfirsich-Symbol gewählt, für was da rauskommt. Er hat einen geilsten Spruch, habe ich letztens nochmal gelesen. Frauen sind wie Swimmingpools. Die laufenden Kosten sind es nicht wert, im Vergleich mit der Zeit, die man darin verbringt. Könnte man das jetzt noch erweitern, indem man dann sagt, ja, es ist ja auch Jahreszeiten oder sagen wir mal, zyklusabhängig, wie lange ich im Pool bin oder eben in einer Frau? Könnte man noch erweitern damit? Das ist mir jetzt viel zu kompliziert, weiter. Es ist halt echt so. Ja, es ist echt so, Christian. Die Frauen, die tun uns echt Hassentum. Fuxano, weiß ich nicht. Dann wäre die Matrix explodiert. Oh, sie hat bereits, oh, sie ist bereits so unterjetzt. Sie schläft da ein, der Breen. Sie sind ja schminkt, es ist richtig schlimm. Und wurde geschminkt. Richtig unmännlich. Ich habe das Gefühl, wenn die Reden noch gar nicht die Zähne auseinander, das ist richtig schlimm. Sie arbeitet jetzt, weil eine Kommentatorin oder Kommentator gesagt hat, unmännlich. Sie arbeitet jetzt. Kann ich das sagen oder nicht? Du merkst richtig, wie sie jetzt arbeitet. Ich kann jemandem nicht vorwerfen, dass er unmännlich ist. Das würde gegen meine Ideologie verstoßen. Ich habe gerade die Metapher von Spongebob im Kopf, wo er anfängt nachzudenken, wo dann seine Höhungen und lauter, lauter kleine Spongebob bestehen, die da richtig hektisch dran arbeiten. So hat die Metapher gerade im Kopf. Das haben wir jetzt schon zwei, dreimal gesehen. Das wird dann auch häufiger vorkommen, diese kognitiven Dissonanzen, die sie einfach nicht schnell genug überbrücken kann. So wie mit dem, das sind Loser-Incels, aber sie sind ja Männer, also können sie keine Loser sein. Das kommt bestimmt noch fünfmal oder so. Das ist ja das Lustige beim Feminismus. Frauen, die sind im Grunde, sie können alles, sie brauchen keinen Mann, aber sie sind gleichzeitig immer noch das Opfer. Das ist diese heißen Bergsch... Unschärfe Relation. Ja, ja, das ist wie Schrödingers Katze, wie das Frauen sind Schrödingers Opfer. Die sind allmächtig und gleichzeitig das Daueropfer. Ja, absolut. Ja, allmächtigen Daueropfer, ne? Ja. Die allmächtigen Daueropfer. Das ist ja auch geil, Alter. Also auf jeden Fall besaufe ich mich jetzt bei jedem abreagieren. Es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Alter, wie geil die allmächtigen Daueropfer. Das ist eine geile Runde, ey. Das ist richtig geil, die allmächtigen Daueropfer. Das passt perfekt, ey. Ja, und wenn du es noch ein bisschen intellektuell haben willst, wäre es die omnipotente Impotenz. Ja. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe Angst. Jetzt arbeitet sein Gewinner so. Aber wie man meine Verwirrung beheben kann, nehmt euch ein Beispiel an Stockmasters und spendet. Also ich habe mir das gestern eine Stunde angehört. Nein. Nur wenn ihr wollt. Und mit einer Sache haben die tatsächlich recht, dass ich abends im Bett liegen werde und diese Worte in meinem Kopf wiederhallen. Und damit haben sie recht. Damit haben wir nicht mehr recht. Weil das so gut ist, oder was? Weil das so gut ist. Das haben wir nicht mal gesagt. Das hat niemand gesagt. Soll ich ihn anrufen, den Admiral? Soll ich? Warum? Ich hatte ihn und bin nass zugleich. Wie geht das? Er ist ja geiler als mein Macker. Ja, das ist aber nicht schwer. Ich muss sagen, das ist kein Kompliment. Das ist, wenn du den gesehen hast, dann ist alles vorbei. Wenn du Ultra Cup gesehen hast, für mich, das ist so krass. Das ist so richtig. Ah, das ist der Admiral, der ist so böse. Glaubst du, er mag? Ich möchte mit euch auch den Stream hier anschauen. Der Admiral ist ehrlich. Oh, hol sie alle hier rein, komm. Der Admiral hat ihr hier angeboten. Ach Gott, das wäre so geil. Ich tue mir das nicht mehr an. Ich bin auf Konfrontation wegen mir. Komm, rein damit. Wenn jemand noch ein Bacardi spendiert mit Superschätz, dann wäre ich auch dabei. Wir gehen jetzt rüber in den Twitch-Stream. Stream die gerade? Wir gehen alle geschlossen rüber. Genau, der Crash war jeden Stream, Alter. Also Link her. Aber dann würde ich auch noch mal einen Jäger aufmachen. Alter, ich habe eigentlich gedacht, noch einen. Nein, ich habe heute noch nichts getrunken. Das wird dann wieder so ein Streitgespräch gegen Sims, so wie bei mir damals auf dem Discord-Server war. Das wurde dann richtig die Post ab, Alter. Ich habe gerade schon eine Albträume. Ach so, wie damals. Aber wie gesagt haben, Frauen arbeiten ja viel mehr als Männer. Ich sage, ja, wo? Ja, das ist ja wirklich auch so ein richtig schöner Flex der Frau. Immer wieder bemerke ich bei dieser Aussage, ja, ich arbeite ja mehr als du oder Frauen arbeiten ja mehr als Männer. Sehr oft muss man mal etwas genauer nachfragen, denn meistens ist es so, es ist vielleicht eine Halbtagsstelle oder eben, ja, weiß ich nicht, vielleicht acht oder sechs Stunden und so die Hälfte der Zeit ist eigentlich keine richtige Arbeitszeit, weil die Arbeit irgendwie schon gemacht ist. Aber man muss ja trotzdem dort bleiben. Es ist dann mehr so eine Sache wie, ja, ich hocke hier noch zwei oder drei Stunden rum, aber ich habe nicht wirklich viel zu tun. Insofern, wo kommt die Erschöpfung her? Ja, aber ich meine auch im Familiären oder so. Aber der Unterschied ist, wenn Männer Zeit mit ihren Kindern verbringen, dann verkaufen die das nicht als ruhig Arbeit hier für die Familie. Ja, die Männer genießen das, ja. Ja, dann ist das Quality Time mit den Kids. Das habe ich auch mal mein Vater gesehen erlebt. Der hat immer viel mit uns Kindern was gemacht und das war für ihn nie wirklich Arbeit. Klar, es gab Momente, wo es schon anstrengend war, aber der hat es schon genossen. Kannst du, das kannst du eigentlich damit ermitteln, ob es ein gutes Gefühl im Bäuchlein macht. Also sagen wir mal, Beziehungsarbeit, wenn der Mann eine Beziehungsarbeit macht, also er hockt sich hin, ist Problemlöser, guckt dann, okay, Frau, die und die Sachen stehen an und macht und tut. Das ist eigentlich Beziehungszeit, eine wertvolle Beziehungsarbeit. Und für die Frau, wenn sie sich dabei nicht gut fühlt, dann empfindet sie das auch nicht als, ja, Paarzeit oder ähnliches, sondern einfach nur, oh, der macht mir ein schlechtes Gefühl im Bäuchlein. Und ja, das bedeutet ja gar nichts. Und danach, wenn du diese Beziehungsarbeit als Mann gemacht hast, dann wird gesagt, ja, hast du Zeit für mich? Und du denkst dir, Moment mal, ich habe doch gerade Zeit investiert. Ja, aber die hat ein schlechtes Gefühl gemacht. Insofern, ich brauche jetzt gute Gefühlszeit von dir. Ja, ja. Bewirrend. Was das Abfüllen angeht, nein, der Bacardi ist alle. Ich habe von Silvester nur noch einen Schluck übrig gehabt und der ist jetzt intus. Also genießt das, bevor ich wieder nüchtern bin in einer Stunde. Dann macht ihr halt noch einen Desperados auf, das ist bestimmt noch rumfliegen. Stimmt, das ist im halben Jahr im Kühlschrank. Also wenn ihr noch irgendeinen Großangriff da draußen habt, ich habe hier noch einen Tiski rumstehen und noch mäht, also ich könnte heute ein bisschen länger machen. Ja, ich heute nicht, ich merke das jetzt schon, dass mir die Augen zufallen, aber wie oft habe ich das schon gesagt? Also das heißt, oh, wir vergingen noch mal drei Stunden. Wenn Nicolo das sagt, nur noch vier Stunden. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss, der Stream geht noch zweieinhalb Stunden. Zeit ging aber schnell rum. Hat einer mal im Kommentarbereich gesagt, also um fünf Stunden Stream, wo ich sage, so nach zwei Stunden, jetzt kommen wir langsam zum Schluss, der Stream geht noch zweieinhalb Stunden. Ja, da war es im Chat hier, Männer Awesome hat geschrieben, letztens war ich beruflich im Einwohnermeldeamt gewesen und da war heimlich den PC-Bildschirm einer Beamten angeschaut. Die hat mit einer Kollegin gechattet und gesagt, dass sie noch irgendwie Beschäftigung heute suchen muss, um die Zeit rumzukriegen und ob sie sich nachher auf den Kuchen treffen wollen. Das höre ich so oft, so oft von Kolleginnen. Ich weiß gar nicht, was ich heute noch tun soll und ich denke mir, ich weiß überhaupt nicht, ich brauche so viel Zeit. Ich habe sie nicht und also... Ja, naja. Also von den Männern hörst du das wirklich nicht. Das ist echt, das ist primär bei Frauen. Was nochmal ganz wichtig ist, bevor wir es vergessen, das hat der Attack-Helikopter ja in dem Abschnitt gesagt, auf den die Rothaarige hier reagiert hat, mit dem, dass die 90 Prozent der Männungsphäre wird ja von Frauen kontrolliert. Ich meine, das sagt ja eigentlich auch alles über die Männungsphäre aus, oder? Ja, weil das hat sie gar nicht gerafft, was er da meinte. Das war für sie so, was redet der Mann eigentlich? Warum hat sie die Stelle überhaupt abgespielt? Das ist auch, wenn du Männerrecht guckst, also besonders Honey Bitcher Radio oder so, das sind nur Frauen. Oder was sind die größten? Die hat ja den Film The Red Pill erwähnt. Wer hat den Film gemacht? Eine Frau. Genau. Die früher auch mal Feministin war. Wer hat den größten Männerrechtschannel auf YouTube? Karen Strong, also Girl Writes What. Das ist... Oder wenn man es sich anguckt, Männerrecht ist eigentlich ein Witz. Eigentlich gibt es das gar nicht mehr. Es gibt einen Podcast noch, Honey Bitcher Radio, und den höre ich mir ab und zu mal an. Auch ein Typ und ansonsten eine Riesengruppe von Frauen. Oh Mann. Die nehmen dich als Mann nicht ernst und über Männerrecht sprichst. Weil Männerrecht auch Blödsinn ist. Männer und Frauen sind nicht gleich und... Das sollte man akzeptieren. Ich bin auch gerade schon nach Hause flogen. Jetzt, wo gerade gerade interessant war, ey. Mann. Du warst weg? Ja, ja. Genau in dem Augenblick, wo du gesagt hast, wo Frau... Da hat uns gesagt, wo du das Frau und bam, warst du weg. Ich war raus. Sag mal so. Aber ganz ehrlich, wenn die Frauen schon sagen, ja, wir müssen uns mehr anpassen, ne? Ja, dann müssen wir uns auch auf der Arbeit machen, ne? Weil ich seh, wie lange der Laden noch läuft, ne? Frauen sagen, die müssen sich anpassen. Frauen sagen doch, dass sie nichts tun müssen. Männer müssen alles tun. Und dann drehen sie sich um und behaupten, wir leben den Patriarchat, wo die Männer alles kontrollieren. Und alles machen. Das ist... Ah, dieser Widerspruch in sich, ey. Ich liebe solche Sachen, ey. Deswegen, ich hab mich früher auch richtig aufgeregt. Also, da war ich mehr Rage-Cruise an, als Rage-Cruise an, je geraget hat. Aber... Ich kann es nachvollziehen. So hat mich auch mal zum explodieren, ey. Also, wenn Leute so kognitive Dissonanz haben und so offensichtliche, äh... Ja, so ein Doppeldenk haben. Der macht mich wahnsinnig, aber... Mittlerweile hab ich das gelernt zu akzeptieren. Das ist halt von schwachen Menschen, deren Art und Weise, um durchs Leben zu kommen. Ja, wir müssen doch mal ein bisschen ehrlich sein. Ich mein, irgendwo kontrolliert das Patriarchat, auch wenn's ganz ist, aber irgendwo kontrollieren die Männer ja noch zum Glück gewisse Sachen, eben bestimmte Berufe, die lebensnotwendig sind. Wenn die von Frauen kontrolliert wären, naja, wären sie wahrscheinlich nicht mehr da. Benutze das Wort besetzen, nicht kontrollieren. Ja, das ist offensiv, finde ich auch, ja. Kontrollieren, die Männer kontrollieren das nicht. Wir haben ja diese... Wir haben ja die... Wenn du die Gesellschaft anguckst, das ist eine Spitze, hast du die Männer, die tatsächlich entscheiden. Weil die Frauen sind keine Entscheider. Ich mein, guck dir an, die reichsten Frauen, was sind die? Alles die Töchter oder die Ex-Frauen von Milliardären? So jemanden, so was wie Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos als weiblich, als Frau oder so einen weiblichen Steve Jobs, also wirklich Visionär oder Elon Musk, gab es in der Geschichte nie. Ich mein, ich bin ja ein Riesenfan von Ayn Rand, aber die ist vielleicht die Ausnahme unter all den großen Männern gewesen. Mir fallen zwei Frauen ein, die geistig auf dem höchsten Niveau waren, also Ayn Rand und Marie Curie. Und bei Marie Curie ist das halt immer noch fragwürdig. Nee, es gab doch mal so ein... Wie nicht, Podcast, nicht Podcast, also Webseite mit den zehn reichsten Frauen, wie die es um Reichtum kamen. Sieben von den zehn waren wirklich durch Scheidung oder Erbung. Und drei waren tatsächlich Unternehmerinnen, aber die waren wahrscheinlich auch auf die letzten Plätze. Also die top fünf reichsten Frauen durch Erbung und Scheidung. Ich hab mal einen Artikel gelesen vor etlichen Jahren, die, diese ganzen Medienunternehmen, die wir in Deutschland haben, das sind alles die ehemaligen Haushälterinnen der Männer, die diese Imperien gegründet haben. Die waren Haushälterinnen bei denen und haben sich dann an den Alten rangemacht, ihn überlebt und dann das Imperium übernommen. Und dann ging's witzigerweise bergab, ne? Und das ist ein Privileg, das ich als Mann nicht hab. Ich kann mich nicht an eine Tussi ranmachen und ihr nur meine Sexualität anbieten und dann an ihren Reichtum kommen. Das passiert während der selten Jahre. Gar nicht. Ja, ich wollte's doch ein bisschen solidarisch ausdrücken, aber ja. Wenn Frauen irgendwelche den Männern da Unterhalt aus der Tasche zwingen durch Scheidung, ist das vollkommen okay, aber wenn so ein Mann dann an der Dämpfe einer Frau will, ist er so ein Ehebetrüger voll ein riesen Arschloch. Ja, dann hast du den Tinder-Schwindler. Wenn ein Mann das macht, was jede Frau tut, dann hast du direkt eine Netflix-Dokumentation. Echt, so einfach ist das? Okay, liebe Frauen, ich bin Heiratschwindler, Netflix kommt mir her, ja. Ja, aber bevor wir weitermachen, für diese Frau, und das wird jetzt viele schockieren hier, für diese Frau wäre tatsächlich Feminismus die Antwort. Also echter Feminismus, dass eine Frau tatsächlich sich emanzipiert, weil sie ist totales Opfer, das merkst du. Das Bein so reckt vor die Brust, so richtig so, die Welt ist gegen mich, die sind alle böse. Besonders dieser Admiral, obwohl eigentlich ist er ganz süß. Weil du merkst richtig dieses, ja, dieses, die ganze Welt ist hinter mir her, im Grunde, Mentalität. Und für sie wäre das, deswegen sage ich ja immer, Miktaus sind die einzigen echten Feministen. Echter Feminismus wäre mal was. Dass man in der ersten Welle tatsächlich mal anfängt, wo die Frauen sich nicht nur darüber definieren, dass sie keine Männer sind. Weißt du, Nicolo, was sehr interessant ist, bei diesem Feminismus im Allgemeinen, sehr oft verleugnet dieser Jahr, dass es überhaupt eine weibliche Sexualität gibt, einen weiblichen Trieb. Der ist ja anscheinend auch sehr oft Männer gemacht. Wie das möglich sein soll, verstehe ich bis heute nicht. Aber es ist so. Feministen verleugnen überwiegend die Sexualität und gehen dann in eine promiskutive Extreme. Also wenn sie nicht komplett antisexuell sind, dann sind sie total promiskuitiv. Also wandere umher, nehme alles und gib nichts zurück. Das sind diese beiden Extremen, die da vermittelt werden. Wobei der eine Extreme... Sex positive und sex negative, meinst du? Aha. Und sex positive ist ja nur für Frauen. Also Männern ist ja nicht erlaubt, ihre Sexualität auszuleben. Ja, aber es ist auch eine Externalisierung der Scham, wenn man so will. Ich meine, irgendwo schieben die sich schon, dürfen es aber nicht wahrhaben und übertünchen das sozusagen, indem sie eben den Wanderpokal spielen. Psychisch ist das so eine totale Katastrophe und rächt sich dann auch nach einigen Jahrzehnten. Aber das darf im Feminismus nicht vorkommen. Ich glaube nicht, dass es Scham ist. Jede Frau kapiert im Grunde, dass das einfach ihr großes Druckmittel gegenüber den Männern ist. Weil das ist das, was die Männer wollen. Ich meine, wir haben ja auch schon gescherzt vor dem Stream oder auch jetzt im Stream, darüber, wer mit dieser Frau tatsächlich noch sich körperlich angezogen fühlt und mit der ins Bett gehen würde. Und andersrum hast du diese Scherze nicht, dass, sagen wir mal, Frauen sich um normale Männer so scheren, wie wir Männer uns um normale Frauen scheren. Weil sie ist ja keine Schönheit in dem Sinne. Ja, aber da unterschätzt man nicht die Scham im weiblichen Organismus und in der Psyche. Das ist durchaus eine mächtige Geschichte. Ich meine, wenn die nicht da wäre. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es ihr Werkzeug und Scham ist auch von der Evolution so gewollt, denke ich, damit sie das halt nicht an jeden gibt. Weil das ist halt ihre große, ihre große Währung, die sie hat. Und die meisten Frauen, wenn du es runterbrichst, diese Frau, wenn sie ein Mann wäre mit den gleichen, ich habe jetzt nicht so viel von ihr gesehen, aber wenn sie ein Mann wäre und einfach so Andy heißen würde, da wäre gar nichts. Wäre komplett da wäre nichts. Weil sie ist ja nichts. Sie ist nichts. Ich meine, wir haben es ja über das Aussehen gesprochen, aber Identität, Persönlichkeit, diese Frau hat nichts. Und ich meine das gar nicht mal so als Angriff, sondern die tut mir auf, ich meine das ernst, sie tut mir leid. Auch richtig leid. Wie tut sie leid? Wenn sie durchs Leben geht und irgendjemand tut ihr ein Unrecht an, sie ist nicht in der Lage, für sich selbst einzustehen und zu sagen, stopp, was du hier tust, ist falsch. Dieser Zwang, auch sich da mitteilen zu müssen und dass ihre Gedanken, die sie da hat, ihre Zwangsgedanken vielleicht auch von ihren Zuschauern da befriedigen zu lassen oder was weiß ich, sie bestätigen zu lassen, ist ja wirklich ein Zwang, der auch da ist. Also ihr geht es ja wahrscheinlich dann auch nicht gut. Lisa, schön, dass du Zwänge ansprichst. Die wird später auch noch davon reden, von wegen Sauberkeit. Da gibt es sehr viele Zwangsgeschichten bei ihr. Oh. Ja. Ja. Das habe ich aber auch. Oh oh. Oh oh. User disconnected from the channel. Ja gut, da bin ich mal gespannt. Das ist klar. Aber ja, Thema Scham müsste ich noch loswerden. Niemals unterschätzen die biologische Scham. Also die ist sehr mächtig. Da können sie noch so viel psychisch von sich quatschen oder indoktriniert sein. Die biologische Scham, also den Falschen ausgewählt zu haben oder zu viel Gurkenwasser geschlürft zu haben, das rächt sich. Die Biologie kann man nicht verarschen. Die wird sich melden. Klar, das ist ja, weil der Mann halt diese Vaterschaftssicherheit haben möchte. Deswegen mögen Männer ja keine Schlampen. Die Männer lieben Schlampen, aber nur ihre Schlampe. Und draußen soll sie keine Schlampe sein. Sie soll meine Schlampe sein. Aber auch das ist halt nur eine Kopfgeschichte, weil naja, der Urmensch, der Ungabunga in dem tiefsten Steinzeitareal, dem war das eigentlich wurscht. Also der hat eigentlich keinen MH-Komplex in dem Sinne gehabt. Das hat sich wirklich erst ein bisschen später gebildet. Das glaube ich auch mittlerweile. Weil sonst gibt es nicht umsonst im Gebärmutterschleim diese Chemikalien, die verschiedene Spermien beschleunigen und verlangsamen. Also da drin ist nochmal ein richtiges eigenes, ein eigener Mikrokosmos. Auch die intrasexuelle, ja der Kampf zwischen den Männern merkst du ja zum Beispiel, wenn du die unter schöne Untersuchung zur Penisform des Mannes, der ja wirklich dafür, wenn du die Penisform anguckst, dafür geeignet ist, altes Sperma zu entfernen. Richtig. Und wir produzieren 50% Killerspermien, wenn wir wissen, 50%? Ich dachte, es war ein bisschen 90%. Ach, 90 sogar, ja okay. Ich habe, ich glaube mal gelesen, also es sind sehr, sehr viele Killerspermien dabei, definitiv. Und das geht auch im Penis relativ groß ist beim Mann, im Vergleich, wenn du das mit anderen, sagen wir mal, Primaten vergleichst. Gorillas haben kleinere Roden im Vergleich zum Körpergewicht. Und kleinere Penis, weil die Vaterschaftssicherheit halt gewährleistet ist. Ja klar, der Alpha, der selbe Rücken, der tötet halt die ganzen Konkurrenzen, die anderen Kinder. Deswegen braucht er nicht diesen langen Penis dafür haben. Die haben 75% der Kinder, die Alpha. Oder auch Sperma, dass es ja wieder rausläuft und dann auch die Vagina verklebt, ist ja auch so eine ganze Geschichte beim Menschen jetzt. Einfach um Sicherheit zu gewährleisten, ist ja schon interessant. Friday wegen schreibt die Rückkehr der Killerspermien jetzt im Kino. Gut, dass ich vor drei Stunden schon die ersten haben, dann sollte man erst mal hochkommen gerade. Man hört es die ganze Zeit schon, dass es nach oben kommt. Es wird raus. Das Spannende ist ja bei diesem Killerspermien-Ding, um das vielleicht mal abzuschließen, es reicht ja schon, wenn der Mann Eifersucht empfindet, dass die Produktion ansteigt. Erstaunlich. Wir haben ja dieses schöne Eifersuchtszentrum im Gehirn und die Gegenentwicklung im Wettrüsten ist die verdeckte Ovulation, dass sie ihren Östrus nicht zeigt, also ihren Einsprung, weil das so Scham behaubt und wir sind das einzige Lebewesen, bei dem das so ist, bedeckt ist, sodass sie Alpha-Fax-Meter-Bugs ja optimieren kann. Bis heute sind ja, wie wir wissen, ein Viertel Kuckuckskinder oder ein Fünftel. Wir wissen es nicht. Also man kann es ja nicht oft genug sagen, das sind nur die Versuche, wo es geklappt hat. Ich finde das faszinierend. Ich finde es schade, dass, also rein von der wissenschaftlichen Neugier, gar nicht jetzt, was die persönlichen Konsequenzen angeht, einfach was Neurowissenschaften oder auch diese Intersexualität angeht, ich finde das unglaublich spannend, aber du kannst halt nicht, es ist halt alles vorbelastet. Du kannst da keine Forschung vorantreiben. Keine gescheite Forschung, ja. Allein solche Sachen wie der Mann wird eifersüchtig und dann produziert er mehr Killerspermien, das wäre faszinierend da, wirklich Forschung zu betreiben. Also so, wir sind nicht auf Monogamie eigentlich eingestellt, wir sind im vollen Wettbewerb. Ja, wir sind auch auf Polygamie und Promiskuität eingestellt, definitiv. Ich würde widersprechen, ich denke, das Erfolgsrezept des Menschen, das habe ich mal ganz am Anfang gemacht meines Kanals, sind Männer und Frauen natürlich Partner und da habe ich das mal so ein bisschen aufgewöselt. Meine Theorie ist tatsächlich, dass wir weder eine Tournament-Species sind, also wo die Männchen um das Weibchen kämpfen, um den Zugriff, noch eine monogame Spezies. Wir sind genau dazwischen und das, denke ich, ist das Erfolgsrezept. So sehr man auch, sagen wir mal, die Hypergamie einem richtig auf den Sack geht bei Frauen, aber wenn du das mal von außen betrachtest, völlig neutral, das ist eigentlich der Motor, der die Männer dazu antreibt, immer weiter vorwärts zu treten. Und dass wir... Ja, es ist durchaus ein Faktum, dass wir nicht auf dem Mond gelandet werden, wenn wir nicht so scharf darauf wehren, ja, Bunker zu haben. So einfach ist das. Wir sind genau dazwischen. Wir haben noch genug Paarbindungen, sodass die nächste Generation gut versorgt wird, aber wir sind noch genug Tournament-Species, damit die Männer immer fleißig bleiben. Damit die nicht auf die Idee kommen, wie dieser Alpha-Silberrücken, einfach nur da zu sitzen und auch, ja, zu gucken, wie die Kinder, die er gezeugt hat, größer werden und er eines Tages stirbt, sondern dass die Männer, auch nachdem sie sich fortgepflanzt haben, fleißig bleiben. Ja, ist schon ein abgefahrenes System, biologisch betrachtet, evolutionspsychologisch. Und die Frau, die hat ja auch eine innere Angst dann davor, wenn du als Mann dann laut wirst oder aggressiv wirst. Das ist ja auch damit eingebaut, selbst wenn du mit der schon Kinder hast, dass sie dann wirklich dann nochmal selektieren muss, dann so gucken, okay, könnt ihr jetzt dem Nachwuchs, der da ist, gefährlich werden, könnt ihr den Nachwuchs töten? Also ist er sozusagen auch emotional disreguliert, warum auch immer. Das ist ja sehr spannend, dass auch das noch eingebaut ist. Und dass sie dich dann später dann noch wegschmeißen kann, so von wegen, ah, dann nehme ich mir lieber einen anderen, der die Kinder jetzt noch groß zieht anstatt der, der sie halt platt machen könnte, weil er aggressiv geworden ist. Eins allgemein, die du nahmig auch mit der verdeckten Evolation, du andere Tiere beobachtest, sagen wir mal Katzen oder Hunde, da ist das, das Weibchen gibt dem, ich meine, du hast da mal einen Rüden gesehen, wenn der ein läufiges Hündchen, äh, eine läufige Hündin riecht, der dreht ja voll am Rad. Und, äh, die Menschen sind die einzigen, die das nicht haben. Und wegen Hunde ist übrigens sehr spannend, dass Frauen, äh, entsprechend, äh, Oxytocin bekommen, wenn sie Hunde streicheln. Bei Katzen wurde das noch nicht nachgewiesen. Ich verstehe nicht, warum es so viele Katzenladies gibt. Ich hab noch nie verstanden, warum Menschen sich gerne Katzen holen. War immer ein Hundemensch. Wenn ich mir ein Haustier hole, dann wird's ein Hund. Tja. Ich hab zwei Katzen, beides Geschichten von, äh, Frauen. Eigentlich sind das, äh, wenn man so will, ein, äh, Scheidungskind, eine Katze davon. Und die andere ist von meiner verstorbenen Mutter, weil mein Vater damit nicht mehr so ganz klar kam. Insofern, zwei Katzen, ich hab mir selbst nie welche geholt. Und bevor wir jetzt weitermachen, noch was Lustiges. Der Fritz schreibt, die Dogpill ist brutal. Ich hab's ja ganz am Anfang schon gesagt, äh, ich glaub, der Admiral hat das gesagt, wo es so eine Überblendung gibt zwischen ihrem Freund und dem Hund. Ähm, Fakt ist, Hunde werden tatsächlich geliebt. Ja. Äh, damit meine ich nicht den Dogpill in der Runde. Ja. Der Tipp war so lustige Geschichte, hat ihn auch mal so ein Twitter-Bild geteilt. Der ist morgens aufgewacht in seiner Wohnung und plötzlich war eine Katze in seiner Bude. Und die hat ihn nicht mehr verlassen. Meinte er, die hat jetzt entschieden, dass sie bei mir wohnt. Ich hab jetzt eine Katze. Ich hab vor dem Wastungskind auch. Das ist... Was machst du in deiner Wohnung? Du hörst nicht, plötzlich ist deine Katze, und da wirst du nicht mehr los. Hatte ich als Kind. Wir gewohnt haben, da war plötzlich im Keller, ist bei uns eine Katze gewesen. Die hat sich da einquartiert für ein paar Wochen. Wir haben die mal ein bisschen gefüttert. Und dann war sie weg für immer. Tja. Oh, nicht schlecht. Ganz lustig. Also... Fällt mir... Meine Mutter hat ja damals auch sich die Katze geholt. Das wusste ich aber nicht, ne? Und das war noch zu meiner Lehrzeit, wo ich noch eine Ausbildung hatte. Und stehe morgens um fünf, um sechs Uhr da auf, weil ich dann zur Ausbildung musste. Und mache mir da mein... Mein erstes... Immer streiche ich mir da Kater um die Beine. Ich hab mir richtig erschrocken, weil damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Weil wir hatten ja bis dahin noch keine Katze als Haustier. Und wo kommt denn der Kater mit ihm plötzlich her? Richtig erschrocken. Können wir uns auch das Video, weil Admiral das gerade postet im Chat. Können wir uns auch das Video nachher nochmal angucken, falls ich dann noch... Falls wir es noch schaffen, aber ich hab schon mal... Weil wir ja davon geredet haben, dachte ich für das Publikum, weil wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das dann das Grauen selber geben. Aber vielleicht schaffen wir es noch. Sollen wir mal weitermachen? Wir sind schon wieder eine halbe Stunde oder so. Abgeschweift. Ja, aber dafür ist das Abreagieren da. Alkohol und ausschweifende... Genau. Christian hat Schuld. Weiter. Natürlich. Ach übrigens, bevor wir weiter... Das hab ich jetzt zum dritten Mal schon gesagt, bevor wir weiter... Vor zwei oder drei Wochen war das beim Admiral, da war der Christian zu Gast. Ich war nur im Chat mit dabei, weil ich da unterwegs war. Da wurde gefragt, warum der Christian immer Schuld hat. Die Antwort ist, daran hat Christian Schuld. Ich möchte mal kurz anmerken, jetzt mal so, um eine persönliche Ecke zu nehmen. Wir haben ja hier quasi auch so Miktau-Pärchen. Ich schwöre euch bei Gott, wenn irgendwann Nachwuchs kommt und das heißt, ich hab Schuld, dann werd ich sauer. das könnt ihr ganz schnell zu Missverständnissen führen. Daran hab ich dann keine Schuld. Jetzt schwöre ich euch. Noch stehe ich zwischen den beiden. Zumindest ist es in der Chat-Reihenfolge. Also, daran hab ich ja keine Schuld. Also, nicht, dass es dann dir zu Missverständnissen kommt. Also, ich zahl dir keine Alimente. Könnt ihr vergessen. Ich hab ja schon gesagt, vor dem Kreißsaal werde ich lachend sterben. Ich hab doch eh schon gesagt, du kommst zu mir, ne? Ja, stimmt. Du kannst jetzt nicht schwanger werden. Das ist okay. Aber du kannst es versuchen. Er tut er da. Genau. Ja. Weiter. Wir haben Diversity im Stream hier. Was? Diversity? Ja, klar. Hier, falls es mal einer guckt von der feministischen Mafia. Ja, wir haben hier, ähm... Den Toki und die Schnieser, ja, das ist viel mehr Diversität, als ich vertragen kann. Ja, richtig. Ich denke mal, ich denke mal, was, was Schnieser angeht, wird das entsprechend dann auch wieder instrumentalisiert, dass sie irgendwie an einer Stahlkette gekettet ist und sich mal melden darf und die, die macht das gar nicht aus Überzeugung oder... Nee, aber aus einem anderen Grund. Ich, ich bin nicht gekettet, aber ich, das wird so aufgefasst wahrscheinlich, dass ich das aus dem Grund mache, dass ich einfach versuche, euch alle an mich zu binden. Na klar. Ja, das sind ja auch bloß leidisch, ne? Guck mal, jede Frau in so einer großen Männerrunde. Das sind ja mal so viele Konkurrenten. Ja, stimmt. Wo ist die Frauenquote? Ja, genau. Haben wir noch erfüllt, haben wir noch erfüllt, oder? Ist doch jede Frau da. Reicht das nicht? Nein, es muss, glaube ich, mindestens, wie viel waren das, war das nicht 100% oder 90% Frauenquote? 90% plus 1. Es müssen mindestens 100% sein, ne, in der Männerrunde. Aber Christian, wir sind ja, wir sind ja wirklich progressiv, wir beide. Und, warum muss eine Frau immer Titten und Vagina haben? Ich definiere mich auch als Frau. Ja, stimmt. Eigentlich schon. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Kann auch so sein, dass Schleswig auch ein Mann ist. Haben wir ja vorhin auch schon mal so kurz eingetisert, ne? Nein, dann geht die Frauenquote ja runter. Sie ist eine Frau, sie kann auch nicht eine Frau bleiben, aber der Rest kann halt überlegen. Ja, auch wenn die Hoden können weiblich sein, das weiß ich auch. Toti, du hast zu viel Diversität, du bist nicht gefragt. Du hast zu viel. Dann outseg mich weiter. Diversität's Level over 9000. Dann outseg mich heute als vollbärtige Ossi-Braut. So richtig, so eine Ossi-Prostituierte. Ja, aber warum identifizieren wir uns nicht einfach alle, als Frauen? Das ist doch heute möglich. Ja, stimmt. Also wir sind hier gar keine Männerrunde mit einer Frau. Wir sind alle Frauen. Wir wollen das jetzt so. Wir sind jetzt alle Frauen. Wir sind alle gleich, alle Frauen 100% Diversität. Ja, alles Frauen mit ganz tiefer Stimme. Bis auf den Einen Mann, der da ist, aber das können wir verschmerzen. Wenn wir die, also wir sollten ein Interview zwischen einfach so Nina und Toki anstreben, weil Toki ist ja, der übertrumpft die einen, was Diversität angeht. Also ich kann definitiv sagen, mein weiblicher Anteil, der fordert das. Meine Anima fordert das. Die wünscht das. Die will sich als Frau durchaus ansehen und das sollte doch Quote genug sein. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ich gebe dir mal recht. Ich bin ja auch progressiv. DWT for the win. Ja. So, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich mal weitermachen. Ich glaube, sonst schaffen wir es nicht mehr. Ich traurig bin. Ja, so traurig. Der hat mir, der hat mich nie zufrieden. Jetzt trage ich noch einen Call, genau. 200 Zuschauer, die denen zugestimmt haben. 260 bitte an der Spitze. scheiße. Da ist die Politik jetzt gefragt, ein Zeichen zu setzen gegen diese 260 Männer. Und das hat mich beschäftigt. Das hat mich wirklich, aber auch gestern. Der Staat muss wieder richten, genau. Ich mache darüber Witze. Und ja, man kann das belächeln, aber das sind leider echte Männer. Also mit echten Männern meine ich nicht, oh, das sind richtig maskuline Männer oder sowas, sondern das sind so früh gefolgt, Christiane. Wirklich existierende Männer. Wirklich existierende Männer. Das real existierende Patriarchat. Ihr Opfer-Narrativ. Okay, jetzt fragen wir mal als echte existierende Männer. Schnieser. Erzähl mal. Aber sie ist ja politisch ein Mann, glaube ich. Schnieser aktuell. Sie ist ja vom Körper her eine Frau, aber politisch ist sie ja ein Mann. Und das ist ja das, was ihr eigentlich meint, hier die Tosimik-Video. Ja. Ja, vor allen Dingen wieder das Heisenbergsche Unschärfe-Relationsmodell. Sie kämpft die ganze Zeit gegen das Patriarchat, das sie hier unterdrückt und dann wundert sie sich, dass es wirklich existiert. Also, herrlich. Das ist so was. Ich bin immer wieder erstaunt, dass die Menschen ihre eine Widersprüche nicht mitkriegen, war? Ja, das ist herrlich, oder? Wenn du kognitive Dissonanz ertragen kannst, ist das Leben so viel einfacher. Ja, absolut. Deutlich weniger Verantwortung von dem, was du erzählst, ja. Wirklich existierende Männer, die alle dieses Gedankengut vertreten, die denken auch, dass denen Sex zusteht. Das war im Video, du hattest, glaube ich, diesen Kumpel, der da drei Monate in einer Beziehung war, wo die Tussi ihn, sie hat das ja auch im Kommentarbereich bei dir geschrieben, das ist einfach, wer hat gesagt, deswegen, ich bin immer inhaltlich, versuche ich mich auseinanderzusetzen, aber ich bin wirklich jetzt mittlerweile gewohnt, bei Frauen immer einen Schritt zurück, habe ich das wirklich behauptet? Hat dieser Typ behauptet, dass ihm Sex zusteht? Hat er nicht, hat er nicht, er ist in einer Beziehung, wünscht sich Sex, aber die Frau nutzt ihn aus, unter dem Vortäuschen der Tatsache, dass er vielleicht Sex kriegen könnte, steht ihr denn die Beziehung zu dem Mann zu, ohne ihm Sex zu geben? Ja, die Frage kommt noch, das kommt direkt noch, ich glaube, wir lassen mal auf, das spielt sie direkt auch noch vor. Vor allem, man merkt halt, ihr Typ wird gar nicht an sie ran. Der Typ ist ein Hund an der Leine. und diese Männer existieren, die sind da und die sind eine echte Gefahr für jede Frau in deren Umkreis. Ich hatte euch das gerade auch so einen Schub im Inneren gegeben, dann... Darf ich darauf hinweisen, dass die meisten sehr gewaltiger, wenn man jetzt sagen wir mal auf YouTube guckt, was die Content-Pute-Wasser gemacht haben, dass die militanten, Feministen, Männer, also Männer-Feministen, der rein weiße, wer gewaltiger und krabbscher sind, wie es jetzt noch keiner in der Menosphere bekannt, den man später verurteilt hat. Außer Andrew Tate, aber das ist, da weiß man nicht, ist das ein Gag oder ist das jetzt ernst? Mhm. Aber das ist ein anderes Fass. Aber das Lustige ist, die echte Gefahr enorm toxisch. Das geht eher von den männlichen Feministen. Naja. Toxisch. Enorm manipulativ. Die verstehen, was Gleichberechtigung ist. Oh Mann. Die denken quasi, dass zum Beispiel einen Drink ausgeben der Start eines Austausches ist. Das haben wir auch überhaupt nicht. Aber warte mal, ist es, aber es ist es doch im Grunde, oder? Ja, ist es ja auch. Natürlich, es ist eine Interaktion. Wenn eine Frau einen Drink annimmt von einem Typen, heißt das, dass sie sich zumindest, dass das Potenzial besteht, dass hier mehr geht. Wenn er sich richtig anstellt, ja. Ja, aber wenn ich in der Disco bin und eine hässliche alte Tussi kommt zu mir an, ey Nicolo, geiler Arsch, darf ich dir einen ausgeben? Und ich sage, ja natürlich. Nimm dann den Drink und hau ab, dann bin ich derjenige, der manipulativ ist. Weil ich sehe, da ist Interesse von der anderen Seite und ich nutze das für meine Interessen aus. Richtig. Also sollte der Frau quasi einen Drink spendieren und dann habe ich gleich wieder verpissen oder was? Ist die Alter völlig ein Schädel. Ich kann dir sagen, was es heißt. Gib, 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 Ja, ja, ja. Gib den Drink und dann verpiss dich. Ja, von wegen. Ja, Nicolo, entweder das, entweder das, Also entweder das, du nimmst den Drink dann an und die Interaktion geht weiter oder du bist halt Autist und checkst gar nicht, was die andere Person haben will und nimmst dann einfach den Drink und sagst dann cool, danke und gehst einfach. Das kann natürlich auch passieren. Wenn der Mann das machen würde, ist es Missbrauch. Wenn die Frau das tut, ist das okay. Aber ich finde das lustig, dass es diese äh, die entlarvt sich damit im Grunde und zeigt, dass sie projiziert. Ich darf den Mann manipulieren, ich darf ihm vortäuschen, dass ich Interesse an ihm hab. Denn warum sollte mir jemand etwas spendieren, wenn er nicht Interesse an mir hat? Du wirst gleich noch sehen, gleich kommt die Stelle, wenn wir mal weiterkommen, wo sie die ganze Zeit mit so einem breiten Grinsen da sitzt, wo die Story kommt, die du gerade angesprochen hast und sie weiß genau, wie der Hase läuft. Da muss man sich nichts vormahnen mit. Das hat sie noch belustigt. Das fand ich eigentlich die ekligste Stelle, wo gleich kommt. Also zeigt sie den wahren Charakter. Ja, genau. Wird noch, kommt noch. Aber das ist ganz allgemein die Taktik von solchen Menschen. immer den anderen vorwerfen, was man selber tut. Ja. Schattenprojektion halt. Ablenkung, ja. Ich gebe Trink, du gibst Pussy. Das denken die. Die denken, dass das so ist. Nein. Und wenn das nicht passiert, sind die ausgenutzt worden. Aber Diggi, hör mal zu, wenn du jemanden in einen Trink ausgibst, Alter, seid noch einmal Diggi und Ding haben willst. Nein, das Lustige ist, erst mal, wenn von vornherein feststeht, der wird auf keinen Fall meine Pussy kriegen und ich nehme trotzdem den Drink an, dann bist du die manipulative Bitch. Ja, aber das ist sogar Frauen. Aber das steht ja bei Frauen nie fest. Im Zauberwald im Heisenbergschen ist ja immer alles möglich. Das ist ja, deswegen heißt es ja, wenn ich als Frau Sex haben will, heißt es ja, Netflix and chill, anstatt einfach zu sagen, Fick. Immer dieses soziale Out zu haben. Und das ist das Gleiche, was sie jetzt gerade macht. Und im Grunde das Lustige ist, wenn sie von Gleichberechtigung spricht, meint sie immer, Frauen haben Sonderrechte. Das ist das Lustige. Ja, aber wenn du immer in deiner Wahrnehmung unterdrückt bist, naja, dann haut das auch hin. Also, irgendwie. Ja, es macht halt in deren Gedankenwelt schon Sinn, wenn man wirklich denkt, man ist benachteiligt, unterdrückt, dann brauchst du Sonderrechte, um halt mit den Unterdrückern gleich aufgestellt zu sein, quasi. In dieser Gedankenwelt macht das schon Sinn, aber das ist schon wieder zu logisch gedacht. Nein, das ist der psychologische Mechanismus, den du gerade beschreibst. Wenn du dich selber als schwach fühlst, dann brauchst du das Opfernarrativ. Das Opfernarrativ erlaubt es dir, den Stärkeren zu unterdrücken. Wenn du sie haben willst, dann don't do it in the first place. So. Keine Ahnung. Wenn Männer nicht auf Frauen losgehen würden und ihnen was rausgehen würden, würden die Menschen schon längst ausgerottet sein. Bitte kein Denglish, ey. Sie wird noch mehr davon erzählen, von diesem Denglish. Oh, nein. Automatisch, wo man oben was reinsteckt und dann was mal rauskommt. ist so, ey, Geburtsrecht. Was? Hallo, Eminent. Nicht drüber nachdenken. Sie tut es auch nicht. Es ist richtig traurig gewesen. Komm, ich spüre mal kurz vor, wir gucken noch mal kurz rein. Ja. Leon, hast du noch eine schöne Anekdote? Irgendwas, was du nur unbedingt loswerden wolltest? Dich auch mal wieder reinzuholen. Ich will nicht zu viel analysieren, aber der Dude ist mega unsicher. Analysieren. Der Dude ist mega unsicher? Das ist dieses, und es ist ja jetzt nichts Schlimmes, unsicher zu sein, ja. Aber man merkt, das ist einer seiner Probleme. Und dieses ständige Lachen. Willst du noch was loswerden? Um dich mal wieder reinzuholen. Das war genau das, worauf ich euch aufmerksam machen wollte. Die hat sie jetzt umgekichert. Ja, die hat vollkommen projiziert gerade. Das ist die Frau, ist nur Projektion, sie existiert. Deswegen sag ich ja, sie ist nur ein Spiegel von außen. Ja, das ist nur ein Spiegel. Sie ist kein Spiel. Sie hat keine Identität. Das ist das Traurige. Deswegen tut sie mir leid auf eine gewisse Art und Weise. Auch wieder, ja. Aber jetzt geht's los. Jetzt wird's spannend. Ja. Gibt's mir. Ja, genau. Oder von Freunden, die das nicht gerafft haben, die Covid zum Beispiel nicht gekriegt haben, wie du, und immer noch weiter auf die Fresse gefallen sind. Da tut mir einer meiner besten Kumpels tatsächlich ein bisschen arg leid. Aber den kannst du auch, also da hab ich echt probiert, aber den kannst du leider auch nicht aus dieser Bubble rausholen. Ich glaub, das war, ich möchte jetzt lügen, vor einem halben Jahr ungefähr, ist er mit einer zusammengekommen, die hatte schon mal vorhin Sex, also es war jetzt keine Jungfrau, und die waren insgesamt drei Monate zusammen, und sie hat ihn die kompletten drei Monate lang den Sex verwehrt, mit der Aussage, ja, ich möchte, mit anderen würde ich schon schlafen, aber mit dir nicht, und es trotzdem mit dir zusammengekommen ist. Boah, das ist schon heftig. Sie hat ihm den Sex verwehrt. Was hat sie nicht gehört? Warte mal kurz. Das andere, genau. Warte mal kurz. Admiral, Sex gehört zu einer Beziehung? Ja. Nein. Nicht nach ihrer Definition. Wenn ein Mann, aber, sagen wir mal, die Beziehung verwehrt, aber den Sex nimmt, dann ist das wieder böse? Nee, andersrum, wenn ein Mann seine die Ressourcen in Beziehung verwehrt, das ist böse. Vor allem, vor allem die narzisstische Komponente in so einer Beziehung, in Anführungszeichen, wirklich noch rauszuhauen, ja, ich würde gerne andere vögeln, aber mit dir nicht, wie narzisstisch ist es? Du musst es einfach umdrehen. Wenn ein Mann so vorgehen würde, so fit wie du bist, will ich jetzt nicht mit dir schlafen, aber mit anderen Frauen würde ich schon schlafen und dann siehst du, das ist, dann wäre es plötzlich was anderes. Ja. Ach, wenn Frauen keine doppelte Moral hätten, dann hätten sie gar keine Moral. Ja, genau. Das Spannende hierbei ist ja, sie geht nur auf diese Intimgeschichte ein, aber gar nicht, dass in der erzählten Geschichte gesagt würde, hier du, ich bumms lieber mit anderen anstatt mit dir und benutze dich dann als Geldbörse, da geht sie jetzt gar nicht drauf ein und das ist das Abwerten der Ekelhafte. Oder ganz allgemein, wenn du in einer romantischen Beziehung bist und drei Monate keinen Sex hast, dann frage ich mich, bist du in einer romantischen Beziehung? Nein. genau. Besonders am Anfang, ich meine, wir reden hier nicht von einer 14-Jährigen und einem 15-Jährigen, die zum ersten Mal das andere Geschlecht entdecken, wo man vielleicht sich maximal küsst oder so, wenn man noch nicht so weit ist, wir reden hier von Erwachsenen, Erwachsenen, der Typ war auch doch über 20, oder? Ja. Also, wir reden hier von Erwachsenen, Beziehungen und drei Monate Beziehung ohne Sex, wenn du nicht, sagen wir mal, Teil einer religiösen Gemeinschaft bist oder so. Nein, das ist manipulativ. Das ist ein No-Go, ja. Da muss ich schon nach einer Woche abholen. Da muss ich schon nach einer Woche abholen. Frauen haben ja auch einen Sexualtrieb, das wissen wir. Deswegen hat sie ja gesagt, sie bumst ja jemand anderem gerne. Ja, ja. Und wenn ich ganz ehrlich, wenn ich schon Monate keinen Sex gibt, dann hol die sich den woanders. Ja, deswegen auch auch. Die Vögel, die holst du woanders. Das ist einfach so. Lass uns mal die Stelle zu Ende gucken. Das ist wirklich gut jetzt, wie etwas kommt. Ja. How dare she? Frau, erzähl weiter. Was? How dare she? Warte auf den Ladebalken, das braucht eine Weile. Die sind sogar in der Politik und das finde ich... Nein, das ist gerade, was ich sagen wollte, sie hat ja gerade diesen Typen, ich weiß es nicht, wie hieß der nochmal bei dir, Admiral? Leon. Genau, den Leon dafür kritisiert, dass er immer lacht und lächelt oder... Mich, mich, mich. Und was macht sie... Oder dich? Und was macht sie jetzt gerade... Das war genau mein Punkt gewesen, das ganze Video lang. Das Video macht sie das. Das Heuchlometer schlägt volle Bude aus. Das Heuchlometer. Was, das Feuchlometer? Das Heuchlometer. Das Heuchlometer. Heuchlometer. Ja. Also gut. Und das finde ich noch furchtbar, das ist echt schlimm, ja. Das ist übel. Aber was sagt das über die Frau aus, dass sie drei Monate in der Beziehung ist, ohne Sex zu machen? Wir haben auch alle zu ihm gesagt, ey, das macht so keinen Sinn, aber er war so sehr in dieser Bubble drin, dass er vielleicht, wenn er sich noch so benimmt, dann vielleicht doch mal angefasst wird von ihr. Das fand ich tatsächlich schon sehr traurig. Die wollte das selber entscheiden, ja, wo kommen wir denn da hin, oder? Die hat sich damit entschieden, dass ein Beziehung eingefallen ist. Diese manipulative Schlampe, das ist kaum zu fassen. Er will ihr das Leben recht machen und wird als Bösewicht dargestellt. Anstatt einfach zu sagen, die Tussis, die steht ja nicht auf ihn. Hör mal, Junge, du bist nicht mein Typ. Ich fühle mich nicht eingezogen. Man kann es natürlich freundlich verpacken. Ist aber tatsächlich ein geiles Beispiel. Also die macht es wirklich gut, als, die präsentiert eigentlich gerade die Weiblichkeit richtig gut. Und wie manipulativ Frauen mit Männern umgehen, das ist richtig gut. Das ist auch besser. Guck dir den Gesichtsausdruck an. Jetzt in den nächsten ein, zwei Minuten, was jetzt kommt, wie sie grinsen. Da kannst du wirklich, lernt hier, Leute, dass, das, ich kann das echt, ich kenne das aus, das ist so krass. Ich meine, die Tussi hat es doch schon entschieden, als mit dem Typen eine Beziehung einging. Da war doch nicht so klar, was da kommt. Sie muss sich ja darauf einlassen, deswegen. Sie muss sich darauf einlassen, ja, ich meine, aber ja, klar, Weibers sind ja für nichts verantwortlich, ist ja klar. Ja, guck, guck zu ihr. Der Typ hat sich quasi gezwungen, ne? Guck zu ihr an, guck zu ihr an. Gut, gut. Frau. Hallo, Piper Broski. Broski? Sorry, erst mal gebutschert den Namen. Gebutschert? Und ich habe ja irgendwas in den Chat geschrieben und dann wurde ich ja irgendwann Topic. Ja, mir auch an der Stelle. Was hat er denn gemacht mit ihr? Ist er ins Kino gegangen oder hat er die Tasche getragen oder ihr irgendwas? Imagine mit deiner Freundin ins Kino gehen, wenn du keinen Sex dafür bekommst. Wer hat das Kino bezahlt? Wer hat das behauptet? Ich wollte gerade sagen, die hört um sofort zu hören, wir, wa? Überhaupt nicht. Das ist ja das Lustige, sie lebt wirklich in einer Fantasiewelt. Sie hört es, also was wir hier erleben, ist wirklich Halluzinationen praktisch live. Niemand hat behauptet, dass ihm Sex zusteht. Er will sich dafür bemühen, dass sie ihm den Sex gibt. Davon, dass ihm das zusteht, geht gar nicht. Was wir ja kritisieren, ist ja nicht, dass er glaubt, einen Anspruch auf Sex zu haben, sondern dass er etwas tut, wo wir einfach erkennen, sie steht nicht auf ihn. Das ist Sinn, das ist ja. Vor allem, man muss ja auch wirklich, wie gesagt, bedenken, sie hat sie auf ihr Beziehung eingelassen, sie hat sie auf den Kerl quasi eingelassen, um ihn auszunutzen. Richtig. Und vor allen Dingen, sie sagt ihm ins Gesicht, sie steht auf andere oder vögelt mit anderen. Ja, das ist auch so. Das ist sowas ekelhaftes. Nein, aber man muss es einfach umdrehen. Stell dir vor, wirklich eine Frau steht auf dich und du hast aber kein Interesse an ihr. Welchen Gründen auch immer. Vielleicht hast du schon eine Freundin oder sie ist wirklich nicht dein Typ. Und dann lädt sie dich ins Kino ein, lädt dich zu Sachen ein, bezahlt was für dich. Natürlich ist da unterbewusst oder so ein ungeschriebener Vertrag, dass wenn du dich auf ihre Avancen einlässt, dass du signalisierst, du könntest dir etwas vorstellen. Dass zumindest die Option besteht. Nikolo, ich hätte jetzt ein Gedankenspiel dabei. Das ist gar nicht so kompliziert. Nein, nein, das ist gar nicht so kompliziert. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Frau narzisstische Tendenzen hat und sie gibt dem Typen ja vor, also dem Männlein vor, hier du, ich will nicht mit dir Bunga haben, das mache ich lieber mit anderen. Wenn der dann weiterhin diesen Deal mitmacht, ist das für sie die Bestätigung, okay, der ist anscheinend okay damit, da können wir ja weiterhin uns treffen, er kann mir Knete in den Rachen schmeißen, hätte er an dem Zeitpunkt gesagt, also seine Grenze gezeigt, hier du, das ist aber nicht drin, was ist das für eine dumme Scheiße, mache ich gar nicht mit, Feierabend. Aber hier lag halt durchaus die Verantwortung in dem Typen, wenn er nicht in seiner Bubble gewesen wäre. Das müssen wir auch berücksichtigen. Nein, aber das ist ja der Punkt. Das sage ich auch noch später. Das sage ich auch noch. Das ist ja der Punkt. Männer dürfen keine Standards haben, keine Maßstäbe haben. Das heißt, gib, 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 und vielleicht habe ich Sex mit dir. Da müssen wir ein Meme draus machen. Kipp, 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 kipp. Ich glaube, der Admiral oder so hat das angemacht, oder? Ja, ich weiß ja sowas. Das ist doch vom Dino-Beam, von den Dinos. Ja, von den Dinos. Was ist denn? Was zum Beat, zum Wozum? Was passiert hier? Was passiert hier? Was ist das passiert? Was war denn nicht für schwule Musik? Vom Sexy Z hat sich die Freundin gemeldet. Wird jetzt auf Linie gebracht. Wir wurden infiltriert. Nein, ich dachte, das passt so gut zu der Situation. Schwule Musik. Nein, dass die Frauen in einer Illusion leben. Ach so, ja. Das war der Zauberwald-Song mal anders. Apropos Zauberwald und Sachen, die nicht funktionieren. Der Action-Account hat geschrieben, wieso leckt der Stream nicht bei neuen Gästen? Damals waren vier Leute, alles hat geleckt. Das bedeutet, dass heute der Verfassungsschutz mitguckt. Nein, das ist, weil der Admiral ein verdammter Boomer ist und sein scheiß Laptop nicht mal updatet. Das ist ein Desktop-Bizit. Das liegt aber daran, dass er noch nicht genug Supershits bekommt. Ja, richtig. Ich brauche noch ein bisschen, aber dann bei mir spenden. Er muss noch ein bisschen, muss er noch Mama Susan vaginal befeuchten und dann gibt es den neuen Laptop. Vielleicht ist es nur daran, wir haben eine Frau hier mit dabei und da wird es halt nicht geleckt. Da sind wir vernünftig. Krishan, Krishan. Der Höhepunkt ist ja tausend zu werden können, du machst mal einen Strich durch die Rechnung. Krishan, wo ist die Simpa-Alarm-Animation, die du mir versprochen hast? Ich muss noch gehen, weil ich dazu Zeit finde. Ich kann wo-ta-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt-echt. Ich tue mal, aber ich simpel dich nicht vergisset. Ich sage, ich habe keine Zeit. Nur lage du in meinem. Ja, ich glaube. Ich sage, wie gedacht, ich bin, hast du bei mir? Nein. Einmal mit Profis. Einmal. Einmal, genau. Einmal. Und dann zweimal. Und dann dreimal. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird noch. Ja, bevor ich wieder nüchtern bin, komm. Geben wir uns das. Bevor ich wieder nüchtern bin. Wahrscheinlich war das schon ein Geburtstagsgeschenk, weil er die Tasche tragen durfte. Wahrscheinlich. So sehen. Also, soweit ich das verstanden habe, für alles Mögliche gezahlt. Essen und so weiter. Wenn sie shoppen gegangen sind. Ach, bestanden. Eigentlich war es nur das Portemonnaie für sie. Und dann nach drei Monaten hat sie das Ganze aufbeendet, weil sie keine Lust mehr auf ihn gehabt hat. Man muss sich jetzt mal vorstellen, wir kennen alle die Story nicht. Aber ich kann mir richtig vorstellen, dass das seine Interpretation der Sache ist. Ich kenne die Situation nicht, aber ich gehe vom Schlimmsten aus. Es war nur ein Interpretationsfehler. Es war ein Messfehler. Also, ich kenne die Situation nicht, aber ich gehe davon aus, dass er ein Alt-Right-Nazi ist, der heimlich vorhaltige Bildkirche hat. Geil. Okay, weiter, weiter. Es ist Halluzinationen wirklich to go. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so war. Ich meine, wir wissen wir jetzt nicht alle, aber wissen wir alle ja nicht. Aber ja. Guten Morgen, Flubor. Was ist das für eine Aussage? Was macht man denn sonst mit einer Frau, wenn kein Sex? Da gibt es doch gar nichts. Nee, die sind ja auch zu dumm, um sich mit denen zu unterhalten. Am Anfang, als ich das geschaut habe, ich habe das ja noch gar nicht aufgenommen, leider, am Anfang haben sie davon gesprochen, da ging es so irgendwie so, ja, jetzt mal Chat, Hand hoch im Chat, wer schon mal versucht hat, mit einer Frau logisch zu sprechen. Das funktioniert ja gar nicht. Ja, stimmt. Ich möchte kurz ein bisschen wissenschaftlich werden. Jetzt bin ich verliebt. Wenn du unter einem mathematischen, wenn du einen Beweis gebracht hast, dann schreibst du darunter QED, was Lateinisch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das genau heißt, also was zu beweisen galt. Das Video hier, ist der perfekte Beweis dafür, warum man mit Frauen nicht diskutieren kann. Ja. Sie hat die sachliche Ebene, sie hat der sachlichen Ebene ja nicht mal zugezwinkert. Ja. Sie ist ja nur auf der emotionalen Schiene geblieben. Wir lassen uns immer beten auf die sachliche Ebene und da machen dann diese riesen, äh, riesen Bogen drumherum, an dem der Krischan, wo der Krischan immer dran schuld ist. Aber sie hat die sachliche Ebene, wenn wir mal wirklich ernst sind, sie hat die sachliche Ebene, sie hat die sachliche Ebene so viel gefickt, wie die Freundin vom Leon. Der arme Leon. Nee, es war ein Kumpel von Leon. Leon ist ein Player. Ach so. Nein, aber das ist, sie ist nur, ich meine, wenn du die ganzen Sachen oben drehst, dann würde sie ja auch nicht zustimmen, wenn sie auf einem Typen steht und sie im Grunde ihm gibt, 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 gibt und von ihm nichts kommt, würde sie ihn ja auch als Missbraucher bezeichnen. Ja. Obwohl er das tut, was die Frau in dem Fall tut. So nach dem Motto, wenn die Frau es tut, ist es richtig. Wenn der Mann es tut, ich meine, guckt euch, guckt euch die Netflix-Doku, ich habe die Doku jetzt nicht gesehen, sondern nur berichtet darüber, über den Tinder-Schwindler. Weil was der gemacht hat, das machen Millionen von Frauen auf der Welt. Ja, ich glaube, das nicht der menschliche Natur war, dass wir so, ich sage mal, so einen Schutzinstinkt überfordern, der zu solchen Auswirkungen führt. Aber immerhin, also sie war so getriggert davon, dass sie wirklich den Zauberwald anschalten musste und das Politbüro, wollte ich sagen, und das irgendwie abstreiten musste. Das kann nicht so passiert sein. Also es hat schon was bewirkt. Man muss es ja anders sehen. Ja, weil es einfach zu offensichtlich ist. Ja. Das ist es, wenn eine Partei gibt, 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 gibt und die andere Seite ja hofft, was zu kriegen, die Seite hofft, was zu kriegen, da muss irgendwas, ist das halt unmoralisch und deswegen muss das dann abgeschritten werden. Das kann ja gar nicht so sein. Ja, klar. Warum machen wir sowas nicht? So wie mit den Migdaus. Frauen sind unterdrückt. Wie können die Männer glauben, dass es Punkte gibt, wo Männer unterdrückt werden? Das kann ja gar nicht sein. Ja, das geht nicht. Das wird einfach aus dem Zauberwald versägt. Ja, es wird rausgezauberwald. Wir brauchen auf jeden Fall ein Adjektiv für Zauberwald. Ja, Zauberwalden. Rausgeforstet. Rausgeforstet. Entforstet. Oder Rumwalden. Ja, das wird Rumförstern. Rumförstern. Rumförstern, genau. Magisches Rumförster. Fistforster. Äh, Forstfister. Da hat der Sendkris schon gefragt mit seinem Anal-Fistfucker-Kanal. Ja, genau. Wir hatten doch auch mal Worts gehabt, das war dann ein bisschen spirituell, die Scharm-Harm-Mahne. Scharm-Harmistin. Scharm-Harmistin, genau. Die habe ich immer noch nicht gemacht, weil ich einen TikTok-Form machen. Stimmt, dass du mich erinnerst. Ja, kommt noch. Jetzt habe ich Angst. Okay, jetzt wird es noch besser, glaube ich. und ab da habe ich dann auch angefangen ich muss aufnehmen ich habe erst gedacht die meinen das nicht ernst ich habe erst gedacht die meinen das nicht ernst die haben das ernst gemeint je länger ich zugehört habe wenn ich es nochmal wiederhole also das muss Satire sein das ist aber keine Satire ja es ist bitterer Ernst die Realität ist tatsächlich ich muss fragen was bedeutet das Red Pill wurde das schon erklärt ja also Red Pill Red Pill sind quasi die Männer die die Pille wie in Matrix geschluckt haben zum Aufwachen deswegen hat der Film The Red Pill auch eine Frau produziert zum Aufwachen und jetzt merken was Frauen eigentlich genau nochmal zu rekapitulieren es war der Nero das war übrigens auch der Typ der Rom abgefackelt hat der hat doch in Matrix gespielt die Matrix abgefackelt ja Nero hat die Roboter abgefackelt am Ende ich finde das übrigens super wie sie vorhin gegendert hat oder ganz großen Wert drauf gelegt hat dass da beide Geschlechter genannt werden als sie die Erklärung der Red Pill vorgelesen hat und jetzt sind es trotzdem nur die Männer sag mal Nero war das nicht der auch mit Waterloo oder was Waterloo das war Napoleon das war Napoleon das ist die Verbindung zwischen Napoleon und Nixon ja macht auf jeden Fall mehr Sinn als alles was sie gesagt hat ja falsche Sachaussagen sind zumindest Sachaussagen also wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen die steht auf dich Admiral wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen hier bei der ist grad weiß ich nicht ja aber der gab es auch Waterball zwischen den beiden gab es auch ein Watergate auf jeden Fall also Admiral ich drücke dir die Daumen schick dir mal ihre Nummer also vielleicht läuft ja was und das Reier mit deinem anderen Groupie oh Gott ein Wacken ein Wacken ich kann mir schon vorstellen was der Paar macht laufen lauf 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 aber lauf weiter ist das ein bisschen zu gefährlich weil ich glaube bei ihr habe ich so den Eindruck dann ihr komischer Ultra-Kack sitzt dann in der Ecke mit so einem Käfig um die Nüsse oder so oder so der sticht dann deine Kondome an weil er dir eins reinwirken will und dann wirst du eine alte schwanger ja irgendwie sowas das war die ganze Karte Scheiße Kino Kino ich weiß nicht Paul also irgendwie habe ich eher das Gefühl der Typ erinnert mich ein bisschen an Private Paula nicht dass der irgendwann auch anfängt so seine Flinte zu polieren oder irgendwas anderes oh ja cool manag ist die erste halbe Stunde Pflicht also na also ab morgen also wenn wenn die das da von Wind bekommt dann reagiert die auf unser Video und wir reagieren auf Twitch die Reaktion nächste Woche das war so Reaktionshändchen gibt es ein Domino Day aus Hass solange es kein Domino Day gibt mit ihr ab ins KZ mit Nicolo und seinem Hassplan Leute Alkohol regeln Alkohol ist der beste Aphrodisiakom auf jeden Fall ist jeder jeder alte geil ich weiß aber ein Aphrodisiakom für den Krischan der Krischan hasst nämlich Fachwörter und der Action Account hat den geilsten Begriff erfunden der hat auf jeden Fall dieses abreagieren gewonnen der hat den Begriff erfunden Nerofeminismus oh und den Nero-Nazi und den Nero-Leuchter der ist ja ganz Feuer und Flamme der Nero-Nazi okay interessant boah diese Frau die haben so viele Coaches durchgenommen aber diese Frau das ist dies ist dieses da wünsche ich diese Frau schlüpferstürmer zurück diese Frau will ich nicht genommen oh man ich habe ja schon im Chat gesagt also da muss ich ehrlich sagen mein 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 Slong wenn ich die halt schon sehe ich habe ja eine gewisse Abneigung gegen bestimmte Frauentypen da muss ich sagen also da regt sich bei mir gar nichts da stülpt sich sozusagen mein Slong von außen nach innen der zieht sich in den Körper zurück wie eine Schnecke ins Schneckenhaus der möchte das nicht da wird die Frau vielleicht dreimal so lange ich habe gerade Kopfkino da wird die Frau vielleicht dreimal so lange da willst du eher zu mir als zu ihr Leute einmal ganz kurz ernst der John Smith Channel sagt bitte weitermachen will die Stelle nicht verpassen und wir gleich in die Küche was zu essen machen kommt schon Leute da können wir natürlich okay also komm gib mir mal die Minute tun wir mal auch ganz seriös für zwei Sekunden haben wir ein bisschen Aufzugmusik irgend sowas was es hier gerade anbieter macht vorhin kam es zu Musik aber es ist nur die Jeopardy Musik das ist einfach freier Content was freier Content guten Morgen Martin was der Admiral macht freien Content wie kann er das geht doch nicht wie ist so einer süßen sexy Stimme kostenlos wir haben gerade im Chat eine sehr spannende Frage also wenn man sein Gehirn also vom Harald Haller wenn man sein Gehirn für die Zukunft einfrieren lassen kann kann man das wenn man wenig Geld hat auch nur mit dem Schwanz machen lassen knallhart fangen die eine Antwort verlangen weiter hier sonst kriegt er seine Sandwich Pause nicht hin gleich kommen wir nochmal auf die Sachebene heute diese Hope ja jetzt ist logisch sie hätte ihn nicht zum Ultrakack gemacht nur zum normalen Kack okay gut oh ja das wäre doch auch eine feine Frage was für ein Archetyp Frau ist sie also ob das jetzt Kack wie K also wie kann man sie denn bezeichnen wie Kack was wäre sie denn oder ob das C-U-C jetzt fragt sie echt ob es Kack Kack im Sinne von Kacken oder Kack gemeint ist also wirklich aber was ich gerade überlegt habe wo ich einen Attack-Kelikopter gehört habe eine Sendung die und der Attack-Kelikopter in einer Zwangs-WG ich zahle 50 Euro pro Show er zählt zwei eine Zwangs-WG Zwangs-WG stellt euch vor die werden irgendwie für einen Monat ja man kann ja irgendwie so einen Aufzieher machen dass das irgendwie Corona bla 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 ist 30 Tage dass beide das überleben ne das endet damit dass der Attack-Kelikopter wegen Mordes im Knast landet ja ja deswegen ist er auch heute nicht hier wenn er nicht vorher ein Herzkasper kriegt ne also aber trotzdem das ist so wie Hamoudi gegen Mager das ist so ein perfektes Paar und die und der Attack-Kelikopter in einem Raum und dann so 30 Episoden bis zur Kriegsverhandlung dann ist nur Niko ich hab jetzt ich hab jetzt wirklich so diese Mortal Kombat oder wie heißt das dieses es kann nur einen geben Highlander genau eine WG zwei Menschen nur einer dann wird er dann wird er so wie der Wiederoberfahrer aus Highlander 2 es gibt ne Antwort von ihm hier Niccolo dein Name kommt auf meine Liste ja welche Überraschung meine Name wie der sagte bei Pullman Jackie ja es kommt auf meine Liste ja genau hier wird nicht gelacht hier wird nicht geweint das prüle ich euch in die Köpfe ein ja bei mir gibt es keine rassistische Bikon-Triff für mich sind ja alle gleichwertlos auf ihr Neger oder Spaghetti oder für mich sind ja alle gleichwertlos je mehr ihr mich hasst desto mehr werdet ihr lernen ja genau ich muss mal wieder gucken ja definitiv OCK ist jetzt tut es als ob es nicht weiß was ein Kack ist jetzt kommt Jeopardy Musik wer ist ein Kack da hat er was draus gelernt irgendwie danach was war sein was hat er danach gesagt was war seine Verteidigung dazu ich hätte es fast geschafft es gab nicht wirklich eine Verteidigung er meinte verloren ja die Chancen da gewesen und so weiter und er hat das einfach nur Popcorn essen die Cola aufmachen und werde die Show genießen werde null Mitleid mit euch haben ihr habt keine Ahnung wie rachsüchtig Männer sein können das ist so aber das ist okay das Spiel mit dem Feuerhaus aber wie gesagt Männer bieten es an wir müssen fair sein Männer bieten es an ihre Dienstleistungen nein ich nehme auch nichts weg ich gebe den Frauen noch nicht wirklich die Schuld aber ich so wie ich so hefters im Abreagieren Videos gesagt habe ich verstehe nicht wie man das sich durchblicken kann das ist so und ich bin jetzt der Letzte der sagt Sex ist Pflicht oder so aber es gibt einfach einen sozialen Vertrag von dem ihr euch alle nähert im Moment und der Einzige der den sozialen Vertrag aber nicht erfüllt das seid ihr und ein sozialer Vertrag läuft nicht auf Papier und der ist nicht unterschrieben sondern der läuft in einem Gesellschaft in einer gesellschaftlichen Form ab an die sich jeder hält und wenn eine Seite rausspringt dann macht das die andere Seite Stellt euch vor der Attacktikopter mit solchen Aussagen aber ihr direkt gegenüber auf dem Sofa sitzen in der Live-Sendung boah das ist so ich muss Fernsehproduzent werden Hamoudi Hamoudi Maga Attackhelikopter und Nina den ganzen Abend hätte ich durch irgendwann muss ich ich muss natürlich Angst haben wegen Beihilfe zum Mord und so aber was mir wirklich einfällt ich würde schon mal alle besseren Stichworten entfernen der Freund von Leon ist doch genau die gleiche Beziehung wie die Tussi mit ihrem Freund im Grunde genommen muss er ihre eigene Beziehung verteidigen weil ich glaube nicht dass der Typ von ihr wirklich was bekommt ich auch nicht also also der Typ der die Tussi in der Freundin des Freundes von Leon ihr wisst wie ich es meine man muss da ihre eigene Beziehung verteidigen der Attackhelikopter versteht wie ich es meine ja das ist Attackhelikopter sagt das wird nur eine kurze Serie da ich auf absolute Gleichberechtigung stehe gleiche Rechte und Linke für alle meinst du die Serie Attackhelikopter vs. Nina wird nach einer Staffel wegen Mord abgesetzt ja komm aber solche ihr würdet doch alle einschalten selbst wenn es paytetet ja oder ich würde mir ein bisschen aggressiver also bitte das ist ich verstehe nicht warum man das TV nicht spannend machen kann warum muss man Serien wie 1899 absetzen aber solche Serien wie Attackhelikopter gegen Nina gibt es nicht und wo bleibt Tamudi was ist mager ich war schon seit Jahren drauf ist euch schon mal aufgefallen wenn das bei Frauen nie das drin ist was drauf steht da steht fett 12 Stunden streamen und der geht 8 Stunden ach ja echt ja ja nach der Definition bin ich eine Frau ich sag dann wir kommen mal langsam zum Schluss zweieinhalb Stunden später ja ja Moment aber bei dir ist ja mehr drin im Normalfall steht ja sowieso nie von außen auf der Frau drauf was drin ist also wenn du dann sagst so ja ich würde gerne die Madonna sehen so ein Heiligtum ist eigentlich was ganz anderes drin das Etikett ist nicht gleich der Inhalt also ich hab mehr Angst vor dem was da rauskommt bei einer Frau als was reinkommt vielleicht sagt sie ja nach 8 Stunden ja das hat mich so emotional getriggert ich musste einfach aufhören ich hab eher Angst so nach 9 Monaten hier das ist deine Tochter oder Sohn also es ist sehr interessant was sie dann sagt wenn sie anfängt zu zocken da meint sie nämlich ja sie muss das ja tun weil es bringt Zuschauer sie ist ein Opfer der Gesellschaft sie muss Elden Ring zocken ja genau deswegen ich hab ja beim Admiral auch schon mal geschrieben weil bei den beiden Tussis die gesagt haben Pornos Dreh für Frauen das ist Unterdrückung da hab ich auch schon gesagt soll ich mal zum Anwalt gehen und meinen Arbeitgeber fast verklagen weil ich arbeiten muss für meinen Lohn der will mich nicht bezahlen obwohl ich nicht arbeiten möchte ganz ehrlich jetzt was macht die wenn der Strom mal weg ist wenn es wirklich mal so weit kommt die Frauen haben das wenigste Problem die entdecken ganz schnell dass Maskulinität doch nicht so toxisch ist aha genau die Probleme haben wir das ist wenn du dir anguckst in Gebieten wo Warlords regieren da hast du ein paar Männer an der Spitze mit einem riesigen Harem um die Frauen wird sich gekümmert haben die ein schönes Leben no aber der Durchschnittsmann der Durchschnittsmann hat es immer schlechter als die Durchschnittsfrau ja es gibt keine deswegen dass hier diese wie heißt das Admiral hat es am Anfang gesagt diese mein Gott wie heißt dieser Bias weil die Frauen nur der Gamma Gamma weil die Frauen nur die Spitze sehen die sehen halt nur die Christian Grace achso der Abwechslung ja die sehen halt nur die Spitze der Gesellschaft und das sind in der überwiegenden Anzahl Männer das heißt die Anzahl der Heisenbergs Einstein und Max Plancks im Vergleich zu der Marie Curies ist gigantisch es gibt mehr Männer die Alfred heißen als es Frauen gibt die Nobelpreise gewonnen haben also Männer die Alfred heißen die Nobelpreis gewonnen haben als es Frauen gibt die überhaupt gewonnen haben zumindest was die Naturwissenschaften angeht heute hat es bestimmt daran dass die Männer Alfred hießen ja das Alfred Privilegien warum weiter ja besser ist das bevor ich hier noch einen Kasper kriege dann macht das die andere Seite eine Weile lang mit bloß irgendwann wenn die andere Seite dann wird die auch abspringen und dann werden wir sehen wie es weitergeht im besten Fall geht es dann los dass dann die Männer die die Drecksshops machen warum sie lacht weil sie nicht weiß was er meint nicht mehr für Frauen das wäre der beste Ausgang ich glaube nicht dass sie ihm folgen kann der beste Ausgang wäre dass wir ins Möbel zurückfallen das ist was viele vorhersagen und dann dann werde ich eine extra Tüte Popcorn aufmachen und werde die Frage in den Raum stellen ich hoffe ihr seid strong und independent genauso equal wie Männer weil das braucht ihr dann nämlich auch weil das ist wenn der Faden nämlich gerissen ist dann ist der Gesellschaftsvertrag aufgekündigt guck mal Nina hier geht es ja noch weiter warte mal kurz das ist tatsächlich dass der Attack Helikopter gut der hat seine Polemik äh da kritisiere ich ihn nicht für gut das wäre ja so ein Schuss ins eigenen Fuß wenn ich ihn dafür kritisieren würde aber was er gemacht hat ist die Sachebene polemisch darzustellen sie reagiert mit Polemik auf der Emotionsebene und was das der Admiral gesagt äh der Admiral der Attack Helikopter gesagt hat stimmt zu 100% mh aber sie nimmt Anstoß nicht an dem Inhalt an dem Sachlichen sondern einfach an seiner Art und Weise wie er es ausdrückt genau ja klar wie er es sagt was er sagt das merkst du auch das ist mir die ganze Zeit schon aufgefallen jedes Mal wenn er die Stimmlage erhöht oder sowas ne oder wenn es dann tut es so als ach ja guck mal wie der Clown redet so auf die Art das ist aber ziemlich ziemlich verständlich weil dieser dieser Reiz der auf ihre Membran trifft da muss sie ja entsprechend emotional drauf reagieren sie kann ja eigentlich kaum auf der Sachebene arbeiten sie kann ja meistens nur emotional damit umgehen ja sag ich vollkommen verständlich ja klar aber sie sieht es halt sie sieht da halt komplett einfach nur einen Clown drin und sie sieht da nichts anderes ihr fehlt alles Abstraktionsvermögen was soll man sagen sie ist ja auf der Tussi-Logik-Seite unterwegs die Tussi-Logik-Seite es gibt auch kein trockenes Wasser halt mal die Füße still hier stimmt stimmt ok Punkt für dich geht es ja noch weiter jetzt hat Nina kommentiert zu dem Beispiel von dem Typen Sex verwehrt als würde ihm das zustehen ist ja ein Grundrecht jetzt wird es interessant aber steht ihr das zu das meine ich ja steht ihnen das zu ihr das zu seine Gutmütigkeit auszunutzen wie eine dreckige Otze ja das frage ich dich mal zurück so was ist das das war ja genau das ist das das war ja genau das war ja genau das war ja genau er stellt zur Verpfügung achso ich hab da vorgelesen das hab ich sie grinst auch noch blöde siehst du ja weil sie nicht bumsen will das nicht für sie ist das normal Sims auszunehmen das ist ihr scheiß Job gib 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 das hat sie immer gemacht wie gesagt das ist ihre Beziehung die eine Freunde hat das ist genau das gleiche das ist genau das gleiche genau deswegen grinst sie das ist so ein Waffeln ja das hat sie ihr ganzes Leben schon so gemacht schon bei Papa wahrscheinlich der ihr einen Pony geschenkt hat ist so wenn du mit der noch ein wenig länger zu tun hättest ey das ist toxische Weiblichkeit in reinster Form ja die würde ich bespringen ey ich bin da ziemlich sicher das glaub ich dir der Attacker-Likopter ihr an die Kehle der Attacker-Likopter bespringt sie das glaub ich auch oh diese Serie komm ich mein der Attacker-Likopter muss dann 15 Jahre ins Gefängnis und dann so nach nach einer Staffel führen wir eine neue Person mit rein so ein Überraschungsgast Hamoudi na das muss schon dazu passen irgendwie weiß ich was das so ein Crossover-Event Hamoudi Maga und Attacker-Likopter ne der Doc kann den doch gut nachmachen Doc aktiviere Maga-Modus ja hier ist wieder der Michael servus und herzlich willkommen hier ja du hast das richtige Eier-Quetsch-Level erreicht um deine Stimmen zu dazu noch kurze Sache der Theodokus der hat ja leider technische Probleme ist heute nicht dabei hat die alten Videos tatsächlich gefunden unter anderem von mir in der Salzmine dann das Hamoudi Video das legendäre das gucken wir uns im 1. April gehen wir bestimmt noch mal an und nein heute nicht mehr heute hat ja auch nur 30 Minuten also noch 3 Stunden willst du machen ey was ist los nein nein Hamoudi gucken wir uns nicht an eine toxische Person reicht mir pro Tag nein Hamoudi ist dagegen ein Engel gegen die Tussi äh und was war das und das Koni Video genau die lade ich demnächst noch mal hoch auf zumindest auf meinen alternativen Kanälen mhm ja die Koni Video mit mit die objektive Wahrheit gibt es nicht die objektive Wahrheit gibt es nicht wie viele Orbiter hast du Nina jetzt jetzt hast du einen der dir das Rohr verlegt der dir deine Miete bezahlt sorry die geht nur auf das Rohr ein glaubst du das ist moralisch okay wenn wir schon eine Moraldebatte führen steht dir das Geld vom Simp zu ich meine er gibt es dir operiert es dir ist in Ordnung ah wie die grinst die weiß genau worüber die reden ja sie ist ne Frau wo sind meine Sims ey die geht nicht auf den Inhalt ein voll ins Schwarze getroffen da hast du es gesehen das die grinst auch noch naja die weiß genau worüber die reden wie gesagt die ist die Freundin von dem Typen die ist es die hat es gelebt die lebt es immer noch lebt es immer noch die hat ein Onlyfans Account gehabt also bitte die weiß was die weiß wo der Hase langläuft äh Tukinia kein No offense das sind einige vergrabene Gurken im Keller definitiv ja ja ach da ist die ganze Gurken im Keller einige ist gut einige ja vor allen Dingen hier auch mal drauf achten wo sind meine Sims pass mal auf gleich der Witz das ist die meldet sich alle genau in diesem Moment passiert es noch pass mal auf es ist nicht eine Minute später passiert es guck a few seconds later ja eh no wo sind meine Sims Sims 4 oh man ey ja die Sims die kommen ja jetzt zu ihr und sagen ach wie toll sie ist aber schaut schaut euch es direkt an die haben eine Frau im Chat gelesen die sie kritisiert hat und direkt das ist eine Frau die hat Sims kurz halt stopp es gab noch eine andere Frau die hat uns durchaus zugestimmt mit der konnten wir wunderbar reden nur so nebenbei es waren drei es waren drei oder vier sogar ok ok es reicht mir und du weißt ganz genau dass das politisch Männer sind und wir reden von der politischen Ebene nicht auf der biologischen Ebene mir reicht es langsam letzte Verwarnung ok 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 Christian wenn ihr nochmal aus der Reihe tanzt ne ok dann mach ich in der Kommentarspanse gut oh man diese Frau Simps sorry das P Sucker idealizing mediocre pussy ich hab das gestern erlebt ich muss das mit euch verarbeiten was denn verarbeiten du gehst überhaupt nichts ein das glaube ich aber da ist er da ist er da ist er weißt du was verarbeiten was ist das für ein Bild also das ist ein Uwu also ein Uwu Schwang Schwang ja ein Schwang mit dem Uwu Symbol also diese zwei Augen und der Wund ergeben ein Uwu das ist halt das kenne ich nur von der Bell-Delfin Uwu Game Marker oh man ey das wird nicht der letzte bleiben das geht jetzt durchgängig aber gut was zu beweisen die geht schon Richtung 30 oder locker die ist drüber glaube ich aber HNK HNK kriegt auch die letzte Verwarnung kriegt auch die letzte Verwarnung in den Chat der sagt die Kader Lang Versus Attackhelikopter in den Ring schicken das ist seelische Grausamkeit für den Attackhelikopter letzte Verwarnung ich sag ja die Tussi war vor 10 Jahren ne Schönheit nein ne Schönheit die war bumsbar sie ist auch noch bumsbar aber die ist das Cockkarussell geritten die hat Schwanz die hat Schwanz Kilometer runter für ein bisschen Geld bei Onlyfans kannst du nachgucken wie sie aussah vor 10 Jahren ich dachte bei Onlyfans war das ein Witz die war bei Onlyfans hat sie doch gesagt oder hat sie ja zugegeben hab ich am Anfang vorgelesen ich hab doch den ist das hier noch im Vorschläge ist das Ding noch drin ihr Tweet wo sie sogar zugibt dass sie früher Onlyfans war also aber ich ja meinte ist das nicht Missbrauch dass die Männer Geld zahlen müssen um sie nackt sehen zu können ja nach ihrer Logik ja aber es ist doch auch eine Dienstleistung ich mein sie bekommt doch dafür was du weißt doch gib 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 ist aber keine Dienstleistung gib 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 da müsste man die Frage stellen hat die Frau inneren Wert anscheinend ja schon das ist ja das was die Feministen abstreiten sie sagen ja wir sind irgendwie gleich oder unterdrückt noch unter euch aber der Körper einer Frau gerade heute mit der Monetarisierungsmasse die da möglich ist was sie ja auch macht hat inneren Wert also das fände ich doch mal schön wenn man das überhaupt erstmal anerkennen würde jetzt wenn wir jetzt mal ernsthaft reden wenn sie irgendeinen Wert präsentieren würde würde ich ihn respektieren ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist mir egal aber wo ist der Wert das ist der Punkt deswegen kann ich auch ohne Probleme sagen dass ich zum Beispiel ein Fan von Ayn Rand bin das spielt für mich überhaupt keine Rolle dass die Tussi eine Vagina hatte oder ob die oder wie sie ausschaut ja die hätte ich selbst in ihrer Primetime nicht geboomst so hässlich wie die war aber das spielt für mich null keine Rolle und das ist ja der große Punkt wenn die wirklich egalitär wären wie man sich das vorstellt oder wie man ideellen Feminismus sieht das wäre es ja der Feminismus würde sagen die Frau ja hör mal auf dich als Opfer zu sehen du bist dem Mann gleichgestellt verhalte dich entsprechen und die Mächte des Bösen sind stärkend Hallo Helikopter wie laufen die Vertragsverhandlungen bei RTL 2 was das Mikro ist noch nicht an ich bin getriggert mehr wollte ich nicht sagen hat aber gut geklappt dass du heute fernbleiben wolltest also wirklich so sind sie die Sims wenn die Frau und die Möse da hat mich definitiv da hat mich da muss ich Nicolo recht geben da hat mich definitiv dieser modrige verschleimte Geruch des Möse Saft ist hergelockt ja das wird sie später auch noch werden zitieren das ist kleiner Spoiler ja hallo mein Lieblingsfluggerät grüß dich ja ich habe schon ich habe schon mitbekommen dass du heute dass du heute so halbwegs meinen Job übernimmst ja ja nicht nicht mal ansatzweise es ist ja immer noch viel zu intellektuell was ich hier von mir gebe also was soll denn das heißen ja bei mir da fehlt halt so ein bisschen diese humoristische Komponente teilweise die Schärfe und die humoristische Komponente ja es ist trotzdem aber ein bisschen trocken es gibt ja nur einen Attack Helikopter ja und wenn noch einer dazu kommt ich passe hier das das Widget vom Discord nicht an dass hier alle reinpassen die Liste ist jetzt voll wenn einer hinzukommt ist mir das völlig egal äh der Stockmaster gibt mir zwei Euro und sagt lieber spiel nicht an Nicolo als Onlyfans ich hasse exklusives Denken du weißt ja jetzt musst du Nina im Twitch-Shower spenden nur damit Nicolo recht hat die und du in der Sendung das wäre nee das ja okay das wollen vielleicht viele Leute da können wir dich anbinden wie Hannibal Lecter also pass auf ich unterschreibe dir da jeden Vertrag ich mach das sogar umsonst solange es auf einer Insel stattfindet wie im Film die Todeskandidaten der Film wer den Film kennt wer den Film kennt die Insel die Insel ja genau das wäre egal da mach ich dir jetzt den da mach ich dir jetzt den Schoden Peterson und sag so wenn ihr ein König braucht ich bin's kein Problem dann darfst du mich auch Insel betiteln hab ich keinen Stress damit aber der letzte Gott sei Dank es wird mir schlecht der letzte Tropfen Alkohol in mir lässt nochmal die diese Doppelmoral wirklich auch hervorheben dass sie den Admiral als Insel bezeichnet hat oder die ganze ganze Gruppe und dann meckert dass Männer glauben sie hätten Anspruch auf Vagina sie beschämt Männer als Insel das ist ja kein das ist ja wirklich eine Beleidigung ihr habt keinen Zugriff auf Vagina ihr glaubt Anrecht auf Vagina zu haben ja aber da gehst du aber von der Fehlprämisse aus weil die die Frauen haben ja bis zum Zeitpunkt ja noch nicht mal gecheckt was Insel wirklich bedeutet die glauben ja die glauben ja dass die freiwillig im Zölibat leben oder dass die einfach nur Ding sind die haben keine Ahnung dass das unfreiwillig heißt involuntary das wissen die nicht die meinen Insel ist irgendein Modebegriff vielleicht ein Snack oder ein Keks zum Essen allein durch die Beschämung wollte ich noch sagen gibt es ja indirekt die Hypergamie zu es gibt ja anscheinend Männer die nicht an die Du bist weniger wert weil du nicht an die Vagina kommst das ist die Aussage genau und damit hat die Vagina Wert damit ist meine These von vorhin ja bestätigt damit ist die Hypergamie bestätigt dass sie inneren Wert hat das ist doch alles klar so ich finde es so witzig eigentlich von der feministischen Seite dass sie sich da auch immer wieder entlarven so was ist das für eine Leichtberechtigung die Vorteile der Frauen wollen sie einfach wegzauberreiten so die Frauen die verstehen wie sie die ist als Prinzessin groß geworden die versteht das nicht dass Wert etwas ist was sich ein Mann erarbeiten muss das ist was ganz krasses die verstehen das nicht bei Frauen ist es Wert und beim Mann ist es die Wertschöpfung ja genau bei Frauen ist es so der Wert ist von Anfang an da und du verlierst den die Frauen verlieren den über die Zeit und Männer müssen sich das erarbeiten Frauen erarbeiten sich das nicht und sie denkt wenn sie ein Twitch-Stream voller Anhänger hat wie will sie das nachvollziehen wenn sie ihr ganzes Leben alles in den Arsch die kriegt es erst mit wenn die fünf Jahre älter ist noch deswegen werden die meisten Frauen noch richtig bösartig wenn sie dann auf die Wall geklatscht sind weil viele Blackbiller sagen ja die haben ja immer noch Zugriff auf Bunga eine Frau hat immer Zugriff auf Bunga auch wenn sie 200 Kilo wiegt aber sie hat nicht den Zugriff also Männer die sie als akzeptabel sieht aber du merkst richtig wenn die Frauen auf die Wall geklatscht werden auf Klatsch sind besonders die die affraktiv waren die werden ultra böshaft die meisten verkriechen sich in ihr Zuhause kümmern sich nur noch um ihre Wohnung die haben keine Identität das merke ich bei ganz vielen älteren Frauen hier in meiner Umgebung die haben außer ihre Wohnung putzen und sich über Nachbarn beschweren keinen Lebensinhalt und die Nina die ist auch so eine Kandidatin deswegen sagte ich ja dass sie mir leid tut sie hat keine Persönlichkeit ne die wird die wird so enden wie die wie die 10% Elite von denen die wird so radikalen Feministin und wird so rachsüchtig dass sie den jungen Weibern auch das Leben vermiest boah ich finde es geil dass ihr alle so Optimisten seid und so weit voraus denkt wir sind alle die dass das alles noch so weiter geht so ewig jetzt meine Wunsch oh ne 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 das wird ewig so weiter gehen Gisbert das wird ewig so weiter gehen es wird es wird immer es wird immer den White Knight und den Simp geben es ist geschichtlich dokumentiert über 8000 Jahre die Biologie die Biologie wird sich nicht verändern da hast du recht aber es ist so wie Niccolo das vorhin gesagt hat an dem Tag wo der Supermarkt kein Fleisch mehr im Regal hat ja aber das geht nur wieder so weit bis der Supermarkt wieder Fleisch hat und dann fängt das Rad sich wieder an zu drehen das ist durch die ganze Geschichte durch so das ist doch nicht das erste Mal dass das hier passiert wir sind doch hier nicht die die neuen Apokalypse Reiter die die Hölle kommen sehen das ist ja okay du vielleicht okay ja du vielleicht aber aber es ist doch nicht das erste Mal dass das passiert Sparta Rom du kannst du kannst überall in der Geschichte in den letzten 8000 Jahren Babylon Konstantinopel mit Mekliopatra du kannst überall hingehen es ist es ist es geht unter und dann wird was Neues aufgebaut von Rom von Rom bis heute hat es schon etwas länger gedauert als zwei Wochen ja und es wird viel auch so lange gedauert nur in Europa nur in Europa nur in Europa wir wissen doch nicht was im Rest der Welt aufgegangen ist wir leben halt jetzt in Umbruchszeiten ja richtig wir haben halt eine beschissene Generation erwischt die Fan Apokalypse kommt ich sag halt aber diese Dreistigkeit sie kennen wirklich nichts anderes als sich selbst also ich will jetzt mit Diagnosen anfangen gib 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 ich 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 was ist los ich kann die Sims nehmen da grinst sie fröhlich weiß genau ihr wurde für alles in den Arsch gesteckt im Endeffekt und dann aber gleichzeitig wieder beschrieben wie der Heisenberg Heisenbergs Trauerarbeit ja aber das ist das vor allen Dingen dieser ähm Tausch in der Beziehung weil eine Beziehung ist ja ein gewisser Tausch dass der Mann da Sex erwartet das ist so als böse dargestellt aber warum verschenkt sie dann nicht ihren Onlyfans Bilder warum haben bei Onlyfans nur die nur die Fans Zugriff Onlyfans also dass ich von dir mal kommunistisches Gedankengut höre User left the channel ja ja ich weiß eine Sendung wo wir beide in der WG zwangs drin sind ich will auch nicht gut ausgehen das glaube ich nicht nein aber ich ich verlange ja nur Konsequenz wenn sie so eingestellt ist dass man von der Gegenseite für nichts erwarten darf sondern einfach geben soll also gib 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 warum bitte mach ein Meme ey ich brauche das ich brauche das Klingelton das wird mein Klingelton oder mein Deckerton morgens die die Arbeit die Arbeitsglocke läutet gib 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 das glaube ich ist aber auf lange Zeit nicht so motivierend weil irgendwann wirst du das mit deinem Arbeitgeber identifiziert gib 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 da kommt mein ickter innerer Viktor Frankl heraus und fragt nach dem Lebenssinn dabei ja ja nimm 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 ja die sie nicht verteidigen kann, einfach weg. Das ist halt alles gecuttet. Sie hat es schlecht gecuttet. Ohne da zu sein, entwaffnen wir sie. Das liegt aber daran, dass sie einfach ein Bimbo ist. Das ist einfach so. Das liegt einfach daran, dass sie einfach ein vollblutrothaariger Bimbo ist und 5 Gramm Hirn besitzt, weil sie meinte, da habe ich sie richtig angeschmiert. Ich habe es ja gerade im Chat auch schon geschrieben. Die Tussi ist bescheuert. Wenn ich so aussehen würde, ich würde richtig viel Knete machen. Amorin würde scheiße dagegen aussehen. Ja, und du würdest dich auch nur hinstimmen, würdest du sagen, Amorin ist zwar hübscher als ich, aber ich bin geiler. Wofür hat der liebe Gott Prost-O-Pace erfunden? Und ich hätte 10.000 Leute im Chat, die mir alle 5 Euro schicken und sagen, ja, du hast recht, du bist mein Schatz. Vor allen Dingen, ich denke, die Frauen verstehen nicht so ganz, wie wirklich das Hirn bei den Männern aussetzt, wenn die eine attraktive Frau sehen, die auch noch ein Hobby von denen teilt. Deswegen hatte ich ja so scherzhaft gesagt, oh, rote Haare und sie spielt Elden Ring. Bin schon auf dem halben Weg dazu, verliebt zu sein. Und dieses Gamer-Girl-Image, was Belle Delphine macht, eine attraktive Frau, die auch noch ein Hobby von dir teilt, das ist für die Männer, da brennt eine Sicherung durch. Und das würde ich ausnutzen und in zwei Jahren in Rente gehen. In der Hinsicht bin ich Gott sei Dank geläutert, ich hatte ein richtiges Gamer-Girl aus meinen MMORPG-Zeiten. Da rede ich von 2001. Und ich weiß, dass so keine Gamer-Girls aussehen, aber das ist egal oder zumindest sie nicht so verhalten. Das sind einfach nur Huren. Sonst nichts. Einfach nur Huren. Prostituierte. Ja, nein, ich will Prostituierte nicht mal beschöpfen. Wieso? Nein, eine Sex-Worker. Weil ich verdiene dir Geld wenigstens teilweise ehrlich. Sie heißt ja Sex-Worker. Das ist ein schöner Begriff. Ja, ja. Nein, aber die ist keine Sex-Workerin. Dann wäre sie wenigstens auf einer Ebene ehrlich. Ich bin auch nur auf der körperlichen. Sie war es ja vorher. Ja, No Onlyfans ist keine Sex-Workerin. Wenn man die Sachebene... Ja, was sie da gemacht hat. Wir werden es nicht wissen. Wir können nur Vermutungen anschauen. Wenn man eine Inselbeschütung der Sachebene bleibt, dann, naja, lass es wissen. Sollen wir weiter machen? Also, ich würde den Attack gerne noch fragen. Also, von wegen Gamer-Girl. Also, das heißt dann, dass sie eine promiskuitive Sloot war. Also, im Sinne von Gamer-Girl, weil sehr viele männliche Freunde in diesem Gamer-Imperium dabei waren. Oder was war das genau? War es bei mir? Ja, ja. Das war... Oh, das ist... Oh Gott, das ist der falsche Stream dafür. Verstehe. Ich habe jetzt nur gedacht, so, ja, Kategorie Kumpeltyp. Und deswegen hat man irgendwie... Kurze... Nee, 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 nee. Kurze Zusammenfassung. Sie war Griechin. Sie war die einzige Frau in meinem Leben, die ich so zu 50 Prozent bereue, dass ich sie aus der Wohnung geschmissen habe. Also, sie konnte kochen, waschen und hat sich um meine sexuellen Bedürfnisse gekümmert, ohne dass ich was sagen musste. Und sie konnte gut zocken. Und wir haben so richtig liebespärchenmäßig nebeneinander gezockt. So Computer an Computer. Weißt du so, wie man Pärchenaktivitäten halt einfach macht. Weißt du, das wäre, glaube ich, für mich so eine Art männlicher Romantik-Roman. Also, dass der so beginnt, ne? Ja, nein. Wie gesagt, das ist die einzige Frau, wo ich es zu 50 Prozent bereue, dass ich sie rausgeschmissen habe. Und warum hast du sie rausgeschmissen? Das wollen wir jetzt natürlich auch. Das ist Betrug. Das ist, ja, im Prinzip seelischer Betrug, weil eines Tages beim Sex hat sie mir das Kondom untergezogen und hat sich draufgesetzt, weil sie ihn so spüren wollte. Und da war ich nicht dabei. Oh, sie wollte wahrscheinlich Nachwuchs haben. Nein, das werfe ich ihr nicht mal vor. Ne, das werfe ich ihr nicht mal vor. Sie wollte einfach nur ohne Kondomsex haben, weil, wie gesagt, zu der Zeit waren die Kondome noch nicht so modern. Da hat man einfach mehr gespürt. Und sie ist auch definitiv besser abgegangen. Aber ich habe das so komgen genommen, dass ich sie in den Zug gesetzt habe und mich nie wieder bei ihr gemeldet habe. Hm, ich weiß nicht. Irgendwie bimmelt bei mir ein bisschen die Evolutionspsychologie, wo ich mir denke, hm, ich hatte auch schon so... Kann sein, ist aber egal. Mein Abwehrmechanismus hat funktioniert. Und bis jetzt, bis jetzt habe ich keinen Besuch mit Kinderwagen gehabt. Warum schreit gerade bei der Geschichte bei der Geschichte, Lauf, 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 Lauf. Ja, Lauf, 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 Lauf. Aber wieso war sie so eine Ho, meinst du, im Endeffekt, hat sie da... Was? Meine Griechen? Ja, die Game is Gamer Girl. Gamer Girls, ich dachte jetzt, sie hätte sich betrogen mehrfach oder so. Nein, 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 überhaupt nicht. Die war, das ist, die war, die war Hals über Kopf verliebt. Das ist, also die war richtig, wie gesagt, das war meine Bundeswehrzeiten. Irgendwas fehlt mir an der Geschichte. Ich weiß nicht. Irgendein Detail. Nein, das ist, nein, das ist, das war so. Sie hat einen Penis oder irgendwie so ein Detail? Nein, nein. Es gab damals wirklich solche Frauen. Wer hätte sie zu mir schicken können, ey. Es gab damals wirklich solche Frauen. Was soll ich euch sagen? Ich sage ja, das ist die einzige Frau, wo ich zu 50 Prozent bereue, dass ich sie aus der Wohnung rauskatapultiert habe. Was sagen die anderen 50 Prozent? Ja, da 50 Prozent sagen, äh, ja, das ist dann mein Victor und Rappelwissen. Fick, 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 fick. Ja, ja. Nee, es ist, was könnte ich, was könnte dir da abgehen? Nee, es war halt wirklich so. Im Großen und Ganzen die Kurzfassung. Ich kann aber irgendwann mal, wenn mehr Zeit ist und wenn es ein anderes Thema gibt oder dafür, weil alles, alle Details, aber so im Großen und Ganzen das sind die Eckdaten. Ja, das ist doch eigentlich faszinierend. Also jetzt, wenn du nochmal 30 Jahre drauf rechnest, stell dir vor, du bist irgendwo an einem Lagerfeuer und junge Männer sitzen dann bei, du alter Mann, vielleicht ganz langer weißer Bart, jetzt vielleicht kein Druidenkessel, aber alter Mann, ganz langer weißer Bart und erzählst diese Geschichte damals, Anfang der, des Jahrtausends, da gab es noch solche Frauen. Diese Frauen, ne, damals. Du meinst, du meinst, wenn wir wieder... Ich meine das nicht mal als Witz oder so, wie muss das in den Ohren der jungen Männer dann wirken, wenn es jetzt schon so scheiße ist. Ja, du meinst, wenn wir uns wieder mit Höhlenmalereien kommunizieren und alles festhalten, ja, ich kann dir folgen, ich kann dir folgen. Wenn wir die Geschichte der Red Pill auf Stein malen, ja, wenn das wieder soweit ist. Dann stellst du dich an den Eingang von der Höhle, siehst, wie der Regen runterplätschert und denkst dir, wie geht es wohl dem Freund von Leon heute? Damals, als die Häuser noch standen, wir noch nicht in Ruinen lebten, damals, als wir noch ansatzweise irgendwie keine Frauenherrschaft hatten. Ach, das geht so weit. Wie ist es nach seiner Geschichte ausgegangen? Ihr habt keine Ahnung, was wird Stein mir vom Herzen gefallen, dass wie er mich damals kurz nach Weihnachten besucht hat und mir quasi die Red Pill aufs Hirn gehauen hat. Wer jetzt? Der Leon. Keine Ahnung. Also okay, jetzt blicke ich nicht durch. Der Leon ist... Leon ist der neben Stream hier, den sie vorspielt. Der war unser... Mein Neffe. Das ist doch der... der Weiberheld quasi. Ja. Und das andere ist der Neffe vom Leon dann. Nicht der Kumpel. Der Kumpel vom Leon. Der da abgesimmt hat. Okay, also habe ich es noch richtig gesagt. Ist noch richtig im Kopf. Sie grinst so schön. Machen wir weiter. Ja, machen wir weiter. Bevor wir uns in den Details... Komm, wir verlieren uns hier in unwichtigen Details. Lasst uns über Zauberwald spadronieren. Auf geht's. Genau. Sie hat auf jeden Fall erkannt, die Frauen haben Vorteile. Mein Leben ist unwichtig. Nein, ich habe die Aufmerksamkeit gegeben dafür. Lass mich mit der intellektuellen Kacke in Ruhe und startet den Stream. Jawohl. Dankeschön. Wollt ihr den totalen Zauberwald? Vielen Dank, dass du fährst. Oh ja. Ich weiß nicht. Nein. Um 14 Uhr wird zurückgepflanzt. Ah, Geschichten aus dem Paulanergarten, schreibt gerade der Kollege hier. Der Wulfen. Ja, ich gucke, ich gucke, glaube ich mal an die Telegram-Gruppe, was die werten Herrschaften so treiben. Nicht wieder... Bist du so laut, ich würde in den Streamnet. Die sagt doch nichts. Ach so. Jetzt gerade war nicht wichtig, aber jetzt langsam wieder, oder? Hoffentlich. Gott, jetzt langsam. Dass das Mikro von ihr nicht schmilzt bei der ganzen heißen Luft. muss ich auch noch was Ernsthaftes sagen. Ach so, ja. Er ging recht davon aus, dass ich nicht selbstständig irgendetwas bezahle, dass ich nur Männer habe, die für mich was bezahlen. Alter, nee. Das Lachen. Ich nehme stark an, dass all diese Menschen arbeiten gehen, Arbeitnehmer sind, wahrscheinlich männliche Chefs haben, die denen Gehalt bezahlen. Was ist denn das? Für Arbeit. Oh, Unterdrückung. Ich wette, denen bezahlt auch der Mann die Miete. So nämlich. Was ist das Argument jetzt? Ich verstehe es auch nicht. Du bezahlst auch nicht für deine Miete, weil du einen männlichen Chef hast, der dein Geld gibt. Das ist das Argument. Das ist ja krass. Mein Chef bezahlt die Miete. Genau. Das heißt, für sie ist Arbeit, Geld bekommen ist für sie, ohne Leistung erbringen. Es gibt keine Wertschätzung. Nein, es ist das, Gisbert, es ist das, was wir vorhin besprochen haben. Das ist dieses absolute Unverständnis von Wertschöpfung. Wenn man die Wirtschaft als, sagen wir mal, als Kuchenfabrik ansieht, sie sieht die Fabrik nicht. Sie sieht nur den Kuchen, der aus der Fabrik ploppt. Und die Fabrik... Die Fabrik... Für Frauen... Sie ist ja selbstständig. Nein, für... Ja, aber für Frauen ist Zeit wert. Für Männer ist Arbeit wert. Deswegen sehen Frauen sich auch immer im Recht, wenn der Mann für die Dates und alles zahlen muss. Weil sie gibt ihm ja ihre Zeit. Das ist... Das ist so. Das ist ein ungeschriebenes Naturgesetz bei denen. Und dann ist schon brauche ich wieder auskommen. Deswegen ist auch jede... Deswegen ist sogar Amaranth irgendwann der Überzeugung, dass ihr Twitch-Stream zu wenig abwirft, obwohl sie Multimillionärin ist. Weil ihre Zeit ist das wert. Weißt du? Wie gesagt... Aber Amaranth muss ich ihr echt zulassen. Die hat eine gute Arbeitsidee. Die Tussi weiß genau, was sie tut. Ja, das sage ich ja auch nichts. Amaranth ist Red Pill. Das sage ich... Ach, das sind die meisten von denen. Bis es sie stört. Dann wird aufgeforstet. Ja, aber die wissen, was Sache ist. Das ist... Red... 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 Red Pill heißt ja nicht... Ähm... Stell dir mal vor, du bist eine Frau und du bist Red Pill. Was... Denkst du, du heiratest... Deine erste Idee ist zu heiraten den hässlichsten Typen, der nichts auf die Kette bekommt, der dir keine Ressourcen geben kann, obwohl du die Chancen hättest, wenn du dir das Wissen bewusst zu Nutzen machen kannst. Überleg mal. Ja, aber sie machen es ja unbewusst. Deswegen weigere ich mich immer, den meisten Frauen Red Pill nachzusagen oder es ihnen zuzugestehen, weil bei ihnen ist es ihre Natur. Das ist quasi... Red Pill für uns ist nur die Erkenntnis der weiblichen Natur. Ja, aber stell dir mal vor, wenn du eine Frau... Ja? Ich glaube schon, dass... Also ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich in dem Sinne die Red Pill begriffen haben. Aber die, die so erfolgreich sind, die wissen auf jeden Fall, wie es funktioniert und die machen das auf jeden Fall auch bewusst. Nur das Ding ist, die lügen sich halt dann selber an und sagen, ja, ich bin ja so erfolgreich, aber ich weiß ja gar nicht, wieso die Leute mögen mich halt einfach. Das ist so diese... Die lügen sich halt selbst an. Aber in dem Moment, wo sie es machen, wissen sie ganz genau, warum und wie sie es anstellen. Also du meinst, das ist keine Lüge, die beim Lügendetektortest nicht ausschlagen würde, sondern die lügen sich bewusst an. Nee, ich sag einfach nur das. Nee, bewusst nicht. Aber das ist so dieses... Wenn du es zugeben würdest, dass du weißt, wie der Hase läuft und dass du es aus dem Grund so und so machst, dann könntest du dich ja... Könnten sich die meisten nichts mehr selber im Spiegel angucken. Nee, ich glaube, dafür hat die Frau... Nee, dafür hat die Frau eine andere natürliche Erfindung von Mutter Natur bekommen. Und das nennt sich eine versteckte zweite Personalität. Das ist ja... Das ist... Das ist... Friday, wie ich hab geschrieben, erst rumhuren, dann rumopfern. Die glauben ja wirklich, dass sie Opfer sind. Dass sie selbst Pamela Anderson ihr ganzes Leben und ihr ganzes Reichtum nur aufgrund ihres Körpers erzielt hat. Die hat sich nicht nur bei Weinstein durchficken lassen, die hat sich durch ganz Hollywood durchgeackert. Ja, aber Weinstein ist ein perfektes Beispiel. Hier zum Beispiel, wie heißt sie so? Jennifer Lawrence, ist ja auch eine Augenweide, finde ich. Dass sie sich als Opfer sieht, weil sie die Rollen, die sie gekriegt hat, gekriegt hat, weil sie mit Harvey Weinstein Sex hatte. Das ist für mich kein Opfer. Sie ist bewusst mit diesem Mann ins Bett gegangen, den sie ekelhaft findet, um etwas zu bekommen. Warum hat sie dem Mann nicht Sex gegeben, ohne dass sie was haben will? Ja, oder warum? Besser gesagt, warum hat sie nicht den moralischen Weg genommen und hat dieses einfache Wort mit vier Buchstaben benutzt? Nein! Und im Englischen noch einfacher, sind so zwei Buchstaben. Aber... Was mich interessiert, ist es im Moment, in dem das passiert, eine bewusste Wahrnehmung und wird es erst danach, wenn sich die Umstände ändern... Alles, was nützlich ist, ist richtig. Ja, natürlich, aber wird es in dem Moment, ist es in dem Moment bewusste Heuchelei und erst danach, ja, in dem Moment, da warst ja du schuld. Ich habe dich ja gar nicht betrogen, wir waren ja getrennt an dem Tag. Du hast ja gesagt, ich kann machen, was ich will. Willst du die wissenschaftliche Erklärung dafür haben, wie dieser Moment funktioniert? Ja, eigentlich. Gerne, gerne, gerne. Also im Normalfall, ja, Frau ist ja darin orientiert, naja, alles zu bekommen, ihre Umgebung auszusaugen wie ein Staubsauger. Das ist ihre Natur, ganz einfach. Und in dem Moment, in dem sie das eben vorhat, da wird natürlich abgewegt, was sie dafür hergeben muss. Also ihr größter Wert ist ja durchaus die Sexualität. Und der Moment, wo dieser Zauberwald eintritt, deswegen habe ich am Anfang nochmal gesagt, hier die Scham, die Scham ist sehr mächtig dabei. Und es gibt ungefähr diese 100 Millisekunden. In dem Moment gibt es halt eine Entscheidung. Nämlich die Entscheidung, ja, habe ich das jetzt bewusst gemacht, habe ich das unbewusst gemacht? Frauen denken ja in Gefühlen. Also sagen wir mal, ein Input vom weiblichen Programm kommt rein, wenn sie nicht darin geschult ist, weil sie nicht immer wieder Reflexionstraining macht, kommt ihr das so vor, als ob das eine Realität wäre. Ein kleines Beispiel. Sie hat auf einmal den Gedanken, oh, ich habe ja die ganze Zeit keine Blumen mehr bekommen von meinem Partner. Die Realität kann zeigen, sie hat erst gestern welche bekommen, aber das ist dem weiblichen Programm scheißegal. Also dieser Input kommt rein und wenn sie reflektiert ist, dann merkt sie das und kann gegen diese 100 Millisekunden antreten. Wenn sie das nicht tut, wenn diese kurze Reflexionszeit vorbei ist, dann glaubt sie diesem Programm, diesem Impuls oder wenn sie eben etwas Fragwürdiges macht, dann wird das, was danach passiert, geglaubt. Der erste Input, der da reinkommt, entweder vom Programm oder wenn sie sozial intelligent sind, eben diese ganze Klorolle voll mit Ausreden, die ist ja auch verbaut teilweise, dann glauben sie diesen Scheiß. Und das bezüglich dem Lügendetektortest, wenn die das wirklich dann glauben, naja, dann wirst du mit einem Lügendetektortest auch nichts finden können, weil die sind davon überzeugt. Wenn man das später wieder in die Reflexion bringt, was Körperschmerzen verursacht, weil das Programm dagegen ankämpft, wenn sie in die Reflexion gehen, dann können sie das später neu bewerten. Aber dazu müssen sie in das Gefühl vor diesen 100 Millisekunden gehen. Also ganz kurz gesagt, ja, es gibt Momente, wo sie das bewusst machen und dann können sie es aber wiederum abspalten. Jetzt im Sinne von Komplimenten mache ich noch ganz kurz. Eine Frau ist ja darauf gepolt, dass sie immer Komplimente haben will, Außenvalidierung haben will. Aber das soll natürlich um ihrer Selbstwillen kommen. Wenn das nicht der Fall ist, kann es auch sein, wenn sie halt Mangel daran hat, Mangel an diesen Komplimenten, an dieser Bestätigung, dass sie jemanden dahingehend manipuliert. Das kann sie teilweise bewusst wahrnehmen, aber das Gefühl, was danach kommt, also die Bestätigung, also das Komplimente fischen, das fühlt sich hohl an. Das merken die auch. Und deswegen wollen sie über das reine Benzin haben. Oh ja. Meinst du das Kerosin? Ja, oder ein Netz Kerosin, je nachdem. Also es gibt, je nachdem, wie eine Frau reflektiert ist, kann sie es wahrnehmen. Viele Frauen wissen gar nicht, wie diese Sachen eben unbewusst passieren. Das kann man denen durchaus beibringen und erzählen. Oder erklären, sagen wir mal. Dann achten sie auch mehr darauf und dann gucken sie auch manchmal, okay, ich will ja das reine Benzin haben und nicht diese hohlen Komplimente. Die fühlen sich irgendwie scheiße an. Ich kriege dann zwar was von wegen gib, 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 Aber es fühlt sich hohl an. Es ist wie eine Verpackung mit Chips, wo die Hälfte davon aus Luft besteht. Das mag ich nicht so sehr. Also teilbewusst und bewusst, je nachdem, naja, wie hochtoxisch diese Person eben auch ist. Und wenn sie sich sehr bewusst darin ist, dann können sie das natürlich auch manipulativ anwenden. Das wissen die dann auch. Und wenn sie dabei erwischt werden, hast du meistens auch in der Mikromimik der Frau siehst du dann so ein leichtes, schamhaftes Grinsen und dann gehen sie ins Kindchen-Schema rein, in den kindlichen Anteil, der dann so ein bisschen kichert und dann so, ja Papa, beziehungsweise der Freund oder sonst wer, ja, ja, das war schon ein bisschen, ich hab vielleicht nur halb gelogen, ich hab dich vielleicht nur halb manipuliert, aber sie haben es trotzdem getan. Der Glitch in der Matrix, ja. Ich sehe einen kurzen Einwurf, der Doc musste ja weggehen, erstmal gute Nacht, der Doc ist leider schon weg. Aber dann sehe ich gerade den Viper direkt im Bett, das regt der Schichtwechsel für den Doc, immer nur rein. Ja. Ja, das heißt ja dann quasi, wir müssen, ich schnieße, ich will, ich bin gerade sehr begeistert davon, wie du das auf den Punkt gebracht hast, auch mit, jetzt, dieses Beispiel in den 100 Millisekunden ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber genau so funktioniert das. Ja, absolut, auch dass du dann, dass du nochmal zurückgehst zu diesem Gefühl, was das ausgelöst hat und das nochmal reflektierst, das ist genau das, was passiert und was aktiv passieren kann, wenn man sich darauf einlässt. Okay, ich will die Studie dazu. Es gibt, ich bin richtig begeistert gerade. Es gibt keine direkten, direkten Studien dabei, du kannst es halt aus der Neurologie Stück für Stück ableiten, aber auch in der Arbeit, die ich habe mit Frauen, da ist das wirklich dieser Fall, wenn du sie in die Reflektion bringst, wenn du ihn wirklich auf diesem Weg zeigst, hier du, da gibt es gewisse Emotionen, die sagen dir etwas, also es ist immer sehr bildlich dargestellt und den kannst du auf den Grund gehen, wie Männer oder Redpiller sagen das dann, es wird sich rückwärts rationalisiert, aber wenn du diese Rationalisierung unterbrichst und wirklich dann sagst, okay, hier, das war das weibliche Programm, das hat dir einen Input gegeben, weil du irgendwas aus deiner Umgebung heraushaben willst, aber schlussendlich, wenn du mal in deine Gefühlswelt gehst, das fühlt sich hohl an, das ist nicht so richtig. Also man kann das schon, also deswegen auch die Redpill-Frauen erklären, das geht zum gewissen Teil eben schon, wenn sie eine gewisse Reflektionsfläche haben, aber leider bei Frauen, da sie ihnen das Abstraktionsdenken in einem gewissen Maße fehlt, nur bis zu 50%, ist es schwierig, aber es ist möglich, aber eben meist auf Gefühlsebene mit ein bisschen Logik dabei und das merke ich immer wieder, ja? Wo ist der Unterschied zum männlichen Part? Warte mal kurz, bevor du das ausführst, ich glaube, der Admiral hatte mal ein Video gemacht, wo es genau darum ging, oder? Ja, die Übergriffe im Zauberwald, Genau, genau. Du kannst es ja auch verlinken, wie Informationsverarbeitung, wie hast du in der IT mit so einer Stack-Verarbeitung vergleicht? Die Informationsverarbeitung ist Reiz, Emotion und dann erst Logik bei der Frau, wenn du das mal als Abfolger haben willst. Bei Mann? Und bei Mann ist es Reiz, Logik und die Logik sagt dann, ja, okay, ich habe jetzt hier diesen Reiz, soll ich jetzt sauer sein oder traurig, kann dem stattgegeben werden in dieser Situation und dann wird dem stattgegeben. Bei der Frau, die kloppt eigentlich nur ihre momentanen Emotionen gerne raus. Bei einem ADHS oder bei einem ADS ist das noch extremer, dass die Emotionen, die gerade kommen, die werden einfach rausgekloppt, ohne sie irgendwie teilweise emotional oder logisch zu bewerten. Deswegen gibt es da sehr viel Wortsalat dabei. Also auf gut Deutsch, wir müssen es irgendwie schaffen, Frauen einen Chip einzupflanzen und den Virenkiller, den wir schon installiert haben, dann übertragen. Ja, das wäre die echte Gleichberechtigung hier. Du musst erstaunt sein, wenn du diese Schnittstelle überbrücken kannst, eben mit, ja, sag ich mal, Cyborg-Technologie, dann wäre das sogar möglich. Ich kann nur sagen, da ich ja ADHS-gestört bin, würde ich genau das Gegenteil. Du musst tatsächlich teilweise dann, sagen wir mal, die innere Stimme bewusst anschalten, um gegen halt die Emotionen anzukommen. Ja. Weil die Emotionen manchmal sehr, sehr stark ist. Ja. Und man sich dann zu verleiten lässt zu irgendwelchen Bullshit. Deswegen sind Menschen mit ADHS auch unglaublich suchtgefährdet. oder auch gefährdet, zum Beispiel auch zu gefährdetem Verhalten im Verkehr oder so. Ja. Und da muss ich dann tatsächlich immer, ich merke dann immer, dass ich mich zu gewissen Sachen nicht hin, nicht motivieren kann. Wenn ich aber dann bewusst eine Minute dauert, dass nur zurückgehe und die innere Stimme, also den inneren Monolog einschalte, dann ist die Motivation plötzlich wieder da, wie du das beschrieben hast mit dem die Logik und was aus der Logik folgt, wird dann Emotionen. Aber das muss ich auch bewusst anschalten. Es geht darum, genauso auch beim ADHS. Du musst sozusagen den Reiz, der auch von innen kommen kann oder eben von außen, ist jetzt wurscht, du musst dann zeitverzögernd arbeiten. Das heißt, zwischen der Reaktion und dem Reiz muss ein Zeitfenster sein, ganz wichtig bei ADHS-Leuten. Dieses Zeitfenster ist dann entscheidend, um auf die Situation adäquat zu reagieren. Genauso auch bei Frauen, die können das eigentlich übernehmen, dieses Training, wenn man so will. Ich kann direkt ein Live-Beispiel nennen, der Sven live, hat gerade gesagt, dass er sich verabschiedet. Also dann sage ich mal gute Nacht. Ja, gute Nacht. Und der Impuls, gute Nacht. Gute Nacht. Der Impuls, das Beispiel direkt zu bringen und eben auch gute Nacht zu wünschen, war noch, während du gesprochen hast. Da musste ich dann auch wirklich bewusst mich dazu zwingen, dir jetzt nicht ins Wort zu fallen. Nutzend dazu ist eben wirklich Wahrnehmung in die Wahrnehmung gehen und Wahrnehmung ist halt für Männer dann doch ein bisschen leichter, weil wir ja die kognitive Empathie haben, die können wir uns auch für uns verwenden. Bei Frauen ist Wahrnehmung zwar eigentlich weiter gefächerter, sie sind ja auch ganzheitliche Wesen, sage ich jetzt mal, sie können den Mann auch ganzheitlich wahrnehmen, wäre da nicht der Solipsismus, etc., etc., aber das geht jetzt ein bisschen weit. Aber jetzt, wenn wir schon mal beim Thema sind, ich meine, die Tussi im Hintergrund hat ja sowieso nichts gebracht. Ich meine nicht die Schnieser. Ja, aber es wird auch spannend bei der Rothalgen-Dame. Nein, aber glaubst du, ich habe ja vom echten Feminismus eingetragen, das war ein Zeichen gesprochen, glaubst du, dass das möglich ist? Dass tatsächlich, wenn, sagen wir mal, eine Frauenbewegung tatsächlich wäre, die sich nicht aufs, der Feminismus richtet sich ja komplett nach außen aktuell, so nach dem Motto gib, 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 gib und halt das Maul. Wenn jetzt der Feminismus sich nach innen richten würde, dass die Frau tatsächlich dem Mann versucht, ja ähnlicher zu sein und in die Logik zu gehen, glaubst du, dass das möglich ist oder nur bei einzelnen Frauen? Die Sache ist ja, sie larbt den Mann ja sowieso, wie der Paul dann sagen würde. Also sie imitiert ja sein Verhalten, aber in der Extreme. Aber nur oberflächlich. Aber nur oberflächlich. Aber auch teilweise emotional auch, auch intellektuell, je nachdem, wie weit es ihr möglich ist. Du musst immer bedenken, wenn einer, also in der idealen Welt, würde ich jetzt mal sagen, wenn man den Menschen wirklich auch in der Schule bestimmte Sachen beibringt, okay, so arbeitet eure Psyche, so arbeitet euer Körper, auch bei Frauen, also das wirklich simultan, männlich, weiblich, das denen dann beibringt, wie es in älteren Kulturen war. Das ist ja keine Frage des Wissens. Ich nehme als Beispiel immer, übergewichtige Menschen wissen ja meistens mehr über Ernährung als der Durchschnittsmensch. Das hilft ihnen aber überhaupt nichts, das Gewicht zu regulieren. Also reines Wissen, was vermittelt wird, funktioniert ja nicht. Es muss ja wirklich dann so eine Art Bewegung wirklich sein, wenn man jetzt, die tatsächlich auch so ein Training anbietet oder so eine Philosophie praktisch hat, um gegen den inneren Zauberwald zu kämpfen, der sich permanent versucht, selbst aufzuforsten. das ist korrekt, aber du kannst Menschen so viel sagen, wie du willst. Da müsste ich jetzt beinahe schon in die Arbeit mit den Projekten wieder reingehen. Gerade bei Leuten, die eigentlich wissen, okay, das ist eigentlich schädlich für mich. Also gerade bei fetten Leuten, die immer mehr in sich reinstopfen, warum machen sie das denn eigentlich? Obwohl sie es wissen, es hat einen tieferen Grund, warum das passiert. Ist jetzt erstmal wurscht, wieso, weshalb, warum. Das Wissen über Mikro- und Makronährstoff und Kalorien, bringt dich nicht weiter. Denn die meisten Übergewichtigen wissen davon mehr als, sagen wir mal, natürlich nicht. Du brauchst erstmal in dir selbst eine Einsicht. Also man würde sagen, du hast zum Beispiel jetzt traumatische Menschen, aber auch Leute ohne Traumata, die haben ja einen emotionalen Teil und einen Teil in sich, der teilweise eher dem Logischen zugeordnet ist. und wenn diese beiden Teile nicht zusammenarbeiten, dann kommt eben was dazu, du hast nur das Wissen, aber die Emotion sozusagen, das umzusetzen, auch das innere Feuer, auch die Leidenschaft zu haben, für sich etwas zu tun, wenn das fehlt, wenn sich das in der Höhle zurückzieht, in einem Selbst, dann bringt dir das Wissen halt um etwas nicht wirklich viel. Du brauchst ja auch die Motivation zu tun, die auch emotionale Motivation dabei. Und wir haben gerade das genaue Gegenteil eigentlich gesellschaftlich, feels before reals statt feels before feels. Die Frauen kriegen ja praktisch alles hinterhergeschmissen. Es gibt keinen emotionären Grund, sich weiterzuentwickeln. Exakt. Oder wie es ein Japaner aber so schön gesagt hat, der Grund, warum so wenig Japaner fett sind, ist, weil du auf der Straße beleidigt wirst, wenn du fett bist. Außer du bist humorig. Das ist aber eine sehr gute emotionale Motivation. Beschimmungstaktik kommt ja noch in dem Video hier auch. Stell dir mal vor, du gehst in München auf den Marienplatz und bist fett und die ersten 20 Leute, die entgegenkommen, sagen, fett ist da unheimab. Ja, funktioniert. Das ist ein wild fremd, die kennen dich nicht, weißt du, die sehen dich einfach nur und spucken vor deine Füße. Was das mit deinem Selbstwert macht, ist eine andere Sache, aber dass du fett bist, zeigt ja sowieso, dass du nicht viel von dir hältst, also wenn es nicht kratzt. Würde ich so nicht unbedingt sagen, weil du stopfst das halt nicht in dich rein, einfach so Gedanken, sondern weil das halt, wie soll ich sagen, ein Ersatz ist. Versucht damit einen Dopaminstoß zu kriegen, den man auf andere Weise nicht kriegt. Deswegen auch als ADHS, ich darf keinen Zuck, wenn ich eine Tafel Schokolade jetzt brennen bei mir die Sicherungen durch oben. Ja. Dann werde ich richtig unerträglich, noch unerträglicher. Die Leute fangen an zu revoltieren. Wir müssen weitermachen. Das Matriarchat. Wir machen mal dann den Start Bewegung echter Feminismus. Das überleben die Frauen nicht. Ich glaube, ich habe keine Lust, sie schreibt nichts. Sie hat ja auch nichts. Ja. Und? Hier in diesem Chat kommt sie mit der Doppelmoral nicht durch. Die bricht sich die Nase so der Matriarchat. Da ist mir alles scheißegal. Ich habe absolut null Respekt. Absolut null Respekt. Das mit dem Argument zu kommen allein schon ist echt lächerlich. Okay. So krass. Da merkt man, wie geistig... Oh, schau dir den Blick an. Die ganze Diskussion ist... Nein, wie gesagt, die verdienen alles, was auf sie zukommt. in der Zukunft. Ich werde lachen. Naja. Das ist so, ich werde null Mitleid haben. Wenn dann die Leute im Fernsehen kommen, wenn es das öffentlich-rechtliche da noch gibt, vorausgesetzt so, wie kann sowas passieren? Wie können diese bösen Männer sowas noch machen? Ich werde dann da sitzen und werde sagen, habt ihr die letzten 20 Jahre irgendwas gelernt? Ist euch irgendwas aufgefallen? Wenn man... Achso, die haben nicht... Natürlich haben die nicht ihr Gesicht gezeigt. Bist du wahnsinnig. Ja, warum wohl nicht? Deswegen darf sofort nur noch der Christian von uns reden. Klappe halten alle anderen. Warum wohl nicht? Guck mal, das Erste, was die in dem ganzen Chat geredet haben, war, wo können wir die canceln? Wo sind die? Wir wollen die canceln. Genau, das ist überhaupt... Das ist komplett... Ich meine, kennt ihr das, wenn ihr vielleicht euer Spielzeug hattet früher mit Magneten, wenn ihr die Magneten umdreht, sodass die gegenseitig gepolt sind und du versuchst dann die umgekehrten gepolten zueinander zu bringen, es geht immer auseinander automatisch. Und so sind sie zur Sachebene. Die können nicht auf die Sachebene drauf. Es ist nur gucken, auf die Sachebene wird eine schwarze Folie geklebt und dann wird drum herum geguckt. Wo können wir sie canceln? Die zeigen ihr Gesicht. Ich würde ihr... Verdammter Krischhahn! Wenn der Krischhahn nicht wer wäre, könnten wir alle mehr ankreiden hier. Ich würde dir jetzt sogar ein paar unwichtige Pluspunkte geben, wenn sie noch gesagt hätte, so wie jeder männliche Streamer schon im Vorrein den Disclaimer reinwirft, nee, nee, wir wollen hier niemanden canceln und geht bitte nicht rüber zu denen und macht nix, weißt du? Nee, nee, sie hat eine Vagina. Sie darf alles, weißt du? Ist kein Problem. Es gibt männliche Twitch-Streamer, die werden gebannt für ihren Chat, wenn denn der Chat sowas macht. Äh, ja. Ja, hören wir lieber auf Doppelstandards Deluxe und machen weiter. Irgendwann so. Ich baue Colosseen. Die würden doch... Die saßen da in ihrem Discord. Was man gesehen hat, war ein Bild von vier Frauen irgendwie, so ein Stock-Footage-Bild, die auf ihr Handy geguckt haben. Der Titel war Frauen und Dating oder so. oder in der heutigen Zeit. Ja, weil unser Hintergrundbild geleckt hat. Und dann saßen die da und haben sich gegenseitig ihr Ego bestärkt. Oh ja, meine Ego. Und dargestellt, wie furchtbar Frauen sind. Und das Frauen irgendwie Männer nur ausnutzen und, 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 und. Es war einfach, äh... Es war einfach irgendwie sehr traurig. Ich sehe immer so nah ans Mikro rangeht, wenn sie ausatmet. Wie ein Reflex, weißt du? Ich habe noch ein paar Mitschnitte ausgedacht. Der Chat war ja auch super strange. Also die haben das alles irgendwie geklaut. Ja, siehst du das? Die haben das alles geklaut. Aber ich wollte auch Pause machen. Das haben ja alle irgendwie geklaut. Wie kann die existieren, diese Frau? Das ist ja gerade, wo der Wein ja auch darüber gesprochen hat. Nur im bösen Patriarchat funktioniert das. Ich meine das mal wirklich rein praktisch. Wie kann ein Mensch existieren? Ja, sie kann nur existieren, weil ihr Freund sie schminkt. Ah, Spaß beiseite. Ja, wie kann sie existieren? Sie wird ja später auch noch sagen, von ihren Zwängen und Sauberkeit und ihrer Mutter, wo ich denken könnte, sie ist vielleicht ein bisschen übergriffig gewesen. Ja, wie kann sie existieren? Ja, ich glaube, Nicolo, du weißt die Antwort darauf. Nein, aber wie kann die... Guck da rein. Nein, wie die den Alter... Wenn du komplett nur in Emotionen bist, bist du ja ein Tier im Großen und Ganzen. Ja, ja. Wo ist der Unterschied zu einem Hund? Gut. Hey, 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 hey. Wir beleidigen hier keine Hunde in dem Spiel, gell? Nein, das ist das Hunde haben auch Rechte, hallo. Ja, ich wollte gerade sagen. Und Hunde sind treu. Das ist ein sehr ein sehr böser Gedanke, aber du kannst ihn ruhig weiterspinnen, weil es passiert wirklich, wenn du jetzt die Frau mit ihrer Instinktebene, sie hat ja eigentlich ein duales Gehirn, also wenn es darum geht, dass sie entsprechend auswählt, ist sie ultrarational. Der Superrechner, der nimmt sich einfach nur das Beste fertig aus, komplett, sagen wir mal, gewissenlos, wird dann einfach nur ausgerechnet. Aber ansonsten, ja, ist sie ja meistens in der Emotionsebene und ja, also wenn man das weiterspinnt, dann ist es wirklich so, ist sie sehr triebgesteuert. Sie ist eigentlich ein, naja, Tier? Vor allen Dingen, sie spricht hier überhaupt nicht, dass ich das ja permanent auf die Sachebene wird ja komplett ignoriert. Ja, ja, darum geht es ja auch nicht. Das fühlt sich halt schlecht an. Ja, aber das ist immer wieder das gleiche, ja, wie viele Frauen oder andere Coaching ein Typ wieder zuhören, landen immer auf der emotionalen Ebene. Ich habe was, ich habe was für Küche. Ich hatte ja früher auch einen Hund und alles. Mein Hund reagiert genauso wie diese Frau. Ja, aber der Hund existiert ja auch. Nur Emotionen. Ja, und der Hund ist treu. Die Hunde kommen ja in freier Wildbahn auch durchs Leben irgendwie. Ja. Ja, ich habe eine Discord nur für dich. Oh, ein PNG? Äh, ich bin gerade die Frage, wie kann die existieren? Die genauere, die eigentlich interessantere Frage wäre, wie kann die Frau oder wie können die Frauen in dieser Gesellschaft existieren? Das ist ja eigentlich eine Frage, weil du musst ja, du musst ja Sachen machen, die gewisse äh, rationale Entscheidungen von dir erfordern. Zum Beispiel aufzustehen, in, in Edeka zu gehen oder in Rewe zu gehen. Äh, ich weiß nicht, die Verpackungsbeilage zu lesen, zu gucken, dass man genug Geld dabei hat. Äh, er hat genau das meine ich. Also, dass Klopapier da ist im Haus und, dass man nicht vergisst, sich anzuziehen morgens, bevor man rausgeht. Äh, genau. Äh, nee, sorry, Edeka ist für mich gestorben, seitdem die diese Bewerbung gegen Männer gemacht haben. Ja, Ja, aber da kannst du ja nirgends um mehr einkaufen gehen. Ja, ist auch so. Hier geht's alles, nur kein Edeka. Ist ja scheißegal, darum geht's ja nicht. Ich, 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 ich finde den Gedankengang interessant, weil... Du musst ja deinen Tag strukturieren. Genau. Du stehst morgens auf. Du stehst morgens als Mann. Dieses System erfordert eine gewisse Struktur, damit du darin bestehen kannst. Die Struktur ist eiskalt. Wenn die Überlebensnotwendigkeit kommt, äh, wird's vom, äh... Dann zwingt die Emotion, die in die Logik, oder? Ja, genau. Dann geht's nämlich sofort auf Logik und das Politbüro, ist psychopathisch, eiskalt. Das sieht sofort in die Zahl aus und muss das Überleben sichern. Muss das Überleben sichern. Da geht's, da geht die Instinkt-Überlebensebene an und da muss, da muss gesichert werden. Das ist... Ich hab heute, ich bin heute ein, ein, eine Grube Tiefe in den Kaninchenbau noch mal rein, was das Verständnis... Weil ich tue mir sehr schwer, ich tue mir sehr schwer, äh, auch das, was Wallen ja vorhin gesagt hat, äh, Wir können gerne mit dir zusammen mal in den Kaninchenbau gehen. Da wirst du Dinge sehen. Es ist einfach megaschwer... Metapher oder echt? Vincent meint das real. Jetzt lass mal lasst Tocchini ja aus dem Spiel. Nein, das real, ja. Lass Tocchini ja hier aus dem Spiel. Na, das ist krass. Oh. Wenn Vincent in den Bau gehen, das ist gefährlich, glaub mir. Nein, aber es ist, es ist extrem schwer. Ich meine, wir sehen das alle, was draußen ist, das ist, das ist einfach. Das ein, zu sehen, dass es so ist, ist einfach. Aber das, diesen Prozess dahinter, äh, ungefähr, hab ich das auch schon gewusst, so, dieses, dass eine Frau auch beim Lügendetektortest äh, bestehen würde, obwohl sie bewusst, also obwohl sie lügt, ja, obwohl es offensichtlich eine Lüge ist. Sie weiß, dass sie lügt und sie glaubt ihre eigenen Lügen trotzdem. Und erst bei diesem Video, was, was vorhin erwähnt war, Übergriff im Zauber, weil das war ja so ein Beispiel mit Vergewaltigung, ähm, wo sie dann auch erst, äh, sie hat gesagt, ja, das, das war im Nachhinein dann rationalisiert als der falsche Mann, dann, oh, der war übergriffig. Dann hat der das bekannt gemacht, dann war der Ruf gefährdet, dann hat sie ihn angezeigt, dann hat die Polizei ihr gesagt, äh, das sieht nicht so aus, wir haben das Material, das sieht nicht so aus, hat sie immer noch nicht abgestritten und erst als sie die Kameraaufnahme gesehen hat, hat sie dann die Meinung geändert und hat gerade das zurückgezogen. Das war auch ein Gierentwick. Ich würde, ich würde dabei gerne noch einen draufsetzen, äh, du kannst ja feststellen, ob jemand, ähm, ja, nicht nur lügt, sondern emotional etwas, äh, naja, aufgebraust ist, dass sich etwas in seinem Körper und seiner Emotionswelt tut. Das kannst du daran feststellen, dass die, äh, nicht nur die Körperspannung, sondern auch das elektrische Feld auf der Haut sich verändert, Schweißbildung etc., kommt vieles zusammen. Das Interessante ist, ähm, wenn es denn so ist, dass die Frau diese Lüge glaubt, wirklich davon überzeugt ist, es lässt sich nichts feststellen, da kommt einfach nichts bei der Frau, wenn man sagen könnte, okay, es gibt überhaupt keine Körperreaktion, gar nichts. Ja, aber gut, das macht ja Sinn, das macht ja Sinn. Das ist ja bei allen Menschen so, die, die davon ausgehen, dass sie die Wahrheit sagen, die wirklich davon überzeugt sind. Das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Was Außergewöhnliches ist, ist das, was du vorhin gesagt hast. Das finde ich viel interessanter. Und jetzt, was mich dabei auch interessiert ist, weil da draußen verhalten sich so viele Männer wie Frauen. Und das, wie du das vorhin erklärt hast, sieht es für mich so aus, als wäre das ein, 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 so wie du das erklärt hast, war das ein Prozess des weiblichen Gehirns, also quasi ein genetisches, biologisches Fundament, eine Hardware-Sache. Ja, ja. Wie können dann so viele Männer sich wie Frauen verhalten da draußen? Weil sie sich antrainieren. Ja, aber stopp, ist es jetzt eine genetische Sache oder nicht? Weil das, wie du das vorhin erklärt hast, kam das für mich so rüber, als wäre das ein hardcodedes Element in den Genen quasi. Das kann man damit erklären. Ich meine, Männlein wie Weiblein hat ja weiße Masse, graue Masse. Die Weiber, die haben ja entsprechend mehr weiße Masse, die haben viel, viel mehr psychische Kapazität, um dieses ganze Konstrukt des Zauberwaldes am Leben zu erhalten. Beim Mann ist das weniger. Wir haben ja die Rechenpower hinten dran. Aber natürlich haben wir durchaus auch die Fähigkeit, sozusagen wie ein Hirnparasit, wenn wir denn weiblich konditioniert sind, diese Fähigkeiten, ja, wie bei der Frau, die den Mann larbt, können wir auch das weibliche larpen. Deswegen habe ich auch gesagt, wir haben ja auch einen, ja, eine Anima, also einen weiblichen Anteil spirituell gesehen, in uns und andersrum bei der Frau auch. Das ist dann der Animus. Aber auch rein biologisch ist ja etwas vorhanden. Wir haben nicht so viel wie die Frau, aber es ist trotzdem vorhanden. Wir waren ja ursprünglich rein biologisch, wenn du zurück bist, bis zur ersten Zelle mal ein Geschlecht. Ja, am Anfang, am Anfang war jeder Mann mal eine Frau gewesen, was sich dann umstrukturiert. Genau. Hatten wir das nicht rausgefunden, dass selbst beim Spermium schon entschieden wird, ob es Männchen oder Weibchen ist? Ja, da gibt es eine Studie irgendwo. Es gibt männlich-weibliche Spermium. Spermium mit Y-Chromosom und Spermium mit Y-Chromosom. Aber es gibt trotzdem so einen Prototypen, an der dann umgewandelt wird im Mutterleib. Ich meine, deswegen haben Männer Brustwarzen, die völlig sinnlos sind. Der Punkt ist, ich glaube, dass männliche und weibliche Elemente sowohl in einem genetischen Mann und genetischer Frau vorhanden sind. Du hast beides vorhanden. Weil du kannst es ja nicht einfach, die Evolution trennt es ja nicht einfach, sondern das ist irgendwann eine Mutation gewesen, das zweite Geschlecht quasi. Das ist ja irgendwann, weiß ich nicht, über Evolution ist es ja irgendwann mal entstanden. Es spielt ja keine Rolle, es ist ewig her. Aber der Punkt ist, der Punkt ist, dann ist es, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, quasi so ein Ansprechen von hormoneller Steuerung. Und wenn du dann eher, also vielleicht in der Prägungsphase oder so, wenn du keinen Vater hast oder so, dich zu einem weiblichen Mann entwickelst, dann hast du quasi eher diese weiblichen Züge und verhältst dich quasi eher so wie eine Frau. Obwohl es aber, obwohl deine Grundprogrammierung eigentlich hardcoded eher logisch ist. Deswegen ist meine Theorie auch, das ist meine Theorie auch, warum diese männlichen Feministinnen so aggressiv und so passiv-aggressiv gewalttätig sind mit der Zeit. Ich wollte es gerade sagen. Weil sie gegen ihre Ursprungsprogrammierung verstoßen und sich einfach selbst hassen innerlich. Und deswegen wird aus dem weiblichen Mann am Ende ja ein Sissi, wie war das? Ein Sissi-Porn-Liebhaber, der sich als Frau verkleidet und Transformer macht und sich dann von den großen Schwängeln beglücken lässt. Und sich erniedrigen lässt. Da haben wir ein tolles Video gesehen. Kein Mann nicht im Mix. Moment mal. Kein, den hat der Admiral angeschleppt. Okay. Was er Ali Tackley gerade sagte, da stimmt genau, das ist, hier in der Runde in dem Mix. Ich kenne so viele Männer jetzt über die Jahre, die ich in die Livestreams hatte und alles. Keiner von denen würde ich einschätzen, dass der irgendwann mal übergriffig wird. Also wirklich, na wie du das beschrieben hast mit den Sims. Achso ja. Wie sind die defekten Frauen eher? Die meisten selber. Mal klar, ein paar Leute, bei denen oben was nicht stimmt im Kopf, das meine ich gar nicht böse, bei mir steht auch oben was nicht im Kopf, gibt es immer. Aber die meisten würden sich auf den Bullshit nicht einlassen, aber wenn du diese männlichen Feministen siehst, die wirklich gegen ihre Instinkte sind, besonders was jetzt hier diese offenen Beziehungen und so weiter angeht, wo wirklich die männliche Psychologie schreit. Nein! Weil es ja Maid-Guarding gibt, was uns in Männern-Intus ist. Schaut euch einfach das Video von ihr an mit ihrem Schminkfreund und dann sagt mir, dass der Kerl nicht kurz vorm Überkochen ist. Ja, deswegen, wenn du auch siehst, zum Beispiel YouTuber, die übergriffig geworden sind, es sind immer die von der feministischen Seite. Ja. Was man noch sagen müsste, wäre das Testosteron, das ja auf 50% gefallen ist in den 50 Jahren. Das Testosteron hat die Funktion, dass es die Empathie dämpft und die Gefühlsebene dämpft beim Mann. Also das macht sozusagen das logische Denken einfacher. Also drückt dich das mehr in die Emotionen, wenn du weniger Testo hast. Also auf jeden Fall unter dieses Video bitte mal den Link von dem Video vom Admiral. Das gucken wir am Ende noch, keine Sorge. Und ich habe es auch schon im Chat gepostet gehabt. Achso, Gaffalo, ich habe sie schon geschickt gehabt. Und wenn Valnia, wenn du dazu irgendwas hast zu diesem Phänomen, das würde mich einfach mal interessieren, ob du irgendeinen Link hast zu einer Studie oder irgendwas. Was meinst du jetzt? Das würde mich einfach zum Testosteron machen. Wir machen Fernforschung. Wir sind hier die Speerspinze der Geschicht der Forschung. Ja, da können wir auch mal einen Livestream oder ein Gespräch machen. Das finde ich wirklich ganz interessant, da die Forschung reinzubringen. Ja, ich sage, macht ja keiner die Forschung. Ist ja verboten. Ist ja verbotenes Wissen. Wir machen... Richtig. Wir müssen uns quasi über anekdotische Evidenz da irgendwie ranhangeln. Ich finde auch die Studien von Pew Research nicht mehr zu den Single-Müttern. Finde ich nicht mehr. Das ist auch so was, was mich... Nein, das ist... Ich habe echt Artikel raussuchen müssen für den Admiral für heute oder für andere Zeit, weil ich habe die Studien nicht mehr gefunden. Aber das ist auch eine Art und Weise, der Wahrheit umzugehen, wenn etwas Memory holt wird, also eben im Gedankenloch versinkt, dann weißt du, dass was dran ist. Das ist wie mit den Anschlägen auf den Nord Stream 2. Wo die Amerikaner... Da gab es einen Anschlag? Was? Ganz genau. Hat keiner mehr drüber... Russland hat ja seine eigenen Pipelines in die Luft gejagt, damit die Deutschen nicht in Versuchung kommen im Winter. Vor allem in unserem Hoheitsgebiet. Die mussten extra so weit runter schiffern. Ja, der Putin hat ja so viel Einflussnahme auf die USA, dass er den beiden sogar umprogrammiert hat, dass er sogar sagt im TV, dass der beiden sagt, dass er weiß, die Nord Stream Pipeline zu verhindern. Deswegen muss der Russe dahinter stecken. Wir brauchen nicht weiter darüber reden. Machen wir das fast nicht auf. Nein, aber mir geht es ja nicht um darum, jetzt im spezifischen hatte ich ja schon drüber gesprochen, in anderen Streams. Aber wenn etwas absolut totgeschwiegen wird, dann weißt du, das, da ist was dran. Wie mit den Single, wenn du die vergleichst. Du meinst für die Übersterblichkeit. Übersterblichkeit gab es schon immer. Es sind immer schon, immer, es sind schon immer 30, was war das? Das ist das eine Rentenkasse nicht. Stopp, stopp, stopp. Es sind schon immer 30 Prozent mehr Menschen gestorben als im Jahr davor. Das war schon immer so. Und nein, Logik ist nicht zu, in meinem Zauberwald gibt es keine Logik. Also du meinst, dass die Übersterblichkeit wie zu Kriegszeiten, wie im Zweiten Weltkrieg ist normal. Stimmt, jetzt wo du es sagst, jetzt fällt es mir auf. Und schon Jahre dürfte ich nachher einen Impfstatus fragen. Es gibt keine Übersterblichkeit, es sind einfach mehr Menschen gestorben. Im Zweiten Weltkrieg gab es ja die Bombenimpfung, die war ja hier auch durchschlagend gewesen. Entschuldigung. Du meinst den Doppelwumms? Den sogenannten Blockbuster, ja. Machen wir ein Video weiter, komm, sonst wird das, das ist so. Sonst sehe ich den Chat schon wieder revoltieren. Glaubt? Es ist, ja, was willst du machen? Ja. Geldsklaven. Oh, Mann. Was, was? Anonymus heißt Gifte, das ist so viel Geldsklaven. Damit man so traurig und verbittert wird. Es ist halt echt schade, es gibt ja auch ein paar Männer hasse Frauen, die wahrscheinlich so oder so ähnlich auch reden oder denken. Aber ich glaube, die würden sich das nie trauen, öffentlich zu sagen. Sie würden das nicht trauen, öffentlich zu sagen? War nicht ganz am Anfang des Streams jemand, der gespendet hat und gesagt hat, ich hasse Männer? Ja. Das ist, vor allen Dingen, dass sie projiziert dieses Verbitterung und alles. Genau, diese Angst, was auszusprechen. Was für sie, sie würde sich das nie trauen, irgendwas auszusprechen. Sie grinst dann lieber, blöde. Ich habe im Discord das Foto mal reingestellt von ihrem Money-Shot aus ihrem Stream mit ihrem Schmink-Sklaven. Da hat sie so einen Money-Shot gegeben, damit die Leute mal schön ihre Kurven sehen können. Weil mir einer erzählt, dass jemand so aus dem Regal was rausholt, was nicht viel wiegt. Wie gesagt, es ist... Was ist das, ihr Freund oder ist sie das? Nein, das ist sie. Das ist sie. Das ist deine süße Kleine. So viele Kurven sehe ich da nicht, zu denen ich mich hingezogen fühle. Das war auch Sarkasmus. Ja, ich bin schon wieder zu nüchtern für Sarkasmus. Okay, weiter. Die sieht obenrum so Greta-Style aus, haltet die für... Weißt du, wir machen hier nur ein paar Witze, aber du gehst mal immer zu weit. Ich hasse diese Projektion mit äh, sie sind verbittert. So viel haben sie dann wenigstens. Gutes Argument. Vielen lieben Dank, anonymer Simp, dass du meinem Geldsklaven... Mach diesen Ovu aus, Alter. Das Feuchttuch. Das Feuchttuch. Der Geldsklave und das Feuchttuch. Das ist bestimmt zum Händesauber machen, das Feuchttuch. Das wissen wir alle. Komm. Und ich hab nur den Stocks Master, der hier spendet. Guck, den Alert. Da nämlich, da sieht man's. Alter, das sieht man ja auch. Deswegen, ihr habt's gerade gesehen, aber das, was ihr gesehen habt, das zählt nicht als Argument. Ja, ja. Das ist so, aber das zählt nicht. Das ist so geil, der Spagat. Das ist kein Spagat mehr. Da treffen sich die Füße über am Kopf. Glauben sie nicht ihren lügenden Augen? Mhm. Das Feuchttuch. Nein, aber das Lustige ist, ich bin auf etwas Ähnliches gestoßen, weil ich hatte mal eine Idee, jetzt hier zu den Twitter-Falls mal ein Video zu machen, habe ich aber schon wieder zerschlagen. Hat auch die Tagesschau darüber berichtet, über diese Twitter-Falls, wo dann eindeutig bewiesen wurde, dass amerikanische Regierungen in Twitter eingreifen, um glückliche Narrative zu manipulieren. Und die haben das einfach so dargestellt, ja, Elon Musk bedient damit die Alt-Right und die Trumpisten, aber die haben an keiner Stelle gesagt, wo ist jetzt Unrecht? Also, wo die Twitter-Falls Unrecht haben? Musst du mal überlegen, dass FBI und das CIA und Home Defense hatten einen eigenen Zugang, ein Portal zu Twitter? Die mussten nicht mal E-Mails schicken, die konnten sich da einloggen. Das ist fast Service. Teilweise haben die da gearbeitet für die. Die brauchten sich nicht einloggen, die waren vor Ort. Ja, die wenigen Leute, die nicht im Homeoffice gearbeitet haben. Ja, ich sag ja, du musst ja die mit dem Homeoffice mit einrechnen. Oh, die Scheiße. Nein, aber dieses überhaupt nicht darauf eingehen, dass die Twitter-Falls Fakten sind und was das bedeutet, sondern einfach nur, die Twitter-Falls, ja, das sind zwar Fakten, aber das stellt die Bösen in gutes Licht, also ist es böse, die Fakten zu benennen. Das ist reiner Zauberwahl. Das ist das, was hier die einfach so Gieren verballert, äh, Nina, macht. Gar nichts. Das Standbild, was wir gerade haben, wäre perfekt, wenn in so einer Halbkreisschrift über einem Kopf privilegiert stehen würde. Weißt du, das wäre gerade perfekt als Poster. Und um das Nivea ein bisschen zu senken, ich glaube, die Frau hat noch nie jemandem einen Blowjob gegeben, denn dazu müsste die die Zehner auseinanderkriegen. Oder es gibt, oder es gibt jetzt, ich weiß nicht. Oder es gibt jetzt einige Männer mit geschildeten Penissen. Das kann natürlich auch sein. Ich sag, ich sag nur, ey. Obwohl, die Backen können auch einiges leisten. Oder, oder, oder der Mikropenis dazwischen die Zähne durchpasst. Weißt du? Komm weiter, Kopfkino, Kopfkino. Du wolltest mich hier drin haben, jetzt beschwere dich nicht. Mikropenis statt Zahnseite eben. Die neue Bewegung. Ja, aber der spült aber auch gleichzeitig, wenn du dich anstrengst. Ja, Da dauert ein paar Sekunden, aber da kommt man mal länger als vier Sekunden schauen, bitte. Ihr möchtet jemand vom Mikropenis Thema ablenken. Ihr knackt gerade den Checkpoint. Schwierig, das auf Erfahrungen mit Frauen zurückzuführen. Wo man damit wieder den Frauen die Schuld gibt, dass sie so geworden sind. Ich denke, es ist schon Erfahrung mit Frauen, wahrscheinlich auch negativ. Oh, wir sind keine Inzels mehr. Habt ihr das gehört? Und ich glaube auch nicht, dass Oskar das sagen möchte. Ich denke einfach, es ist der Um... Die Frauen sind nicht schuld, aber sie sind schuld. Hast du gerade gemerkt, wie der schließt das Spagat. Ja, die können schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht haben, die Inzels natürlich. Aber Frauen können nicht schuld sein. Es ist, es ist Gold. Es ist einfach so. Ich kriege echt einen Knoten im Gehirn. Das ist unglaublich eigentlich. Aber gut, machen wir weiter. Einfach ist es der Umgang mit Erfahrungen. Ah. Also, wenn du mit Erfahrungen umgehst. Ich brauche ein bisschen Therapeuten. Beziehungen gehen zu Ende. Irgendwann hört mal einer auf, dich zu lieben. Das passiert. Das ist das Risiko. Oh, die Geräusche, ey. Ich dreh gleich durch, Alter. Liebe ist ja kein Vertrag, der in eine bestimmte Zeit geht oder für immer. Du kannst dich immer in jemand anders verlieben. Du kannst immer jemand anders finden. Du kannst dich entlieben. Ja, Hypergamie. Das sind Sachen, die können passieren und da ist keiner dran schuld. Aber wenn du unbedingt möchtest, dass dein Gegenüber schuld ist, damit du dein Ego beschützen kannst. Macht sie das nicht gerade? Aber soziale. Ja. Macht sie das nicht seit Anfang hier? Das Gegenüber beschuldigen, damit sie ihr eigenes Ego aufrechterhalten kann? Ist sie nicht in dein Shit reingekommen und hat dich als Insel bezeichnet? Dich abgewertet aufgrund deines angeblichen mangelnden vaginalen Zugriffs? Ja, aber du vergisst da eine Tatsache mit dem, dass sie das jetzt gerade macht, massiert sie gerade die Rücken ihrer Sims. Verstehst du? Das ist so. Wenn ich so viele Uwus kriegen würde, würde ich das auch machen. Ich habe hier nur den Stockmaster. Wenn ich so viele Uwus hätte, wie der Stockmaster hier postet, Uwu, Uwu. Boah, ich hätte eine heiße 18-Jährige Tussi mit langen, roten Haaren und dicken Möpsen sein sollen. Leute, glaubt ihr, die wird auf unseren Stream reagieren? Ja, und wir werden dann nächste Woche auf ihre Reaktion, auf unsere Reaktion, ihrer Reaktion reagieren. Das heißt, wir machen ein richtiges Beef auf, oder wie? Ja. Das geht so lang, bis wir in einer Soap zusammen auf RTL 2 sind. Ich tippe eher darauf, dass die eine ist, die Leute schickt, um das Video zu flecken. Was glaubst du, warum der Admiral darauf bestand, dass das auf meinem Kanal stattfindet? Von wegen Krischan hier als Kanalsprenger. Der Admiral hat den Masterplan. Ja, erstmal die Konkurrenz aus dem Weg schaffen. Verdammt, ey. Ey, jetzt warst du mit dem Rücken, willst du, das fäng ich echt gemein, ey. Erst wird der Rage-Krisch angenommen, jetzt der Kanalsprenger. Krischan bleibt gar nichts. Ich hab keine Feministin detected. Irgendwie haben die das nicht mitbekommen, meine Ankündigung. Das ist doch gut. Play. Harald Haller schreibt, die Alte ist eine Beschneidungsautomaten, schlechter KI. Das ist der geilste Kommentar. Boah, Alter. Das ist... Äh... Alter. Ach ja. Dann bin ich aber auch dafür, dass die Männer es dann auch richtig nachmachen, sonst versteht man das ja nicht. Was sollen wir nachmachen? Was denn? Was denn? Ich bin jetzt vollkommen recht. Ja, natürlich. Vielen lieben Dank, Eminent, für fünf verschenkte Subs. Super, super lieb von dir. Ich will auch Subs. Ich dachte, dass du... Äh... Wild Gates klappst. Tier 1 Subs, Alter. Lass ihn echt verspringen. Hast du diese Frau? Oh Gott, ey. Und ihre Schulter guckt halb... Meine Schulter... Mein... Und mein BH. Mein unglaublich... Ja, zwei BHs. BH. Sport-BH. Ja, Sport-BH über dem BH, okay. Also hatte ich vorhin recht, alles klar. Doppelt gemoppelt, ne? Oh Gott, ey. Das ist... Das ist... Das ist ja... Das ist ja das beste Beispiel. Das ist ja... Du kannst da ja... Bist du, wo ich gerade denken muss an... An Marci... Nee, an... An Bandy. Du bist ein Huhn. Wenn ich jetzt als MGTOW unterrichten müsste, als Fachin der Schule, das wäre das... Das Video. Das Video. Das wäre das Video, um die Natur der Weiblichkeit zu präsentieren. Das Schlimme ist aber... Das ist... Da brauchst du eigentlich nicht unbedingt das Video. Du brauchst auf Twitch bloß in jeden Kanal eine halbe Stunde reinschalten. Dann hast du zwölf Stunden Material. Die sind alle so. Sie ist sogar nicht mal die schlimmste. Oder die lameste. Nee, andere Frauen, die wissen richtig, was sie tun. Von denen rede ich nicht mal. Ich rede nicht von den Profis. Ich rede wirklich in ihrer... Ich rede echt von ihrer Klasse. Also ich rede echt schon vom Kellergeschoss. Da ist sie noch nicht mal die schlechteste. Und da gibt es welche, die verdienen wesentlich mehr und sind noch mehr Bimbo. Und noch, noch fauler. Moment mal, da ist der Keller im Keller, oder was meinst du? Wenn die wählen, ist es offen... Ja, da sind wir in österreichischen... Da sind wir in österreichischen Gefühlen unterwegs. Von dem Keller rede ich. Wollt ihr jetzt damit sagen, dass ehemalige Onlyfans-Mitglieder jetzt auf Twitch umswitchen, oder was ist hier los? Das würden wir nie behaupten. Das hat sie so behauptet. Wenn sogar die Pornstars fangen an, E-Gamer-Girls zu werden, verstehst du? Die eine hat angefangen, man war erfolgreich, und auf einmal denken sich alle ex-abgehalfterten Pornostuten. Boah, jetzt fange ich auch an, fake zu gamen und den Leuten zu erzählen, wie ich Porno gemacht habe. Dann kriege ich auch Sims ab. Du brauchst kein Porno machen. Guck dir nicht, wie heißt diese... Ja. Ja, aber das ist ja Aufhänger. Wir haben uns ja mal die Bilder... Ich meine, ich fand die ja ganz süß, so wie die aussieht. Ja, bis ich dir das Bild ungeschminkt gezeigt habe. Die ist eine unterdurchschnittlich attraktive Frau, die hochgeschminkt, halt so ein bisschen süß aussieht, und sie ist, glaube ich, hinter Emmerant, glaube ich, die zweite erfolgreichste weibliche Streamerin. Jep. Und sie hat in dem Twitter ja sogar geschrieben, Schau mal, wie dumm ihr seid. Sowas gibt ihr Geld, oder so in der Richtung. Sie hat ja auch schon mal gesagt, irgendwie, dass sie viele Beta-Männer angezogen hat. Also wirklich offen gegen... Also ich meine, ich finde das ganze Video, wie sagt man, surreal, kafka-esk, glaube ich, ist ein schönes Wort dafür. Hört sich schön an, ja. Weil hier sitzt sie mit ihrem BH geschminkt da, holt die Sims ein Uwo nach dem anderen und sitzt im Zauberwald und guckt und versteht. Implundiert dabei eigentlich. Ich schmeiße jetzt hier das Angebot raus an Nina. Nina, wenn du ungeschminkt, mit mir in den Stream gehst oder in den Livestream gehst, dann komme ich und mache ein Face-Reveal. Und ungeschminkt meine ich alles weg. Ich meine rein Natura. Komm, komm zu mir in den Livestream, dann diskutieren wir das. Auch vor... Ich werde absolut keine Beleidigung machen. Ich werde das fachlich erörtern mit dir. Und dann können wir das machen. Keine Schminke. Keine Schminke. Ja, ich weiß, aber ich, äh, das... Nein, ich weiß nicht, das... Das ist, äh, bin mir doch noch nicht so ganz sicher. Äh, Tag, so... Das, was bei ihr eher der Fall ist, ist, wie sie sich gibt. Ja, das kitzle ich schon raus aus ihr. Deswegen sag ich ja, ich bezahle für die Sendung mit dir. Genau, wir brauchen mal den weiblichen Touch, Schneezer. Wie gibt sie sich denn hier? Wie, ich, 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 ich soll mal eine feminine Seite rausholen, weil von ihr kriegst du nicht... Jedes Mal, wenn die Schneezer angesprochen wird, müssen wir jetzt so einen Clip haben. Hier, live. Ich brichte live aus dem Zauberwald. Schneezer ist ja im Prinzip, Schneezer ist im Prinzip, äh, äh, die, die Kriegsreporterin hier. Stimmst du? Ja, so... Mostly realistic Zauberwald im Hintergrund. Kriegsreporterin und vorderster Front. Ja, was man sagt, sagt denn deine ganze Zeit. Sie ist ein Hintergrund zu den Zauberwald wuchern. Naja, ich find, dass alles, was sie tut und wie sie Dinge ausspricht, also auch, wie sie sich artikuliert und so, sehr aufgesetzt wirkt. Alleinschauer, das ist uns allen aufgefallen am Anfang, wie sie sich die Nase geputzt hat. Zum Beispiel. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das war auch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, irgendjemand hat's auf jeden Fall erwähnt, dass das sehr elegant aussah. Ja, das war auch das, das Wegnicken beim, 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 beim Trinken gerade eben. Da muss ich ja echt zuhören. Genau. Das sind Sachen, die uns nicht auffallen. Ja, genau, deswegen wollte ich es machen. Ja, nee, wer schon mal auf ein Date, wer schon mal wirklich auf ein Date war und Ding ist und quasi sieht, wie die Frau versucht, künstlich quasi Aufmerksamkeit für dich zu simulieren, damit du dich toll fühlst, das ist genau das. Wenn sie so den Kopf einnickt und die Tasse so wegdrückt und so. Und das ist krass, und zwar die Schnieser, die sieht es halt sofort, weil die halt, als Frau siehst du das halt einfach. Das ist halt so krass. Das Ding ist, das passiert ja dann halt bewusst. Also die setzt sich jetzt nicht dahin und sagt, ich muss das jetzt so und so machen, sondern das ist halt bei dir schon indoktriniert. Du lernst das halt auch so, weil du damit bekommst, was du möchtest in deinem Leben als Frau. Ja, das passiert auch so. Und dann machst du das auch automatisch. Und deswegen, deswegen habe ich gerade gesagt, das mit der Schminke, das ist überhaupt nicht so das Thema, weil... Das, was sie wirklich so erfolgreich macht, ist wirklich ihre Art. Und die würdest du als aufgesetzt sehen? Das habe ich auch gesehen, aber... Aufgesetzt, ja. Die hat ja keine Identität, deswegen muss alles aufgesetzt. Das ist so eine Maske eigentlich. So wie die meisten Influencer, wa? Ja, aber die Maske, die kannst du so schnell runterreißen, weil in einem direkten Gespräch, wenn du sie nicht aus ihrer Ecke rauslässt, dann kannst du sie mit drei einfachen Argumenten so vernichten, wenn du auf die andere rauslässt. Nein, stopp. Du kannst einen Mensch nicht zerstören, wenn alles, was seinen Wert widerspiegelt, aus externer Validierung besteht. Wie willst du diese Person angreifen? Du kannst die Maske runterreißen, aber die Sims werden... Es geht nur um die Reaktion der anderen. Deswegen ist sie übrigens nicht reingekommen, als ich sie aufgefordert habe, die Stelle wird noch kommen. Ja, natürlich. Eure Sexgeschichte. Achso, du meinst in Discord. Sie hat bei dir... In deiner Runde hat sie mit ihrer Art, mit genau dieser Art, keinen Anklang gefunden und keine Verteidiger gefunden. Und dann ist sie in ihrem Twitch-Stream und das Erste, was sie gemacht hat, war zu sagen, im Prinzip durch die Blume, helf mir mal. Und alles, was sie getan hat und wie sie es getan hat, war, um diese Reaktionen hervorzuführen. Gut erkannt. Wollte ich auch sagen. Ja, man könnte ja sagen, übrigens, hallo, ich bin wieder da. Man könnte ja sagen, sie geht in einen Raum rein mit vielen, vielen Menschen und merkt auf einmal, ja, wie, ihr seid nicht in meinem Team. Ich muss mein eigenes Team sein? Das ist aber merkwürdig. Das geht mir gar nicht. Da muss ich jetzt aber mal ein großes Lob an unseren Chat damals geben, weil bis auf einen von ihren Sims war da wirklich alles. Hau doch ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Ja, das ist ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. Gut, machen wir weiter. Über 30 Jahre lang einfach nur so und so gut, und das fertig machen. Oh Gott. Die sind umhörig mir auf den Sack, ey. Danke sehr. Wie viel ist das jedes Mal an Geld, damit ich mal da Vorstellungen bekomme? Ein Sub sind 5 Euro, oder? Okay. Das hat doch jetzt in 40 Minuten schon 20 Mal geugt, oder? Ja, man darf aber nicht vergessen, dass ich den Großteil von mir halt auch TikTok schon habe. Die kriegen bloß einen Anteil davon. Ich könnte aber auch Spaß in ihren Twitch-Stream reingehen. Nee, ich könnte aber auch Spaß in ihren Twitch-Stream reingehen und könnt ihr einen Prime-Sub geben und dann reinschreiben, mehr bist du nicht wert. Oh, weia. Das hört aber gemein. Ist das das wert? Oh, ich weiß nicht. Ich bin am Überlegen. Mal schauen, wie lange sie mich noch triggert. Das kommt ja erst. Jetzt geht es ja erst. Ich habe aber nicht. Auf uns würde sie nicht reagieren, glaube ich, wenn wir eine reine Männergruppe sind. Aber da hier Weibesvolks anwesend ist, das könnte sie wirklich triggern. Ja, glaube ich auch. Vor allem, weil es auch eine Frau ist, die widerspricht. Das ist ja richtig interessant. Nein, vor allem, weil es eine Frau ist, die genau ihre Masche sieht und es anspricht. Oh, da kann ich dir was sehr Spannendes dabei sagen. Eine Frau, die ein bisschen reflektierter ist, auch Redpill-Wissen dann hat, trifft auf eine Frau, bei der das nicht der Fall ist. Also du hast zwei Ninjas, bei dem einer entsprechend ein bisschen mehr biologisches, psychologisches Wissen dabei hat. Es ist sehr interessant, wie dann erst mal der unwissende Ninja versucht, den wissenden Ninja zu manipulieren in die Gefühlswelt des Unwissenden eben. Wenn das aber nicht funktioniert, dann tritt eben etwas ein, etwas sehr biologisches, nämlich das Konzept der Obersammlerin. Also wenn der wissende Ninja, der Redpill-Ninja dann sozusagen zeigt, hier du, du kannst mich nicht platt machen, ich bin hier die Obersammlerin, weil ich über dir stehe und ich kriege auch mehr Zuspruch, dann passt sich der unwissende Ninja sehr schnell an. Sehr faszinierend, das mal zu sehen, also wirklich live dann da vorzusitzen. Ja, ich habe es auch schon beobachtet. Eine Frage hätte ich allerdings. Schneeser, kannst du Uwu sagen? Nein, das kann ich jetzt nicht machen. Das tut mir leid, das mache ich nicht. Mal gucken, ob der männliche Bait funktioniert. Warte, boah. Also ehrlich, in all den Jahren, wo ich Nikola kenne, habe ich jetzt erstmal dafür, ihn hauen zu wollen, Alter, weil dieses Uwu mir auf den Sack geht, Alter. Gab es da nicht mal so einen schwarzen mit dem schrecklichsten und schwierigsten Namen der Welt, auch auf YouTube? Der hieß sich irgendwie so uff, 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 uff. Jetzt ist er ja damit verwandt. Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist richtig geil. Also richtig, mit der hohen Schwimme. Dann gab es aber noch ein Typ mit so einem Namen, so ein Kind, der kam aus so einem Bereich, wo sie auch so Klicklaute haben. Der hat ja so Klicklaute im Namen. Der hat da irgendwie seinen Namen hinein und mittendrin hast du dann so Klicklaute gehört. Brauchst du dann die Untersiedel hier, flucht in Klicklauten. Warte kurz, wir hören hier gerade, der MXG-Wulfen sagt, für ein Schneezer-Uwu, was man soundboarden kann, gebe ich vier Euro. So, los. Dafür muss ich dich aber hier in Telegram am Ausregeln hier, sowas. Das ist aus meiner Telegram-Gruppe, das sehe ich doch am Bild. Das ist halt der siebten des Tages, da haben wir ihn doch schon. Jetzt ist er nicht mehr in der Gruppe. Ihr macht es super, ich brauche das gar nicht machen. Oh Gott. Er hat sogar... Er hat sogar keinen Livestream-Biss. Er hat gerade geschrieben. Nee, nicht schlägt diese süße, weibliche Vibration in der Stimme. Das ist leider echt so. Ja, wenn du richtig feminin das so machst, das triggert als Mann auch wirklich. Ja, ich hätte das ja gerne irgendwie so ein bisschen in gregorianischen Gesängen, dass man das dann immer so... Du bist einfach abartig. Wunderschön. Ich schläge ich vor, wir hauen in den Roch. Ja, wir müssen weiter. Ja, drückt drauf. Da kommt wieder der Game of Thrones in zwei Prozent im Chat verstehen. Ernst, durft. Kanu Spuddel. Redville YouTube. Ich war schon so unfassbar wütend, als ich das Video-Gaming-Video geschaut habe. Wie ist die? Nur Suppe? Also hier kriegst du Puls, die wird die Schädeldecke weg... Ja, durch die Kamera. Der Zauberwald, Nabalm und so. Was ist denn eigentlich der Vorteil der anderen Partner? Also warum sollte jemand so einen sozialen Vertrag eingehen ohne eigenen Nutzen? Also ich denke, der soziale Vertrag ist folgendes. Was in deren... In deren Sicht... Ich weiß nicht. Wir lernen jetzt. Jetzt kommt. Ich denke, dass Männer quasi alle handwerklichen Sachen machen. Nein. Und schwer tragen. Oh Gott. Und die Frauen dafür... They put out. And they cook. Ihr wisst doch alle, dass Frauen die Hochhäuser bauen. Also wenn ich mich entscheiden muss, zwischen harte, schwere Arbeit oder Kochen und Sex geben... Ich will Kochen und Sex geben. Das ist ein schöner Deal, oder? Ja, ich erziehe die Kinder sofort. Ich bleibe zu Hause. Ja, aber ich putze aus. Gar kein Problem. Du nimmst das Opfer in Kauf. Ja, das ist echt super. Ja, ja, ja. Sofort, sofort. Ich mach diesen schweren Job. Kannst du zu Hause bleiben, um deine eigenen Kinder kümmern, ein bisschen kochen. Und wenn dann die schwer arbeitende Frau dann abends nach Hause kommt, dann gibst du ihr vielleicht Sex. Und sie muss den Müll rausbringen und sich um den Garten kümmern und ich hab Standards, gell? Und die Steuern am Wochenende. Und nach 500.000 im Jahr läuft nix. Und sie muss hübsch sein, dicke Titten haben, weißt du? Muss alles da sein. Yes, King Slick. Du musst dir mal überlegen, was das für ein Privileg ist, weißt du? Das ist schon gar nicht mehr Privileg, das ist eigentlich die Hypermacht. Wenn du das alleine auf der Zunge zergehen lässt, weißt du? Allein diesen Gedankengang halt zu forcieren, diesen Gedankengang, den sie gesagt hat, zu verbalisieren, im Kopf zu Ende zu denken und zu verbalisieren, ist halt genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich sagen will. Weil sie will gerade gegen, sie will uns als Sexisten hinstellen und ihr Gedankengang zeigt eigentlich nur, wie krass sexistisch ihre Natur ist. Ihr Argument des Sexismus, weil wir sexistisch sind. Ja, logisch. Ja, aber du musst ja erst mal die Geschlechter so krass differenzieren in deinem Kopf, um dieses Argument so rauszubringen, weil die Vorlage kam ja nicht von uns, sondern die Idee kam ja gerade von ihr. Unseren Sexismus mit ihrem Sexismus erklären. Ich muss ihr recht geben. Und wir haben gar keinen. Ich muss ihr recht geben, ich bin voll auf ihrer Seite. Ich bin dafür, dass 99 Prozent der Arbeitstoten alle Frauen sein sollten und mir dafür zu Hause bleiben und uns um die Kinder kümmern. Ja, das Opfer bin ich auch. Bin ich voll dafür. Das Opfer sind wir bereit, den Männer zu geben. Das Opfer bringe ich sofort. Sogar zoppeln. Zoppeln bringe ich das Opfer. Vor allen Dingen ihr. Sie denkt ja gerade wieder aus ihrer solizistischen Sicht und denkt, was, der Mann arbeitet schwer und ich muss Put-out machen. Muss ich doch gar nicht. Ich habe doch meine Twitch-Sklaven, meine Zahl-Sklaven. Das ist, was sie denkt. Die Möglichkeit aus ihrer... Ich glaube nicht, dass sie so weit denkt. Das ist zu kompliziert. Warum sollte ich den Vertrag eingehen? Läuft doch für mich, kurz gesagt. Ja, deswegen auch meine Aussage mit dem sozialen Vertrag. Ich kann es kaum abwarten. Frauen dürfen sich dessen nicht bewusst werden. Das ist wie Netflix in Chill. Selbst wenn die Frau absolut notgeil ist und nicht anders kann, würde sie nie sagen zu einem Mann, lass uns ficken. Es sei denn, es ist jetzt der Über-Chat oder so. Und wenn sie glaubt, damit das Maximum zu erreichen, aber sie wird immer Netflix in Chill sagen. Ja gut, im Allgemeinen ja. Im Allgemeinen ja. Wenn sie direkt ist mit Sex, gibt sie ihr bestes Ass praktisch aus der Hand. Und das kann sie nicht zulassen. Über die Kurverte-Kommunikation, das Büro kann ja immer noch mehr dafür reinkommen. Sie kann sich dessen, doch dieser Sozialvertrag, den der Taki-Likopter meinte, den kann sie sich nicht bewusst machen. In der Sekunde, wo sie sich dessen bewusst ist, merkt sie im Grunde, dass sie nur eine Nutte ist. Und dass sie das zweite Geschlecht ist. Nur eine... In der Zauberarbeit. Ja, wie in dem Artikel, den du mir mal geschickt hattest vor ein paar Wochen. Wo die Frauen erkennen, dass sie halt nur Frauen sind. Also das zweite Geschlecht und damit nicht wirklich klarkommen. Denn wenn du die Geschlechter wirklich vergleichst, wenn du die Fähigkeit, Kinder in die Welt zu setzen und attraktiv auf das andere Geschlecht zu wirken, rausnimmst, dann schneiden Frauen nicht gut ab im Vergleich. Ja, wie gesagt... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob der Begriff, sorry, wenn der Begriff das zweite Geschlecht, ich würde fast schon sagen, das polare Geschlecht. Weil Mann und Frau ergänzt sich ja durchaus, wenn die Leute wenigstens, also Mann und Frau, wirklich in ihren Elementen wären. Meinst du, wenn es Teamwork gibt? Das Teamwork ist ja durchaus vorhanden, eben nur unter bestimmten Bedingungen, wie eben der Kindererziehung. Ansonsten haben sie ihre Sexualstrategien, das ist klar. Aber es gibt ja bestimmte Gegensätze beim Mann und Frau und die ergänzen sich ja dann, was dann schlussendlich zur Anziehung führt. Deswegen gibt es eigentlich kein erstes und zweites Geschlecht. Der Mann soll zwar führen, das macht ihn aber nicht unbedingt zum ersten Geschlecht, also zum Geschlecht der Wahl, sondern eben nur, wenn es darum geht, die Welt zu formen. Für alle anderen Sachen, zur Fortpflanzung, zur Kindererziehung, dann ist halt auf einem... Ja? Ja, wie hat Stardust so schön gesagt, es ist ja ein Patriarchat, aber es ist ja im Prinzip bei Proxy. Man denkt das Patriarchat. Ja, es ist... Das Patriarchat leitet das Patriarchat bei Proxy. So wie halt der Ukraine-Krieg durch die Armys halt jetzt. So ungefähr. Die Ukraine ist das Patriarchat. Und das Patriarchat sind die Staaten, die uns gerade alle dazu zwingen. Es ist eigentlich sogar ein super Beispiel, fällt mir gerade auf in der Hinsicht. Das ist... In der Ukraine werden gerade... Die Ukraine, das sind die Männer, die alle für den Sozialvertrag und die Gesellschaft alle aufgeraucht werden. Und das Patriarchat sind die Staaten, also sind die USA und alle Staaten, die wo gerade Waffen und Geld in die Ukraine schieben. Und ja, das ist eigentlich das beste Beispiel, was mir gerade einfällt. Das ist eigentlich sogar fast, muss ich fast sagen, das ist sogar fast richtig genial. Ja? Da lobe ich mich jetzt mal selber, das nehme ich mir raus. Das ist gut. Und jetzt machen wir weiter, oder? Das ist der Sozialvertrag. I don't know, man. Also ich weiß... Alter, bei dem Lachen ohne Scheiß, da balzt sich meine Faust. Ich kann nur vermuten, dass es darum geht, dass stereotypische Rollen erfüllt werden. Weißt du, der Krieger im Garten. Der Männer, also die Männer sind Brötchenverdiener, die machen die schwere Arbeit im Haus, die machen Reparaturen und dafür macht die Frau die Küche, die putzt, die kocht und die macht abends die Beine breit. Mama, stopp. Mama, stopp. Muss man, wie nur die Reparaturen im Haus und die Arbeit im Haushalt quasi als Gegenleistung für die Arbeit der Frau im Haushalt zählt. Aber die eigentliche Arbeit, die das Geld reinbringt, das ist selbstverständlich. Also das liebe ich immer so. Nee, aber auch dieses Abschätzige, dass die Männer Sex wollen und die Frauen Sex nicht gerne den Männern geben. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad stimmt das, aber sie ist diejenige, die diese Stereotypen angreifen möchte und sagen möchte, es gibt ja eigentlich keine Unterschiede, wie sehr sie sich über männliche Sexualität überherzieht. Ja, Nickelo, das war ja genau das, was ich anfangs mal erwähnt hatte, gerade im Feminismus oder bei Frauen, die sich dann so äußern. Wo ist denn deren Trieb? Wo ist denn deren sexuelle Energie hin? Die ganze Kontaktaufnahme mit dem Admiral fing ja damit an, dass sie ihn als Insel bezeichnet hatte. Die würde ja niemals eine Frau als Insel bezeichnen. Du kommst nicht am Penis ran. Und das entlarvt so viel ihres tatsächlichen Mindsets. Ja, aber kommt das jetzt wieder durch die Instinktebene? Der Computer ist ja stark, wie Vincent erklärt hat. Also sie instinktiv attackiert sie mit Beschämungstaktik und glaubt auf der anderen Hälfte des Gehirns, sie ist im Recht, wie immer das Patriarchat. Aber man kann sie auch nicht übel nehmen, weil sie einfach einen beschränkten Horizont hat, würde ich sagen. Sie sieht nicht das große Ganze. Sie muss es nicht sehen. Sie sind die hellste Kerze auf der Tauch. Muss sie auch nicht. Das ist ja ihr gottgegebenes Recht im Prinzip von uns, dass sie es nicht sehen muss, weil es kümmert sich ja jeder um alles drumherum. Sie kriegt es ja gar nicht mit. Wir haben diese perfide Maschinerie ja so perfektioniert, dass ja keiner mehr mitkriegt, was alles im Hintergrund laufen muss, damit der Spaß hier funktioniert. Ja, natürlich. Das ist ja das Perfide dran. Wir sind, da gibt es noch diesen klassischen Spruch, du bist das Opfer deines eigenen Erfolgs. Das ist der klassische Spruch hier. Hätten wir die ganze Scheiße nicht erfunden. Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Babypille, Dildos, Vibratoren, sind alles Männererfindungen. Hätten wir den ganzen Scheiß nicht erfunden, hätten wir weniger Probleme als Mann. Desto freiter die Frau ist, desto unterdrückter fühlt sie sich. Das ist einfach ein Faktum. Das kannst du gucken. Wie ist der technologische Stand und die relative Freiheit, also durchsitz, relativ meine ich im Sinne von die Frau wird ihr Freiheit gewährt. Das ist ja nicht, was genommen wird. Desto mehr sie hat, desto unabhängiger sie per Default ist vom Mann, also auch ressourcenmäßig, desto weniger mag sie ihn, desto unterdrückter fühlt sie sich. Deswegen sagen Feministen ja auch ganz offen, dass die Unterdrückung der Frau noch nie stärker war als heutzutage. Ich würde die alle am liebsten, ich würde die alle am liebsten machen. Die Zeitmaschine setzen. Nee, 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 spinnst du. Viel zu viel Energieaufwand. Ich würde die einfach alle mal für eine Woche in den Kongo schicken. Na gut, das ist natürlich auch eine Option. Das ist billiger. Warum so viel verschwenden? Mit der Energie, die du verbrauchst, und wenn wir die in die Vergangenheit schicken, können wir die Mars kolonisieren. Ja, aber die Sache ist eben, wenn die mit dem Mindset in den Kongo gehen, da ist es ja fraglich, ob sie überhaupt zurückkommen. Das war der Plan. Damit sie mal wirklich sehen, wie eine 3 von 4 Rape-Culture aussieht, in der sie sich ja hier so frönen, in der ersten Welt. Ja, das ist zum Beispiel auch mit diesem Rape-Culture, diese Obsession mit Vergewaltigung, gut kann man aus evolutionspsychologischer Sicht bei Frauen verstehen, aber sie fühlt sich umso heftiger, also sie fühlt dieses Gefühl umso heftiger, je mehr sie davon praktisch befreit ist. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem des Gehirns, dass wir so einen Mustererkennungsapparat haben, der sich ja Probleme schafft. Und wenn es uns zu gut geht, schaffen wir uns selber Probleme. Also da erkennen wir ein Muster in Dingen, in dem kleinsten Ding noch ein Muster. Ja, das siehst du ja in den ganzen Transformern und den anderen Idioten, die mit sich selbst nichts anfangen können. Und das Beste, was ihnen einfällt, ist, dass sie ihren Schwanz abschneiden. Das ist so, weißt du, ja, es ist doch so, ich nenne es meinen Namen, weißt du. Jetzt stellt ihr halt noch dahinter, hinter diesem Mustererkennungsapparat bei der Frau, das weibliche Angstwesen dahinter vor und diese Take-Take-Take-Mentallität. Ja, diese False Positives vor allen Dingen. Man kennt die vielleicht aus Antivirenprogrammen, dass ein Antivirenprogramm False Positive hat, also dass die etwas als Virus erkennt, was kein Virus ist. Und bei Frauen, es macht halt unglaublich viel Sinn, für Frauen False Positives zu haben. Dass sie immer davon ausgeht, die ganze Welt will mich befruchten, weil es im Großen und Ganzen ja auch stimmt. Ja, Fritz, im Chat, ja, wir laden uns die Kongo hier ein, aber das ist ja, das ist ja, das passt nicht als Beispiel, weil die Leute hier sind ja nicht mehr der Kongo. Hier sind wir ja schuld, dass es ihnen passiert. Nicht die Leute, die zu uns gekommen sind. Das ist die Logik daran. Verstehst du? Ja, da ist es einfach, den Schuldigen rumzuschieben. Da kannst du den Schwarzen Peter verteilen, wie es dir gefällt. Ja, klar, wenn Fuckenmann und Domplattenboy an Silvester Party machen, also die Partyszene, dann ist natürlich der weiße Sismann, der Uwe, der Günther und der Peter, die sind dann daran schuld. Ja, schlussendlich. Ja, weil die ihnen nicht geholfen haben. Im Kongo sind die nicht da. Da gibt es keinen, der irgendwie sagt, so, nee, das könnt ihr nicht tun. Das ist nicht gut, ja. Da stehen die Leute Schlange. Wenn du Glück hast, dann behältst du deine Brüste im Kongo unten. Ja, ansonsten wandern sie schnell immer zum Medizinmann, ja. 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 Zu dem Schluss, dass diese Situation, in der wir jetzt alle sind, eigentlich, die war unvermeidlich. Also die ist unvermeidlich. Ja, ich ja auch. Weil die Sachen, die Erfindungen, die du angesprochen hast und die ganzen gesellschaftlichen Strukturen, die sich gewandelt haben, einfach unvermeidlich zu dem geführt haben, in der wir jetzt sind, in dieser Generation. Ganz einfach. Und wir müssen das Beste draus machen, aber das heißt nicht, dass wir den Schwanz einziehen und simpen, so wie es 90 Prozent in meinen Augen der Männer tun momentan. Da komme ich zurück auf den Gesellschaftsvertrag, den der Attacke, die Kopter sagte, die Frauen haben den gekündigt vor über 50 Jahren. Es wird Zeit, dass die Männer das akzeptieren, dass die Frauen das gekündigt haben. Dieses, diesen, was viele, besonders in der Red Bull Szene, so herbeisehen, dass es irgendwie so ein Zurück gibt zur Kernfamilie. Das wird es nicht geben. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Dieser Vertrag ist aufgelöst von den Frauen. Ich mache den Frauen auch keinen Vorwurf. Warum sollen sie sich mit irgendeinem Mann, zu dem sie sich sexuell nicht hingezogen fühlen, auf Dauer einlassen, wenn sie ihn nicht brauchen? Ich kann sie da voll und ganz verstehen und ich möchte auch nicht irgendeine Tussi an der Backe haben, die, weil ich sie zufällig mit 18 geschwängert habe, als ich selber noch 18 und dumm war, für mein Leben lang an der Backe haben, wie das die Generation unserer Großeltern und seitdem in der Geschichte immer war. Warum soll ich die verpflichtet sein, mein ganzes Leben lang durchzufüttern? Wie gesagt, wir fordern im Prinzip nur die wahre Gleichberechtigung. Wenn eine schwanger wird und ich will das nicht, dann will ich das gleiche Recht über meinen Körper haben, wie sie über ihren hat. Wenn ich dann sage, ich will das Kind nicht, dann bin ich nicht verpflichtet, mich darum zu kümmern, egal in welcher Hinsicht. Du willst sozusagen das Recht über dein Sperma haben, weil das Kind ist ja 50 Prozent. Nein, ich will das Recht über meine Lebenszeit haben, über meinen Arbeitseinsatz. Ja, aber was ja schlussendlich dann in diesen 50 Prozent des Kindes stecken würde und darüber kannst du ja durchaus bestimmen, wie die Frau ja immer gerne von sich gibt. Dafür gebe ich aber auch alle Rechte am Kind ab. Weil ich finde das immer, ich finde das ist die schlimmste Doppelmoral der Welt ist, dass ein Mann geschändet wird in der Gesellschaft, wenn er sagt, ich will mit dem Kind nichts zu tun haben, der gefällt mir nicht. Aus irgendeinem Grund ist es scheißegal, was das für einen. Wenn ich sage, ich hätte lieber einen Sohn gehabt anstatt einer Tochter, ist es scheißegal. Eine Frau, selbst wenn sie das Kind geboren hat und denkt sich danach, den mag ich nicht, dann gibt es eine Kinderklappe und keiner stellt Fragen. Das Lustige ist bei der Doppelmoral ja, dass wenn du sowas sagst, wie dass man ein Recht auf finanzielle Abtreibung haben sollte als Mann, dann wird sie, ja, aber du hast ja zum Sex so gestimmt, also musst du dir auch die Verantwortung ziehen. Sag das mal einer Frau gegenüber, die pro Abtreibung ist. Ja, richtig. Das ist genau das selbe in Grün. Da gab es eine... Ah? Nee, da gibt es ein gutes Beispiel für die pro Abtreibungsidioten, die würden mal sagen, ja, es ist ja noch kein Mensch. Das ist so, da hat Bill Börber einen super Witz rausgebracht, wenn du die Zutaten in der Schüssel zusammenrührst, schmeißt es in die Form und haust es in den Backofen und lässt es anstatt 30 Minuten nur 15 Minuten lang drin, danach reißt du den Ofen raus und schmeißt das Blech auf den Boden. Hast du dann einen Kuchen zerstört oder eine Ansammlung von Zutaten? Reinrechtlich ist das sogar so, dass ungewordenes Kind auch als Mensch gilt, wenn du zum Beispiel eine schwangere Frau umbringst und wirklich heimtückisch ermordest? Ja, komischerweise. Dann zählt das Kind als Lebewesen. Ja, komischerweise. Das heißt, sagen wir mal, eine Frau ist auf dem Weg zur Abtreibung und du bringst die Frau auf dem Weg zur Abtreibung um, dann wirst du wegen Doppelmord angeklagt, aber wenn die Frau, wenn du die, sagen wir mal, du verspätest dich und die geht auf der Heimreise nach der Abtreibung, erwischt du die erst, dann ist das einfacher Mord. Musst dir mal wirklich darüber nachdenken? Ja, das ist sehr interessant, wenn man bedenkt, dass das Leben eines Babys zum Beispiel in Rom eigentlich nicht wirklich viel wert war, weil die noch nicht als vollständiger Mensch angesehen wurden. Das ist sehr spannend. Ja, da kommt ja mein Witz immer her, die Mittelalterregel. Solange du nicht sieben Jahre alt bist, kannst du immer wieder ein neues machen. Da hat es noch nicht viel gekostet. Es ist doch mittlerweile auch schon ein Gespräch, das nach der Geburt noch abgetrieben werden kann. Ja, da wollte das auch kapazieren. Ja, das ist in Amerika das erste Mal hochgekommen. Da ging es sogar drum, dass du nach der Geburt noch abtreiben können solltest. Gibt es sogar ein Gesetz dafür. Aber sag mal, denn diesen Menschen, dass man auch mit Kondom ficken kann, oder Verantwortung übernehmen kann, oder Verantwortung übernehmen kann, oder? Nein, das zählt nur bei Männern. Verantwortung ist nur für Männer. Nee, nee, das ist, wie gesagt, wie viele Verhütungsmethoden gibt es in Amerika für die Frau? 24? Oh. Für Männer gibt es keine. 24 verschiedene Verhütungsmethoden. Es gibt keine. Wenn es eine Verhütungsmittel für Männer geben würde, würde die Geburtenrate nochmal um 50 Prozent sinken. Naja, dann würden die Frauen aber auf die Barrikaden gehen, weil stell dir mal vor, die Männer hätten Kontrolle über die Vorpflanzung. Es gibt da was sehr Interessantes. Das war, glaube ich, auch teilweise die Umfragen, nennen wir es jetzt einfach mal Umfragen, gerade bei den Abtreibungskliniken in den Staaten, mit welchen Gründen dann die Frauen abgetrieben haben. Und das war richtig krass gewesen. Ich glaube, es waren über 25 Prozent, die gesagt haben, ja, sie fühlen sich gerade nicht so, dass sie ein Kind haben wollen. Da denke ich mir so, ach du Scheiße. Ich weiß. irgendwie Krankheitsgrund oder irgendwas anderes. Nee, sie haben sich einfach nicht danach gefühlt. Ich habe Videos, ich habe Videos aus Amerika gesehen von Vätern oder von besser gesagt werdenden Vätern. Die sind vor der Abtreibungsklinik an der Glasscheibe gehangen und haben dagegen gepocht, bis es fast eingeschlagen haben und haben Rotz und Wasser geheult und haben die Frau von außen nach innen angefläht, schreiend angefläht, dass sie ihr Kind nicht töten soll. Das ist sowas, siehst du nicht in den Nachrichten. Das ist, da zerreißt es dir dein Herz, wenn du sowas siehst. Das ist, sowas siehst du nicht. Der Mann ist immer nur der böse, der böse Mörder und der böse Vergewaltiger und der böse Missbraucher und, und Ding. Es ist, weißt du, aber wie gesagt, da werde ich wieder, bevor Nikola jetzt wieder sagt, ich bin wieder der emotionale Tussi, machen wir ein Video weiter. Lass da mal den ganzen intellektuellen Quatsch jetzt und ich möchte jetzt hier ein bisschen Zauberwald machen. Ja komm, die rote Tussi noch. Roter Zauberwald. Aber nicht wie, nicht wie Königinnen behandeln, weil dann bist du dran schuld, die Väter, die ihre Töchter, Was für Väter? wie Queen Bees behandeln. Was für Väter? Dass die Frauen später am Ende auch noch Anforderungen und Selbstbewusstsein haben und das können wir nicht. Reich Selbstbewusstsein. Ja, Selbstbewusstsein. Wovon redet sie? Ey, ähm, ich hab mal kurz, nur ganz kurz reingeworfen, äh, weil der Stream so scheiße leise ist. Ähm, ist halt so. Bitte, bitte einfach nicht, bitte einfach nicht dazwischen rufen, sondern wenn einer was sagen will, einfach kurz pausieren und was sagen. Also das wäre mein, weil ich verstehe wirklich nicht das, was ich hören will. Ich würde gern mehr lachen. Da gibt's nichts, was du hören willst. Ja, aber ich will. Das Einzige, was ich hören will, ist von der Schnieser das Uwo, das krieg ich heute noch. Ja? Ja, der Junge hat seine 4 Euro bezahlt vorhin. Also, dann ist alle Fresse halten. Playdrücken. Stream so weiter, bis sie sich dann Uwo ergibt. Und das können... Drei Wochen später. A few months later. Ja, genau. A few Uwos later. Die merkt ja, wenn die auf einen Mann trifft, der überhaupt nichts an den Tisch bringt, außer ein bisschen... Ach, der Mann muss was an den Tisch bringen, aber die Frau, aber die Frau darf also was erwarten. Ja, die Frau ist doch der Tisch. Die Frau ist doch der Tisch und das Fundament und das Haus und der Keller. Ihr Sexismus ist so genial, die Dopamoral ist so fantastisch, dass sie das nicht merkt. Ja. Es ist herrlich. Wenn man ein Fembot ist, wie soll man es auch merken? Alter, das geht schon, die verhält man gerade. Und dann zu Hause die Füße hochlegt und nachdem sie weitergegangen ist, zu Hause auch noch alles machen darf. Und dann merken die ja am Ende, dass denen viel mehr zusteht. Zusteht? Mehr, mehr, mehr. Zusteht? Entitlement. Das ist es. Aber wenn ein Mann sagt, ich gebe hier so viel in diese Beziehung, kriege aber nicht das, was ich will, ich sollte die Beziehung verlassen, das ist Entitlement? Entitlement? Ja. Nee, dann bist du ein Loser. Ich finde das so genial, dass sie das in dem Kopf vereinen kann. Das ist so. Ja. Ich hätte eigentlich, ich hätte gerne so eine Animation, so einen Solipsismus-Count. Dann immer so Bing, Bing, Das wäre großartig. Jetzt mal, Schneezer, wie machst du das, dass du das im Kopf trennst, wenn du eine Frau bist? Das würde mich echt mal interessieren. Weil jede Frau denkt so, wie kriegst du das im Kopf auseinander und kannst dann logisch mit uns hier diskutieren. Über Nachdenken? Oder, oder, Also, Halt mal eine Anleitung, wie man das machen kann als Frau. Ja, mach mal Anleitung. Ja, benutzt euren Kopf. Ich glaube, ich könnte wirklich was dazu sagen und es in Männersprache übersetzen. Bei der Frau, dieses Mentaltraining, sagen wir mal so, sich immer wieder in die Ratio zu ziehen, es ist am Anfang sehr, sehr schwierig, weil es halt Körperschmerz verursacht. Aber da sie, da sie ja ein ganzheitliches Wesen ist und sehr viel Mikromimik und alles drum und dran wahrnehmen kann, wenn da einmal, sage ich mal, die Büchse der Pandora geöffnet ist und immer wieder der Input reinkommt, Frauen brauchen ja auch die Bestätigung dann davon, je du, das, was da gerade läuft, wie du das machst, wie du die Welt verstehst, wie du sie wahrnimmst, das ist ja dann sozusagen die große Karotte, die dann vor einem hängt. Das kann auch dann ein bisschen unbewusster werden. Diese Animation dabei, dieses, ja okay, ich kann jetzt mehr wahrnehmen, ich kann jetzt eine andere Frau sehen, habe ich auch schon gemerkt in der Arbeit mit Frauen, dass sie dann sagen, oh hier, die Kollegin, die hat gerade so typische Problematiken, dass sie irgendwie einem Typen nicht erklären kann, dass sie nicht auf dem steht. Eine Frau denkt ja, ja, wenn man dem das irgendwie so ein bisschen subkommunikativ vermittelt, dann hört er damit auf. Nein, natürlich nicht. Und die geben das Wissen dann mehr oder minder weiter. Also die Frau kann durchaus lernen dabei, das für sich zu adaptieren. Es ist eigentlich recht spannend, wenn man das als Mann so sieht und die Frau nimmt das auch als solches wahr. Und sie muss halt dabei auch weitermachen, aber sie braucht trotzdem den Antrieb dabei, das weiterzumachen. Frau kann sich ja gerne auch resetten. Das heißt, dass das biologische Programm, wenn da kein Training dabei ist, wenn nicht immer der Input auch von außen kommt, Frau braucht ja Information von außen, ist einfach so. Wenn das nicht gegeben ist, kann sie sich wieder resetten. Habe ich jetzt nur eine Frage. Ja. Haben Frauen dann deswegen in ihrer Periode körperliche Schmerzen, weil das Böse entweicht? Nein, 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 nein. So ist es natürlich jetzt nicht unbedingt. Das sind ja schon entsprechende Muskelkontraktionen und alles, was dazu gehört. Also das Böse entweicht nicht, weil es in der Frau eigentlich nicht das Böse gibt, wenn du so bist. Das sagst du jetzt in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ich habe da andere Erfahrungen. Das siehst ja nur du als Böse ausgenommen zu werden. Die Frau findet das doch geil. Also du meinst, ich muss die Skala verschieben. Das ist eine subjektive Geschichte hier. Mach da keine objektive Zehn-Gebote-Liste draus. Es gibt Menschen, die feiern das, dass du denen in den Arsch schriebst. Nee, ich behalte meinen Glauben. Ich weiß jetzt, warum die Menstruation und die Periode Schmerz hat für Frauen. Ist alles klar. Danke, dass wir das weiterhören. Aber ich finde mal festhalten, was interessant ist, ist diese, dass sie glaubt, eine selbstbewusste Frau, die kann dann auch wirklich sagen, ja, der Mann, der bringt nicht so viel an den Tisch. Dann beende ich hier die Beziehung. Aber wovor sieben Gründe Angst hat, ist der selbstbewusste Mann. Im Chat habe ich das auch so ein bisschen verfolgt, dass einer gefragt hat, ja, wenn ich nur investiere, aber nichts dafür bekomme, warum soll ich dann eine Beziehung mit einer Frau eingehen? Exakt. Willkommen bei Miktau. Willkommen in der Kosten-Risiko-Analyse. Und genau das hassen diese Frauen, dass der Mann nämlich genau die gleiche Kosten-Nutzen-Analyse machen kann. Kann der Mann es wagen, zu sagen, dass er es blöd findet, dass er nicht aus dem Flugzeug springen will, wenn 50 Prozent der Fallschirme nicht aufgehen? Wie kann ein Mensch nur so denken? Wie kann der Mann es wagen, die gleichen opportunistischen Standards anzuwenden, wie ich als Frau? Weil wir auch lernfähig sind. Viele Frauen glauben das zwar nicht, aber Männer haben es so zum Jagen gelernt. Wenn es um Vagina geht, denke ich, sind die meisten Männer nicht lernfähig. Da wird irgendwas überprüft. Jetzt müsstest du wirklich wieder dazu sagen, dass die Frau ja denkt, dass ein Mann auch eine Frau ist. Nur ein bisschen anders. Das darfst du nicht vergessen. Ja, so wie wir Männer von den Frauen annehmen, dass sie so ticken wie wir. Ist es mit dem Zauberwald, das ist so eingehendig. Also ich glaube, wenn wir nachher den Ausschnitt von dem Typen sehen, wo sie ihn schwingt, falls das nochmal kommt. Das dauert ja nur noch sieben Stunden oder so. Ich wette mit dir, dass ich 100 Prozent, ich wette mit dir, egal wie wir jetzt über sie reden, dass sie keinen Wert hat oder sonst irgendwas. Aber am Ende des Tages werden wir sie mehr respektieren als ihn. Absolut. Weil er sich mit dir abgibt. Ein Mann, der so eine Beziehung zu so einer Frau eingeht. Da halte ich die Wette mit dir, aber nicht in der gleichen Szene. In der einen Szene, die du beschreibst, hast du definitiv recht. Aber kurz davor oder kurz danach, glaube ich, bei dem Money Shot, den ich gezeigt habe, da verliert sie komplett den Wert wieder, den sie sich aufgebaut hatte gegenüber ihrem Kack. Ich meine, kommt da jetzt noch was oder geht das jetzt so weiter? Bis zu einer Stunde ist, glaube ich, der wichtigste Part bei einer Stunde irgendwas. Aber lass uns mal vorspielen. Wir können ja mal kurz in den Chat fragen, wollen wir, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie Die sind alle in meinem MGTOW, die sind alle meiner Meinung, also Vorsprung. Die Sache ist hin, wir haben hier leider keine Timecodes hier, das wäre natürlich praktischer gewesen. Wir schaffen das schon, bis zu einer Stunde, wenn wir das kurz halten, schaffen wir das hier bis zu einer Stunde, dann ist das Wesentliche durch. Und dann können wir mal noch kurz eine Szene aus dem anderen zeigen. Dann draufdrücken. Ich hätte einen Fahrschlag zu machen. Machen wir doch eine Schwulenpille. Du gibst nie auf. Toki und ich wären schon fünf Jahre verheiratet, wenn ich sowas gebe. So. Und das ist Kacke, weil dann müssen sich Männer actually Mühe geben. Das sind die Hauptsache Muschis oder Hauptsache Arsch, wa? Es geht nur ums Aussehen. Die denken immer, wenn die aussehen wie ein Chat. Der Mann muss sich dann endlich auch Mühe geben. Ja, er muss sich actually. Wenn du die faktisch, das ist ja dieses Lustige, dass Frauen immer glauben, dass sie mehr leisten als der Mann. Und wenn du mal wirklich guckst in den Beziehungen, wer arbeitet am Wochenende im Garten für die Familie, wer macht die Steuererklärung. Und was ich auch vorhin sagte, wenn Männer Zeit mit ihren Kindern verbringen, die verkaufen das ihrem Partner nicht als Arbeitszeit. Vor allem emotional labor fällt mir da direkt ein. Mein Lieblingswort. Das macht der Mann die ganze Zeit. Der hat gar keinen Bock. Aber sie nervt einfach. Und er muss dann, wenn er psychologisch schlecht ausgebildet ist, wahrscheinlich recht schlecht, damit dealen. Und sie sagt dann, sie macht die emotionale Arbeit in der Beziehung. Stell dir mal vor, es gäbe einen emotionalen Tamponszähler für dich, weißt du, da wo ein Euros tickert. Das ist so wie ein Taxometer, weißt du. Jedes Mal, wenn du das emotionale Tampon bist, macht es Ding, Ding, Ding. Aber trotzdem finde ich es so lustig, dass sie im Grunde sich gerade selbst widerspricht. Sie hat permanent über das, was sie jetzt gerade sagt, hat sie gelästert vor noch ein paar Minuten. Und damit zeigt sie ihren eigenen Sexismus. Das ist so. Das geht. Das ist alles schon im Zauberwald verschwunden. Das ist jetzt schon in irgendwelchen gelbleuchtenden, radioaktiven Fässern verschwunden. Das geht. Vor allem, weil sie halt sagt, dass das Aussehen von einem Mann nicht reicht auch. Ja, genau. Sie sagt ja jetzt, der Mann muss Wert bringen. Naja, hat aber im gleichen Moment, wenn du ihren Gesichtsaustruck und ihre Augen beobachtest, direkt nach oben geschaut ins Kreativzentrum und hat sich wahrscheinlich den Gigachat gerade vorgestellt. Weißt du, wie er sie betrifft? Aber das ist ganz bestimmt auch den Gigachat irgendwo in den Chats drin oder sonst wo, weil wenn sie den Versorger daheim hat... Der ist in den DMs im Handy. Der ist nicht im Simchat unterwegs. Der wartet, bis das Ding vorbei ist. Den Simchat, den meine ich gar nicht. Das ist doch für eine Frau keine Person, sondern du musst jetzt mal sehen, die Frau hat... Hört es auf, als individuelle Person zu sehen, den Gigachat. Sie hat einen Twitch-Stream mit so und so vielen Abonnenten. Der bessere Chat für sie wäre ein Twitch-Stream mit noch mehr Abonnenten. Weißt du, das ist... Den Versorger hat sie ja eh sitzen, der sie sogar schminkt. Sie wird später übrigens noch über Abo-Zahlen reden. Das ist interessant. Das mit dem Chat ist eine Projektion, gerade wie sie sagt. Der Mann muss dann sich auch echt anstrengen und alles. Das ist eine Projektion, weil der Chat sich halt nicht anstrengen muss für sie. Ja. Das ist eine Projektion. Sie hätte es gerne. Sie hätte es gerne. Ganz genau, weil da ist das Machtverhältnis in der Beziehung einfach, dass sie ihn mehr will, als er sie will. Und das mag sie überhaupt nicht. Und das ist diese Angst davor, dass der Mann sie weniger will, als sie ihn möchte und damit steht sie in der schwächeren Verhandlungsposition da und das hasst sie wie die Pest. Ja, die Hypergaben mit 20 Neurose, wenn man so will. Geiler auf den Punkt gebracht, aber es ist genau das, ist das, was im, was intern passiert im Kopf. Genau das ist es. Ja. Weil sie, weil sie im Prinzip, wenn du, wenn du Sex als Markt siehst, also Geschlechter, die, also den Geschlechtermarkt siehst und das, was, und ihre Währung siehst und die Währung des Mannes siehst und sie findet es halt geil, dass alles billig ist und sie will halt nicht in die Inflation rutschen im Prinzip. Und in dem Moment, wo, wo, wo ihr Wert nichts mehr wert ist oder, oder wo, in dem Moment muss sie das in die, ins Anstrengen gehen oder in dieses halt, in das, was sie vorhin halt verurteilt hat oder wie sagt man? Ich, ich sehe es so, ich sehe es eher so, dass wir Männer endlich anfangen sollten, uns selber in die Deflation zu bringen. Das Einzige, was die Männer lernen müssen, ist zu Pussy Nein sagen. Ja, sag ich ja. Wir müssen unsere eigene Deflation einleiten, weil wir leben ja in einer ultimativen Inflation, was den Sexmarkt angeht. Dass die Männer einfach sagen, Sex ist eine schöne Sache, aber wenn der Preis so hoch ist, dann kaufe ich ihn nicht. Ich komme mir vor, wie Anfang des Dritten Reich ist, wo ich 10 Milliarden Reichsmark für ein wecken Brot zahlen muss. Du kannst, du kannst eigentlich, eigentlich ist das keine richtige Inflation, sondern das ist einfach, du hast kein Angebot mehr. Wir haben nur eine riesige Nachfrage auf Männerseite und kein Angebot mehr auf Seiten der Frau, weil die Frau, eine künstliche Inflation. Nein, das ist gar kein Angebot und Nachfragekurve schneiden sich nicht mehr. Es gibt keinen Gleichgewichtspreis, um einen BWL-Term zu sagen. Das ist ein Angebot und Nachfrageproblem, warum du so viel bezahlst, weil das Angebot einfach unheimlich teuer ist, wenn es praktisch nicht vorhanden ist. Und Inflation wäre, wären Prozesse, die darüber hinaus gehen quasi, über das normale Angebots-Nachfrageverhältnis. Ja, es kommt darauf an, wie du die Kurve anschaust. Weil im Moment ist das, was ihr beschreibt, ja erst für, wie viel waren es? 38 Prozent der Männer der Fall? Ja, aber das geht ja da rein mit dem Gesellschaftsvertrag ultimativ. Ich habe ja gesagt, ich mache den Frauen keinen Vorwurf, dass sie sich sexuell nicht zu Beta-Männern hingezogen fühlen. Also, dass sie diese 20-80-Regel haben in sich selbst. Das ist ja evolutionspsychologisch in denen drin. Das kann ich denen genauso wenig vorwerfen, wie denen, dass Frauen Brüste haben. Das ist nun mal von der Natur so angelegt. Aber damit kommt auch zu akzeptieren, dass die meisten Männer nie an Sex kommen werden. Außer gegen, sagen wir mal, Barbares bei einer Prostituierten. Und das ist etwas, was Männer, Stocks Master, sagst du zum Beispiel, Sexroboter wäre die Lösung mit der künstlichen, die Männer wollen ja nicht nur Sex. Da geht es ja auch um die Connection auch. Und da fehlt die, die künstliche Intelligenz noch lange. Aber, es gilt zu akzeptieren, es gibt kein Zurück zu dieser Kernfamilie. Und die meisten Männer werden nicht mehr an Sex kommen. Und das muss man, muss man einfach akzeptieren. Und deswegen bin ich immer so scharf gegen Blackpiller, die als einziges Lebensziel die Pussy sehen. Und dann erkennen sie, sie kommen nicht dran und alles ist schlecht im Leben. Deswegen sage ich ja, Endstation ist Mittelalter. Ja, aber dann hast du immer noch dein frauenzentriertes Weltbild, weißt du? Wenn du, wenn du jetzt sagst, du verstehst, ähm, ähm, du verstehst es, was abläuft mit Frauen und Männern, du verstehst die Red Pill und du sagst, dann gibt es keinen Sinn mehr, da, äh, wenn du, so wie die Dinge stehen. und, und dann in dem Moment idealisierst du die Frau noch immer. Das würde aber voraussetzen, dass ich die Red Pill, äh, in den Mainstream, in 80% der Männerhirne reinversetze, das glaube ich nicht. Deswegen sage ich ja, wir werden im Mittelalter landen. Nein, das geht jetzt um die Blackpill. Die müssen es nicht. Die Männer haben einfach keinen Zugriff sexuell auf diese Frauen. Die Frauen lassen sich, werden sie sich aber irgendwann Zugriff schaffen. Dann würde, dann geht die Gesellschaft zugrunde und dann geht es automatisch zurück zur Kernfamilie. Mittelalter. Ja, dann hast du automatisch wieder die Kernfamilie oder die erweiterte Familie sogar. Das dauert aber eine Zeit. Aber, jetzt mal vorausgesetzt, wir wollen den technologischen Stand halten. Ich befürchte leider, dass wir das nicht könnten. Bin ich dagegen. Aber wenn wir den, ich bin, ich bin nicht, ich ziehe die Technik auf jeden Fall einer Frau vor. Wenn ich die Wahl habe, die Technologie bleibt erhalten oder wird sogar noch erhöht. Oder ich gehe zurück ins Mittelalter und habe dann Frau und Kinder in der Backe. Du hast aber nicht die Wahl, weil die Technik gibt es nur in Verbindung mit der Frau und den Meta-Sims in der Mehrheit. Weil, wenn das eine nicht mitspielt, wenn das eine nicht mitspielt, dann zerbricht das andere. Die Sims sind die treibende Kraft. Leider, so leid es mir tut, das sagen zu müssen. Richtig, ist so. Es ist einfach so. Das Problem ist, das Problem ist bei Blackpillern zum Beispiel oder ich sage mal so, für die Chats, die an Frauen kommen oder für die Männer, die Chancen bei Frauen haben und ihr ganzes Leben sich um die Frau dreht oder um die Vagina dreht. Und bei den Blackpillern, da dreht sich ja alles um die Abwesenheit von Vagina. Also es ist ja, es dreht sich immer noch um die Vagina. Nur bei den einen ist es halt die Frau und die Tatsache, was gerade passiert, die die Zugriff haben und die, die keinen Zugriff haben, für die geht es da immer noch um Vagina, nur um die Abwesenheit von Vagina. Ja, aber du siehst ja, Aber es geht immer noch um die Vagina. Das ist wie, wenn du Gott aus der Bibel streichst und dann alles nur darum geht, dass kein Gott mehr existiert. Ja, aber du siehst ja, wo es Sinn führt. Aber statt einen eigenen Sinn zu finden für sich selbst und einfach unter den Berücksichtigungen der Umstände, wie sie sind, das ist doch die Quintessenz aus MGTOW. Dass du eben nicht, dass du nicht sagst, okay, es geht um die Abwesenheit von Vagina, sondern scheiß da drauf. Scheiß auf den ganzen Scheiß. Ja, aber MGTOW... Guck, dass du deine biologischen Triebe anderweitig befriedigen kannst. Ja, aber MGTOW ist nur marginal. Was, vaginal? Ja, oder vaginal kann man sowas. Ja, das ist in ihrem Fall bestimmt ein gutes Synonym, ja. Sollten weiterkommen, oder? Ja, aber ich glaube, das ist dieses, was Giesbeth ansprach, das ist die Frau als metaphysische Wertgebung. Also, dass sie wirklich als das Fundament des Denkens ist, was jemandem Wert gibt und was nicht. Und das ist das Problem. Und das, denke ich, das würde den meisten Männern helfen. Und wenn diese, ihr sprachst von der Simpwirtschaft, müsst einfach überlegen, die Welt, in der wir jetzt leben, wo das Dating ist, wie es ist, das ist noch nicht so alt. Das ist gerade mal zehn Jahre alt, dass wir in der Zeit von Tinder zu leben, also 2013 war so der Punkt, wo man sagen könnte, jeder Arsch hat jetzt ein Smartphone. Es ist noch nicht, ich bin, würde mich noch nicht als alt bezeichnen, ich bin noch keine 40 und ich kenne das Dating noch so, wie es immer war in der Geschichte der Menschheit. Dass man sich über Freundeskreise dann automatisch, dass man da eine Freundin kennengelernt hat. Dass man so gedatet hat. Könnte erzählen, mich hätte einer angeschrieben, auch wieder, weil er den Leon gesehen hat und auch ein junger Mann aus Süddeutschland. Vielleicht lade ich den auch mal ein und der hat auch die letzten Jahre beobachtet und ist zu ganz ähnlichen Schlüssen gekommen. Also in der Uniszene, er meint eine Unistadt, ich nehme mal an, Freiburg, ich weiß es nicht. Im Endeffekt ist ihm auch aufgefallen, dass Online-Dating, selbst in seiner Zeit, als er volljährig wurde, immer noch so verpönt war und heute ist er Mitte 20, glaube ich, und alle machen das. Er hat auch ein riesen Umfeld von Leuten, die praktisch komplett, die wirklich attraktiv sind, sechs von zehn, sieben von zehn, also wie wir es immer beschwören und komplett raus sind eigentlich dadurch, dass es nur noch darüber läuft. Also es bestätigt sich auch immer wieder, wollte ich damit nur sagen. Ich finde es auch schade eigentlich, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, besonders im jungen Jahr mit Dating und so weiter, dass wenn du unterwegs bist, dass du in den Kino gehst, danach irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo noch zum Fastfood-Kurs reingehst, dass du wirklich allein mit der Tussi warst, dass sie nicht am Handy rumgespielt hat, also dass man Handy hatte, höchstens wirklich zum Anrufen und maximal SMS schreiben. Oh, Nicolo, du bist so alt, weißt du, du gehst dir auf zwischenmenschlichen Kontakt und Kommunikation ein, weißt du, Alter Falter. Das hätte ich auch gerne erlebt, Nicolo. Ja, aber so haben alle Menschen, du hast deine Freundinnen und so weiter nicht im Internet kennengelernt, sondern entweder über die Schule oder du hast einen Freundeskreis und deine Freunde haben auch sowas wie Schwestern und diese Schwestern haben auch Freundinnen und irgendwas ergibt sich immer. Ich gebe jetzt hier einen Boomer-Alarm aus. Ja, es ist ein Boomer-Alarm, aber wenn du wirklich guckst, ich nehme das ja mal als Vergleich mit dem Seimius, der Seimius ist ja ungefähr, glaube ich, 13 oder 14 Jahre jünger als ich. Das ist ein ganz, das ist ein ganz anderes Zeitalter, in dem der lebt. Zwischen, zwischen dem, wie mein Groß- oder Urgroßvater gedatet hat und zwischen mir und Seimius ist ein größerer Unterschied, als in den 100 Jahren davor passiert sind. Und ich finde es auch für beide Geschlechter wirklich schade. Dieses sich kennenlernen und so. Wie gesagt, die Technik, die Technik entwickelt sich weiter und wir, wir bleiben stehen. Was heißt stehen? Wir bleiben ja auch nicht stehen, wir passen uns ja auch an, sonst gäbe es ja Miktau nicht. Nicht wirklich. Ja, das ist ja Marginalchrieb von der Allgemeinheit. Die verhalten sich immer noch genauso wie vor dem Technik-Sprung. Da gibt es ein Lack, das meinte ich ja gerade mit dem, dass man bedenken muss, wie jung diese ganze Entwicklung ist. Wenn die 50 Jahre noch weitergehen, wenn wir das tatsächlich haben sollten, diesen Zeitraum, was ich nicht glaube, leider, dann müssen die Männer sich auch rein metaphysisch anpassen von ihrer grundsätzlichen Herangehensweise. Oder sie werden tatsächlich, dass die Sims wirklich zu einer Kaste werden. So eine Arbeiterkaste. Ja, wird es auch hundertprozentig. Das könnte auch gut sein. Egal, was die Zukunft bringt, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Darauf können wir uns einigen. Drück Play. Ja. Das wird langweilig. Das ist Play. Dann ist alles gut. Was das ist, wie man so mitfühlen im Haushalt nicht user-signende Männer erziehen, verweichlicht unserer Männlichkeit. Wer erzieht die Männer alle? Die Frauen. Wie die Frauen, also da bin ich mir noch nicht sicher, ob deren Frauen arbeiten gehen dürften. Ich kann von mir sagen, ich kann von mir, ich kann von mir behaupten, ich würde keine Freundin akzeptieren, die nicht arbeiten geht. Weil faul sein auch noch belohnt werden in der heutigen Zeit. Wir leben in der Gleichberechtigung. Du musst auch überlegen, dass sie das als Frauenunterdrückung sieht. Eine Frau, die den ganzen Tag zu Hause bleibt, ausgehalten wird und der Mann arbeitet für sie, sie stellt es andersrum vor. Sie arbeitet den ganzen Tag und der Mann bleibt zu Hause, macht ein bisschen Haushalt, kocht ein bisschen und macht abends die Beine breit. Wie gesagt, ich mache das Opfer sofort. Ich lasse mich sofort unterdrücken. 100 pro. Ich gehe den Deal ein. Wenn eine Frau mich komplett aushalten will, ich bin bereit, das schwere Los der Arbeitslosigkeit auf mich zu nehmen. Und weh, ich kriege meinen Hobbyraum nicht. Ja. Ja, und denk daran, nur weil... Wir müssen vorankommen. Dass irgendeine Revolution ansteht, das ist so... Nee, das passt schon. Ist gut. Ich weiß, nein. Alles wird von dir. So wie es kommt. So wie es kommt. Wir haben es alle vertiert. Ja, redet ruhig weiter. Viel Content für mich. Mach mal ein Kommentarvideo von mir, dann mache ich eins von dir. Ist echt schwer zu unterscheiden, ob das im Video ist oder hier direkt im Discord. Ich freue mich schon. Ich lade dich auch offen ein. Du kannst reinkommen. Wenn du Eier... Jetzt bin ich gespannt. Das wollte ich fast schon sagen, Eierstöcke hättest. Komm rein. Gib mir deinen Discord. Vielleicht habe ich gar keine. Ich bin schon am Vorhang. Egal. Ja, ich könnte jetzt für Nina meinen ganzen Kandal-Content runterbeten. Weißt du, um mich hier zu rechtfertigen. Wir verwenden schon viel zu viel Zeit und Aufmerksamkeit auf die. Das ist so. Da kriege ich schon wieder diesen leichten, diesen leichten, weißt du, diesen leichten, kurzen Geschmack am Gaumen. Das passt schon. Im Ruhrgebiet auch als Kackheit. Das ist nicht meine Studie. Das sind Hard Facts, Dater. Ergebnisse von Single-Mütter-Haushalten. Kannst du dir angucken. Jetzt wird es spannend. Peter sind die besseren Mütter. Da ist alles drin. Feminismus oder Schlägerei. Peter sind die besseren Mütter. Die ist total faktenresistent. Nee, nee. Das ist was Geile. Das ist, du könntest... Hard Facts. Könntest du im Mittelalter zu ihr gehen und sagen, die Erde ist rund. Nina, Mensch, du bist ja so... Ich bin richtig aufmerksamkeitsgehalt. Ich war so froh, als diese richtigen Männer mich ernst genommen haben. Weißt du, wie es ans Mikrofon rangeht? Ich war so froh. Das ist ernst gemeint. Ich habe mir das eine Stunde lang gegeben. Ich hätte mir das auch noch länger angeguckt, weil ich wollte das recorden, um darüber ein Video zu machen, auch ein YouTube-Video. Dann sag doch was. Weil das ist eine Goldgrube. Das ist eine richtige Goldgrube gewesen. Was ist der Admiral versunken? Aber dann bin ich halt ins Bett gegangen. Da ist eine Goldgrube. Aber dann bin ich halt ins Bett gegangen. Was hast du vorhin gefragt? Wie schaffen sie es überhaupt aufzustehen und einen Plan zu machen? Das ist... Übrigens wollte... Wollte sie... Also sie hat anscheinend die Passagen, wo ich meine Sachen gesagt habe, hat sie anscheinend nicht genommen, weil das war anscheinend nicht hassenswert genug. Das hat mich sehr, sehr in meinem Ego getroffen. Also das muss unbedingt nachgeholt werden. Du wurdest ignoriert. Das geht ja mal gar nicht, ey. Ja, nee, die Goldgrube-Instinkte sind ja nicht eingetroffen, weil sie ist ja ins Weg gegangen. Nee, der Walney existiert nicht, weil der nur Fakten bringt ohne Emotionen. Ja, verdammte Roboter. Scheiße. Und jetzt sind Hard Facts einfach so geil. Ist das nicht mehr so ein... Der Walney ist wie ein Baum, der im Wald umfällt, wo niemand das hört. Aber für mich als Content-Creatorin und für mich als jemand, der Sexismus aufklärt und Feminismus betreibt, ist das schon wiederum eine Goldgrube. Du bist die eine Sexistin, Alter. Viele erzählen mir immer, dass Feminismus ja gar nicht nötig wäre und dass Sexismus nicht existiert und dann kann ich sagen... Feminismus ist Sexismus. Aber was ist denn das dann? Ja, was ist das, Alte? Vier, eins, zwei, drei, vier. Kann sie zählen? Oh ja. Das ist viel, aber ich fand die Zählart interessant. Sie fängt beim Ringfinger an über den Mittelfinger, über den Zeigefinger und springt dann zum Pinky. Alles klar. Also da ist schon das sehr krasse. Egal, wurscht. Sie ist die größte... Sie wirft dem Admiral vor, ein Insel zu sein und redet dann von Sexismus. Die Frau ist einfach herrlich. Ja. Die mit 200 Leuten so eine Gülle gelabert haben und die Leute so... Ja, voll, voll. Digi, sag's ihm... Ich dachte, die Kamera war ja aus. Woher wollen die wissen, ob die genickt haben? Pure Research. Pure Research. Pure. Absolut linke Studienquelle. Ja. Das kannst du mir... Darüber kannst du... Darüber kannst du... Darüber kannst du mal ein Video drüber machen. Und dann kannst du nochmal reflektieren über Female Nature. Wie 70% alleinerziehenden Eltern, die ihre Kinder... Das wird den Männern jetzt in die Schuhe geschoben. Pass auf. ...quasi physikalisch missbrauchen. Frauen sind. Und nicht die Männer. Da sind es nur... Jetzt muss gearbeitet werden. Der Zauberwald wird aufgeforstet. Ich weiß nichts von dieser Studie, aber was ich mir erklären kann ist... Die Männer haben Schuld. Komm, erzähl es mir. Wahrscheinlich sind auch 95% der alleinerziehenden Menschen Frauen. Oh Gott. Frau, du bist... Ein Bimbo. Sondersgleich. Ohne Scheiß. Du bist so ein dummer Bimbo. Was hat er physikalisch gesagt? Ja, wenn es... Wenn es Gericht... Wenn es Gericht... Wenn es Gericht... Im Prinzip die Kinder wegnimmt, dann... Ja. Diese Frau kann alles legitimieren. Und kann mit sich selbst im Reinen sein. Das ist gruselig. Oder... Quasi... Ähm... Physikalisch... Missbrauchen... Frauen sind. Nein! Lacht sie gerade über Opfer? Ja, ja. Sie lacht über Opfer. Sie lacht über das Wort physikalisch. Das wird sie gleich nochmal erläutern. Weiß sie nicht, was das Wort bedeutet? Nee, weil... Sie hat wahrscheinlich... Selten Physik erlebt. Sie benutzt das als Einstiegstor wahrscheinlich, um zu lachen. Sie hätte wahrscheinlich... gehört, dass es sich um physischen Missbrauch handelt. Ich um physikalischen. Scheiß doch drauf. Es ist beides... Das ist der selbe. Ja, der Attack-Helikopter hat ein Wort nicht ganz korrekt benutzt. Darauf kann ich mich jetzt rumreiten, anstatt auf das Argument heranzugehen. Ja, ja. Das ist richtig so... Das ist so Drachenlord-Niveau. Es ist ja jetzt Kasper, der da hier redet. So was eben. Da habe ich mit jeder von meinen Echsen gehabt, dass du eine Stunde mit ihr versuchst, ein Argument klar zu machen. Und am Ende kritisiert sie sich dafür, dass du mit dem Finger auf sie gezeigt hast und sagst, das macht man nicht. Oder irgendwie sowas. Deswegen kann ich jedem empfehlen, niemals mit Feministen irgendwie öffentlich diskutieren. Selbst wenn du 100% der Argumente landest, die Frau hinterher heult und zugibt, dass du mit allem Recht hast, was du gesagt hast, geht sie hinterher auf Twitter und sagt, ich habe Morddrohungen hingekriegt und du bist der böse Weg. Ja, ja, ja. Du kannst nicht gewinnen. Ja. Allerdings gewinne ich den Stocks-Master. Ja. Ja, wie gesagt, ich hätte mir halt gerne, ich hätte mir gerne nur ein Argument gewünscht, egal wie verlogen oder wie dünn es wäre. Verstehst du nur eins? Aber sie gibt ja nicht, sie lügt ja nicht mal. Sie macht sich ja nicht mal die Arbeit zu lügen. Sie sitzt einfach da und sagt, und zuckt mit den Schultern. Ich glaube, dass sie auf ihrer Ebene, glaubt sie tatsächlich, dass sie das Video vom Admiral angeht. Denn du musst ja, die ignoriert die Fakten ja nicht, die genannt werden. Sie sieht die Fakten nicht. Ja, sie ist ein Bimbo. Nichts gegen Bimbos. Aber sie sieht, sag ich auch nicht. Die kann ja nichts dafür. Ich denke, das ist wirklich, um wieder mal die Hund-Analogie zu bringen, ein Hund, der kann ja nicht, es ist ja farbenblind per Geburt an, soweit ich das weiß. Und du kannst dem Hund dann nicht vorwerfen, dass er keine Farben sieht. Und ich denke, sie ist nicht in der Lage, die Argumente überhaupt, die wir bringen, argumentativ zu verstehen. Die sieht einfach nur Männer. Das ist doch besser. Männer sprechen negativ über, oder es fühlt sich zumindest als im Bauch, wie der Klaus sagen würde, ist schlecht an. Also ist der Admiral böse. Weil der Admiral mir schlechte Gefühle verursacht, ist der Admiral böse. Die Sache ist ja, wenn du schon die Hund-Analogie nimmst mit der Farbe, sie ist somit der Hund und dem Hund musst du erst mal erklären, dass es Farbe gibt. Und daran scheitert es ja schon bei dir. Wie kannst du einem Farbblinden beibringen? Als kannst du quasi keinen freien Willen. Was ist? Du brichst dir einen freien Willen ab, im Prinzip damit. Ja. Aber wie kannst du einem Farbblinden eine Farbe beibringen? Einigen wir uns einfach darauf, dass die fünf PS mehr, die sie durch ihre Haarfarbe hat, nicht im Gehirn hängen geblieben sind. Das ist okay, weiter geht's. Das ist es, komm. Ja. Oh, nee. Oh. Alter. Worüber lacht die jetzt gerade? Dass der Stocks-Master mir das Geld in den Karren wirft? Ich habe mir gesetzt. Nee, es interagiert mit ihrem Chat. Ich habe mir was in den Raum mit mir. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Eckart, Werner. Krieger im Garten. Krieger im Garten. Ich will kurz noch hinzufügen, sie ist eine real existierende Frau und sie hat in dem Zeitpunkt 195 Zuschauer gehabt und die glauben das, was sie sagt. Ja. Unglaublich. Jetzt kommt der Witz. Unglaublich. Und jetzt kommt der Witz. Sie hat nichts gesagt. Sie hat 195 Zuschauer, die sich begleitet. Nee, Subscriber, das ist was anderes. Das ist was anderes. Sie hatte sieben Tausend. Sie hatte sieben Tausend Zuschauer. Subscriber sind die, die für... Die Zahlen. Man hat sieben Tausend Zuschauer. Für jeden von den Subscriberen kriegt sie glaube ich sie. Ja, ist doch egal. Scheiß auf Zahlenschülerei. Die hat keine Zuschauer, die das glauben, die hat Zuschauer, die sich danach einen wedeln. Richtig. Warum dann? Und man muss ja wirklich dann sagen, diese 48 Minuten, die jetzt gelaufen sind, es stimmt. Sie hat an für sich eigentlich nicht wirklich etwas gesagt. Sie hat ja die ganze Zeit nur emotet. Das nun mal als Hintergedanke. Ja, wie mein Hund, die Becky, wenn ich Fratzen geschnitten habe oder irgendwelche lustigen Geräusche gemacht habe, da hat mein Hund auch reagiert. Ja, ja. Ein Stockmaster geht langsam das Geld aus. Er ist doch ohne Scheiß Stockmaster. Wenn du morgen Privatinsolvenz anmelden musst, ich sag dir, immer dran denken, kriegst du an die Schuld. Ich wollte es gerade sagen. Okay, komm. Wir machen weiter. Mal weiter, damit wir die letzten Minuten nur so hinkriegen. Das tut weh, Tops. Oh, mein Kopf, der tut so weh. Aua. Ich hab's auch schon denken müssen. müsste man jeder alleinerziehende Frau sofort die Kinder wegnehmen. Jupp. Da hast du Nabalm auf den Zauberwald. Das ist so, und das sind unbestrittene Fakten. Ach so, und der Zauberwald ist in der Musik. Jetzt wird's spannend. Der fiel so auf. Den muss ich mir auch noch, ich muss das alles, ich muss mir das jetzt mehrmals, zwei Prozent alleinerziehende Bilder sind Männer. Oh, mein Oscar. Zauberwald, ich muss mal gucken. Zauberwald. Ja, Admiral und ich haben ein Video dazu gemacht. Was das sein soll. Zauberwald, Red Pill, da müssen sie doch eigentlich auf unser Video stoßen, oder? Ja. Wenn ihr eine Shadowband werdet, das ist gleich zu erkunden. Das war die erste Zeile, die sie gerade übersprungen hat mit den Augen, hundertprozentig. Zauberwald kam so oft vor, ob das deren Insider-Begriff ist. Ich weiß es nicht. Wir müssen das Ding echt vermarkten, den Begriff. Wir müssen eine Doktorandenarbeit schreiben über den Zauberwald, damit es in die Psychologie eingeht. Ich stimme dir voll und ganz zu, was das Geldverdienen angeht, aber ich widerspreche dir, was es wir angeht. Dass das psychologische, also dass es in Fachbüchern enden wird, also da bin ich definitiv dabei, und ich glaube, Paul und ich können das auch irgendwann umsetzen, dann, ja. Da würde ich auch mitmachen mit dem Begriff des Zauberwaldes für kognitive Dissonanz. Ich wette dagegen. Ich sage, der Zauberwald endet die Zivilisation, bevor es in Büchern endet. Dann werden sie mir in der Höhle irgendwo anmalen. Es wird auch egal. Der Witz ist, es kommt ein Video von mir und vier Seiten von Klaus, wenn ich Zauberwald Red Pill google. Oh Mann. Na gut. Ich muss immer noch an das Video denken, auf das wir auch abreagiert haben. Mit der Tussi, die tanzt zu dem Song. Der Zauberwald, der Zauberwald, der strahlt im neuen Glanz. Die Zwerge klatschen leisen mit. So spüren sie die Schwudemusik. Warum kannst du das auswendig? Weil es ein Klingelton ist. Weil ich mir meine eigenen Videos immer anschaue und mir darauf einwichse. Dann brennt sich das ins Zorn. Das kann ich durchaus verstehen. Davor habe ich Respekt. Davor habe ich Respekt. Und weil ich das damals noch tatsächlich im Videoschnittprogramm zusammengeschnitten hatte. Ja, stimmt. Und da, wenn du das anbrennt, das brennt sich immer ein. Das Zauberwald-Lied ist schon ein eigenes Täter-Introjekt von dir geworden. Okay. Auf jeden Fall. Der Zauberwald hat Spuren hinterlassen. Sagen wir mal so. Sie sitzt sozusagen mittendrin und googelt auf welchem Planeten und lebe ich. John Smith Schellen sagt Zauberwald gleich Verdrängung. Nein. Das ist nicht eine Verdrängung. Nein. Es ist eine Rekontextualisierung der Realität, sodass es passt. Richtig. Das ist Konfabulation, glaube ich. Konfabulation hört sich cool an. Sie beschreibt ihre Realität aus der Blase, in der sie lebt. Sie könnte jetzt eine böse Theorie. Sie ist mit einer Realität konfrontiert, die bauchy-bauchy negative Gefühle macht und deswegen erfindet sie eine neue Realität, die ihr wieder gute bauchy-bauchy Gefühle macht. Und sie glaubt, diese Erfindung sei Realität. Darf ich eine bösartige Theorie in den Raum werfen über den Zauberwald und abstraktes Denken und Kreativität? Da bin ich dabei. Da kann ich dir gleich noch was zu sagen, was hinter dem Zauberwald liegt. Ich sag jetzt einfach mal, meine Theorie ist, dass Frauen, dass Frauen, die zu viel Zeit im Zauberwald verbringen, einfach nicht zu abstrakten Gedanken und zu Kreativität fähig sind. Deswegen hast du so wenig STEM- und MINT-Frauen. Nein, die CPU-Power wird vom Zauberwald beansprucht. Ja, das kann das nicht. Also, es muss für die Frauen eine Lanze brechen. Der Zauberwald ist schon sehr kreativ oftmals. Ja, aber der verbraucht die ganzen RAM. Das ist das Problem. Ja, na gut, wir machen weiter. Die einmal reingejolot haben und dann nichts mehr mit der Verantworten. Das war es nicht mein Body-My-Choice. Das sind die Single-Milter-Opfer von den Männern, die einmal reingejolot haben. Ich finde immer noch lustig, wenn sie möchte von den Stereotypen wegkommen, aber sie denkt eindeutig in Frau Gutmann Böse. Alter, ich stemmele gerade wortwörtlich vor, wie er da zwischen ihre Beine und da reinjodelt, ey. Sie meinte YOLO. Sie meinte YOLO. Wir haben 100% Female-Choice. Das ist My Body, My Choice. Und es zählt aus dem Argument. Das Schlimme ist, sie ist ja auch nur Bayerin, was ich mittlerweile festgestellt habe. Okay. Das ist unglaublich. Hauptsache schön weit weg aus dem Ruhrgebiet. Die meisten, die, 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 die meisten Jugendgewalttäter, die im Knast landen, kommen alle aus Single-Mütter-Haushalten. 80% auf der Straße. 80% auf der Straße. 80% im Knast. 25. Droh und Delikte. Droh und Delikte. Gewalttäter, die im Knast landen, kommen alle aus Single-Mütter-Haushalten. 80% auf der Straße. 80% auf der Straße. 80% im Knast. 25. Droh und Delikte. Droh und Delikte. 80% auf der Straße. 80% im Knast. Droh und Delikte. Verstehst du den Kontext? Siehst du, das war zu viel CPU-Power für den Zauberwald? Äh. Das 80% der Leute, die auf der Straße sind. Das liegt jetzt an den Single-Müttern und nicht daran, dass sich die Eltern getrennt haben. Das ist natürlich die Schuld der Frau. Ist klar, ist die Schuld der Frau. Wer löst die Scheidungen aus? Projektion, es kann ja nicht die Schuld der Frau sein. Naja, ich weiß. Naja, kann nicht sein. In Amerika fast 50% Zinge mit der Haushalte. Hier sind wir bei, würde sie gleich noch sagen, 17%. Die USA ist das aber so, wenn du mal in den schwarzen guckst, sei es irgendwie 85% oder sowas. Naja, da ist es am schlimmsten, logischerweise. Aber das liegt ja an rassischer Benachteiligung. Nein, das liegt da, weil die Männer einfach abhauen, so würde sie das sehen. Sind zwar die Frauen, die sich Zigaretten kaufen. Ja, das ist die Frauen, die die Männer aus den Wohnungen raushauen. Aber die Männer sind schuld. Hätten die sich besser benommen, hätte die Frau sie ja nicht verlassen. Bist du? Ja, genau. Kennt man ja. Ach so. Das war das mit dem mehr anstrengen. Jetzt habe ich das verstanden. 116 mit Bufen sind echt viele. Sind echt viel. Also jetzt überleg dir mal, wenn es ja nur 100% sind, aber es sind 160%. Bimbo-Effekt. Wie dumm kann man sein? Ja, ich sage Bimbo-Effekt. Das ist, ihre Gehirnzellen sind nicht zu reproduktionfähig. Da ist eine halbe Gehirnzelle mit einem Behindertenschein und die läuft auf Krücken. Darf ich sie erleuchten? Als der Attacke-Helikopter von 80% auf der Straße und 80% im Knast meinte, ist das nicht zum Aufaddieren. Er meinte, 80% der Leute, die auf der Straße sind und 80% der Leute, die im Knast sind, das sind zwei getrennte Gruppen, die betrachtet werden. Ja, es ist mein Fehler. Scheiße, weil ich davon ausgegangen bin, nein, das ist, ich bin halt davon ausgegangen, wenn man nur einmal eine Statistik gesehen hat oder zumindest mal irgendwas gelesen hat, was mehr als fünf Buchstaben und sechs Worte da hat, dass man versteht, wie eine Statistik funktioniert. Aber ich werde mich das nächste Mal besser ausdrücken. Mia Kulpa. Deine Aussage war nicht für frauisch gedacht. Ja, ich hätte es übersetzen müssen. Ich hätte den Google-Translorter Mann-Frau benutzen müssen. Ich zitiere Homer Simpson, ich habe leider den Clip nicht auf Parat. Statistiken sind nur was für Idioten. 16 Prozent aller Leute wissen das. Ganz ehrlich, schalt den Blick an, da war es gerade auf Stopp. Es schalt diesen Blick an, ey. Boah. Pass mal auf, aber jetzt kommt eine wichtige Stelle. Jetzt hat sie diesen Joke gemacht. Sind wir zusammen oder hat 60 Prozent? Und dann merkt sie, dann kommt das Politbüro, man kann das richtig, jetzt mal ganz genau aufpassen. Und dann merkt sie, oh, ich verhöhne hier Leute, die im Klass sitzen und auf der Straße sind. Ja, wenn man daneben stehen würde, würde man den leichten, verbrannten Geruch eines Kabels riechen. Pass auf, pass auf jetzt, pass auf, ich mach da her. 60 Prozent. Wie viele das sind? Jetzt so. Jetzt kommt der Schlag im Hirn. Du merkst, der Gedanke kommt ins Hirn. Jetzt nochmal lachen, um das zu überdecken. Bitte, Haushalte. Weil der Vater vielleicht einfach kacke war, abgehauen ist. Es kann nicht die Schuld der Frau sein. Also nachdem wir gemerkt haben, das Deutsche nichts. Der überraschte Blick war Juden. Stellen wir jetzt, wir jetzt im Matheunterricht, haben sie auch durch Abwesenheit geklässt. Ist die Quote für häusliche Gewalt bei alleinerziehenden Frauen nicht höher, weil einfach wesentlich mehr Frauen bei einer Scheidung oder Trennung das Sorgerecht bekommen. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich denke, gucken, wie die Männer wieder daran schuld sind. Also, dass die Studie Wenn wir mal auch über das häusliche Gewaltproblem bei Lesben reden und dann nochmal die Schattenzahlen in Angriff nehmen und falsch aussagen. Aber nein, nein, nein. Das wäre zu viel Logik. Das wäre zu viel Logik. Nein. Wenn wir erstmal die psychologische Gewalt aufzeigen würden, was nicht möglich ist. Du meinst das, was laut der Gäffer-Konvention verboten ist. Ja, genau das. Die Folgen. Ja. Vielleicht kommt der Moment. Warte mal, das war noch kurz. Nee, das Ding wollte ich was sagen. Warte mal. Ich glaube, ich habe gerade über einen drüber geredet. Nein, ich wollte nur mitteilen, ich habe das Video nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was kommt. Es ist schön, wenn ihr es alle wisst, was da kommt, aber ich verstehe fast kein Wort, wenn alle zwischenrein sind. Deswegen habe ich gerade auf Pause gedrückt, damit... Ich würde halt auch gerne hören, was lustig ist. Ja, also wer reinlabert, der drückt bitte auf Pause. Bisher war überhaupt nicht lustig, was sie gesagt hat. Überhaupt irgendwelche Zahlen sind, die faktisch sind. Das weiß ich, an deine Quellen angegeben. Das war für eine Feministin. Ist es wahrscheinlich so, wenn wir jetzt von 100% alleinerziehenden Eltern ausgehen, sind wahrscheinlich 95% Frauen. Falsch, aber egal. Und wenn jetzt von den 100%, 70% auffallen, dadurch, dass sie physikalisch ihre Kinder missbrauchen, dann ist ja klar, dass die das... Ne? Die kann tatsächlich nicht, die versteht Prozentrechnung nicht. Also... Ich wollte auch gerade unterbrechen, aber dieses... Es ist so dumm, ich kann der nicht zuhören. Das ist wirklich so, dass man die 5% nochmal als 100% sieht bei einem Vergleich, das kapiert sie nicht. Dass man diese... Wenn man den Gesamtblick hat, 5% Männer erziehen ihre Kinder und 95% Frauen... Ist jetzt erstmal egal, ob die Zahlen stimmen oder nicht. Aber rein von der Logik her. Dass man die 5% schaut, analysiert und als 100% betrachtet und gucken, wie viele Kinder prozentual werden von den 5% auffällig und von den 95% nicht. Ich meine, ich gebe insofern recht, dass das ein bisschen ein Vergleich ist, den man nicht ziehen kann, da Männer ja nur in Ausnahmesituationen tatsächlich das Sorgerecht kriegen. Meistens, wenn die Mutter tatsächlich eine Cracknutte ist, die im Knast sitzt. In der Studie wurden aber, glaube ich, soweit ich noch in Erinnerung habe, waren die Anzahl zwischen den Haushalten gleich. Das ist... Haben sie extra so gemacht. Aber ich... Wie gesagt, ich finde die Studie nicht mehr. Die qualitative Unterschied zwischen einem Haushalt, wo der Mann das Sorgerecht hat und einer Frau, ist ja gegeben, allein durch die Zahlen. Bei der Frau... Bei der Frau ist das die Durchschnittsfrau und beim Mann ist das der Übervater. Ja, aber es bereinigt die Statistik, wenn du auf beiden Seiten die gleiche Anzahl zum Vergleichen hernimmst. Nein, tut es nicht. Weil die Vorauswahl ja nicht qualitativ gleichwertig ist. Ja, Männer, die das Sorgerecht bekommen, sind meistens höher am Status, sind meistens besser gebildet, besser situiert, sonst würden sie die Kinder gar nicht bekommen und damit verzerrt sich natürlich schon die Statistik. Was aber wieder mein Argument bestärkt allen Frauen das Sorgerecht. Nein, noch einfacher. Wer Kinder in die Welt setzt mit einem Partner, hat dafür gerade zu stehen. Punkt. Und solange es nicht nach einem gerichtlichen Verfahren festgestellt werden kann, dass auf Basis des Schuldspruchs gilt, also, dass wirklich die Schuld bewiesen werden muss, nicht nur angenommen werden muss, dass jemand sich an den Kindern vergangen hat in irgendeiner negativen Art und Weise, müssen die Personen zusammenbleiben, solange die Kinder da sind. Und dann sollen die Feministen nochmal mitkommen mit, ja, es gehören ja zwei dazu zum Sex. Ja, aber es gehören ja auch nur zwei dazu, der Mann und der Mann. Wissen wir doch. Das ist, aber, aber diese Bimbo, diese Bimbo, Wer lacht der Österreicher wieder? Dieses Bimbo-Mindset, das die Tussi hat. Ich frage mich wirklich, wie die es schafft, Klopapier zu kaufen und sich den Arsch abzuwischen. Dass allein logistisch das hinzukriegen, wenn man nicht mal einfachste Prozentrechnungen versteht. Deswegen glaube ich auch, dass die Bücher und die Ordner in den Regalen allen ihrem Kackfreund gehören. Das ist so, weil ich bezweifle, dass die einen zusammenhangenden Satz schafft, der nicht mit Streamen zu tun hat. Das ist ein Greenscreen. Und ich habe, wenn ich beruf... Nee, ist es nicht. Kann ich leider nicht. Die ganzen Tools haben das ja. Wenn ich jetzt hier beruflich irgendwie bin, habe ich im Hintergrund auch immer den Zusatzset 3 aus dem Münchner Technikmuseum. Die holt was aus dem Regal raus in einem anderen Video. Da macht sie den Money-Shot, den ich im Discord gepostet habe. So holt die eine Kleinigkeit aus dem Regal raus, das Foto im Discord. Extra für die Kamera. Okay, wir machen weiter. Es ist so anstrengend, der Frau zuzuhören, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, ja. Nein, weil ich kann wirklich... Ich kann sehr lange fokussiert auf ein Thema, was mich begeistert. Oder auch wenn es mich nicht begeistert, aber wenn es einfach was zu lernen gibt. Ich bin für den Kack. Aber das ist so anstrengend, wenn die da so bla 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 nichts... Ich hasse Scheinsubstanz einfach. Ich hasse das. Das ist ja noch nicht mal... Wo ist der Schein? Sag mir, wo ist der Schein hier? Ja, das ist noch schlimmer als bei den Leuten mit dem Coach. Weil hier gibt es nichts zu analysieren. Das ist... Du hörst im Endeffekt Wahlgesang. Sagen wir es doch einfach so. Wahlgesang ist viel schöner und hat mehr Sinn. Tatsächlich ist das... Tatsächlich könntest du es mit Sirenen-Gesang gleichsetzen und dir hat 7000 Männer, die auf Riff gelaufen sind. Und alle Zahlen. Das erklärt die Zuschauer. Gut, dass ich auf die Klinge von Monstern immun bin. So, wir machen weiter, habe ich beschlossen jetzt. Knallhart und Habe. Wir sind ruhig für Giesbert. So lange ich Gast in deinem Live-Stream bin. Ja, heil. Ich habe gerade gemerkt, dass ich dem Video besser folgen kann, wenn ihr zwischen reinredet, weil ich dann nicht einschlafe. Wo bin ich denn hier gelandet? Morgen, nein. Ja, ich glaube auch schon zu kämpfen hier. Weil am Punkt der Wortlosigkeit angelangt, das ist auch schwer. Ich versuche mal dem Lörg, meine Gehirnzellen wieder zu bekommen, die bei dem Geschwafel der beiden... Wir putzen unsere wieder. Ach, bitte. Ich brauche sie wieder. Aber das Lustige ist, dass beide Seiten im Grunde das Gleiche kritisieren und beide Recht haben auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Sie, wir sind auf der Sachebene und machen sie uns über sie lustig. Sie ist auf der emotionalen Ebene und macht sich über uns lustig. Das ist fantastisch, weil sie nicht versteht, was wir meinen. Ja. Das ist das Fantastische an der ganzen Geschichte. Leid, dass ich da für schlimme Dinge gesorgt habe. Mann, Zeitschrift, Schuld der Frau. Schuld der Frau, finde ich gut. Die werden wahrscheinlich mal 90% auf der Straße lebend und 80% der Kriminellen aufhörigen. Also darüber müssen wir uns jetzt nicht lustig machen. Oder doch, die verdienen schon, dass man sich über die lustig macht. Doch. Ja, bitte. Tut das. Die haben auch schon viel anderen Scheiß gesagt. Ach so, über euch, die das gesagt haben, macht man sich lustig. Ja, über uns kann man sich lustig machen. Über die Leute dann doch irgendwie nicht über die 160%. Also bei ihr ist so viel Dünsches im Gehirn. Ich kann es ja echt nicht anders sagen. Die kriegt ja keinen klaren Gedanken zusammen. So, Paul, wenn wir den Stream von der Straße aus machen würden als Obdachlose oder eben im Knast sitzen würden, dann würde sie sich nicht über uns lustig machen. Habe ich das richtig verstanden? Nein, das ist, glaube ich, so logisch. Lassen wir das sehen. Nein. Nach dem Video sitzen wir im Knast. Was wollte ich? Nein, ich glaube einfach, sie war bei Apple einfach der erste menschliche, das erste menschliche, das erste Objekt, das in der Mitte vom Human Centipede angenäht wurde. Ich wusste es. Anders kann ich mir das nicht erklären. Anders kann ich mir das, nein, sorry, anders kann ich mir das nicht erklären. In dieser Stunde, die wir uns das antun, weißt du, in dieser Stunde, die wir uns das antun, kam absolut gar nichts. Nicht mal Schein. Es kam gar nichts. Wir sind schon gleich bei der 5-Stunden-Marke. Wir ballern jetzt los. Egal, komm. Die sind auch nicht, also, es tut mir sehr leid, ich mache mich ja nicht über Dummheit lustig an sich. Ich mache es auch schon bei dir. Ja, auch besser, so dass sie, ne? Sonst würdest du die ganze Zeit über sich selber lachen. Ja, ja, die müssen selber lachen. Diese Frau ist unglaublich. Bescheuert. Böswilligkeit, dass wir Frauen verantwortlich machen für die Ergebnisse von Single-Mitte-Haushalten. ist was im Chat, was auf jeden Fall falsch ist. Der MXG Wolfen schreibt, wie ist das Team unter der Brücke? Ich sehe, komm. Ich nicht, ich habe genug Spenden heute gekriegt. Der Unterschied zwischen einer Flasche Mineralwasser und ihr ist, Mineralwasser gibt es auch in Still. Die Alte ist echt. Es ist unglaublich. Also, Christian, ich muss jetzt deinen Job einfach mal übernehmen, weil du haust das dann da raus. Ja, zur Zeit, das ist zu ermüdend. Ich spiele jetzt mal den alten Mann. Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, wo wir diese zwei alten Jungfern hatten, die sich auf dem Feld darüber unterhalten haben, wie schlecht die Männer sind und haben uns in unserer Unschuld darüber beschwert, wie schlimm das Video war? Mama sagt, geh heulen, so heißt der User, schreibt, warum redet ihr die Frau schlecht? Sie ist kerngesund. Körperlich mag das vielleicht stimmen. Geistig ist sie eine Vollpfeife. So. Wie gesagt. 120 Prozent der Stream-Anwesenden sind der Meinung, dass sie eine Vollpfeife sind. 120 Prozent? Okay, weiter, weiter, weiter. So viele sind wir noch gar nicht. Ich kann es schon etwas so nah an der Wand. Auch jetzt hat sie beide Beine mittlerweile. Ja, schon lange. Schon lange, ja. Das ist die besondere Abwehrhaltung. Ich wollte es vorhin schon erwähnen, dass sie jetzt noch, noch komischer raus sind. Das entspricht einem Anteil von 18 Prozent an allen Familien. Wir wachsen in einer Ein-Eltern-Familie auf. Von der Alleinerziehenden sind 88 Prozent Mütter und 12 Prozent Väter. Da war ich ja recht nah dran. Risiko in Armut zu leben ist der Alleinerziehenden-Familie höher als bei jeder anderen Familienform. Alter, der einzige Grund, warum ich noch wach bin, ist, dass ich nie verspielen das Wort in dem Fall zocke. Ja, das ist echt so. Oder kannst du das mal in Discord rein kopieren? Mit der Seite bitte, Oskar. Also in unserem Chat. Ach, wie die Rede? Ich weiß es so. Wir können doch nicht das. Kannst du das jetzt eigentlich für mich kannst du mir das noch reinposten? Wir gucken uns das hier noch an. Das ist ja eigentlich, wir müssen uns mal hinterher an, weil hier wirklich der Bär. Ich sag ja, wie gesagt, ich bin der Einzige, der sagt, wir sollten uns das Kackvideo endlich einsetzen. Weißt du, wir schaffen das noch. Wir schaffen noch was. Geht's doch ein bisschen Kolsch. Immer, immer ganz ehrlich, warum wollen wir das Haupte reinziehen? Wach mal einfach hier. Nach fünf Stunden wird der Seimius wach. Sehr schön. Jetzt geht's los. Ach, warum nicht? Ich möchte, ähm, Let the hate flow through you. Ich kann tatsächlich ungern angeben, ähm, weil ich habe Angst, dass sie einfach nur dadurch, dass ich das jetzt hier sage, auch am Ende nur eine Reichweite mehr bekommen. Also ich hatte es im Discord gepostet. Es ist im Discord gepostet, im einfach so chatten, wenn du da reingucken möchtest. Harald Haller sagt, die Beinhaltung ist Ausdruck ihrer Individualität. Aber nichts mit der Entwicklung eines Kindes zu tun, nur die Mutter. Feministen haben ja den zweiten Platz beim Individualitätspreis. Hast du Kommentare bekommen eigentlich? Nö. Nö. Okay. Also hat nicht einmal einer von ihren Sims, obwohl sie das hier angesprochen hat, gerade den Link angemacht, sich die Mühe gemacht, bei dir zu kommentieren, weil die einfach mit Wichsen beschäftigt waren. Es gab überhaupt keinen Hass. Echt schade. Weil wenn du echte Gefolgschaft hättest und die wollen, wenn du irgendwelche Predigen, wenn die Inhalte hätte, die Predigen wären und die Gefolgschaft von ihr hätte, was zu verteidigen, dann hätten sie es getan. Aber die sind nicht deswegen da, weil da ist kein... Also, bis bei dem Sido-Video gab es wesentlich mehr Resonanz von den Fanboys als nach dieser Geschichte. Ja, weil es da irgendwas... Da gibt es etwas zu verteidigen. Hier nicht. Ja, aber es gab einige von denen, die dann uns zugestimmt haben, weil sie auf einmal während des Videos gecheckt haben, oh, Moment mal. Das ist ja gar nicht mal so falsch, was die da drin sagen. Das ist Reflexion. Und das Schlimmste, weil ihr ist nicht so polemisch wie der Rest der Bande hier. Das ist besonders schlimm. Also, ich finde es sehr amusant. Ich bin hellwach. Okay, ab geht's. Du hast ja keine Zeit, Kommentare zu schreiben. Du musst ja die Sauerei auf deinem Keyboard wegmachen. hier auf deinem... Du meinst mit einem Feuchttuch? Jetzt sinkt das Niveau aber rapide. Ja. Eine Tifane ist auch gesunken, aber da wusste man wenigstens, wie viele Leute drauf waren, ne? Der Machiavellist schreibt Haschmeyers Schwester. Haschmeyers Schwester. Wahrscheinlich uneheliche Nichte oder so. Schwester-Tochter-Nein, wa? In der Parttherapie entstanden. Mh. Der hat kurz dauert, der hat kurz dauert, ne? Wir machen hier nur ein paar Witze, weißt du? Depressionen, Selbstmord und Obdachlosigkeitsrate haben das stimmt auch in dem Chat erklärt, aber das, ich glaube, da wurde überhaupt nicht drauf eingegangen. Problem... Die sagt, es wird auf etwas nicht eingegangen. Da ist das Patriarchat und die toxische Männlichkeit. Ach, das Problem, ja. Das ist das Problem, gut erkannt. Wer zieht denn die Kinder und darunter gehören auch die Jungen? Toxische Männlichkeit. Nein, aber... Das ergibt keinen Sinn. Nein, sie sprach, es gibt alles Sinn. Wenn du nicht drüber nachdenkst. Die Single-Mütter, die Single-Mütter sind doch automatisch nicht schuld für das, was sie verbocken, weil der Mann sie verlassen hat. Obwohl die Frau ihm geschieden hat. Du musst das in den richtigen Zusammenhang bringen. Kapiert das endlich, Männer. Entschuldigung, hätte er sich mehr bemüht, hätte sie sich ja nicht von ihm trennen müssen und den Nachbarn ficken müssen. Ja, richtig. Also ich muss wirklich zur Sinnhaftigkeit sagen, es hat alles einen Sinn, selbst wenn es Unsinn ist. Aber das ist ja kein Unsinn. Sie sagt ja nichts. Und dass sie gerade sagt, dass auf Sachen nicht eingegangen werden, das ist... Es ist eigentlich das respektloseste Video. Das ist so, als wenn Christian sich selbst die Schuld geben würde. Das macht keinen Sinn. Nein, es ist eigentlich das respektloseste Video, das ich seit langem gesehen habe, weil es ist eigentlich, es ist passive Ignoranz. Oder sie sagt, sie sagt, wenn das irgendwie möglich ist, wenn das irgendwie möglich ist, das ist passive Ignoranz. Alle umbringen, soll Gott sie aussortieren. Ja. Ja, genau, ja. Marx Simpsons. Ja. Das sind so Leute, weißt du, da würde ich gerne mal so zehn afghanische Flüchtlinge einquartieren bei denen in der WG. Mir reicht es, wenn du in die WG mit der gehst. Das wäre auch witzig. Ich würde immer den Joghurt aus dem Kühlschrank klauen. Du bist da richtig Granat, Alter. Ja, ist so. Okay, Patriarchat ist schuld. Okay, ultimatives Externalisierungs-Narrativ. Wenn nichts mehr zieht, war es Patriarchat und toxische Männlichkeit. Okay, ist ja eigentlich verwunderlich. Frauen ziehen die Kinder groß und wenn die Jungs dann aus der Reihe tanzen, ist es toxische Männlichkeit. Ja. Aber wir arbeiten uns ja gerade wirklich weiter, weiter voran. Also am Anfang war noch Beschämung und jetzt geht es langsam immer mehr in die Tief. Ich tippe auf weitere Beschämungen. Und ich weiß, die meisten von euch wissen, mal kurz an, damit wir das auch abgedeckt haben. Männer fragen oft nicht nach Hilfe, weil sie denken, dass sie stark sein müssen und wenn sie nach Hilfe fragen, sind sie schwach und unmännlich. Grund dessen fallen Männer viel schneller und länger in Depressionen, geben nicht zu, dass es ihnen schlecht geht, versuchen das irgendwie zu überspielen. Männer vertrauen sich nicht Ja, aber zeig mal, als waren dann Schwäche. Ja, der Gesichtsausdruck bei Frauen, wenn du deine Schwäche zeigst, du kriegst keine Hilfe von Frauen. Oder geh mal zur Polizei mit einer komplett ausgeschlagenen Frontfresse, wo dir alle Zähne fehlen und du musst dreimal hingehen, bis die Anzeige aufgenommen wurde. Weißt du? Die Täterin müssen wir dazu sagen. Wer bringt den Kindern bei, Indianer kennt keinen Schmerz und das nur den Jungs. Das ist wie immer, aber das ist die so lazistische Projektion. Wenn ich mich schlecht fühlen würde, würde ich darüber reden und mich emotional öffnen. Ja gut, du bist ja eine Frau in meiner so lazistischen Wahrnehmung, also ist Gefühlsöffnung toll. Warum machst du das nicht? Dass wir als Männer keine Sims haben, die nur darauf warten, uns helfen zu können, das sieht sie nicht. Jetzt ist einfach, der normale Mann, besonders der Mann, der Schwäche hat, existiert einfach nicht in ihrer Wahrnehmung. Am weiblichen Wesen soll die Welt genesen. Ganz einfach. Das ist halt der So lazistismus im Endlevel. Okay, gut. Der Mann wäre so viel besser, wenn er eine Frau wäre. Das ist ihre Aussage. Sie verweiblicht ja auch die Männer. Das ist ja auch der Grund, warum die Depressionen haben. Wir gucken uns nur ihren Freund an. Keine Sorge. Gerade Männer, die so denken, die haben keine tief, gefühlstechnischen Gespräche. Was? Männer fragen nicht nach Hilfe, wenn sie Geldsorgen haben. Was? Von wem sollen sie denn fragen? Dich oder was? Weil sie uns verarschen. Wir kriegen kein Geld. Das Geile ist, du kannst es wirklich ganz einfach, ganz einfach in der Realität beobachten. Das kann jeder Mensch. Wenn du einfach, jeder kennt so und so viele Männer. Und schau einfach mal, welche glücklich sind. Ich habe noch nie, noch nie einen glücklichen, weiß ich nicht, Transgender-Geschlechtsumwandlung irgendwie, der wirklich glücklich ist. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kommen jetzt alle raus. Wer mit sich selbst zufrieden ist, mit sich selbst im Reinen ist, nein, da gibt es keine glücklichen Leute darunter. Nein, nein, die geben jetzt alle, die geben jetzt alle Interviews. Das ist, das geht, das kommt gerade hoch wie ein Buschfeuer. Das werden immer mehr, wie unglücklich die sind und dass sie sich selbst, selbst verenden wollen. 50 Prozent, es gibt Studien, Langzeitstudien, 20 Jahre sind ja, wird ja schon umgewandelt und 50 Prozent bringen sich im Zeitraum von 20 Jahren um die Ecke. 50 Prozent von der Umgewandlung. Also bitte. Ja, Problem, Lösung. Nee, nee, bloß am Anfang haben sie die Studie benutzt, um das Gegenteil zu beweisen. Da hat sich wieder der Zauberwald eingeschaltet, weil das ist ja, weil sie so kämpfen müssen für ihre Umwandlung. Deswegen bringen sie sich um. Herr Tech-Helikopter, wie war das nochmal mit der Sterblichkeitsrate, wenn 50 Prozent sich von denen innerhalb von 20 Jahren abmurksen? Da gibt es doch wieder ganz viele freie Wohnungen. Nee, eben nicht, weil es ist ja nur eine marginale Gruppe. Die ist ja nur gut, um Opferpunkte zu sammeln, aber nicht um Opferpunkte auszugehen. Stimmt, das ist wirklich im Promillebereich und sogar weit weiter runter. 0,000 hast du nicht gesehen. Ja, deswegen ist es nur gut, mit ihnen Werbung zu machen. Wenn die wirklich Hilfe brauchen, weg mit ihnen. Ab in die Mülltonne. Ja, da könnt ihr jetzt den Artikel einblenden oder die Website, die ich Nicolo auch geschickt habe, die Klaus Thiele in seinem letzten Video verwendet hat, vom Psychologischen Männerinstitut in England, die da zu ganz anderen Schlüssen kommen, was die emotionale Öffnung angeht. Aber gut, das machen wir jetzt nicht. Wenn du halt mit, wenn du mit deinem Sklavenmeister, mit deinem Sklaventreiber verheiratet bist, dessen gesamte Gesetz hinter ihm steht und dich durchkaut und ausspuckt, wie willst du da nach der Hochzeit nicht in eine Depression fallen eigentlich? Wie soll das möglich sein? Gute Nacht, Schneezer. Systemgeschützt. Ja, gute Nacht. Ey, ich will mein Uvo haben. Schnell, jetzt schlangen. Jetzt sag es einmal schnell. Einmal schnell sagen. Aber ich werde jetzt auch im Bett hin. Ich bin heute am Mittag zum Boden verabredet. Ich will noch ein bisschen schlafen. Läng nicht ab, ich will mein Uvo hören hier. Auch von dir, Christian. Ah, hier hast du ja Uvo. Warte mal, ich gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe ihm sein Uvo. Bist du bereit? Das klang irgendwie schwul. Uvo. Ich schaffe echt gleich einen, ey. Und da habe ich schon das gregorianische Uvo gesagt, aber das ist anscheinend nicht so toll wie von einer Frau. Ja, da haben wir es mal wieder. War das okay für dich, Nicolo? Habe ich mich, habe ich mich ins Zeug gelegt? Na, ich will das von der Schneese hören. Das darfst du hier nicht raus. Wie, meins war nicht gut genug? Nein, 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 ehrlich, das, nein. Die drei Buchstaben. Da fühle ich mich irgendwie komisch, wenn ich das mache. Ich fühle mich nicht komisch, siehst du? Du kannst von mir das türkisch haben, das Üvü. Also denn, gute Nacht. Üvü. Nachti, alles gut. Gute Nacht. Ich siehste, ich wäre die bessere Frau. Ja, und ich werde jetzt auch im Bett hin, wie gesagt, ich kann nicht mehr. Ich schloss wieder ein. Ich wünsche euch noch viel Spaß, in die auseinanderzuruppen. Ja, ich kippe den Rest später an, ich muss ins Bett. Ja. Bis dahin. Ciao. Ciao. Üvü. 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 Da könnte man wirklich ein Mantraut raus machen. Es wird Zeit, dass ich mit meiner Idee, mit der künstlichen Intelligenz, einfach so einen V-Tuber mit so einer weiblichen Stimme Ja, wir können das doch alle mal im Chor machen. Das ist dann wirklich wie Wahlgesänge. Die haben dann mit der dunklen Oktave auch irgendwie einen heilsamen Effekt. Okay, drei, zwei, eins. Üvü. Wirst du aber lachen. Ich habe schon einen V-Tuber-Charakter gesucht, der ein Angriffshelikopter wäre, aber ich habe nichts gefunden in der Richtung. Es wird schwer mit den Sprechen zu lassen. Ich bin aber auch ziemlich fertig. Ich mache auch nicht mehr lange. Fünf Minuten haben wir, Jungs, schaffen wir. Wir müssen uns den Sojasen fünf Minuten, fünf Minuten. Ja, dann jetzt Play drücken und nichts mehr labern. Auf geht's. Aber Männer, die sehr unter dem Patriarchat und toxischer Männlichkeit leiden, haben Probleme, Depressionen behandeln zu lassen, sich zu helfen, wenn sie Geldprobleme haben, generell nach Hilfe zu fragen, auch staatlicher Hilfe. Deswegen, ja, ist die Selbstmordrate, die Obdachlosigkeit und die Depressionsrate in vielen dieser Bereichen höher als bei Frauen. Weil Frauen aufgrund ihrer Sozialisierung ein bisschen mehr in Tune sind mit ihren Emotionen und auch ihr Umfeld mehr um Hilfe fragen. Das ist so bösartig. Ja. Ja. Grund ihrer Sozialisierung. Staatliche Hilfe zum Beispiel, wenn du deinen Job vernielst, Hartz IV etc. beantragen oder Bürgergeld. Das macht kein Mann. Nein, nein. Sowas halt. Ja, Mensch. Sie hat ja echt... Aber wer... Nach welchen Aspekten sucht man sich denn seine Partner aus? Okay. Ihr könnt... Ihr könnt... Ihr könnt euren Mösen-Saft... Ihr könnt euren Mösen-Saft Jetzt wird's lustig. in ein paar Fünfzerstäuber reinschmeißen und es vor die Augen von alten Boomer und Politiker schreuen, wie ihr wollt. Irgendwann kommt die Wahrheit raus und es wird so ein derber Knall werden. Spätestens werden die Jugend so fertig und gebrochen ist. 25 Prozent... 42 Prozent in den USA unter 25 haben eine psychologische Diagnose. Das ist das Ergebnis dessen. Und dann erzählen wir nochmal, Frauen sind wundervoll und machen alles richtig. Und es ist super, die Kernfamilie aufzubrechen, weil Frauen ja so befreit werden müssen. Übrigens, den Gender Pay Gap, der hat sich mittlerweile in den USA gedreht. Frauen verdienen im Schnitt 5 Prozent mehr, also falls das Ding noch kommt. Oh, in Portland sind es sogar 17 Prozent. Und vor allen Dingen, jetzt kommt noch bei ihr ihr White Knight, ihr Simp, ihr Freund, was auch immer der ist oder ihr Sugar Daddy hat das Zimmer verlassen. Das finde ich süß. Das kann er nicht ertragen. Da brennt der Zauberweil. Bichterloch. Bist wohl ja so ihren Läpp zu rum. Meinst du, dass wir mit dem Napalm auch das Unkraut erwischt haben, das zwischen den Wurzeln wuchert? Boom. Die fühlt sich gerade echt angegriffen. Merkst du das? Ja, ja. Hallo, Minus. Ja, ja. Hallo, Haus. Frauen zerstören Kinder. Eigentlich bekommen Frauen sogar genau genommen 1000 Prozent mehr. Menschen, Frauen. Mathematisch richtig. Was war das jetzt? Merkst du ihre Unsicherheit? Metall. Ja, sie fühlt sich angesprochen, ganz klar. Ich habe hier so Experten. Was überspielt man nochmal mit grenzenloser Überziehung? Wie war das? Einfach mal kurz auf die Sprünge. Ja, ich weiß auch nicht. Unsicherheit vielleicht. Play. Die Folter muss weitergehen. Das Ganze ist immer Menschen sind schlimme Wesen. Ich habe Schmerzen. Krieger im Garten. Krieger im Garten. Ja, das geht halt so weiter. Das geht so weiter. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich finde es schon schwierig und unverständlich, wie diese ganz Verschörungsgedönse zustande kommen. Ich finde Menschen immer etwas unheimlich, die beim Sprechen immer nur die obere Zahnreihe noch offen haben, also den Mund geöffnet haben. Vielleicht kann sie es nicht anders. Ich weiß es nicht. Aber mir fällt sowas immer wieder auf. Normalerweise sagst du das bei jungen Leuten. Bei alten Leuten zeigen sie mir die untere Zahnreihe. Aber bei ihr ist das sehr auffällig. Ich glaube wirklich, sie kriegt den Mund nicht richtig zu. Und nicht richtig auf. Das ist, in Amerika, ich glaube mal, in Amerika nennt man das Mouthbriefer, oder? Ich wollte es gerade sagen. Kommt vielleicht deshalb keine Informationen zu mir durch. Sie sind alle aus wie Fischminder. Aber Jungs, gibt es noch ein bisschen Goldstaub, was die sagt? Ansonsten würde ich jetzt... Jo, was kam noch. Jo, was kam noch. Ja, ja. Jetzt komm, aber ich kann auch kaum noch die Augen aufhalten. Ich habe auch einen langen Tag. Ja, dann play. Auf geht's. Rollback oder was. Die träumen davon. Oder der sagt, einer sagt, ja, es wird irgendwann, es wird eine Revolution kommen. Und dann werden wir entweder Mittelalter landen. In den Spausen kommen. So rechtmäßig, was Frauen auch, Frauenrechte angeht oder so. Oder Männer verweigern ihre Dienste an Frauen. Kommen wir denn dahin? Und dann hofft er ja ganz dolle für die Frauen, dass sie ja wirklich so strong und independent, wie sie sich darstellen, seien. Weil ohne Männer kommt ja keiner klar. Geh irgendwo hin in der Zivilisation, einmal im Kreis drehen und guck dir an, was du erblickst. Ja, natürlich. Und dann wissen wir, was Sache ist. Also ich würde sagen, 99 Prozent der Redpillar sind rechts. Oh, da sind wir. Wer hat's? 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 Oh Gott, wir sind bei der braunen Pille angelangt. Ja, das ist Godwins Law, Internet Rule. Ja, wir haben gewonnen. Rechts ist ja an sich nichts Schlimmes. Für sie ist es halt ein Kampfbegriff. Ja, das meine ich ja. Aber das ist, was Sie hier sehen, das Lustige ist ja, Libertäre und ich bin Hardcore-Libertär. Ich werde ja, von den Linken halten mich für rechts und die Rechten halten mich für links. Also das ist ja das Schlimme. Ich kann mit beiden nichts anfangen. Weißt du, Nicolo, wenn ich den ein oder anderen linken Menschen so ein bisschen den Kommunismus wirklich erkläre, wie er halt wirklich real abgelaufen ist und dass ich sage, naja, das ist eigentlich richtiger Kommunismus, ne, Gulag-Style. Ab mit dem Express nach Sibirien. Aber du bist ja ein Steinzeit-Kommunist. Ah, interessant. verstehe. Du weißt doch, es gibt immer eine bessere Version von Utopia. Mhm. George Orwell hat das ja auch mal so, der war ja auch sehr sozialistisch eingestellt. Hat dann auch mit vielen Kommunisten und so weiter gesprochen. Da sind ja auch zum Schluss gekommen, die meisten, die werden nicht von Empathie für die arbeitende Klasse angetrieben, sondern sie hassen einfach die Reichen. Ja, ganz einfach. Das ist ein durch Mitgefühl angetrieben. Als ich aber faktisch einfach überzeugt wurde, bumm, hat sich meine Meinung geändert. Bei den meisten ist es fast halt nicht. Ja, aber in das Fass machen wir jetzt nicht auch so. Nein. Jupp, jupp. Aber ich bin ein libertärer Nazi, sagen wir mal so. Genau, kannst du kurz zusammenfassen, um was ist dieser Redpilz? Kapitalistischer, libertärer, weißer, cis-Nazi. Aber jetzt mal stopp jetzt. Also bei diesem Begriff habe ich fast mein Miet verschüttet. Also, wow. Libertärer Nazi. Okay. Ja, das ist, das so hat mich, Mammon Magazin ist auch so einer in der Menosphäre, der ist ja mittlerweile nicht mehr aktiv. Der hat, ich habe früher öfters mal Videos gemacht, also geskriptete über Philosophie, in erster Linie auch über Objektivismus, Philosophie von Ayn Rand. Und der hat mich, also das ist ultra-libertär, auch ins Philosophische rein, nicht nur ins Wirtschaftliche. Und dann hat er mich wirklich als rechts-Nazi-mäßig bezeichnet. Deswegen, da kam das der libertäre Nazi her. Ich weiß, ob der Mammon sich im Grunde genommen hat. Das war eine Zeit, ja, wo wir dann Livestream gemacht haben, sind wir jetzt live? Ja, wir sind jetzt live. Und später im Video sagt er, ich wusste nicht, dass wir live sind. Oh Gott. Ja, der hat auch den Zauberwaltchen gehabt. Was für eine Witzfigur. Aber der hat sich ja mittlerweile selbst gelöscht. So, weiter, weiter. Aber jetzt ist die gerade beim dritten Mal erklären im Video, was die Rappel ist. Nee, komm, das überspringen wir jetzt aber. Von Matrix, ich weiß nicht, ob du, Rechtspiller, ich weiß nicht, ob du Matrix geschaut hast. Rechtspiller. Das gefällt mir. Nero, der am Ende quasi die Wahl bekommt. Der kriegt die am Anfang, nicht am Ende. Aber die rote oder die gelbe, äh, die rote oder die blaue sind. Rot ist, er wacht auf und blau ist, er bleibt in der Matrix. Ich kann nicht mehr. Und diese Männer haben die rote Pille genommen. Na, wie sie halt auch lügt, weil sie sagt, sie hat den Film gesehen. Zeig mir eine Person. Nämlich auch die Zyankali-Pille. Ja, aber zeig mir eine Person, die den ersten Matrix gesehen hat, die nicht mal die Basics weiß. Jeder weiß, dass es Neo war und jeder weiß, wann er die Pille bekommen hat. Der Film war revolutionär. Also, das ist so, weiter. Gar nicht existiert, dass es Männern ganz, ganz schlimm geht und Frauen, Männern, und dass uns Sex, also, dass uns den Männern, also denen quasi dann auch Sex zusteht, also Sachen. Das hat doch keiner gesagt. Dass der Strohmann haben wir jetzt, also wirklich schon mehrfach vergewaltigt. Also, was hat der Strohmann ihr getan? Wie soll die gelbe Pille schlucken und gut isst? Ist ja auch egal. Wir schulden euch kein Geld. My wallet, my choice. Aber okay, gut. Doch, doch, du schuldest uns Geld, weil du hast uns das Video aufgeschwackst. Definitiv schuldest du uns Geld. Die Zeit gibt dir keiner mehr zurück. Die habe ich dir genommen. Ich kann dir mal ausrechnen, was ich die Stunde nehme, beruflich. Das kann ich dir mal. Wie viele Stunden sind es hier? Zu viel. Ich hasse ihr Englisch. Ich finde es halbwegs annehmbar. Ja, es ist so Oberlehrerin-mäßig. Die denken auch noch, dass die Gesellschaft von Frauen dominiert ist. Ist sie. Das ist so Ober-Zahn-Reihen-mäßig. Den Gynnozentrismus, Leute. Aber die Aussagen sind, wenn du die so nimmst, die Aussagen, einfach nur so ein eins, die Frauen dominieren die Gesellschaft. Das ist genauso lächerlich, wie zu sagen, die Männer dominieren die Gesellschaft. Das ist eine nuancierte Betrachtung, die man sehen muss. Und die intersexuelle Dynamiken, da ist so eine unendliche Feedback-Loop drin. Das kann man nicht einfach mit einem Satz hinstellen und diesen einen Satz dann argumentativ angehen. Und das, was sie macht, ich weiß gar nicht, zur Unehrlichkeit gehört, dass man sich bewusst ist, dass man unehrlich ist. Das traue ich ihr gar nicht zu. Nee. Nicolo, das Abstraktionsdenken, das ist zu hoch für Sie. Das geht nicht. Was auch nicht geht, ich kann nicht mehr. Gibt es noch Lust, wenn es solche Stellen gibt, dann kommt noch was. Es kommt noch was. Nee, komm, ganz ehrlich, ich spreche mit dem Habter kommt gar nichts mehr. Man hat das eine Stunde, da ist nix. Langsam, das sterbe ich nicht. Das ist echt. Ich kann nicht. Jetzt sind wir aber bei der Blackpill, da brauchen wir uns nicht geben. wie ein Insel ist predetermined. Hm. Also, meine Herren, gibt es noch Stellen, die interessant sind? das gibt mir gerade nichts. Wisst ihr, ihr habt das Video schon gesehen, glaube ich, Admiral. Und was kam noch? Okay, ich weiß, Vincent, weißt du es noch? Und was kam noch? Zeig doch einmal den Kack jetzt. Ja, ich habe mir, ich habe mir fast, also die ganze Stunde habe ich mir reingezogen und irgendwann am Ende kommt da noch was, zwischendurch labert sie wieder. Die Frau ist mit einem Malen nach Zahlen Buch überfordert. Komm, lassen wir es dabei. Weil langsam werde ich wirklich aggressiv. Malen nach Zahlen? Man kann doch Zahlen nicht malen. Obwohl doch vielleicht. Ja, das Problem ist, die meisten Bilder gehen über vier Zahlen raus. Weißt du? Und wir wissen jetzt, dass sie bis vier zählen kann. Ja, oder wenn dann erst mal fünf Päckchen Buscopan ist. Jetzt kommt Vincent ins Auftritt. Ein Wort, darf das sein. Nein, wir machen Schluss jetzt. Ja, nee, es war ein Satz gewesen, Grüß. Ich habe es jetzt auch schon ausgeblendet im Stream. ist okay, komm. Das ist, ich kann nicht mehr. Haben wir noch den? Ja, ich habe den in den Playlist eingefügt, ja. Ja, genau. Okay, warte. Oh Gott. Ich sehe ja schon, das ist so. Der ist so creepy, der Kerl, ohne Scheiße. Scheiße. Da würde sogar ich eine Anzeige wegen zukünftiger Misshandlung machen. Okay, wenn es es nicht verdient hätte. Los geht's. Das ist halt krass. Das ist halt krass. Das ist halt krass. Die Frequenz, deren Sexualleben würde ich gerne wissen. Ich nicht. Ich nicht. Ich labert sie nur. Ich meine, irgendwo geht's. Sie labert. Das heißt jetzt quasi, jetzt sind die 5 PS aus den Haaren weg, jetzt schafft sie gar nichts mehr. Gott. Richtiges Krufti-Mädchen. Uuuuh. Wer naht? Uuuuh. Alter. I'm trying my best here, okay? Oh, man. Aber bei dir, das hier ist auch hier. Gut, dass der Krischer nicht mehr da ist. Hier ist auch hier. Alter, wie der den Pinsel hält. Richtig. Aber du hättest von hier aus nach da gehen sollen. Ich glaube, so hält er auch seinen richtigen Pinsel. Gaffalo sagt, eine Runde Mitleid für eine verlorene Seele. Definitiv. Nein. Nein. Die Seele hat sich das freiwillig ausgesucht. Der hat den Pakt mit dem Teufel geschlossen. Also Leute, press F to pay respect. So war das. Ja, für uns, weil wir uns das anschauen. Aber alle mal eben. schreiben hier. Ja, ich muss später wieder ganz viel Selbstmitgefühl haben und mir sehr oft auf die Schulter klopfen. Am besten die Dreifaltigkeit. Ich gehe jetzt gleich ins Bad und schaue mir mein Spiegelbild an, damit es mir besser geht. Schlechter kann es nicht mehr gehen nach dem hier. Willst du nicht lieber in deine dunkle Kammer gehen und gute Musik hören? Ich meine, irgendwie ist das freundlicher. Nee. Siehst du, der Chat rafft schon. Ich habe euch nicht zu viel versprochen, als ich sagte Ultrakack. Du merkst einfach auch bei der Dynamik zwischen den beiden, das ist kein sexuelles Paar. Nee. Zwischen denen gibt es keine sexuelle Intimität. Naja, er hätte gerne eine. Ja, das meine ich ja, aber es ist, wenn ein Paar miteinander sich so nahe gekommen ist, häufiger, dann ist es einfach eine andere Dynamik zwischen denen. Ich hatte eine Theorie, ich habe das Video, wenn ich kurz einstimmen darf, besprochen, in einem anderen Kanal, in einem anderen Telegram-Kanal und da meinte einer, das war recht schlau, dass sie als Good Girl halt, als Ultra-Femi-Tugendhaftigkeitssignalisiererin ihre Paarungsstrategie über den Mann stellt praktisch. Das Good Girl ist ja auch investiert in die Beziehung, in den Ruf praktisch. Sie muss sich ja den Ultra-Soyasöhrerin holen, damit es für das Publikum, auch für die Show und für ihre Tugendhaftigkeitssignalisierung dann taugt. Schub, schau, schau, ich habe den Ultra-Beta, ich bin hier für gegen Toxic Masculinity. Wen sie dann wirklich vögelt, das ist wieder eine andere Frage. Das ist so meine Theorie dazu. Unsere Argumente sind sowieso alle null und nichtig. Warum? Sie hat einen Gamer-Stuhl. Du musst einfach mal überlegen, versetz dich einfach mal in ihre, ich weiß, das ist schwer, versetz dich in ihre Lage. Oder sehr einfach, oder sehr einfach. Das ist, glaube ich, echt sehr schwer aus unserer Sicht. Aber guck dir mal an, was die für ein Live hat. Ich lasse mal laufen, ich würde jetzt mal behaupten, die macht nichts anderes, die ganzen Tag Aufmerksamkeit zu bekommen. Die hat einen Dauerdopaminschub vom Feinsten. Stell dir mal vor, aus der Sicht der weiblichen Biologie auch, wie, das ist so wie, als würdest du den ganzen Tag Sex haben. Wenn, wenn die ein Koks-Junkie wäre, dann wäre sie vor fünf Jahren gestorben. Ja, aber jetzt überlege mal, das ist für den kleinen Haken. raus. Es ist, es ist ein Fremdschirm, das kann ich es nicht sehen. Mal wieder die Hand, das ist, oh Gott. Das ist, das ist absolut, absolut Horror. Nein, du musst zum Auge hin. Das ist nicht ihr Freund, das ist ihre Freundin. Du musst zum Auge hin. Du musst zum Auge hin. Ja, das ist der Absurdoschwule. Das ist der, das ist der eine schwule Freund, vor dem ich immer, vor dem ich deine Oma immer gewarnt hat, weißt du? Über die Liedfalte drüber. Schau hin, und dann ist er. Bist du reinzoomt? Ah, Scheiße, Alter, ey. Warum machst du das? Habt ihr die Einladung gesehen? Checkt gar nichts. Was ist, was ist der psychologische Hintergrund? Welche Gedanken hast du als Mann, während du das machst? Vielleicht bringst du mich nicht. Du Selbstgeißelung. Willst du das wirklich wissen? Stopp, stopp, du fährst. lass mich nicht mal kurz. Falsche Prämisse, er ist kein Mann. Ja, okay, dann ist es verständlich. Die eigentliche Aussage dahinter ist ja, Mama, mach ich das richtig? Ist das gut so, wie ich das mache? Ja, mein Sohn, es wäre besser, wenn du ein Mädchen wärst. Hat sich ja vorhin auch schon gesagt, der Video. Toxinische Männlichkeit und so, man muss um Hilfe fragen. Schwäche ist Stärke. Aber du als Mann siehst dich doch selbst, äh, erniedrigt. Schon wieder falsche Prämisse. Ja, aber du würdest nie was tun, was dich selbst so dermaßen erniedrigt. Sissi Hypno, sag ich nur, wir hatten das Video. Positrons, ja. Positrons, Wo die Männer sich über, äh, Botschaften von Pron, zusammen mit Erniedrigungsbotschaften, so weit bringen, dass sie sich den Schwanz abschneiden. Nein, aber das würdest du nicht mal für, das würdest du nicht mal für, äh, weiß ich nicht, eine Zehn. Das würdest du nicht tun. Ja, du denkst immer zu sehr von dir. Richtig, du, du projizierst da. Projizierst. Ja, aber Gisbert, du hast ja auch, bist ja halbwegs, äh, vernünftige Familie groß geworden, hattest einen gescheiten Vater. Ja. Stell dir mal vor, den hättest du nicht, sondern nur wirklich eine emotional missbräuchliche Mutter, die volle Kanne auf dich emotional einhackt. Dann triffst du im Internet irgendwann andere Leute, die so sind wie du und die erzählen dir, wie toll es ist, sich selbst zu erniedrigen, sich wie eine Frau anzuziehen, dich zu transformieren und dich dann von einem schönen, dicken, schwarzen Schwanz niederprügeln zu lassen. Du kannst in den extra Schritt gehen. Du kannst in den masochistischen Ego-State. Und dann bist du da, wo er in zwei Jahren sein wird. Ich verstehe das ja schon, ich bin ja nicht blöd. Ja, ich sehe das ja alles. Das ist aber nur schwer vorstellbar. Ich bin mal raus, ich muss mal kreisen gehen, wirklich, ey. Ach, nee. So hast du nicht nur noch kotze Geschmack am Gaumen, sondern es kommt wirklich jetzt schon in den Mundraum. Warte mal. Ja, es kommt in den Mundraum, ja. Turkinja, bevor du gehst, Turkinja, bevor du gehst, was, wäre das so dein Typ? Nee. Alter, Alter, willst du wirklich, kann man sich jetzt richtig hinkommen? Wirklich. Wir gehst mir ab, jetzt stehst du auf der Abschlussliste, glaube ich, jetzt werde ich vorsichtig, wenn du einschläfst. Also, wir müssen ja, wir müssen ja schon, wir müssen ja schon dabei, wir müssen ja schon dabei sagen, es ist eine Frau und ein, äh, Wut, oder mehr, eine, eine Hasskopulation, sagen wir es mal so, äh, wäre das möglich? Du musst ja gucken, Turkinja steht ja auf Männer und, da ist ja kein Mann in dem Video zu sehen, als Turkinja, bevor du gehst, einmal noch Uwu sagen mit, okay? das ist jetzt, so? Das ist, das ist, das ist was, nein, das ist was Sims machen, auf den leichten Schimmer von Mösengeruch. Das ist das, was Sims machen. Doch, über die, also soll es nicht Indie-Gap machen? Achso. Da, schau hin. Ich muss ja dazu sagen, eine Ex-Freundin von mir war Make-up-Artist und, äh, wie er schaut, wenn sie ihm zeigt, hier, das musst du so machen und er schaut nur von der Seite, ganz hüchtern, bloß nichts zu nahe kommt, so lernt man das nicht, wenn man das wollte. Man muss schon frontal schauen, okay? okay, pass auf. Du musst auch jetzt mal von dem Diensten, aber du musst da mal subtrahieren jetzt. Ich habe mal deinen Kopf gerade, Mädel. Der ist das erste Mal vielleicht vor der Cam oder so. Äh, nee. Nee, dafür ist er zu sicher. Nee. Das ist ihr Haustier, den fühlst du immer vor. Könnte auch so eine schöne Halsbeutage haben. Der ist von der Kamera gewesen. Der, glaube ich, hat einen Latex-Anzug, wenn er im Keller wieder zurückkommt. Ich meine, ich meine, sie hätte auch gesagt, dass er selbst auch Streaming-Geschichten macht, je nachdem, wie viele Abonnenten er dann hat. Ich meine, das wäre in diesen, ja, eins, zwei Stunden mal gefallen. Und da hatte sie auch keinen von wegen, dass er weniger hat als sie und sie dann auch wieder belustigend, also beschrieben, dann so, oh, 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 ja, er hat ja weniger als ich. Okay, rein aus Zauberwald-Sicht jetzt da, aus der Sicht von diesem Mann, kann der Mann glücklich sein? Irgendwie? Wenn er ein negatives Introjekt hat, ein masochistisches negatives Introjekt hat, dann ist das für ihn der Himmel auf Erden. Das ist der Himmel auf Erden für ihn. Ja. Also, ehrlich? Also, ja. Meine Halbschwester hat ja mal, meine Halbschwester München hat ja mal von dem Verehrer eine Zofe geschenkt bekommen für eine Woche. Da ist das so, die leben dafür. Die mögen das, wenn du ihnen Befehle gibst, egal welche. Ich meine, dieser kurze Moment ist klar, ne? Aber, also, wenn du, wenn du jetzt das, weiß ich nicht, das Oxytocin erzeugst und so, dass dieses Wolke-7-Gefühl und bla, bla, bla und wenn du bei jemandem sein darfst, und so, das ist immer, da wirst du immer automatisch glücklich, ja? Ja, wenn du ihn hast, aber nur durch Berührungen. Aber, wenn die, wenn sie jetzt, wenn er jetzt auf der Arbeit ist oder wenn er jetzt was anderes macht oder mal mit Freunden rausgeht oder Freundinnen oder ich weiß nicht, keine Ahnung jetzt, oder wenn er unterwegs ist und sie nicht da ist, ist er da glücklich? Nein, er wird wahrscheinlich die ganze Zeit nur an sie denken und ein paar Lehrer denken nur so, ich bin weggekommen, und ich freue mich schon, dass ich später wieder bei bin. Ich muss wirklich sagen, Na guck, wenn er gelernt hat, als Kind gelernt hat, Unterwerfung, es gibt ja verschiedene Abwehrstrategien, mit schwierigen Kindheiten umzugehen. Na, das stimmt. Er hat halt Unterwerfung gewählt. Es gibt selber, den Täter kopieren, narzisstisch oder halt Unterwerfung, Co-Abhängigkeit, das Unterwerfungsschema zu fahren. Das ist für ihn dann normal. Das ist für ihn ein Reflex. Ein Reflex, das ist so antrainiert. Das macht er. Und meine Beziehungen, die ich geführt habe, waren toxisch. Also das war wirklich schlimm, aber das hat nicht so ausgeschaut. Also ich war auch ein Simp, hätte ich, also bis vorhin hätte ich noch gedacht, ich wäre ein Simp. Jetzt? Ja, dieser schwarze Fleck da. Aber es gibt gewisse Körpersprache oder so. Art und Weise Dinge zu formulieren. Pass auf, pass auf, spür mal kurz zurück. Eine Ecke mal. Wo sind das Lines? Kurz davor, warte mal. Oder ich kann es machen. Warte mal. Ich kann es viel mehr appreciaten, wenn ich schönes Make-up mache. Warte mal, pass mal auf. Da siehst du genau das, was der Paul meint mit Dingen. Das ist nicht mal so schlecht. Jetzt pass auf. Dieser schwarze Fleck da, ist halt ein bisschen... Ja, aber der ist jetzt halt abstrakt. Der gehört da jetzt dazu. Das vermischen wir. Nein. Achso. Nein. Oh mein Gott. Mutti hat nein gesagt. Oh. Schlimm. Was ist... Der Fleck ist abstrakt. Da sieht man, wer die Hosen noch an hat. Was bedeutet, dass der Fleck abstrakt ist? Ja, wenn man so was scheiße gebaut, mach's besser. Was soll das? Und sie hier innen noch eine Ecke malen. So kann man abstrakt auch verwenden? Du musst nur hier unten ein bisschen an die Ecke. Nur so... Nur ein bisschen nicht... Du musst vor allem, sagt sie. Doch. Übrigens, man achtet darauf, dass er die Hand nochmal auf ihren Kopf legen muss. Das ist vollkommen überflüssig, aber er will anscheinend dabei eine Verbindung herstellen. Warum auch immer. Man verdient für den im Chat, wo war er da, der Maximilian. Ich glaub nicht, dass er wirklich missbraucht wird, weil du siehst absolut kein wirkliches, schockhaftes Abwehrverhalten. Er zuckt nicht mal in irgendeiner Weise. Er ist nicht nicht dazistisch missbraucht, sie schlägt sie nicht. Aber er ist einfach glücklich in seiner Rolle als Kind. Du merkst doch, er ist absolut passiv. Ganz rechtlich proaktiv. So, und jetzt macht er es korrekt. Er legt nicht die Hand auf den Körper, sondern lässt die Hand ganz woanders und macht eben weiter, wie es ein Zeichner, ein Maler tun würde. Nur so mal als Geckansatz. Ne, sehe ich gleich aus, als hätte ich ganz wenig geschlafen. Euch fällt auch auf, dass der keinen körperlichen Kontakt zu ist. Genau so, genau da hinten. Und sie zu ihm auch nicht. Er zu ihr schon, aber sie ist auch immer aufgefallen. Das meinte ich ganz am Anfang, wenn du eine sexuelle Beziehung hast, ob du die selber hast oder auch wenn du das nur bei Leuten beobachtest, wo du weißt, die haben eine sexuelle Beziehung, die haben eine andere Körpersprache zueinander. Weil wenn, ich meine, noch näher als beim Sex kommst du einer Person nicht und wenn du mit einer Person 20, 30, 40, 50 Mal Sex hattest, dann hast du eine andere Dynamik. Du siehst auch, du siehst auch, dass da, also meiner Meinung nach eher ein Meister, Meister, untergebenen Verhältnisse herrscht, weil wie er nämlich, bevor er nämlich so grinst, schaut sie nämlich zuerst nach, ob er es gut gemacht hat und er schaut ganz ernst, oder verwundert, ob er es jetzt richtig oder falsch gemacht hat und als es ihr dann gefällt, dann geben bei ihm die Winkel hoch. Dann freut er sich auch. streamen, ich würde aber auch, könnte aber auch das streamen, könnte aber auch das streamen, würde ich sagen. dass du das Fasin in die Aufenthalte gemalt hast, du hast ja den unteren Wimpernrand angemalt. In der Öffentlichkeit habe ich nie, in der Öffentlichkeit habe ich zum Beispiel auch nie zu irgendeiner von meinen Frauen gesucht. Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit... Aufenthalte, naja, okay, das stimmt nicht, bei der ersten... Bei der zweiten habe ich auch noch Hähnchen gehalten, aber danach nicht mehr. Die Wasserlinie ist da, ich fand sowas immer schön, wie viel Wasser ist, wenn ich weine. Das ist keine romantische Beziehung, das sind zwei Freundinnen untereinander. Wo eindeutig ist, wer der dominante Part ist und wer der submissive. Meinst du, wer die Obersammlerin ist? Er im Grunde übernimmt die Rolle der fetten Freundin. Ja. Er ist ja auch voll schlank, oder wie ist das neue Wort noch mal? Mehrgewichtig? Das gilt nur bei Frauen. Verstehe. Absolute Ugly Cryer. Du möchtest quasi, dass keiner mitbekommt, wo diese Wimpern herkommen. Das ist dein Auftrag. Die unteren. Und dann möchtest du, dass keiner mitbekommt, dass da oben, dass da ein Weg ist, wo... Meine Damen und Herren, willkommen im Entertainment-Geschäft 2023. Dann mach ich dir doch voll im Auge rum. Nicht im Auge, auf die Weg. Mami. Sollst du nicht eigentlich schon 1999 die Welt untergehen nach Terminator? Es gibt echt Tage, wo ich mir wünsche, dass Elgore recht hatte. Das ist so furchtbar. Elgore ist ne Boomer. Elgore, das meine ich voll Ernte. Oh, we're getting there. Gib mir Mühe. Du, ich weiß. Das machst du sehr schön. Gib mir Mühe. Jetzt. Fein, fein machst du das. Oh ja, das kenn ich aus Kunst. Das kennst du aus Kunst. Das kenn ich aus Kunst, Mami. Das kenn ich aus Kunst, ja. Wo wir mit Fingerfarben und Wasserfarbe gemalt haben. Die Einblendung gerade. Das ist ein Joke. Oh ja. So schau ich einen Typen an. Der hat einen Witz gemacht, den sie nicht lustig fand. Ja. Er hat nichts getan, was sie lustig findet. Also mach ich jetzt hier alles aus. Ganz ehrlich, so ein Typ, der das machen würde und der sagen würde, ich kenne das aus Kunst, wo die die Frau wahrscheinlich sagen würde, wenn er einen guten Frame hat. Also einen guten Frame hat. Okay, der sieht mich als Gemälde an. Aber so, nein. Kannst du das hier nehmen? Das hier. Und das nach oben. Ja, nach oben. Vor allem weiß ich, warum sie das so oft Incel gesagt hat. Man projiziert, was man immer vom Auge hat. Irgendwie habe ich den Eindruck. Waschen. Das ist korrekt. Ich glaube, das habe ich gut gemacht. Er glaubt es. Aber ich glaube ich nicht. Also ich kenne viele solche... Ich würde auch mit dem Zeichen gehen. Also ich kenne viele solche Männer. Guck, guck. Jetzt wird er mit dem Hund überbrennt. Jetzt geht es los. Das ist so geil, ne? Der riecht mega gut. Jetzt geht es ab. Riecht gar nicht mal so kacke aus. Welch Symbolik, ja? Okay, komm. Jetzt hast du nochmal korrigiert. Ja, Leute, ja. Dabei sieht man dich gar nicht. Das ist okay. Das ist okay. Ich bin immer noch der hässliche Frau. Oh, man sieht dich gar nicht. Das ist doch okay. Ich habe eine Unterwerfung auf diese Weide. Ich habe den Stuhl noch nie gesehen. Er wurde als Kind auch nicht gesehen. Das ist für ihn normal. Als Kind wurde er auch nicht gesehen. Also Leute, okay. Jetzt mal Real Talk. Ich kenne sowas. Sowas ist wirklich... Es gibt sehr viele Männer, die so sind. Aber die sind nicht in der Beziehung. Das sind eigentlich die... Die sind auch nicht in der Beziehung, die beiden. Nein, aber was ich sagen will, ich kenne es, dieses Verhalten von Männern. Ich finde es nicht ungewöhnlich. Ich finde es nur ungewöhnlich, dass die in einem Haus wohnen. Also ich kenne sowas, dass das sind die Art von Männern, die, weiß ich nicht, eine von meinen Verehrerinnen angerufen haben, dass sie doch bitte zu mir fahren sollen, weil sie gerade nicht, weil betrunken sind, um Auto fahren zu können. Das sind wirklich so Männer, die fahren, die fahren... Ja, die lecken das auf, was du hinterlassen hast. Die fahren wirklich ihren Schwarm zu einem anderen Typen. Und das ist nichts, das ist nichts, was ungewöhnlich ist. Das gibt es da draußen. Also das hat es schon gegeben, wie ich jünger war. Also es ist jetzt nichts Neues oder so. Nur jetzt, was neu ist, jetzt wird es halt auf Twitch gestreamt. Das ist halt neu. Ja, es wird verherrlicht. Ja, aber was mich verwundert ist, der wohnt ja dort. Ja, im Keller. Ja, okay. Nein, also ich... Das ist das sogenannte Fritzel-Tamagotchi. Also ich wundere, mich wundere, mich wundere, mich wundere nur das, das eine eigentlich dran. Ich meine, das ist abartig, was wir da sehen und alles und so. Also eine andere. Abartig ist ein schönes Wort. Das ist auch den Hund. Der Hund ist süß. Der Hund ist süß, ja. Ja, das schmeckt mir auch gleich noch. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also ihr findet das doch jetzt auch so außergewöhnlich jetzt, oder? Creepy ist noch ein Wort, was mir einfällt. Ja, aber ihr kennt das. Ist ja nicht so, dass ihr sowas nicht kennt, oder? Also... Ja, ich kenne auch Autounfälle, aber... Ja, super. Ja, das ist halt wie ein Autounfall, weil du kannst nicht wegschauen. Habt ihr keine bekannte... Nein. Ja. Bekannte mehr. Wann aus ihr schminkt. Nein, nicht mehr. Nein, bekannte Typen. Also kann man erkennen, welche Seite ich gemacht habe? Männer, die sich so verhalten, die ihr kennt, einen Bekanntenkreis. Wir kennen schon, aber nicht mehr als Weggefährten. Wäre es echt okay. Also ich finde, was du jetzt noch machen solltest, ist mir Highlighter und Rouge. Da will noch schwarze Träne. Also vorbei. Du kannst mir noch eine schwarze Träne hierhin malen. Äh, hierhin malen. Oh, bleibt das bitte. Ich wollte es auch sagen. Eine Rolex-Core. Guck mal auf. Welche Form hat eine Träne, wie so ein Trupp? Ja. Danke. Ich kenne, ich kenne das eigentlich, ich kenne das von Frauen eigentlich immer nur, dass Stanley hier, mich verwundert das Verhalten von der Frau. Nein, ist fine. Weil normalerweise, eine Frau disrespektet dich so krass dafür. Was muss ich machen? Also wenn, die entfernt sich ja von dir mit Licht. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Da unten, wie er da unten hockt. Ganz unten siehst du es. Was muss ich machen, Mutti? Es ist so stupid. Ja, aber ich meine, ich kenne so Männer, die sich so verhalten, aber ich kenne keine Frau, die dann... Keine Abscheu hat. Die will, eigentlich will die Frau so weit weg, wie es geht von dem Typen. Also genau auf die andere... Nee, es hat einen Sinn in dieser Situation. Er ist ein Problem. Richtig. Du kennst doch, du kennst doch bei den TV-Serien, wenn du ein Set-Teil hast, das du immer wieder brauchst. Du holst es raus, wenn du es brauchst, stellst es vor die Kamera, die Szene wird abgefilmt und danach kommt es wieder zurück ins Lager. Genau das ist er. Also das ist ein Twitch-Phänomen quasi. Ja, ja. Der hat sie halt um Tugendachtigkeit zu tun. Weil ich kenne das, dieses Verhalten von Mann-Frau, dieses Beides in Kombination, wie es gerade hier stattfindet, das kenne ich tatsächlich so aus dem echten Leben nicht. Also aus... Nein, eine Frau lässt normalerweise einen Mann nicht so nah in ihre persönliche Sphäre rein. Wenn er sich so verhält, ja. Ja. Genau, ja. Also das müssen sich jetzt nicht mit dem Decken und Beschreiben, was ich jemals erlebt habe. Und ich habe auch viel gesehen. Also ich bin jetzt nicht unerfahren. Das ist halt genau das Archetyp, eigentlich genau das, was wir immer beschreiben. Die Betaisierung in Reinform, die Endstufe. Das ist das. Ja, das ist... Nein, das ist die Kackisierung in Reinform. Ja, okay, okay. Also es heißt der Alphabet, der Kack, der Beta. Es ist auf jeden Fall schlimmer, als ich gedacht habe, doch. Was die Frau daraus zieht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich tugendhaftigkeitssignalisierung. Aber eine sexuelle Beziehung haben die beiden nicht. Ja. Werder. Backen. Auf die Backe. Aber das ist der Trainer. Die Typen, weil gerade einer gesagt hat, dass wir den Wochen, den will ich am liebsten meine Woche und dann mal zeigen, was mit ihm los ist. Aber jetzt überlegt euch mal, wenn ihr wählen könntet zwischen diesen Schicksals und dass ihr irgendwo in einem Keller eingesperrt wird. Das ist besonders schöne... Ja, danke. Du brauchst gar nicht weiter zu sehen. Sogar mit was giftigen. Kannst du mir nicht einfach sagen. Ich kenne mich mit giftigen Sachen aus. Ja, ich auch. Ich möchte das einfach nur nicht... Also nicht nur mit Frauen, sondern auch mit anderen giftigen Sachen, die ich im Wald finde. Ja, ist okay. Und dann... Ja, ich bin nicht okay. Wir machen jetzt auch wirklich Schluss. Ich kann nicht mehr. Das ist... Wie, du wolltest es sehen? Der ist, beschwer dich nicht. Ich habe nur noch zwei Minuten geholfen. Sieh das jetzt durch. Nein. Nein. Ich habe... Was bist denn du für einer? Ich habe genug gesehen. Ja, Nicolo, dann geht doch. Du musst das Leiden schon aufnehmen, weißt du? Du kannst es nicht machen wie sie. Du musst es... Ich bin raus. Ja, Nicolo, sei der... Sei der Marmor und der Bildhauer zugleich. Na, wachs, lerne und wachse durch Schmerz. Ich will dir mal was sagen. Der Stream läuft seit 5 Stunden und 46 Minuten. Mein Tag vor dem Stream war schon sehr lang. Ja, und du weißt, was Paul und ich für Dinge robben. Also... Stimmt. Kein Problem. Am Ende gab es noch extrem geilen Content. Nein, das ist bezweiflich. Was kommt am Ende? Erzählt die dann was über die Naturgesetze? Nein, das weiß ich gar nicht. Ich war beim letzten Mal. Da kam noch etwas... Hat dir das Rätsel des Wesens der Zeit geknackt jetzt noch? Es ging nicht um Zeit, aber um andere Dinge, die die Wesenheit ordentlich knacken können. Was? Ich dachte nochmal richtig geiles... Introjekt, nicht Entropie. Tatsächlich kommt mir das wirklich sehr danach vor, dass man die Entropie der Dinge umgekehrt hat. So, wenn ich das Video sehe. Also, wir fassen jetzt nochmal zusammen, was die Dame am Admiral kritisiert. Ja, das war's. Du bist der böseste Admiral, den ich je gesehen habe. Der aller, aller böseste. Der nichts getan hat. Aber ich würde dich anrufen und mich vielleicht mit dir treffen. Aber das sage ich nicht laut. Aber nur, aber nur um dir zu sagen, wie böse du bist. Und ich würde mich auch mit den anderen treffen vielleicht, wie wir es schon im Stream hatten. Ich würde für dich kochen und mich an die Stange hängen und, ja. Weißt du, ich würde ja sogar eine Wette eingehen für einen gewissen Geldbetrag, dass da irgendwo zwischen diesen komischen bunten Büchern Fifty Shades of Grey rumliegt. Das ist verschwendlich. Garantiert, garantiert. Und egal aus, ja. Aber Admiral, du musst, eins sei dir gesagt, sie hat an dich beim Schlafengehen schon mehr gedacht, als an ihren, was immer das auch war. Hat ja zugegeben, dass sie daran die ganze Zeit gedacht hatte. Das heißt, beim Zuwettgehen hat sie mehr an dich gedacht. Oh, Nikolauski, ich glaube nicht, dass sie nur an den Admiral gedacht hat. Ich meine, sie wurde ja mit mehreren Männern konfrontiert. Und das ist ja auch so eine ganz böse, evigenetische Fantasie der Frau. Es muss es ja mal geben, von so vielen selbstbewussten Männern, wie heute hier im Stream, auf einmal da waren es über einen so langen Zeitraum gleichzeitig. Das ist, das ist, das ist Koks. Aufmerksamkeit. Ja, da kommt die Dürne raus und leckt sich die Finger und denkt sich, haaaah. Ich könnte mir vorstellen, dass sie reagiert, weil die Schneezer dabei war, auch wenn die kein Uwu sagen wollte. Da arbeiten wir nochmal dran. Uwu, Uwu. Und spätestens jetzt, nachdem wir das aufgeklärt haben, denkt sie, scheiße, ich bin ertappt worden, aber egal, ich leck mir trotzdem die Finger, weil sie wissen es ja nicht. Naja, aber ich denke, das ist, dass die Schneezer da weiß, das ist schwer zu verarbeiten im Zauberwald. Da wird vielleicht zurückgeschossen. Davon gehen wir aus. Wir hoffen es doch. Vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr Publikum machen bei mir. Aber ich habe ja schon eine Ankündigung. Alter, oh, die Scheiße. Also du kannst, am besten tust du gleich dann den Livestream irgendwie bei ihr im Discord posten. Und auch nicht, dass du mir die nächsten Tage da irgendwie einfach mal hier schreibst und so, Vincent, also diese eine, wo wir da das Film gemacht haben, ja, die hat mich angeschrieben. Und die hat mir Bilder geschickt. Okay. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ist das diese komische Arme-Kognitive-Disonanz, wenn man so viel toxische Männlichkeit erlebt, wenn man verteufelt, kriegt man einerseits diesen Hass und andererseits wird es feucht im Unterstübchen. Ja, genau. Es ist wirklich so. Dieses eine so, ach, die sind ja so böse und eklig und so ein bisschen wie bei Spaceballs, Lord Helmchen. Auf der einen Seite, wenn er mit seinen Puppen spielt, aha, aha, ja, aha, ja. Also, 90 Prozent der Zeit, also 90 Prozent meiner Zeit bereue ich meine Entscheidung des Milchstarsan nicht. Und heute ist so ein Tag, weißt du, da bin ich froh drüber. Das war wirklich mal Selbstbestätigung, ja. Ich sage immer wieder, ich bin sehr froh, ein Mann zu sein. Das ist wahr, ja. Wenn mir das sehr viele Möglichkeiten gibt, also nicht mal patriarchale Möglichkeiten, also hätte ich das früher gewusst, was sie gesagt hat. Dass ich einfach nur auf meinem Arsch sitzen muss und Privilegien dafür bekomme. Ich hätte nichts in meinem Leben getan. Aber da das ja nicht so ist, musste ich halt irgendwas dafür tun. Aber weißt du, was er heute gefehlt hat? Was denn? TomTom war heute nicht da. Sehr ungewöhnlich, oder? Ja. Er ist TomTom. Mein, vor dem Stockmasters, mein größter Geldgeber. Wer? Der Mr. Monster-Content. Monster-Content. Nee, nee. Ach so, dein Intim-Chatter. Ach nee, stimmt, das ist jemand anderes, ja. Aber ich bin mittlerweile so durch. Michael Bart, dass man sowas überhaupt streamen darf auf Twitch, als Frau ist das gar nichts. Du darfst sogar nackte Titten und deine Möse zeigen und wirst maximal für sieben Tage gebannt. Wenn überhaupt. Wenn du als männlicher Twitch-Streamer nur das falsche Wort sagst, kannst du mit Permaband rechnen, wenn's blöd läuft. Das hat einmal ein Nigger gesagt. Ja. Ich würde sowas nie sagen. Das Beispiel ist jetzt ein bisschen arg krass. Aber ja. Du kannst es ja unformulieren. Es gibt ein schönes Eis. Das nennt sich Nogga. Ja, insofern, mach das doch dann das nächste Mal. Ja, ich hol mir jetzt einen Nogga. Der Jens Dietrich sagt, da hast du definitiv nicht genug getrunken, weil ich sagte, ich bin seit 24 Uhr schon wieder nüchtern. Da hast du völlig recht. Ich sorg dafür, dass beim nächsten Abreagieren die Bacardi-Flasche neu ist. Ich fand das wesentlich lustiger in der Zeit, wo ich bedrohende Leute. Nein, wir haben eine Stelle verpasst. Ich erinnere mich gerade, was da noch kam. Da sagt sie irgendwann, zitiert sie Heli und sagt, irgendwie Müsensaft. Das könnte man gerade rauscutten. Ja, aber sie geht dann auf die Polemik ein, aber nicht auf die Polemik. den Inhalten, der mit der Polemik einherkommt. Ja, das ist klar. Aber an sich fand ich das schon okay. Ja, meine böse Polemik, ich weiß. Oder weil vorhin, ich hab doch so ein bisschen im Verabschieden, aber jetzt, ich muss wirklich, ich muss morgen schaff. Ich wünsche euch ja alle Servus Männer und viel Spaß. Und bitte nehmt euch, bitte seht nicht, wascht euch den Mund aus. Wenn ihr schon simpen müsst. Also ich hab mir den Mund ausgeraschen mit einem Ormannenmäht. Ja, schönes Gesöff. Ist angenehm. Macht einen sehr zauberwaldig. Gerade wir überlegen, ob ich mir Bleiche in die Augen spritze, damit ich die Bilder loswerde. Ja, dann nochmal gute Nacht an den Gießbärt. Alexander fragt, ob ich mal ein Video über ADS machen kann. Können wir mal machen, ne? Wollte ich auf jeden Fall mal machen. Und das haben sehr, sehr viele, auch besonders im Mikro, denke ich, haben das sehr, sehr viele. Also viele im Sinne von 10 Prozent vielleicht. Ja, Nicolo, bei dem ADHS, das ist sehr interessant. Das ist ja beinahe schon wie so eine Seuche geworden. Da gibt es auch sehr interessante Hintergründe, warum sich das innerhalb einiger Jahrzehnte, jetzt nicht nur wegen der Diagnose, die ja etwas fadenscheinig ist, wie ich finde. Soll ich da eine ganz wilde Theorie in den Raum werfen, warum das da auftaucht? Ja, da gibt es durchaus schon sehr gute Studien, die halt hinter dem Ofen gehalten werden, warum das so ist. Aber naja. Ich denke, wahrscheinlich Bogenmissbrauch während der Schwangerschaft in sowas in der Richtung. Also Alkohol. Nicht mal das. Also psychologisch gesehen geht ja ADHS mit einigen anderen Auffälligkeiten epigenetisch komorbide einher. Aber auch was die Ernährung angeht und auch was den Stresspegel angeht in unserer heutigen Welt in den letzten 30 Jahren allein, was da alles zusammenkommt. Ja, ADHS, das hat schon etwas damit zu tun. Problem ist nur, wenn man das offen ansprechen würde, müsste man das gesamte Gesellschaftsleben mal in Frage stellen. Und das ist halt so ein... Weil vor allen Dingen, wenn wir vor 100 oder 200 Jahren leben würden, hätte ich mit meinem ADHS keinerlei Probleme. Denn wenn ich richtig körperlich ausgelastet bin, also wenn ich im Fitnessstudio war, fühle ich mich immer wie ein Zen-Meister. Das ist aber jetzt ein blödes Argument, weil vor 100 oder 200 Jahren hätten wir alle weniger Probleme. Das kommt drauf an, in welchem Status du lebst. Aber sagen wir mal, als normaler Arbeiter, was das angeht, ADHS ist zumindest kein Problem, wenn du jeden Tag körperlich schwer arbeiten musst. Naja, selbst vor einigen zigtausend Jahren ADHSler, ich meine, das waren extrem gute Jäger gewesen. Die waren immer auf Zack und hatten entsprechend ihre Sinne, ähnlich wie einem Sentinel, würde ich jetzt mal sagen, extrem stark geschärft. Also je nachdem... Du kannst gewisse Impulse von außen einfach nicht abschalten. Weil viele... Das ist ja wie... Der ADHS-Typ ist ja auf halben Wege zum Autisten. Der Autist ist ja komplett überfordert mit den Informationen, die reinkommen. Und der ADHS-Mensch kann irgendwie das noch integrieren. Aber du kannst nicht abschalten. Wenn ich zum Beispiel einen Menschen neben mir habe oder so, der permanent Geräusche von sich gibt, kann ich mich nicht zum Beispiel auf ein Buch konzentrieren. Da brauche ich meine Ruhe. Deswegen, wenn ich hier teilweise arbeite oder so, habe ich Ohrenstöpsel drin. Weil ich sehr ablenkbar bin. Leute, ich muss mich auch leider verabschieden. Ja, alles klar. Ich höre das für die wichtigen Themen. Ich habe einiges gelernt und muss das erstmal verarbeiten. Du kannst es zusammenfassen auf einen Punkt. Werd nicht so wie dieser arme Kerl im Video gerade. Ganz einfach. Aber es war lustig. Es war mir sand. Ich fand es traurig am Ende. Macht's gut. Gute Nacht. Macht's gut. Also ich hätte an für sich nichts dagegen, noch eine kleine Aftershow-Party zu machen. Sie muss ja nicht lang sein. Dann kannst du eine Aftershow-Party mit deinem After auf dem Toilette machen. Ja, das würde ich wahrscheinlich machen. Mein Wurzelschakra schreit schon förmlich danach. Meine Sicherheit in mir, um das, was ich gesehen habe, erneut, ich habe mir ja schon das Video angeschaut, wieder aus meinem Körper zu leid. Gut. Ich glaube, das ist die Übung. Warum brauchen wir alle jetzt? Das ist alles unglaublich. Ich konnte nicht in die Musik, darf jeder dabei sein bei euch. Also jeder nicht. Also die Runde war schon groß genug. Aber wenn du, sagen wir mal an Thema Interesse hat, also wenn jetzt Leute zum Beispiel am Thema ADHS Interesse haben, was zu sagen haben, ja oder einfach nur Austausch möchten auch, muss ja nicht unbedingt jetzt in einem Live-Video sein oder überhaupt in einem Video sein, einfach mich im Discord anschreiben. Und ich bin da nicht mehr täglich im Discord, sondern höchstens einmal in der Woche. Aber da können wir schon was machen. Besonders was ADHS angeht, das ist, weil ich habe auch die Diagnose erst mit Mitte 20 bekommen und hätte mir viel erspart, wenn ich es früher gehabt hätte. Ja. War aber wirklich sauer, dass die Schnieser das nicht wollte. Da muss sie noch ein bisschen am Selbstbewusstsein arbeiten. Ich glaube, das liegt woanders. Ich meine, wenn sie jetzt ihr Uwu gemacht hat, also hätte sie das getan und hätte sie das in der Stimme, und sie hatte ja eigentlich eine durchaus angenehme Stimme, in der Stimme, wie es diese Dame im Video versucht hat, also dieses etwas, naja, erotisierte Uwu, Oh je, oh je. Ich weiß nicht. Ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung. Ja. Ich habe ja schon so ein Projekt am Laufen, dass ich so einen weiblichen Kanal mache, in der KI-Stimme, wo du nicht mehr merkst, dass es eine KI-Stimme ist. Und die kannst du ja füttern, mit gewissen Daten-Input von richtigen Stimmen. Ich habe da eine schöne Seite gefunden, die ist aber auch bezahlbar. Und das geht schon. Also da haben die verschiedene Stimmen, mit allen möglichen Wörtern. Das hört sich gar nicht mal so scheiße an. Du kannst aber auch, ja, ich weiß, das ist mittlerweile absolut realistisch. Ich quäle ja hier auch den Admiral Permanent mit Stable Diffusion Builder. Du kannst das aber auch, du kannst echte Stimmenaufnahmen nehmen und die damit füttern. Ich habe zum Beispiel den Podcast geschaut, jetzt vor ein paar Tagen, That Being Said, da geht es um die Lolka Darkside Phil. Da hat jemand eine KI gefüttert, mit der Stimme von Alex Jones. und hat einen 90-Sekunden-Sketch mit der Stimme von Alex Jones gemacht. Das mache ich einfach mit der Schließer. Dann macht die Uwe. Es gibt auch Programme, Programme, wo du halt auch Videoaufnahmen so stark verändern kannst. Also das ist schon krass. Also da merkst du teilweise kaum, also für jemand, der nicht weiß, dass so etwas existiert. Der sieht dann zum Beispiel, ja, Obama oder Putin oder was auch immer, wie sie wirklich entsprechende Texte von sich geben, mit der gleichen Stimme und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine sehr unangenehme Entwicklung. Die Deepfakes, die werden der Welt noch viele Probleme machen. Du kannst diese Programme selbst sogar kaufen. Die kosten zwar ein bisschen Geld, aber wenn du die hast, da kannst du so viel Speise damit machen. Es ist erstaunlich. Das ist, ich habe hier in unserer privaten Runde, habe ich die Jungs ja vollgepumpt mit Stable Diffusion Bildern. Sind auch wirklich fantastisch. Ich suche mal gerade eins raus. Damit ist dann aber auch Schluss heute. Das Problem ist, die sind alle nicht jugendfrei, verdammt. Warum muss ich immer nur rothaarige Tussis mit dicken Titten bei Stable Diffusion generieren? Oma, sagst du um deine Monetisierung? Bei Nackedei Bildern kriege ich sofort raus. Nicolo, hast du irgendwie so eine leichte Vorliebe für diese Art? Ich meine, ich habe das schon mal gefragt. Rote Haare und dicke Titten, ja, aber absolut. Also, ich glaube, was ist mit der blassen Haut? Ist das auch so ein Faktor dabei? Ja, ich denke schon, das gehört dazu. Also, ich glaube, du bist ziemlich safe, weil der Algorithmus von YouTube bei der Nina wahrscheinlich auch schon abgeschaltet hat. Sie hat alles abgeschaltet. Ich muss dazu sagen, bei so einer, ich nenne es ja jetzt mal Vorliebe, ich kenne das auch vor einiger, einiger Zeit und meine Vorliebe, man sagt ja, die Vorliebe für Frauen, das kommt auch durchaus von der Mutter, aber je nachdem, meine Mutter hat die Mutter. Ja, ja, warte, warte, von meiner Mutter her habe ich auch mal die eine oder andere Frau gehabt, die diesem Schema nahekommt, aber auch nur, wenn es mütterlich fürsorglich ist. Bei anderen Frauen halte ich durchaus diesen Aspekt von, ja, blonde Haare oder rote Haare, blasse Haut, blaue Augen. Ich habe gedacht, oh, das ist vielleicht nur ein Fetisch. Aber, das kann sich durchaus ändern. Es ist sehr interessant, dass gerade bei Männern, also bei weißen, weißen, bösen Cis-Männern, dass diese Vorliebe, gerade die blasse Haut, die blonden Haare oder auch rote Haare, es ist fast schon genetisch veranlagt, dass diese wiederum eine gewisse Reinheit dem Mann zeigen, also er denkt, sie wären reiner, so wie Jungfrauen oder ähnlich. Gerade auch, ob sie jetzt reine Haut haben oder ein paar Pickel haben oder sowas. Es ist höchst faszinierend, wenn man in diesen Kaninchenbau, sage ich mal, reingeht, was unsere Gene uns immer wieder sagen wollen. Also, wenn du jetzt eine kleine Vorliebe hast für Frauen, die blasse Haut haben, rote Haare haben, alles ein bisschen heller, sage ich mal, ja, dann spricht er deine Genetik zu dir. Und die Genetik, wie die gesprochen hat, könnt ihr jetzt auch im Stream sehen. Ihr müsst auch im Stream gucken, da habe ich das eingeblendet. Eine sehr interessante Rüstung, die die Dame trägt. Das ist Stable Diffusion. Habe ich mit Stable Diffusion erstellt. Das ist komplett computergeneriert. Die Frau existiert nicht. Die ist komplett computergeneriert. Ich habe hier mit dem Programm von DALI mal probiert. Das gibt es ja in kleiner abgespeckter Form, aber auch in einer kostenpflichtigen Variante. Das ist eine KI. Da tippst du einfach ein, was du auf dem Bild sehen willst und das Programm malt dir. Das ist das auch. Gut, gut. Ja, es ist sehr erstaunlich, was dabei rumkommt. Richtig heftig. Muss allerdings eine gute Grafikkarte haben, damit die das hat. Wenn wir schon bei Bildern sind, hier haben wir noch eins. Es ist sehr interessant, wenn du diese KI damit fütterst, sozusagen das letzte Selfie der Menschheit. Ist gezeigt bei einem bekannten YouTuber, der halt Mythen bearbeitet, da hatte ich das gesehen. Der hatte diesen Bericht gebracht und da hat dann DALI entsprechend gezeigt, so eine total postapokalyptische Welt, einen total verrotteten, toten Zombie-Menschen, der ein Selfie macht. Das denkt ein Programm, das denkt eine KI vom letzten Selfie der Menschheit. Richtig krasser Scheiß eigentlich, wenn man das sieht. Besonders, wenn du das lokal einrichtest, das geht mittlerweile so fix, wenn du also Windows hast und eine halbfix gute Grafikkarte, kann ich jedem empfehlen, guckt euch Stable Diffusion mit der Web-UI an. Das ist so ein geiler, ich habe so viele Stunden in den letzten Wochenenden damit verbracht. Und nicht nur Rothaarige mit dicken Titten, das sind jetzt die Bilder, die ich online zeigen kann, die beiden. Ich habe auch sehr viele gemacht. Das hat noch keine Nacktfilter, also bei der ALI gibt es ja auch einen gewissen Nacktfilter, das ist alles ein bisschen verschwommen und sowas. Ich kann dir gleich, wenn wir nicht mehr live sind, auch konkretere Sachen zeigen. Ich verstehe. Das ist, wenn du die Online-Stable Diffusion Sachen nimmst, es gibt ja einige, die haben wenig gute Qualität und die haben immer einen Filter drin, der überprüft, ob das jetzt irgendwie Adult-Stuff ist. Aber ich habe wirklich schon überlegt, jetzt hier mit Stable Diffusion einen Pin-Up-Kalender zu entwickeln damit. Das ist erst ein Pin-Up-Kalender und nur auf Basis von... Nicolo, wie ist das eigentlich dann mit den Bildrechten dabei? Ich meine, bei DALI ist das so eine Sache, kommerziell, ja, kann man schon irgendwie machen, jo, aber wie ist das bei diesem Programm? Ich meine, diese Personen existieren nicht. Es gibt keins. Das ist so, als wenn du, sagen wir mal, Lehrling wirst bei einem großen Künstler. und seinen Stil in deinem Kopf verinnerlichst und dann eigene Bilder malst. Hat er ein Anrecht auf deine Bilder, weil er dich gelehrt hat? Interessant, ja. Stable Diffusion basiert auf künstlichen neuronalen Netzen und künstliche neuronale Netze sind genauso wie echte neuronale Netze einfach nur Knotenpunkte, die miteinander verbunden sind. Die sind teilweise bei Stable Diffusion das Modell, was ich benutze hatte, vier Gigabyte groß. Nur das neuronale Netz und die Bilder, die zum Training benutzt werden, das neuronale Netz, sind nicht im neuronalen Netz als wirklich, als tatsächliches Bild vorhanden, sondern die sind so in dem neuronalen Netz vorhanden, so wie du zum Beispiel gewisse Sachen lernst. Das ist so interessant. Wir haben zum Beispiel alle, die benutzen wir die deutsche Sprache. Das heißt, zu 95 Prozent haben wir Überschneidungen, wie wir die deutsche Sprache sehen. Trotzdem hat jetzt niemand von uns ein exklusives Recht darauf. Aber wenn du die deutsche Sprache nutzt, um ein Buch zu schreiben, dann ist es dein Buch. Wie ist das denn eigentlich bei rechtlich fragwürdigem Bildmaterial, was man sich da erstellen lassen würde? Das ist, du kannst alles erstellen mit den Bildern. Aber wie soll ich sagen, das ist sehr fragwürdig. Wenn du Kipo-Scheiß entwickelst, klar, dann gelten die gleichen rechtlichen Sachen wie, als wenn du das selbst zeichnen würdest. Ich meine ganz ehrlich, auf der einen Seite ist das künstlerisch sehr interessant, dass man da etwas erstellen kann. Aber was der Mensch eben aus gewissen Freiheiten macht, das steht eben wieder auf einem anderen Blatt. Ich sage so, als Hardcore-Objektivist, solange, wenn ich etwas tue, was andere nicht beeinflusst, direkt, ich meine nicht, dass das deinen Geschmack angreift oder so, solange ich dir nicht an dein Eigentum rangehe oder an dein leibliches Wohl, hat dich nicht zu interessieren, was ich mit meinem leiblichen Wohl und mit meinem Eigentum mache. So sehe ich das. Na gut, die Freiheit des einen sind die Grenzen des anderen. Das stimmt. Ja, aber deswegen sage ich solche Sachen wie, wenn ich sage mal, bei Bilder kreiere, die gegen deinen Geschmack sind, dann ist das ja nicht deine Freiheit, die ich damit bedrohe, sondern... Nein, das nicht, aber ich rede ja eigentlich von wirklich rechtlich fragwürdigem Bildmaterial. Ich will das jetzt nicht ausformulieren, aber vielleicht kannst du dir denken, was manche Leute vielleicht damit machen würden mit dieser Technologie. Der Mensch ist ja eine Variable, ein Faktor, gib ihm Macht und wenn dieser Mensch entsprechend hörig ist, einen gewissen Trieb, dann wird er diese Macht zweckentfremden für diesen Trieb. Und dann wird es immer Menschen geben, die dagegen ansteuern, um dafür eine Lösung zu finden. Was wir ja im Moment haben, gut, das, was ich jetzt hier mache, ist ja harmlos, einfach Bilder zu erstellen. Ja, ja. Aber das ist, wenn ich gucke, was ich mit einem Mittelklasse-PC hinkriege, also ich habe ja keinen High-End-PC hier. Ich zocke ja meistens nur Uraltsspiele. Hätte ja bisher keinen Grund, eine richtig geile Grafikkarte zu haben. Ich überlege mir allerdings, eine zu holen, genau für die Stable-Diffusion-Geschichte. Aber wenn ich mitkriege, was, wenn ich eine richtige Server-Farm hätte, was ich dann für Deepfakes erstellen kann, also wie du sagtest, mit dem, dass man dann, sagen wir mal, Obama, man kann den Präsidenten vor allen Dingen Staaten simulieren, der dann was sagt. Und dann stellt sich die Frage, was ist überhaupt noch real? Dass du überhaupt keinen Bildern mehr trauen kannst. Exakt. Du musst gucken, Stable-Diffusion, das ist im Grunde ein Amateur-Projekt, ein paar Open-Source-Fuzzis, haben das gemacht. Und ich meine, guck dir die Ergebnisse an. Ja, da stellt sich die Frage, was schon seit zehn Jahren irgendwo in einem geheimen Keller rumsteht. Ja, exakt, exakt. Ich meine, wenn das schon ein paar, ich sage mal in Anführungsstrichen, Abateuren das machen können, was war dann schon vor zehn Jahren für Leute, die für die Regierung gearbeitet haben und entsprechende Millionenbeträge haben? Exakt. Das glaube ich nicht so funktioniert, das in der Wissenschaft nicht. Das ist ja, was das angeht, ist ja fast alles Open-Source und da kannst du sowas nicht geheim halten. Deswegen gibt es aktuell Durchbrüche überall an der KI-Front. Da würde ich mal sagen, sorry, aber bei der Bildfälschung, selbst allein im 19. Jahrhundert, viele Bilder davon, die wurden retuschiert. Es gab richtige Retuschierfirmen, die darin gearbeitet haben, alte Bilder entsprechend so umzuwandeln, dass sie passend gemacht sind, das was darauf zu sehen ist. Und wenn wir ungefähr, naja, fast zweieinhalb Jahre später diese Bilder sehen, dann denken wir, die wären real gewesen, das was darauf zu sehen ist. Also Bildfälschung ist schon ziemlich alt. Aber hier geht es noch, hier geht es um eine Wahrnehmungsfälschung, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Ja, da müssen wir aber der Pornoindustrie wieder die Federn an den Hut stecken, weil die waren glaube ich die ersten, die die Deepfakes wirklich, zumindest öffentlich wirklich benutzt haben. Das war die erste Quelle, glaube ich, wo die aufgetaucht sind, war ja klar. Aber ich würde nicht nur, erstmal die Büchse der Pandora ist offen, du kriegst die künstliche Intelligenz nicht wieder rein, also es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. Und die Sache mit den Deepfakes, das ist echt ein Ding. Du kannst nicht mehr davon ausgehen in Zukunft, dass irgendeine digitale Medien, alle unsere Medien sind digital und die, die nicht digital sind, werden bald digital sein. Nichts davon kannst du trauen. Also nicht mal mehr, klar, vorher die Bild-Zeitung hat auch gelogen, aber die Bilder, die geschossen worden sind, sind immer noch Bilder, die von der Kamera aufgenommen worden sind und dann gedruckt worden sind. Ja, da war bloß immer die Frage, wann und wo wurden sie aufgenommen, aber zumindestens waren sie real irgendwann mal. Genau. Da war viel interessanter, was nicht gezeigt wurde, aber Bilder, die, Bild war Realität und ich habe ja die Bilder gerade gezeigt. Das ist es, ich als Mensch, die überhaupt keine Ahnung hat von Design und Grafiken, war in der Lage, solche Bilder zu erstellen, wo Menschen zu sehen sind, die realistisch rüberkommen. Ja, exakt. Und wenn ich das kann, dann können das die Redakteursabteilung der Bild-Zeitung, wenn sie so wollen, auf jeden Fall auch und gewisse Regierungskreise. Ja, das ist sehr, sehr bedenklich. Du kannst ja auch sehen, diese, du kannst ja mittlerweile auch ganze Blog-Beiträge oder Nachrichten-Beiträge komplett über eine KI machen. Das ist ja letztens gewesen, hat eine KI ja einen Artikel erstellt, zum Beispiel zu dieser Herr-der-Ringe-Serie, die auf Amazon lief. Wo die, oh Gott, wie heißt die Seite, habe ich vergessen. Die haben erst, nachdem der Artikel veröffentlicht wurde, bekannt gegeben, dass der Artikel nicht von den Menschen geschrieben wurde. Ah, das ist alles kein Problem, weil der Staat wird sich darum kümmern, dann gibt es ein digitales Wassersiegel, das dann nur vom Staat ausgegeben wird und dann wissen wir alle, was man weiß. Das Wahrheitsministerium. Ja. Ich befürchte, dass sowas in der Richtung kommt, ja. Ja. Naja, Nicolo, so etwas existiert ja schon auf diesem Planeten, zwar nicht in Bundland, oh, pardon, Deutschland, aber so etwas ist ja schon da. Ein bisschen in den Osten gehen, ich rede jetzt nicht von bösen Putin, sondern in China. Noch ein Stück weiter. Wir sind schon da, wo China ist. Wir haben das Gleiche. Das ist, ich habe das mit dem. Inoffiziell, das stimmt. Wir haben das mit den, wenn man zum Beispiel das untersucht mit den Twitter-Files, wie die Tagesschau Framing betreibt. Amerikanische Firmen oder auch der deutsche Staat also wenn Staat und Wirtschaft so verschmelzt, wie es zum Beispiel die Twitter-Files zeigen, dann gibt es dafür einen klaren Begriff und der nennt sich Faschismus und da sind wir. Ja, ja. Da sage ich nicht, da kommen wir hin, da sind wir. Die Amerikaner haben Anschlag auf deutsche Infrastruktur verübt an Nord Stream 2 und alle haben sie geschwiegen. Wir sind wieder da. Wenn ich mich recht entsinne, waren so die Polen daran beteiligt, aber... Es spielt ultimativ keine Rolle. Biden hat es angekündigt im Februar davor, also letztes Jahr und dann ist es auch so gekommen und alle schweigen. Olaf Scholz hat pünktlich zu dem Anschlag Corona gekriegt. Das zeigt sich ja, das machen ja alle großen Staatsoberhäupter. Wenn was passiert, zum Beispiel auch bei den Trucker-Prozessen in Kanada, hat da Justin Trudeau dann ganz schnell Corona gekriegt. Das ist mittlerweile so... Wir sind im Faschismus und es gibt einen Weg, wo das hinführt. Ich hoffe, dass es schnell vorbei ist und ich das irgendwie überlebe. Ja, an dem Platz, an der Wand. Mein Lieblingsspruch. Du merkst ja, dass die, auch in Deutschland überhaupt kein Will, kein, auch nicht mal der Funke dafür da ist, dass irgendwie Individualismus, Kapitalismus, Kapitalismus ist ein negativ besetzter Kampfbegriff in Deutschland. Ja, was die, was die Pseudolinken ja eigentlich bei uns bekämpfen wollen, ist ja die Planwirtschaft, die muss sie sich selber so sehr wünschen. Mit einer neuen Planwirtschaft wird die Planwirtschaft überholt. Ja, ja, sie wollen die alte Planwirtschaft, die ja der böse Kapitalismus ist, mit ihrer neuen utopischen Planwirtschaft, die ja der neue Kommunismus ist, ersetzen. Und du denkst dir so, mh, okay, wird interessant. Guck mal, wir haben im Chat wen. Kim, LGBTQ und Klammern she, her. Der ganze LGBTQ-Quatsch hört ihr denn? Oh ja, ich seh's gerade. Hallo Männer! Oh, das ist aber nicht gegendert. Hallo MännerInnen? Sternchen, SternchenInnen. SternchenInnen. Warum Cybermobt ihr uns Frauen? Geil. Oh, du bist doch gar keine Frau. Du bist doch ein Dings. Nee, sie hat ihre Pronomen. Sie hat ihre Pronomen. Sie ist offiziell eine Frau. Also benehmt euch Jungs. Bist du auch von Geburt an eine Frau? Warte mal, der Soakka fragt, wenn die Facts zukünftig jegliche Informationen im Internet diskreditieren würden, wenn das wäre, das analoge Leben würde mehr Relevanz bekommen. Nein, das denke ich nicht. Es gibt ja heutzutage schon diese RSA-Verschlüsselung, dass du einen Public und Private Key hast, zum Beispiel auf Arbeit. Ist das so, dass den Public Key, ich habe auch einen Private und Public Key, die miteinander verschränkt sind in der Verschlüsselung. Den Public Key kann ich jedem geben. Er kann damit Sachen verschlüsseln, mir zuschicken und nur ich kann es mit meinem Private Key öffnen. Genauso kann ich etwas verschlüsseln mit meinem Private Key, anderen schicken und nur mit meinem Public Key kann das wieder entschlüsselt werden. Das gilt dann praktisch als Signatur, wenn man so möchte. Wenn ihr zum Beispiel auf HTTPS-Seiten geht, da kriegt ihr ja mal so ein Symbol im Browser, dass die Seite geschützt ist, die funktioniert genauso und das wird es auch geben, dass es Zertifikate gibt oder solche Wasserzeichen, wie der Tanklikopfer vom Start meinte, genauso welches wird es auch geben. Ich sehe schon, ich muss meinen Tails mal wieder aktualisieren und anschmeißen. Ja, was bringt Kim Jong-un noch mit? Hau doch mal jetzt mal einen richtigen Kanal-Sprecher rein. Ich dachte, Mann, die Rechte hat so voll die tiefroten Haare. Ich weiß auch, weil der Wann ja das gerade gesagt hatte mit den Vorlieben. Ich hatte das nicht in meiner Jugend oder wo ich junger erwachsen war, das ist erst so Mitte, Ende 20 gewesen, dass auf einmal diese Rotverschiebung in meinem Leben trat. Keine Ahnung, woran es lag. Ja, wenn ich immer noch 114 Zuschauer, wow. Habt ihr nichts Besseres zu tun, ihr Loser und Insels? Immer diese Shaming-Taktiken hier. Oh, der werte Herr Wulfen aus unserem werten Telegram-Chat. Nicolo, in Spanien hat jeder Bürger so ein RSA-Keeper und damit werden die digitalen Behördengänge gemacht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass eine japanische Oma einen RSA-Keeper hat, aber Ja, ich denke mir auch immer Spanien. Ich meine, Technologie, ich weiß nicht, da kriege ich nur meine Tomaten her. Ich glaube, das einzige Land, was da wirklich zumindest auf dem europäischen Kontinent wirklich Vorbildfunktion hat, ist Estland. Oh, der Soacker sagt, ich bin nur wegen den Frauen hier, gut, dann blende ich die mal wieder ein. Welche Frauen? Achso, stimmt ja. Ich habe ja gesagt, wir müssen uns alle als Frauen identifizieren. Ja, okay, hallo. Stable Diffusion Mein Name ist Valeria. Exakt, ich habe meine Pronomen. Gib dir deine Pronomen. Wo schon, warum? Was? Okay, ich habe gesagt, dein Pronomen wäre Flugobjekt. das ist ja meine Identifikation. Hm. Gucken, was kann ich noch zeigen? Alles nicht jugendfreie Sachen hier. Genau, ich kann das mit dem, äh, der Admiral und sein Groupie zeigen. Die Anime, den ich, äh, gemacht habe. Oh, was, du hast ein Anime darüber gemacht? Etwa einen Hentai? Ich habe gesagt, kanalfrei, kein Kanalsprenger. Ach so. Aber, aber das, dass das, dass das bei uns in Deutschland so schnell überhand nimmt, glaube ich nicht, weil Deutschland ist schon unfähig, was einfache Sachen angeht, behördentechnisch oder staatstechnisch, was IT-mäßig unterwegs ist. Ja, das Iris hätte da aktuell gescheitert. Weil wenn ich überlege, muss man überlegen, Estland war vor wenigen Jahren noch ein absoluter Bummelstaat und da kannst du innerhalb von fünf Minuten eine Steuererklärung online machen. Ja, und vor 43 Jahren war Estland noch, äh, warte mal, eine sowjetische Republik. Ja, wie lange, wie lange sind wir schon pseudo allein unterwegs und, äh, Industrienation, der drittgrößte Produzent waren wir mal, sind wir ja nicht mehr. Und wir schaffen es nicht mal, dass wir überall Internet fließend reinkriegen. Litauen ist im Internet besser unterwegs als wir. Also, da mache ich mir weniger Sorgen. Worüber man sich Sorgen macht, ist der Admiral und sein Groupie, das habe ich jetzt mal eingeblendet. Das hatte ich auch damals als Anime-Stil generiert. Also, weil einer gerade auch fragte, ob Stable Diffusion, ob man das kaufen muss. Nein, das ist komplett open source. So, Nicolo, ich, ich, ich habe mit da auch mal sowas erstellt vor einigen Monaten und, äh, da sah man den Admiral mit sehr verzerrtem, merkwürdigem Gesicht, weil die KI ja anscheinend noch nicht so weit war. Ja, weil du schon online benutzt hast, aber wenn du das wirklich herunterlädst, äh, da sind wirklich fantastische Sachen. Ja, es war die, 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 äh, Free Software, wenn man so will und, das war schon sehr grotesk, also manche Bilder, die ich da erstelle, da dachte ich mir so, ach du meine Güte, das habe ich ja nicht mal in meinen Albträumen. Ja, da habe ich ein schönes Beispiel, auch eine rothaarige, aber Albtraumtussi, kann ich auch mal direkt zeigen. Ja, das ist dann die rothaarige Borderline-Frau. Nein, ja, das passt. Ganz ohne Persona. Ne, das passt, das Bild, kannst du dir angucken, sieht eher aus nach rothaar Zombie, aber die, ja, neun von zehn Bildern sind nicht zu gebrauchen. Besonders wenn Hände oder Füße im Bild sind, also ich denke da an den angenehmen weiblichen Fußgeruch, der in meinem Kanal ist, äh, im Chat immer ist. Ja, die auch. Ja, ich habe ja lange Zeit, äh, Mangas, äh, gezeichnet, also fast schon 20 Jahre und ich meine, so ein Bild zu entwerfen, das dauert noch einen Moment, vor allem digital zu entwerfen, aber dass heute die Möglichkeit ist, das einfach einzutippen und es wird dann gezeichnet, Wahnsinn. Und hier habe ich noch mal was für eure Albträume. Oh, so ein Träume ist, ich finde ich das aber gar nicht. Warte mal ab, was ich jetzt gerade eingefügt habe. Das ist, weil die KI hat manchmal Probleme mit der Peripherie des Körpers. Da fehlt einfach mal, da fehlt einfach mal ein Bein. Äh, bei dem nächsten Bild. Ja, wie hatten wir es bei einem Stream gehabt, von wegen, ja, würdest du eine Frau nehmen, die keine Nase hat und, äh, dann ging es ja darum, von wegen dann so, ja, wie viel fehlt denn von der Nase? Ja, guck mal hier, wenn du das als Profilbild nehmen würdest, bei entsprechenden Portalen, äh, dann würde diese Frau wahrscheinlich immer noch mehr bekommen, als ein Mann, der von 0 bis 10 auf eine 10 stehen würde. Ich meine, gerade bei, ich sage mal, äh, 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 selbst wenn du Stummelfrauen hast, keine Arme, keine Beine, selbst die würden, ja, würden viel mehr Resonanz kommen. Ich meine, sie hat zwei Arme, okay, ein Bein, aber scheiß doch drauf, sie hat eine Vagene, sie hat, äh, relativ angenehme Brüste, äh, rote Haare, schönes Gesicht, ja, perfekt. Ich habe auch eine Animation gemacht, was der, äh, was die KI über den Zauberwald denkt und dabei ist ein Einwand rausgekommen, das eine, äh, ein Crash mit einem Baum hatte. Das bildet mir die auch mal ein. Geil. Okay, äh, okay, Nicolo, ich, ich, ich werde dir jetzt, vielleicht hältst du gar nichts davon, ich meine, gerade ich als Okkultist bin ja in ganz anderen Sphären unterwegs, ähm, wenn du mit einer Frau bestimmte, äh, ja, auch Meditationen machst oder, oder sehr viel geistige Arbeit, es ist sehr interessant, dass in diesen Welten immer wieder dieses Einhornprinzip vorkommt. Das ist eine eindeutige Anspielung, oder? Geil. Und es ist auch sehr interessant, wenn man es genau nimmt, gerade so die, die Kraft eines Pferdes, ne, der lange Slong, wenn man jetzt böse wäre. Und guck mal, das Pferd bei mir hat sogar fünf, äh, Beine. Wollte gerade sagen, da ist nächstes Bein dran, das ist sehr kürzlich. Wenn da noch mal drei dabei wären, bin ich schon, na, na, das ist schon ein Bein, wenn jetzt noch drei dabei wären, wenn es, wer es leibt denn hier, ne, also, äh, Abkümlich von Loki. Aber es ist wirklich so, also bei kleinen Mädchen, ne Pferde, also die, die bestiale Kraft dabei. Das stimmt doch nicht. Und dann reiten sie da rauf, und, mhm. Frauen erklären mir immer, dass das was mit Kameradschaft zwischen Tier und Mensch zu tun hat. So, und hier noch mal ein Bild. Ja, warum holen sie sich dann keine Ameisenfarm? Hier noch mal ein Bild vom betrunkenen Admiral. Der betrunkener Admiral. Oh, da bin ich gespannt. Ja, ich hatte auch sogar einen echten Admiral generiert, dann machen wir aber auch Schluss, das ist dann der letzte. Ich kann echt nicht mehr. Sag's, das sind die, das sind die berühmten letzten Worte, zwei Stunden später. Ja, ja, ich weiß, das ist, das geht immer so weiter. Das ist, aber ich hatte ein Bild erstellt, das mit einem, das sieht wirklich echt aus, das Bild, der Admiral, das ist. Was ist mit seiner rechten Hand passiert? Stable Defusion hat unglaublich Probleme mit Händen. Ja, das ist nicht richtig. Also, ich gerade als Zeichner denke ich mir so, au, das ist nicht gut. Ich wollte ja immer, besonders auch für das heutige Video, hatte ich auch schon ein bisschen versucht rumzuspielen, wollte unbedingt, dass so eine Tussi den Admiral wirklich anschreit und der zusammenbricht auf Deck. Aber Stable Defusion hat nichts zustande gebracht, was Thumbnail würdig ist. Ja gut, Paul, rechne nochmal ungefähr 15 Jahre dazu. Das passt schon. Wenn es eine neue Verführung von Game of Thrones geben würde, dann wärst du auf jeden Fall dabei. Nee, ich glaube, die KI hat einfach nur in die Zukunft gesehen und hat gewusst, dass nichts kam, was geschrien wurde, deswegen... So, ihr mögt ja gerne Fehler finden. Aber wirklich letztes Bild. Das dritte Mal, das letzte Bild. Auch der Admiral und sein Groupie und jetzt versucht man, die Fehler auf dem Bild zu finden. Und kommt's. Ja, das ist wohl wahr, Carve. Er ewig wäre am längsten. Aber ist schon übel, also gerade bei diesem Bild, also jetzt zu sagen, ja, das ist kein echter Mensch, das ist schon heftig. Das ist schon richtig übel. Besonders die Bilder, die ich dir gleich zeigen kann, wenn der Stream vorbei ist. Das ist sehr echter. Das ist sehr echter. Weil das Ding, was sie in der Hand hat, das sieht aus wie ein... Naja, lassen wir das Thema. Das ist ein... Kopf-Massage-Gerät. Ich wollte eure Aufmerksamkeit eher auf die Anzahl der Hände... Ja, das ist durchaus in der Mitte. Aber was hat der Admiral da noch in der Hand? Was ist das? Ein Schwert soll das sein. Zumindest wissen wir jetzt, warum er bei seinen Groupies so ankommt. Weil wenn ich die Hände hätte, weißt du... Das ist jetzt ein Tentakel-Admiral. Das ist Davy Jones. Das ist immer, wenn du im Manga-Laden bist, dann weißt du, wo die Mädels stehen. Ich meine, ganz ehrlich, hätte der das im Gesicht, was er da an der Hand hat, wäre Seidberg. Der... Da könnte er ganz andere Sachen damit machen. Hätte ich gewusst, dass du Seidberg-Fan bist. Sehr gut. Hätte Bonuspunkte gegeben. Ich liebe Futurama. Futurama lieben wir alle. Das ist eine Schande, dass es die Serie nicht mehr gibt. Die ersten fünf Staffeln, die Rest existiert nicht. Naja. Über die Filme könnten wir vielleicht drehen. Doch. Wenn das Big Score danach war ich raus. Ja, Filme? Die sind wohl angevorbeigegangen. Ja, ist auch besser so. Die fünf Staffeln aus den Anfang der 2000er-Jahren, das reicht. Ja, Anfang der 2000er-Jahre, Nicolo, das ist jetzt schon... Ich meine, ganz ehrlich, wir haben 2023. Ja, ich weiß. Es gab immer so Anspielungen mit der Selbstmordzelle. Danke, dass Sie sich für Schluss und Weg entschieden haben. Amerikas Lieblings-Selbstmordzelle seit 2008. Der wird wieder aktuell. Also, Matt Groening hat das schon sehr weit in die Zukunft gegrissen, wenn wir unsere Quantensexuellen dann mal wieder ansinnen. 50 Prozent bringen sich umdenken. Hab ich nicht letztes oder vorletztes Jahr die Selbstmordzellen vorausgesagt in dem Video? Ja, beim letzten Mal hast du ja auch nochmal erwähnt. Ja, ja. Aller da hat es ja eingeführt, im Prinzip, im übertragenen Sinne. Naja, wenn wir es genau nehmen, ist ja eine Selbstmordzelle, rein virtuell gesehen, eigentlich auch Onlyfans. Ich meine, Männer vernichten dort ihr, naja, ihre finanziellen Ressourcen, die sie zum Überleben brauchen. Nee, nee. Kanada bietet jetzt ganz offiziell und ermutigt auch das Beenden deines eigenes Lebens an. Wenn du behindert bist oder geistige Probleme hast, wenn du mental befördert bist. Richtig, ja. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ja, das ist kein Witz, weißt du das nicht? Das gab es doch auch mal in Deutschland. Nein, nein, das war was anderes. Das ist was ganz was anderes. Das verwechselst du gerade. Der Slogan war irgendwie ein anderer und das wurde ja auch staatlich gefördert. Naja, bis jetzt ist ja noch kein Zwang dabei. Bis jetzt. Ja, ja. Also, wenn du keine Bratwurst annehmen willst. Ja, ja. Es gab schon eine Story von einem alten Mann, der ist, glaube ich, gehbehindert und der wollte halt Hilfe beantragen und sie haben ihm die ganze Zeit versucht, davon zu überzeugen, ob er sich, ob er da allgemein an dich was Gutes tun will. Kanada. Oh, Kanada. Oh, Home and Native Land. So, mir fallen die Augen zu. Ja, ich kann auch nicht mehr und jetzt halte ich mich mal tatsächlich daran. Wir machen das tatsächlich Schluss. Ach, das fand ich gerade so schön. Dann kann ich dem Walnier nämlich die echten interessanten Bilder zeigen. Wusstest du doch, dass es noch nicht vorbei ist. Zumindest ist der Stream dann vorbei. Also, meine Herren, vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Und auch an den Chat. Und ich glaube, es gibt einige im Chat, die diese Bilder gerne sehen würden. Oh, ja. Also, Ahoi und bis bald, Leute. Müsst ihr genug spenden, dass es sich lohnt, einen Pornhub-Account zu erstellen. Jetzt haben wir 6,5 Stunden geschafft. Echt? Wow. Das ist krank. Was nennst du krank? Wir hatten 7, nee, 7,50, ne? Ja, fast 8, ja. So, und ich verabschiede mich mit einem fröhlichen Uuuu. Och Gott. Uuuu. Das war mein Zeichen. Gehabt euch wohl, kriegt den Krebs aus eurem Kopf, was ihr bei dieser rothaarigen Frau bekommen habt und macht ein wundervolles Mantra. was ich euch vorgebe. Uuuu. Uuuu. Ja, ich brauche es ja.